Sie hören Still Missing. Kein Entkommen von Chevy Stevens. Aus dem Amerikanischen von Maria Potz. Gelesen von Laura Mehr. Erste Sitzung Wissen Sie, Doc, Sie sind nicht die erste Therapietante, der ich gegenüber sitze, seit ich wieder zu Hause bin. Mein Hausarzt hatte mir einen Therapeuten empfohlen, gleich nachdem ich wieder da war. Aber das war echt ein totaler Reinfall. Der Typ hat tatsächlich versucht, so zu tun, als wüsste er nicht, wer ich bin. So ein Idiot. Man müsste blind und taub sein, um es nicht zu wissen. Zum Teufel, sobald ich mich umdrehe, springt hinter irgendeinem Busch wieder so ein Mistkerl mit einer Kamera hervor. Und bevor die ganze Sache passiert ist, da hat kein Mensch Vancouver Island gekannt, geschweige denn Clayton Falls. Wenn Sie jetzt die Insel erwähnen, wette ich mit Ihnen, dass dem anderen dazu als erstes einfällt, ist da nicht diese Maklerin entführt worden? Selbst die Praxis von dem Typen war total daneben. Schwarze Ledersofas, Plastikpflanzen und verkromter Schreibtisch. Und alles natürlich picobello aufgeräumt. Seine Zähne waren das einzig Schiefe in diesem verdammten Raum. Und wenn Sie mich fragen, kann mit einem Typen, der auf seinem Schreibtisch die Stifte der Größe nach sortiert, aber es nicht fertigbringt, seine Zähne richten zu lassen, irgendetwas nicht stimmen? Als erstes fragte er mich nach meiner Mom. Und dann versuchte er tatsächlich, mich dazu zu bringen, die Farbe meiner Gefühle mit Buntstiften auf einen Block zu malen. Zwei Sitzungen habe ich durchgehalten. Es hat bis Dezember gedauert. Seit vier Monaten bin ich jetzt wieder zu Hause, um es noch einmal mit einer Therapie zu versuchen. Ich hatte mich schon fast damit abgefunden, dass ich jetzt eben nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Aber die Vorstellung, mich für den Rest meines Lebens so zu fühlen... Der Text auf Ihrer Website ist irgendwie witzig. Für eine Therapeutin jedenfalls. Und Sie sehen nett aus. Hübsche Zähne übrigens. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Nur weil Sie aussehen wie die Großmutter von jemandem, bin ich noch lange nicht gerne hier. Und lassen Sie uns gleich noch etwas klarstellen. Wenn wir das hier durchziehen wollen, dann machen wir es auf meine Art. Das bedeutet, keine Fragen von Ihnen. Ich erzähle die Geschichte von Anfang an. Und wenn ich hören will, was Sie dazu zu sagen haben, werde ich es Sie wissen lassen. Ach, und für den Fall, dass Sie sich fragen, ob ich schon immer so eine Zicke war? Nein. An jenem ersten Sonntagmorgen im August döste ich ein bisschen länger im Bett als gewöhnlich. Während mein Golden Retriever, Emma, mir ins Ohr schnarchte. Ich hatte nicht oft Gelegenheit zum Faulenzen. In diesem Monat hatte ich mir den Hintern aufgerissen wegen dieses Apartmentkomplexes direkt am Wasser. Für Clayton Falls ist ein Neubau mit 100 Eigentumswohnungen eine große Sache. Und ich und ein anderer Makler waren noch im Rennen. Ich wusste nicht, wer mein Konkurrent war. Aber der Bauunternehmer hatte mich am Freitag angerufen, um mir zu sagen, man sei beeindruckt von meiner Präsentation und würde mir in ein paar Tagen Bescheid geben. Nach einer Woche Regen schien endlich die Sonne. Und es war warm genug, dass ich mein Lieblingskostüm anziehen konnte. Es war pastellgelb. Normalerweise trage ich keine Röcke, denn mit meinen knappen 1,67 sehe ich damit aus wie ein Zwerg. Aber dieser war so geschnitten, dass meine Beine darin länger wirkten. Ich beschloss sogar, Schuhe mit Absätzen anzuziehen. Mein Haar war gerade frisch geschnitten, sodass es perfekt mit meinem Kinn abschloss. Ich warf noch einen letzten Blick in den Spiegel im Flur, um sicherzustellen, dass ich keine grauen Haare bekommen hatte. Ich war letztes Jahr erst 32, aber bei schwarzen Haaren tauchen die Mistdinger ziemlich früh auf. Pfiff mir selbst, anerkennend zu und tätschelte Emma zum Abschied. Dann ging ich raus. Das Einzige, was ich an diesem Tag zu tun hatte, war eine Open-House-Besichtigung. Das Wetter war schön und ich hätte mir gerne den Tag freigenommen, aber die Besitzer wollten so schnell wie möglich verkaufen und es machte mir nicht viel aus, ein paar Stunden zu opfern, um sie bei Laune zu halten. Mein Freund, Luke, wollte zum Abendessen kommen, sobald er mit der Arbeit in seinem italienischen Restaurant fertig war. Am Abend davor hatte er die Spätschicht gehabt und ich hatte ihm eine E-Mail geschickt, dass ich es kaum abwarten könne, ihn zu sehen. In der letzten Zeit war ich dermaßen mit diesem Apartmenthaus am Wasser beschäftigt gewesen, dass ich dem armen Kerl so gar nichts geboten hatte. Dabei hatte er, weiß Gott, Besseres verdient. Aber er hatte sich nie beschwert, selbst als ich ein paar Mal in letzter Minute absagen musste. Als ich gerade dabei war, das letzte Hinweisschild für die Hausbesichtigung in den Kofferraum zu stopfen, klingelte das Handy. Mit ein bisschen Glück war das der Bauunternehmer, also kramte ich das Telefon aus der Tasche. Bist du zu Hause? Mom, ich bin unterwegs zu einer Open-House-Besichtigung. Du arbeitest heute. Val hat erwähnt, dass sie in letzter Zeit viele von deinen Schildern gesehen hat. Du hast mit Tante Val gesprochen? Alle paar Monate zerstritt Mom sich mit ihrer Schwester und schwor nie wieder, ein Wort mit ihr zu reden. Sie hat mich zum Lunch eingeladen und bevor wir auch nur bestellt haben, musste sie damit angeben, dass deine Cousine gerade ein paar Wassergrundstücke verkauft hat. Stell dir vor, Val fliegt morgen nach Vancouver, um mit ihr in der Robson Street Klamotten zu kaufen. Designer-Klamotten. Wie schön für dich, Tante Val. Ich musste mich zusammenreißen, um nicht laut loszulachen. Ich freue mich für Tamara, aber sie sieht in allem großartig aus. Tatsächlich hatte ich meine Cousine nicht mehr persönlich gesehen, seit sie direkt nach der Highschool aufs Festland gezogen war. Aber Tante Val schickte ständig E-Mails mit Fotos rum, damit wir sahen, wie ihre bewundernswerten Kids sich machten. Ich habe Tante Val gesagt, dass du auch ein paar nette Sachen hättest. Du bist nur etwas konservativ. Mom, ich habe jede Menge netter Klamotten, aber ich... Ich verstummte. Das Letzte, was ich wollte, war, mit ihr über angemessene Businesskleidung zu diskutieren. Und das mit einer Frau, die Schuhe mit zehn Zentimeter hohen Absätzen und Minikleidanzug nur um die Post zu holen. Darum ging es auch gar nicht. Ich hatte es Mom mein ganzes Leben lang noch nie recht machen können. Ehe ich es vergesse, sagte ich, kannst du mir später noch meine Cappuccino-Maschine rüberbringen? Ein Moment war sie still. Dann sagte sie, du wirst sie heute noch haben? Ich habe ein paar Nachbarinnen für morgen zum Kaffee eingeladen. Och, du hast dir genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Wie immer. Tut mir leid, Mom, aber ich dachte, ihr wolltet euch selbst eine kaufen und meine nur mal ausprobieren. Das haben wir auch vor. Aber dein Stiefvater und ich sind noch nicht dazu gekommen. Ich werde wohl die Mädels anrufen und es ihnen erklären müssen. Klasse. Jetzt kam ich mir vor wie ein Spielverderber. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich kann sie auch nächste Woche abholen. Danke, Annie Bear. Jetzt war ich Annie Bear. Gern geschehen, aber ich brauche sie. Sie hatte aufgelegt. Ich schob das Telefon zurück in die Tasche. Die Frau ließ mich nicht einen gottverdammten Satz beenden, solange es nicht das war, was sie hören wollte. An der Tankstelle an der Ecke machte ich Halt, um mir einen Kaffee und ein paar Zeitschriften zu holen. Auf einem der Cover war das Bild einer armen, vermissten Frau abgebildet. Ich betrachtete ihr lächelndes Gesicht und dachte, sie hat einfach nur ihr Leben gelebt. Und jetzt glaubt jeder, alles über sie zu wissen. Bei der Besichtigung war nichts los. Zehn Minuten bevor offiziell Schluss war, begann ich, meinen Kram zusammenzupacken. Als ich nach draußen ging, um die Flyer im Kofferraum zu verstauen, rollte ein hellbrauner Van heran und parkte direkt hinter meinem Wagen. Ein älterer Typ, vielleicht Mitte 40, kam lächelnd auf mich zu. Mist, sie packen schon ein. Geschieht mir ganz recht, ich warte immer bis zur letzten Minute. Bitte. Würde es ihnen große Umstände bereiten, wenn sie mich noch einmal kurz herumführen würden? Ich musterte ihn rasch. Seine Karkis waren perfekt gebügelt. Einen Moment lang fragte ich mich, warum er eine Jacke trug, selbst wenn sie fast nichts wog. Seine Laufschuhe waren strahlend weiß und er trug eine Baseballkappe mit dem Logo des örtlichen Golfclubs auf dem Schirm. Wenn er in diesem Club Mitglied war, hatte er eine Menge Geld. Zu einer Open-House-Besichtigung kamen hauptsächlich neugierige Nachbarn oder Leute auf ihrem Sonntagsausflug. Aber als ich einen Blick auf den Van warf, sah ich das Lokalblättchen mit den Immobilienanzeigen auf dem Armaturenbrett liegen. Zum Teufel, ein paar Minuten mehr würden mich schon nicht umbringen. Natürlich macht es mir nichts aus. Dafür bin ich ja hier. Mein Name ist Annie O'Sullivan. Ich streckte meine Hand aus, doch als er auf mich zukam, um sie zu schütteln, stolperte er über eine Gehwegplatte. Um nicht auf die Knie zu fallen, stützte er sich mit den Händen auf dem Boden ab. Ich wollte ihm helfen, aber er sprang schon wieder auf, lachte und wischte sich den Dreck von den Händen. Grübchen rahmten sein breites Grinsen und die geraden weißen Zähne ein wie Anführungszeichen. Es war das aufrichtigste Lächeln, das ich seit langer Zeit gesehen hatte. Ich weiß schon, wie man einen bühnenreifen Auftritt hinlegt, was? Gestatten? Ich bin David. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, David. Ich führte ihn hinein und quatschte ihn über das Haus voll. Es war im typischen Westküstenstil errichtet, mit gewölbten Decken, Verkleidungen aus Zedernholz und einem tollen Blick auf den Ozean. In der Anzeige stand, das Haus sei erst zwei Jahre alt, aber das Bauunternehmen wurde nicht erwähnt, sagte er. Es war eine Firma aus dem Ort, Corbett Construction. Sie bieten mehrere Jahre Gewährleistung, das gilt natürlich auch für dieses Haus. Großartig. Man kann nie vorsichtig genug sein bei diesen Baufirmen. Heutzutage kann man den Menschen nicht mehr vertrauen. Ich erwiderte seinen Blick und er lächelte. Ist der hintere Garten eingezäunt? fragte er. Ich habe einen Hund. Oh, ich liebe Hunde. Was für einen haben Sie? Einen Golden Retriever. Er braucht eine Menge Auslauf. Das verstehe ich vollkommen. Ich habe auch einen Goldie und sie wird ungnädig, wenn sie nicht genug rauskommt. Ich öffnete die Glasschiebetür, um ihm den Zaun zu zeigen. Wie heißt Ihr Hund? In der Sekunde, in der ich auf seine Antwort wartete, merkte ich, dass er zu dicht hinter mir stand. Etwas Hartes bohrte sich in meinen Rücken. Ich versuchte, mich umzudrehen, aber er packte mein Haar und riss meinen Kopf so schnell und schmerzhaft zurück, dass ich glaubte, er würde mir ein Stück Kopfhaut abreißen. Ja, Annie, das ist eine Waffe. Also hör bitte gut zu. Ich werde dein Haar loslassen und du wirst schön ruhig bleiben, während wir hinaus zu meinem Van gehen. Und ich möchte, dass du weiterhin so hübsch lächelst, während wir das tun. Okay? Alles schien in Zeitlupe abzulaufen. Ich spürte, wie die Waffe gegen meine Wirbelsäule drückte, als er mich damit vorwärts stieß. Auf dem Weg zu seinem Van flüsterte er mir ins Ohr. Entspann dich, Annie. Pass gut auf, was ich dir sage, und wir werden gut miteinander auskommen. Als wir uns vom Haus fortbewegten, drehte ich mich um. Irgendjemand musste das doch mitbekommen. Aber es war niemand zu sehen. Ich bin so froh, dass die Sonne extra für uns scheint. Es ist ein wunderschöner Tag für einen Ausflug. Findest du nicht auch? Er hatte eine Waffe und wollte mit mir über das Wetter reden? Annie, ich hab dich etwas gefragt. Ja. Ja, was, Annie? Es ist ein schöner Tag für einen Ausflug. Ich dachte immer noch, der Typ könne das doch unmöglich am helllichten Tag bringen. Das hier war eine Open-House-Besichtigung um Himmels Willen. Am Ende der Auffahrt stand ein großes Schild und jeden Moment konnte ein Auto kommen. Wir waren beim Van. Öffne die Tür, Annie. Ich rührte mich nicht. Er drückte die Waffe gegen meine Lendenwirbel. Ich machte die Tür auf. Jetzt steig ein. Der Druck der Waffe wurde stärker. Ich stieg ein. Als er wegging, riss ich am Türgriff und versuchte, die Tür mit der Schulter aufzurammen. Geh auf, verdammte Scheiße! Er ging vor dem Van vorbei. Ich hämmerte auf die Knöpfe, auf die Fensterscheiben und zerrte an den Handgriffen. Seine Tür öffnete sich und ich drehte mich um. In der Hand hielt er eine Fernbedienung. Er hob sie in die Höhe und lächelte. Während er auf der Auffahrt zurücksetzte und das Haus immer kleiner wurde, konnte ich kaum fassen, was geschah. Aber nichts von alledem passierte wirklich. Am Ende der Auffahrt hielt er eine Sekunde an und achtete auf den Verkehr. Das Schild mit dem Hinweis auf die Besichtigung, das ich auf dem Rasen aufgestellt hatte, war verschwunden. Ich schaute in den hinteren Teil des Vans und dort lag es, zusammen mit zwei weiteren Schildern, die ich an der Straße aufgestellt hatte. Da begriff ich. Das war kein Zufall. Er musste die Anzeige gelesen und die Straße überprüft haben. Er hatte mich ausgewählt. Nach einer Weile bog er in einen kleinen Seitenweg ab und hielt an. Ich hatte keine Ahnung, wo wir waren. Er stellte den Motor ab, drehte sich zu mir und lächelte. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Er stieg aus, ging vor dem Van herum und öffnete meine Tür. Ich zögerte einen Moment. Er hob die Augenbrauen. Ich stieg aus. Er legte mir einen Arm um die Schultern, die Waffe in der anderen Hand und wir gingen zur Rückseite des Vans. Es war vollkommen still. Die Stille eines heißen Sommernachmittags. Ich begann zu weinen und zu zittern, sodass ich kaum noch laufen konnte. Er schlang beide Arme um meinen Oberkörper und hielt mich aufrecht. Ich spürte meine Beine nicht mehr. Er nahm seine Hände einen Moment fort, um die hintere Tür des Vans zu öffnen. Ich begann zu rennen. Er packte mein Haar und schleuderte mich herum, sodass ich ihm das Gesicht zuwenden musste und zog mich an den Haaren hoch, bis ich nur noch auf den Zehenspitzen stehen konnte. Ich schrie, so laut ich konnte. Mit der freien Hand schlug er mir auf den Mund. Ich klammerte mich an den Arm, mit dem er mich festhielt, und versuchte mich daran hochzuziehen, damit der Schmerz an meiner Kopfhaut nachließ. Lass es uns noch einmal versuchen. Ich lasse dich los und du kletterst hinein und legst dich auf den Bauch. Langsam senkte er den Arm, bis ich wieder Boden unter die Füße bekam. Einer meiner Schuhe war runtergerutscht. Jetzt verlor ich die Balance und taumelte zurück. Die Stoßstange des Vans drückte gegen meine Kniekehlen und ich landete auf meinem Hintern im Wagen. Auf der Ladefläche war eine graue Decke ausgebreitet. Ich saß da und starrte ihn an. Die Sonne hinter seinem Kopf schien hell. Sein Gesicht lag im Schatten und ich konnte nur die Konturen erkennen. Er stieß kräftig gegen meine Schulter, drückte mich auf den Rücken und sagte, Dreh dich um. Warten Sie! Können wir nicht einen Moment reden? Er lächelte mich an, als sei ich ein Welpe, der gerade an seinen Schnürsenkeln knabberte. Warum tun Sie das? sagte ich. Wollen Sie Geld? Wenn wir zurückfahren und mein Portemonnaie holen, kann ich Ihnen die Pinnnummer für meine Bankkarte geben und meine Kreditkarten. Ich habe einen ziemlich hohen Kreditrahmen. Er hörte nicht auf, mich anzulächeln. Ich brauche dein Geld nicht, Annie. Er griff nach der Waffe, die er in den Hosenbund gesteckt hatte. Ich möchte die hier nicht benutzen, aber... Halt! Ich streckte die Hände aus. Es tut mir leid, ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich weiß noch nicht, was Sie wollen. Wollen Sie... Sex? Um was habe ich dich gebeten? Sie... Sie sagten, ich soll mich auf den Bauch legen. Er hob eine Augenbraue. Das ist alles? Sie wollen, dass ich mich umdrehe? Ich habe dich jetzt zweimal höflich darum gebeten. Mit den Fingern liebkoste er die Waffe. Ich drehte mich auf den Bauch. Er kniete hinter mir, eine Hand auf meinem Rücken und hielt mich am Boden fest. Es tut mir leid, falls ich Sie irgendwie beleidigt habe, David. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ich spürte den Einstich einer Nadel in meinem Oberschenkel. Ich zuckte zusammen und versuchte, nach hinten zu greifen. Mein Bein schien in Flammen zu stehen. Bevor wir diese Sitzung hier zu Ende bringen, Doc, ist es vermutlich nur fair, wenn ich Ihnen noch etwas erzähle. Wenn ich mich schon auf diesen Jetzt-aber-mal-im-Ernst-Trip einlasse, dann will ich auch das volle Programm. Als ich sagte, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank, meinte ich eigentlich, ich bin total durchgeknallt. Mit jede Nacht im Schrank schlafen und so. Am Anfang war das höllisch kompliziert, als ich bei meiner Mom in meinem alten Zimmer schlief und jeden Morgen rechtzeitig rauskriechen musste, damit keiner was merkt. Jetzt, wo ich wieder in meinem Haus bin, ist manches einfacher, weil ich alle Variablen kontrollieren kann. Aber ich würde nie einen Fuß in ein Gebäude setzen, ehe ich nicht weiß, wo der Ausgang ist. Es ist verdammt gut, dass Ihre Praxis im Erdgeschoss ist. Ich würde nicht hier sitzen, wenn die Räume höher lägen, als ich springen könnte. Nachts, naja, Nachts ist es am schlimmsten. Ich kann keine Leute um mich haben. Was, wenn sie die Tür nicht abschließen? Oder ein Fenster offen lassen? Als ich nach Hause kam, dachte ich zuerst, ich müsste nur einen Menschen finden, der genauso empfindet wie ich. Ich war sogar so dämlich, nach einer Selbsthilfegruppe zu suchen. Es stellte sich heraus, dass es keine AOBE gibt, keine anonymen Opfer von beschissenen Entführern. Egal, das ganze Konzept von Anonymität ist eh für die Katz. Selbst wenn ich eine Gruppe ins Leben riefe, möchte ich wetten, dass die wunderbar mitfühlenden Mitglieder meinen Dreck zu Geld machen würden. Sie würden meinen Schmerz irgendeinem Schundblatt verkaufen, damit sie eine Kreuzfahrt buchen oder sich einen Plasma-Fernseher kaufen können. Außerdem hasse ich es, mit Fremden darüber zu reden. Besonders mit Reportern, die einem anschließend jedes Wort im Mund umdrehen. Aber sie wären überrascht, wie viel manche Zeitschriften für ein Interview zu zahlen bereit sind. Ich wollte das Geld nicht. Aber sie haben es trotzdem immer wieder angeboten. Und verdammt, ich brauche es. Ich kann schließlich nicht mehr als Maklerin arbeiten. Was ist denn das für eine Maklerin, die Angst hat, mit fremden Männern allein zu sein? Manchmal gehe ich zurück zu dem Tag, an dem ich entführt wurde. Ich gehe alles, was ich bis zur Besichtigung getan habe, noch einmal Schritt für Schritt durch. Und dann erinnere ich mich an das Titelbild von dieser Zeitschrift im Laden. Ein komisches Gefühl, dass jetzt eine andere Frau mein Bild sieht und denkt, sie wüsste alles über mich. Zweite Sitzung Auf dem Weg hierher kam ein Krankenwagen mit lauter Sirene hinter mir her. Ich hätte beinahe einen Herzschlag gekriegt. Ich hasse Sirenen. Wenn sie mir nicht einen Heidenschreck einjagen, was im Moment nicht besonders schwer ist, lösen sie einen Erinnerungsschock aus. Als ich zwölf war, holte mein Dad meine ältere Schwester Daisy von der Schlittschuhbahn ab, wo sie Eiskunstlauf machte. Das war während Moms französischer Phase, in der sie für die französische Küche geschwärmt hat. Während wir warteten, hat sie Zwiebelsuppe zubereitet. Der Großteil meiner Kindheitserinnerungen ist in die Düfte und den Geschmack der Küche aus dem Land gehüllt, für das meine Mutter sich jeweils begeisterte. Und die Frage, ob ich bestimmte Sachen runterbringe oder nicht, hängt von der Erinnerung ab. Französische Zwiebelsuppe kann ich nicht essen. Ich kann das Zeug nicht einmal riechen. Als die Sirenen an jenem Abend vor unserem Haus vorbeifuhren, stellte ich den Fernseher lauter, um sie zu übertönen. Später stellte sich heraus, dass die Sirenen Daisy und meinem Dad gegolten hatten. Auf dem Heimweg hatte Dad an einem Eckladen gehalten, und als sie wieder auf die Kreuzung fuhren, hat ein betrunkener Fahrer die rote Ampel übersehen und sie volle Kanne gerammt. Das Arschloch hat unseren Kombi zusammengeknüllt wie ein gebrauchtes Taschentuch. Jahrelang habe ich mich gefragt, ob sie noch leben würden, wenn ich meinen Dad nicht angebettelt hätte, Eiscreme zum Nachtisch mitzubringen. Für mich bestand die einzige Möglichkeit zum Weitermachen darin, dass ich mir sagte, Schlimmeres als ihr Tod könnte mir in meinem Leben nicht passieren. Irrtum Nach der Injektion in mein Bein und bevor ich das Bewusstsein verlor, erinnere ich mich an zwei Dinge. Das Gefühl der kratzigen Decke an meinem Gesicht und den schwachen Parfümduft. Als ich aufwachte, wunderte ich mich, warum mein Hund nicht neben mir lag. Dann machte ich die Augen auf und sah einen weißen Kissenbezug. Meine waren gelb. Ich setzte mich so hastig auf, dass ich fast ohnmächtig wurde. In meinem Kopf drehte sich alles. Mit weit aufgerissenen Augen überprüfte ich meine Umgebung. Ich befand mich in einer Blockhütte von vielleicht fünfzig Quadratmetern und den größten Teil davon konnte ich vom Bett aus überblicken. Er war nicht da. Doch meine Erleichterung hielt nur wenige Sekunden an. Wenn nicht hier, wo war er dann? Ich konnte einen Teil des Küchenbereichs sehen. Vor mir stand ein Holzofen und links davon entdeckte ich eine Tür. Ich glaubte, es sei Abend, aber ich war mir nicht sicher. Die beiden Fenster rechts vom Bett hatten Läden oder waren zugenagelt. Ein paar Deckenleuchten waren eingeschaltet. Mein erster Impuls war, in die Küche zu rennen und nach irgendeiner Art Waffe zu suchen, aber die Wirkung von dem Zeug, das er mir gespritzt hatte, war noch nicht verflogen. Meine Beine hatten sich in Wackelpudding verwandelt und ich knallte auf den Boden. Ich lag ein paar Minuten still. Dann koch ich weiter und zog mich schließlich hoch. Die meisten Schubladen und Schränke, selbst der Kühlschrank, hatten Vorhängeschlösser. Auf die Arbeitsplatte gestützt, holte ich ein paar Mal tief Luft und versuchte, irgendwelche Hinweise darauf zu finden, wo ich war. Weil ich nicht wusste, wie lange ich bewusstlos gewesen war, hatte ich auch keine Ahnung, wie weit ich von zu Hause weg war. Mein Kopf fühlte sich an, als hätte ihn jemand in einen Schraubstock gespannt. Ich schwankte zu der äußersten Ecke zwischen Bett und Wand, zwängte mich, soweit es ging, hinein und starrte auf die Tür. Ich hatte das Gefühl, stundenlang in der Ecke dieser Hütte zu kauern. Mir war kalt und ich konnte nicht aufhören zu zittern. Stand Luke schon bei mir in der Auffahrt? Was, wenn er glaubte, ich würde wieder einmal länger arbeiten und hätte nur vergessen, ihm Bescheid zu sagen und einfach nach Hause ging? Hatte man mein Auto gefunden? Was, wenn ich schon seit Stunden verschwunden war und niemand nach mir suchte? Und was war mit meinem Hund? Ich sah Emma vor mir, allein zu Hause, hungrig und winselnd, weil sie raus wollte. Die Krimiserien aus dem Fernsehen gingen mir durch den Kopf. Gab es in Clayton Falls überhaupt eine Spurensicherung? Jede Sekunde, die der Psycho, so nannte ich ihn im Stillen, mich länger allein ließ, malte ich mir immer brutalere Tode aus. Wer würde meiner Mom die Nachricht überbringen, wenn man meinen verstümmelten Leichnam fand? Ich erinnere mich noch an ihre Schreie, als der Anruf wegen des Unfalls kam. Und von da an sah ich sie nur noch selten ohne ein Glas Wodka. Aber ich kann mich nur an wenige Gelegenheiten erinnern, bei denen ich sie vollkommen betrunken erlebt habe. Im Allgemeinen ist sie nur benebelt. Sie ist immer noch schön, aber sie wirkt auf mich wie ein Bild, dessen Farben einst kräftig geleuchtet haben und jetzt ineinander gelaufen sind. Ich dachte an die Unterhaltung, die vielleicht unsere letzte gewesen war. Ein Streit über eine Cappuccino-Maschine. Warum habe ich ihr das verdammte Ding nicht geschenkt? Ich war so sauer auf sie gewesen. Und jetzt würde ich alles tun, um diesen Moment noch einmal erleben zu dürfen. Meine Beine waren verkrampft, weil ich zu lange in derselben Stellung gehockt hatte. Zeit, aufzustehen und die Hütte zu untersuchen. Der Psycho hatte an alles gedacht. Das Bett hatte keine Sprungfedern. Es gab nur zwei weiche Matratzen aus einer Art Schaumstoff. Ein riesiger Holzschrank stand neben dem Bett. Er hatte ein Schlüsselloch, aber als ich versuchte, die Türen aufzuziehen, rührten sie sich kein Stück. Der Holzofen und die steinerne Feuerstelle befanden sich hinter einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Schirm. Es gab weder einen Keller noch einen Dachboden und die Hüttentür war aus Stahl. Ich rüttelte am Türgriff, aber sie war von außen abgeschlossen. Ich tastete die Tür nach Leisten oder Scharnieren ab, nach irgendetwas, das ich ablösen könnte. Doch da war nichts. Als ich gegen die Fensterläden klopfte, klang es wie Metall. Ich konnte keine Schlösser oder Angeln entdecken. Ich tastete die hölzernen Fensterrahmen nach Spuren von Fäulnis ab, aber die Balken waren alle in gutem Zustand. Unter der Fensterbank im Badezimmer spürte ich an einer Stelle einen kühlen Luftzug. Ich schaffte es, ein paar Krümel von der Isolierung abzupulen, dann presste ich mein Auge an das Bleistift-Große Loch. Ich sah einen verschwommenen Fleck dunstigen Grüns und schloss daraus, dass es früher Abend war. Ich stopfte die Isolierung zurück und vergewisserte mich, dass keine Krümel auf dem Boden herumlagen. Zuerst wirkte das Badezimmer mit der weißen Badewanne und der Toilette völlig normal, bis mir auffiel, dass es keinen Spiegel gab. An einer Metallstange hing ein Duschvorhang, der über und über mit kleinen Rosen bedruckt war. Ich zerrte kräftig an der Stange, aber sie war ebenfalls fest verschraubt. Das Badezimmer hatte zwar eine Tür, aber kein Schloss. An einem Tresen in der Mitte des Küchenbereichs waren auf jeder Seite je zwei Barhocker fest am Boden verschraubt. Die Haushaltsgeräte waren aus Edelstahl und sahen brandneu aus. Als ich versuchte, eine der Flammen des Gasherds anzumachen, hörte ich nur ein Klicken. Er musste das Gas abgestellt haben. Die Schublade unter dem Herd war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ich hatte keine Möglichkeit, mich zu schützen und ich konnte nicht fliehen. Ich musste auf das Schlimmste vorbereitet sein. Aber ich wusste nicht einmal, was das Schlimmste sein mochte. Ich ging zur Spüle und hielt meinen Kopf unter den Wasserhahn, um etwas zu trinken. Doch bevor ich einen Schluck nehmen konnte, hörte ich den Schlüssel im Schloss. Als ich die Tür langsam öffnete, setzte mein Herzschlag aus. Er hatte die Baseballkappe abgesetzt. Sein Haar war wellig und blond, die Mine vollkommen unbewegt. Ich musterte seine Gesichtszüge. Wie hatte er es geschafft, mir sympathisch zu sein? Die untere Lippe war voller als die obere, was ihm einen leichten Schmollmund verlieh, aber davon abgesehen sah ich nur ausdruckslose blaue Augen und ein nettes Gesicht. Aber es war die Art von Gesicht, die man zuerst gar nicht richtig wahrnimmt, geschweige denn wiedererkennt. Als sein Blick auf mich fiel, blieb er stehen und begann zu lächeln. Ich sah einen vollkommen anderen Mann vor mir. Da kapierte ich, dass er zu den Leuten gehörte, die sich aussuchen können, ob sie bemerkt werden oder nicht. Wie schön, du bist aufgestanden. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, ob ich dir vielleicht zu viel gegeben habe. Mit federnden Schritten kam er auf mich zu. Ich rannte zurück in die hinterste Ecke der Hütte neben das Bett und kauerte mich zusammen. Abrupt blieb er stehen. Warum versteckst du dich? Wo zum Teufel bin ich? Ich verstehe, dass du wahrscheinlich noch nicht hundertprozentig wiederhergestellt bist, aber geflucht wird hier nicht. Er ging zur Spüle. Ich hatte mich auf unsere erste gemeinsame Mahlzeit gefreut, aber du hast leider das Abendessen verschlafen. Er nahm einen Schlüsselring aus der Tasche, sperrte einen der Schränke auf und nahm ein Glas heraus. Ich hoffe, du hast keinen allzu großen Hunger. Er ließ das Wasser eine Weile laufen und füllte das Glas. Ich kann die Regel für das Abendessen nicht missachten, aber ich bin bereit, heute nicht ganz so streng zu sein. Er hielt das Glas in die Höhe. Dein Mund muss ziemlich trocken sein. Er wartete ein paar Sekunden, hob fragend eine Augenbraue, dann zuckte er die Achseln und drehte sich um. Langsam goss er das Wasser aus, dann hielt er das Glas erneut in die Höhe und klopfte mit dem Fingerknöchel dagegen. Ist es nicht erstaunlich, wie echt Kunststoff wirken kann? Sorgfältig trocknete er den Becher ab und stellte ihn zurück in den Schrank, den er anschließend wieder abschloss. Dann ließ er sich seufzend auf einem der Barhocker am Tresen nieder. Was macht dein Bein? Spürst du die Einstichstelle noch? Wo bin ich? Er stützte den Ellenbogen auf den Tresen. Das ist eine großartige Frage, Annie. Einfach ausgedrückt, hast du ein ziemliches Glück, Mädchen. Ich halte es für keinen großen Glücksfall, entführt und unter Drogen gesetzt zu werden. Manchmal ist das, was man für ein schlechtes Ereignis in seinem Leben hält, in Wirklichkeit ein besonders gutes Ereignis. Aber das merken die Menschen meistens erst, wenn sie die Alternativen kennen. Alles wäre besser als das hier. Alles, Annie? Selbst wenn die Alternative dazu, ein wenig Zeit mit einem netten Kerl wie mir zu verbringen, darin bestünde, auf dem Rückweg von der Besichtigung einen Unfall zu haben? Sagen wir, mit einer jungen Mutter? Und eine ganze Familie umzubringen? Oder vielleicht auch nur eines ihrer Kinder, ihren Liebling? Schlagartig musste ich an Mom denken, wie sie auf der Beerdigung Daisys Namen geschluchzt hatte. Kam dieser Widerling aus Clayton Falls? Der Vergleich ist nicht fair. Sie wissen nicht, was mir vielleicht passiert wäre. Siehst du? Und da irrst du dich. Ich weiß genau, was mit Frauen wie dir geschieht. Frauen wie ich? Haben sie vorher schon einmal jemanden wie mich getroffen? Hattest du schon Gelegenheit, dich umzuschauen? Lächelnd sah er sich in der Hütte um. Ich finde, es ist ziemlich gut geworden. Wenn irgendeine andere Frau ihnen wehgetan hat, dann tut es mir wirklich leid, aber es ist nicht fair, mich dafür zu bestrafen. Du glaubst, das hier sei eine Strafe? Erstaunt riss er die Augen auf. Sie können nicht einfach jemanden entführen und ihn wer weiß wohin bringen. Er lächelte. Aber genau das habe ich getan. Sieh mal, wir sind auf einem Berg, in einer Hütte, die ich sorgfältig für uns ausgesucht habe. Ich habe mich um jedes Detail gekümmert, sodass du hier ganz sicher bist. Der Scheißkerl entführt mich und erzählt mir anschließend, ich sei sicher? Ist David ihr richtiger Name? Gefällt dir David nicht? Es war der Name meines Vaters. Aber ich hatte nicht vor, ihm das zu sagen. Ich versuchte, meine Stimme ruhig und freundlich klingen zu lassen. David ist ein schöner Name, aber ich glaube, sie verwechseln mich mit irgendeiner anderen Frau. Langsam schüttelte er den Kopf. Ich bringe hier gar nichts durcheinander, Annie. Im Gegenteil. Noch nie in meinem Leben war ich mir meiner Sache so sicher. Er zog einen riesigen Schlüsselbund aus der Tasche, schloss einen der Küchenschränke auf, holte eine große Schachtel mit der Aufschrift Annie heraus und trug sie zum Bett. Er zog Flyer daraus hervor, alle von Häusern, die ich verkauft hatte. Auch ein paar Zeitungsannoncen waren darunter. Eine davon hielt er in die Höhe. Es war die Anzeige für die Open-House-Besichtigung. Das hier ist die beste. Die Hausnummer passt perfekt zu dem Datum, an dem ich dich das erste Mal sah. Dann reichte er mir einen Stapel Fotos. Sie zeigten mich. Beim Morgenspaziergang mit Emma. Auf dem Weg ins Büro, wie ich mir aus dem Eckladen einen Kaffee holte. Auf einem Bild hatte ich noch längere Haare und das Hemd, das ich darauf anhatte, besaß ich gar nicht mehr. Hatte er das Foto aus meinem Haus geklaut? Er wäre niemals an Emma vorbeigekommen, also musste er es aus meinem Büro gestohlen haben. Wie lange spionieren sie mir schon nach? Ich würde es nicht nachspionieren nennen, beobachten vielleicht. Ich habe mich nie der Illusion hingegeben, du könntest mich lieben, falls du dich fragst, ob ich ein typischer Stalker bin. Ich bin sicher, dass sie ein echt netter Kerl sind, aber ich habe bereits einen Freund. Es tut mir leid, wenn ich unbeabsichtigt irgendetwas getan habe, was sie durcheinander gebracht hat, aber ich empfinde nicht auf die gleiche Weise wie sie. Vielleicht können wir Freunde sein. Er lächelte mich freundlich an. Du zwingst mich, mich zu wiederholen. Ich bin absolut nicht durcheinander. Ich weiß, dass Frauen wie du keine romantischen Gefühle für Männer wie mich entwickeln. Frauen wie du sehen mich nicht einmal. Ich sehe sie. Ich glaube nur, dass sie eine Frau verdienen, die was ist? Bereit, mit mir zusammen eine Familie zu gründen? Frauen behaupten gerne, sie wollten jemanden, der immer für sie da ist. Einen Lover, einen Freund, einen ebenbürtigen Partner. Aber sobald sie ihn haben, werfen sie alles hin für den erstbesten Mann, der sie wie ein Stück Dreck behandelt. Und egal, was er ihnen antut, sie kehren immer wieder zu ihm zurück. Manche Frauen sind so, aber viele nicht. Mein Freund ist mein Partner und ich liebe ihn. Luke? Erhob die Augenbrauen. Du glaubst, Luke sei dir ein ebenbürtiger Partner gewesen? Den hättest du doch entsorgt, sobald ein richtiger Mann aufgekreuzt wäre. Woher kennen sie Lukes Namen? Und warum sprechen sie eine Vergangenheitsform von ihm? Haben sie ihm etwas angetan? Luke geht's gut. Was er im Moment durchmacht, ist nichts im Vergleich zu dem, was du ihm schon zugemutet hast. Du hast sie nicht respektiert. Nicht, dass ich dir daraus einen Vorwurf mache. Du hättest noch respektloser sein können, wie gerade eben zum Beispiel. Ich respektiere sie, weil sie ein ungewöhnlicher Typ sind, der das hier eigentlich nicht tun will, und wenn sie mich gehen lassen, bitte behandle mich nicht so von oben herab, Annie. Was wollen sie dann? Wenn irgendetwas nicht funktioniert, probiert man etwas anderes aus. Ich verließ meine sichere Ecke und baute mich vor ihm auf. Hör zu, David, oder wie immer du heißt, du musst mich gehen lassen. Ich will dein krankes Spiel nicht mitspielen, das ist verrückt, du musst auch einsehen. Seine Hand schoss nach vorn und packte mein Gesicht so fest, dass es sich anfühlte, als rieben meine Zähne aufeinander. Sprich nie wieder in diesem Ton mit mir, hast du mich verstanden? Ich hatte das Gefühl, der Kiefer würde mir ausgerenkt. Er ließ mich los. Sieh dich um! Glaubst du etwa, war einfach, das alles so herzurichten? Er drückte mich auf das Bett. Die Adern an seiner Stirn traten hervor und sein Gesicht lief rot an. Halb auf mir liegend packte er meine Kehle und drückte zu. Aus funkelnden Augen starrte er mich an. Um mich herum wurde es schwarz. Dann war aller Zorn aus seinem Gesicht verschwunden. Er ließ mich los und küsste meine Kehle, die er noch vor wenigen Sekunden mit den Fingern umklammert hatte. Warum zwingst du mich dazu, so etwas zu tun? Ich gebe mir so Erhob sich und ging davon. Aus dem Badezimmer hörte ich Wasser rauschen. Mein Kiefer pochte. Tränen rannen mir aus den Augenwinkeln, aber ich wischte sie nicht fort. Dritte Sitzung Wie ich sehe, haben sie keinen Weihnachtsschnickschnack hier drin. Das ist gut. Angeblich soll die Selbstmordrate über die Feiertage ja am höchsten sein, und die meisten ihrer Patienten stehen vermutlich ohnehin schon schwankend am Rand des Abgrunds. Wenn jemand verstehen kann, warum die Leute zu dieser Zeit des Jahres ausflippen, dann bin ich das. Als Kind hat mich Weihnachten genervt. Es war echt hart, weil meine Freunde alle einen Haufen Zeug gekriegt haben, den ich mir nur im Katalog anschauen konnte. Aber das Jahr, bevor ich entführt wurde, war ein gutes Ketten ausgegeben. Luke und ich haben lange Winterspaziergänge gemacht, haben Popcorn auf Schnüre gezogen und an den Baum gehängt, heiße Schokolade mit Rum getrunken und uns beschwipst Weihnachtslieder vorgesungen. Natürlich völlig falsch. In diesem Jahr gebe ich einen Dreck auf die Feiertage. Aber es gibt ohnehin nicht viel, um das ich mich kümmere. Wie gerade eben vor der Sitzung, als konnte ich an keinem Schaufenster vorbeigehen, ohne einen Blick auf mein Spiegel Bild zu werfen. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sehe ich eine Fremde. Die Augen der Frau sehen aus wie getrockneter Schlamm und ihr Haar hängt lasch auf die Schultern. Ich sollte mir die Haare schneiden lassen, aber allein der Gedanke daran macht mich schon müde. Letzte Nacht habe ich wieder im Schrank geschlafen. Im Bett habe ich mich einfach nicht sicher gefühlt. Also bin ich in den Schrank gekrochen und habe mich auf dem Boden zusammen gerollt mit Emma direkt vor der Tür. Der arme Hund. Sie denkt, sie würde auf mich aufpassen. Als der Psycho aus dem Badezimmer kam, hob er drohend den Finger, lächelte und sagte, die Zeit vergesse Teelichter flackerten auf der Ablage, das Wasser in der Badewanne dampfte und darauf schwammen Rosenblätter. Zeit sich auszuziehen. Ich will nicht. Es ist Zeit. Ohne zu blinzeln starrte er mich an. Ich zog meine Kleider aus. Er legte sie ordentlich zusammen und brachte sie aus dem Raum. Mein Gesicht brannte. Einen Arm hielt ich vor meine Brüste, den anderen vor meinen Schritt. Als er zurück kam, nahm er meine Hände fort und führte mich zur Badewanne. Als ich zögerte, bekam er ein rotes Gesicht. Ich stieg in die Wanne. Mit diesem riesen Schlüsselbund öffnete er einen der Schränke und holte ein Rasiermesser raus. Ein altmodisches, mega scharfes Rasiermesser. Er hob mein rechtes Bein und legte es auf den Badewannen Rand, dann strich er langsam mit der Hand über meine Wade und den Schenkel. Es war das erste Mal, dass mir seine Hände auffielen. Sie hatten kein einziges Haar und die Fingerkuppen waren weich, als wären sie verbrannt. Ich spürte mein Entsetzen mit jeder Faser meines Körpers. Was ist das für ein Mensch, der sich die Fingerkuppen verbrennt? Ich konnte nicht aufhören, das Messer anzustarren und zuzusehen, wie es sich meinem Bein näherte. Deine Beine sind so kräftig, wie bei einer Tänzerin. Er sah mich an. Fürchtest du dich vor dem Rasiermesser? Ich nickte. Er hob es in die Höhe, sodass es das Licht reflektierte. Die neumodischen Rasierer schneiden nicht halb so gut. Dann beugte er sich wieder vor und begann meine Wade zu rasieren. Wenn du dich dieser Situation öffnest, wirst du eine Menge über dich erfahren. Jemandem ausgeliefert zu sein, der die Macht hat, dich zu töten, kann die erotischste Erfahrung deines Lebens sein. Er stachte mich an. Nein, der tot sein kann. Nicht wahr, Annie? Du hast doch bestimmt die Geschichte mit Daisy noch nicht vergessen. Ich stachte ihn an. Woher wissen sie von Daisy? Dein Vater starb auf dem Weg ins Krankenhaus. War es nicht so? Und Daisy? Wie ist sie noch gestorben? Er wusste es. Der Bastard wusste es. Auf ihrer Beerdigung fand ich heraus, wie sie gestorben war, als ich eine Tante belauschte, die jemandem erklärte, warum Mom nicht wollte, dass ihre wunderschöne Tochter im offenen Sarg aufgebahrt wurde. Monatelang verfolgte meine Schwester mich danach in meinen Träumen, hielt sich ihr blutendes Gesicht und flehte mich an, ihr zu helfen. Monatelang bin ich schreiend aufgewacht. Warum tun sie das? fragte ich. Von Daisy zu sprechen? Es ist gut, über diese Dinge zu reden, Annie. Wieder überkam mich das Gefühl, dass alles könne nicht wirklich passieren. Es konnte nicht sein, dass ich in einem warmen Bad lag, während ein Irrer mir die Beine rasierte und dabei verlangte, ich solle meine Gefühle rauslassen. Steh auf und stell das Bein auf den Badewannenrand, Annie. Es tut mir leid, wir können gerne noch weiterreden, aber bitte zwingen Sie mich nicht, das zu tun. Seine Miene wurde ausdruckslos. Ich hatte diesen Blick schon einmal gesehen. Ich stand auf und stellte mein Bein auf den Rand der Badewanne. Ich wollte ihn fortstoßen, ich wollte ihm mein Knie ins Gesicht rammen, aber ich blickte wie gebannt auf die funkelnde Klinge des Rasiermessers. Der Psychot hat mir nicht körperlich weh, nur ein wenig mit den Fingernägeln, als er meinen Po packte, um mich festzuhalten. Vor Jahren war ich einmal bei einem Gynäkologen, einem alten Kerl. Ich erinnerte mich noch gut, wie ich auf dem Rücken lag, seinen Kopf zwischen meinen Beinen. Er war Hobbypilot und überall im Raum hingen Fotos von Flugzeugen. Als er das kalte Instrument in mich hineinstopfte, sagte er, denken Sie an Flugzeuge. Und das tat ich jetzt, als der Psycho mich rasierte. Ich dachte an Flugzeuge. Als er fertig war und mich abgeduscht hatte, musste ich aus der Wanne steigen und er trocknete mich vorsichtig ab. Dann schloss er den Schrank auf, holte eine große Flasche Lotion heraus und begann meinen Körper damit einzucremen. Meine Haut kribbelte. Seine Hände waren überall, glitten herum und massierten die Lotion ein. Er ließ sich Zeit und übersah keine einzige Stelle. Als er fertig war, ließ er mich auf der albernen, flauschig-rosigen Badematte stehen. Ich musste nicht lange warten, bis er mit einer Handvoll Kleidung zurückkam. Ich musste einen winzigen weißen Spitzenslip anziehen und einen dazu passenden trägerlosen BH. In meiner Größe. Anschließend reichte er mir ein Kleid. Ein jungfräulich weißes Ding, das mir in einem früheren Leben wahrscheinlich gefallen hätte. Es war hübsch und fühlte sich teuer an. Er nickte anerkennend. Nachdem er mich aus dem Badezimmer geführt hatte, sah ich, dass er alle Bilder von mir weggeräumt hatte. Die Schachtel war nirgendwo zu sehen. Auf dem Boden standen Kerzen, das Licht war gedämpft und dort stand es und sah riesig aus. Das Bett. Es schien auf uns zu warten. Er drehte mich um und begann den Reißverschluss des weißen Kleides zu öffnen. Jetzt weinte ich. Keine Schluchzer, nur alberne, wimmernde Hickser. Während er den Reißverschluss nach unten zog, küßte er meinen Hals. Ich zitterte. Er lachte. Er ließ mein Kleid auf den Boden fallen. Als er den BH öffnete, versuchte ich, mich ihm zu entziehen, aber er schlang einen Arm um meine Taille und hielt mich fest. Mit der anderen Hand griff er nach vorn und umfasste meine Brust. Mein Gesicht war nass von Tränen. Hören Sie auf! Bitte, hören Sie auf! Ich habe Angst! Er setzte mich auf die Bettkante. Nicht ein einziges Mal sah er mir in die Augen. Er starrte nur meinen Körper an. Eine Schweißperle lief ihm übers Gesicht, tropfte von seinem Kinn und landete auf meinem Schenkel. Der Tropfen brannte sich in meiner Haut und ich wollte ihn unbedingt fortwischen, aber ich hatte zu große Angst, mich zu bewegen. Er kniete sich auf den Boden und begann mich zu küssen. Ich wandte mich und versuchte mich wegzudrehen, aber er presste seine Lippen nur noch fester gegen meine. Schließlich gab er meinen Mund frei. Dankbar schnappte ich nach Luft, aber die Erleichterung blieb mir im Halse stecken, als er aufstand und sich auszuziehen begann. Er war nicht besonders breit, aber seine Muskeln waren ausgeprägt, wie bei einem Läufer, und sein ganzer Körper war vollkommen haarlos. Er starrte mich an, als wartete er darauf, dass ich etwas sagte, aber ich konnte nur zurückstarren. Sein Schwanz begann zu erschlaffen. Er packte meine Knie und schob mich aufs Bett. Während er meine Beine mit seinen Knien auseinander zwang, klemmte er einen meiner Arme zwischen unseren Körpern ein und riss den anderen mit der linken Hand über meinen Kopf. Sein Ellenbogen bohrte sich in meinen Bizeps. Ich versuchte mich unter ihm weg zu drehen, aber er fixierte meinen Schenkel mit dem Schienbein. Mit der freien Hand begann er an meinem Slip zu zerren. Wenn ich ihn nicht dazu bringen konnte aufzuhören, konnte ich ihn zumindest dazu bringen, ein Kondom zu benutzen. Halt ich! Ich habe! Seine Brust presste meine Faust auf meinen Solaplexus. Ich als ich fast keine Luft mehr bekam, hörte ich auf mich zu wehren. Sein Lächeln verblasste. Dann begriff ich. Je mehr Reaktionen ich zeigte, desto besser gefiel es ihm. Ich hörte auf zu weinen. Ich rührte mich nicht mehr. Ich dachte an Flugzeuge. Es dauerte nicht lange, bis es ihm auffiel. Er stützte sich so stark auf den Ellenbogen auf, seine Beine weiter auseinander und versuchte mit aller Macht in mich einzudringen, aber er war zu schlaff. Er biss die Zähne zusammen und stieß knurrend hervor. Erzähl mir, wie du dich fühlst. Ich starrte ihn einfach nur an. Er drehte mein Gesicht zur Seite. Sieh mich nicht an! Erneut versuchte er, in mich einzudringen. Ich vergaß mein Entsetzen, erreichte aufhören. Aus dem Kichern wurde Lachen. Sein Körper auf mir erstarrte. Ich sah ihn immer noch nicht an, sondern blickte gegen die Wand. Seine freie Hand schoss nach oben und umklammerte meinen Mund. Er drehte meinen Kopf zurück, sodass ich ihn anschauen musste. Meine Lippen wurden gegen meine Zähne gequetscht. Schlampe! schrie er. Dann änderte sich sein Gesichtsausdruck. Jede Regung verschwand daraus. Er sprang aus dem Bett, blies alle Kerzen aus und verschwand im Badezimmer. Kurz darauf hörte ich die Dusche. Ich rannte zur Eingangstür und rüttelte am Türgriff. Abgeschlossen. Die Dusche wurde abgestellt. Mein Herz begann zu pochen und ich raste zurück zum Bett. Mit zur Wand gedrehtem Gesicht saugte ich an meiner blutenden Lippe und weinte. Tränen Gott, ich liebe diesen Ort. Er ist so ruhig. Ich habe alles extra gut isoliert. Bitte bringen Sie mich nach Hause. Ich werde niemandem etwas sagen. Ich schwöre es. Er legte seinen Arm um mich, schob die Beine über meine und hielt meine Hände fest, bis er einschlief. Ich lag da mit diesem nackten Irren, der sich an mich schmiegte und wünschte das Bett würde sich öffnen und mich verschlucken. Mein Arm tat weh. Mein Gesicht tat weh. Mein Herz tat weh. Ich weinte mich in den Schlaf. Vierte Sitzung Wie war Ihr Weihnachten, Doc? Ich hoffe, der Weihnachtsmann hat Ihnen was Nettes gebracht. Dass Sie jede Woche so einer Durchgeknallten wie mir zuhören, beschert Ihnen bestimmt einen Platz ganz oben auf der Liste der guten Menschen. Am Morgen, nachdem der Psycho versucht hatte, mich zu vergewaltigen, musste ich mit ihm zusammen duschen. Er wusch mich wie ein Kind und ließ keine Stelle aus. Danach sollte ich ihn waschen. Überall. Während er sich rasierte, musste ich mich mit dem Gesicht zur Wand drehen und ihm den Rücken zu kehren. Ich schielte nach dem Rasiermesser. Ich wollte ihm den Schwanz abschneiden. Dieses Mal rasierte er mich nicht. Es heben wir uns für später auf, wenn es Zeit ist fürs Bad. Nach dem Duschen brachte er mir ein paar Klamotten. Heute war wieder sexy Unterwäsche angesagt, in jungfräulichem Weiß und ein Etui-Kleid mit kleinen rosa Herzen. Nachdem er mir ein paar leichte Slipper gegeben hatte, setzte er mich auf einen Stuhl und bereitete das Frühstück zu. Haferbrei mit getrockneten Blaubeeren. Während ich aß, saß er mir gegenüber und erklärte mir die Regeln. Aber zuerst machte er mir klar, wie tief ich in der Scheiße steckte. Wir sind meilenweit von jedem menschlichen Anwesen entfernt. Selbst wenn es dir gelänge, zu fliehen, würdest du niemals länger als ein paar Tage draußen durchhalten. Falls du dir dazu besteht kein Grund. Ich habe an alles gedacht. Wir werden von dem leben, was das Land hergibt und du wirst nur allein sein, wenn ich auf die Jagd gehe oder in die Stadt fahre, um unsere Vorräte aufzustocken. Ich horchte auf. Das bedeutete, dass es hier ein Fahrzeug geben musste. Du würdest den Van niemals finden und falls doch, dann würdest du ihn garantiert nicht starten können. Wie lange haben sie vor, mich hier festzuhalten? Sagen sie mir, was ich tun muss, damit sie mich gehen lassen und ich werde es tun, was immer es auch sein mag. Ich schwöre es. Ich habe schon öfter versucht, mich auf die Spielchen einer Frau einzulassen, mit bedauernswerten Folgen. Ich werde den Fehler nicht noch einmal machen. Der Parfümduft in ihrem Van in der Decke ist hier noch eine Frau. Begreifst du nicht, was für ein fantastisches Geschenk das ist? Das ist deine Rettung, Annie. Ich verstehe kein Wort. Warum tun sie mir das an? Er zuckte die Achseln. Es bot sich eine Gelegenheit. Und du warst da? Manchmal widerfährt guten Menschen einfach etwas Gutes. Das hier ist nichts Gutes. Sie können mich nicht einfach aus allem herausreißen. Wovon genau habe ich dich fortgerissen? Von deinem Freund? Von deiner Mutter? Dein Hund ist das einzige Wesen, zu dem du eine Beziehung hast. Ich habe ein Leben! Nein, du hast nur existiert. Aber ich gebe dir eine zweite Chance und ich rate dir, gut aufzupassen. Es wird keine dritte geben. Jeden Morgen nach dem Frühstück werden wir unsere Arbeit erledigen. Anschließend duschen wir. Heute haben wir vor dem Frühstück geduscht, aber in Zukunft wird es keine Abweichungen vom Zeitplan mehr geben. Ich werde jeden Tag die Kleidung für dich auswählen. Sobald du angezogen bist, gehe ich nach draußen und erledige meine Aufgaben. Deine Pflichten sind hier im Haus. Du wirst abwaschen, das Bett machen und dich um die Wäsche kümmern. Er nahm einen Teller aus einem Küchenschrank und knallte ihn gegen die Arbeitsplatte. Unglaublich nicht wahr? Vermutlich derselbe Hersteller wie beim Glas. Als nächstes zog er einen Topf hervor und schwang ihn durch die Luft wie einen Baseball Schläger. Feder leicht und aus einem Stück. Ich habe keine Ahnung wie die das hinkriegen. Die Putzmittel sind meine Angelegenheit. Er schloss den Schrank unter der Spüle auf und holte eine Flasche Haushaltsreiniger heraus. Er war biologisch abbaubar. Sie werden die ganze Zeit weggesperrt sein. Und du darfst nie heißes Wasser benutzen oder andere Utensilien, die ich nicht für sicher halte. Nachdem du deine Haushaltspflichten erledigt hast, erwarte ich, dass du deinen Körper pflegst. Deine Fingernägel sind in einem furchtbaren Zustand. Sie müssen perfekt sein. Ich werde sie dir feilen. Deine Füße müssen weich und die Fußnägel lackiert sein. Frauen sollten lange Haare haben, also werde ich sie mit Conditioner spülen, damit sie schneller wachsen. Und wirst keinerlei Make-up tragen. Unser Tag beginnt um sieben Uhr morgens, Lunch gibt es um zwölf und nachmittags wirst du die Bücher lesen, die du kennen solltest. Um fünf Uhr inspiziere ich deine Hausarbeiten, um sieben gibt es Abendessen. Anschließend räumst du auf und dann liest du mir vor. Nach der Lesestunde werde ich dich baden. Und um zehn wird das Licht ausgemacht. Er zeigte mir eine kleine Taschenuhr mit einem Timer, wie bei einer Stoppuhr, die er am Schlüsselring in seiner Hosentasche trug. In der Hütte gab es keine anderen Uhren. Du darfst dich viermal am Tag erleichtern. Die Pausen werden überwacht und die Badezimmertür bleibt dabei offen. In der Tat, er blickte auf die Uhr, ist jetzt Zeit für deine erste Badezimmerpause. Vergiss nicht, die Tür offen zu lassen. Nach ein paar Tagen beschloss ich, heimlich pinkeln zu gehen, während er draußen war. Er kam zurück, gerade als ich die Toilettenspülung gedrückt hatte, sodass das Wasser noch lief. Ich stand neben dem Bett und tat so, als würde ich gerade das Laken glätten. Ich dachte, dass er vielleicht die Toilette nicht hören würde, aber gerade als er den Wasserhahn in der Küche aufdrehte und sich ein Glas Wasser einfüllte, hielt er inne und legte den Kopf schräg. Dann ging er ins Badezimmer. Innerhalb weniger Sekunden stürmte er auf mich zu, mit rotem Gesicht und gefletschten Zähnen. Er zerrte mich ins Badezimmer und zwang mich, vor der Toilette niederzuknien. Dann hob er den Deckel Kopf zurück, während er mit der freien Hand nach unten langte und das Glas mit dem Wasser aus der Toilette füllte. Er bog gewaltsam meinen Kopf zurück und hielt mir das Glas an den Mund. Ich versuchte verzweifelt das Gesicht abzuwenden, aber er presste das Glas hart gegen meine Lippen. Etwas von dem Wasser gelangte in meinen Mund. Ehe ich es ausspucken konnte, damit er meine Zähne inspizieren konnte. Als nächstes musste ich meinen Mund zehnmal mit Salz und warmem Wasser ausspülen. Zu guter Letzt nahm er Seife und Wasser und schrubbte mir die Lippen, bis ich glaubte, dass er mindestens zwei Hautschichten abgerubbelt hatte. Ich versuchte es nie wieder. Es fühlt sich an, als würde ich all seine bescheuerten Regeln nie wieder loswerden, Doc. Und was für stecken in mir drin? Zu seinen Regeln hat meine Psyche noch ein paar eigene dazugepackt. Jeder Tick, den ich vorher hatte, wurde um das zwanzigfache aufgeblasen. Und jetzt bin ich irgendeine merkwürdige Mischung aus zwei bekloppten. Ich nehme jedes Mal den gleichen Weg hier raus und halte immer am selben Coffeeshop an. Bei jeder Sitzung hänge ich meinen Mantel an denselben Haken Ich verschließe alle Türen, lasse alle Jalousien runter und versperre jedes Fenster. Dann nehme ich ein Bad und rasiere meine Beine. Zuerst das linke, dann das rechte, zum Schluss die Achseln. Wenn ich mit dem Baden fertig bin, creme ich mich überall mit Lotion ein. Und ehe ich endlich ins Bett gehe, überprüfe ich noch einmal die Türen und Fenster, stelle zum Schluss vergewissere ich mich, dass das Messer unterm Bett liegt und das Pfefferspray auf dem Nachttisch steht. Viele Nächte, in denen ich versuche, in meinem Bett zu schlafen, liege ich nur da und lausche auf das kleinste Geräusch, bis ich aus dem Bett und zum Schrank krieche und dabei die Decke hinter mir herziehe. Ich krieche, für den Fall, dass jemand durch die Letztes Mal sagten sie, mein fester Ablauf gebe mir vermutlich ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe mir das genauer durch den Kopf gehen lassen und ich schätze, durch meine Zu-Bett-Geh-Rituale fühle ich mich tatsächlich sicherer, was gelinde gesagt ziemlich paradox ist. Ich meine, die ganze Zeit, als ich da oben war, war ich nie sicher. Es war wie eine Achterbahnfahrt durch die Hölle mit dem Teufel am Kontrollschalter, aber ich konnte mich immerhin darauf verlassen, dass sich diese Routine nicht änderte. Jeden Tag wage ich mich ein Stück weiter vor und manche Macken sind leichter abzuschütteln als andere, aber bestimmte Dinge keine Chance. Gestern Abend habe ich vier Liter Tee getrunken und fast eine Stunde auf dem Klo gehockt und versuchte mich dazu zu zwingen, außer planmäßig zu Beinahe hätte ich ein paar Tröpfchen rausgequetscht, aber dann verkrampfte sich meine Blase wieder. Das einzige Ergebnis dieses Experiments war eine weitere schlaflose Nacht. In diesem Sinne, für heute habe ich genug. Fünfte Sitzung Auf dem Weg hierher habe ich wie immer bei dem Coffeeshop an der Abzweigung zu ihrer Straße angehalten, sieht von außen ja ziemlich schmuddelig aus, hat aber super Kaffee. Ich habe ihnen einfach mal einen Tee mit gebracht. Irgendetwas müssen sie ja davon haben, wenn sie den Tag mit mir beenden. Übrigens, mir gefällt dieser klobige Silberschmuck, den sie immer tragen. Vielleicht gefällt er mir, weil er mich an meinen Dad erinnert. Nicht, dass er viel Schmuck getragen hätte, aber er hatte diesen Kleiderkring von seinem Vater. Die Eltern von meinem Dad stammten aus Irland. Sie eröffnet. Der Ring war das Einzige, was ihm von ihnen blieb, als sie kurz nach der Hochzeit meiner Eltern bei einem Brand ums Leben kamen. Nach dem Unfall habe ich Mom nach dem Ring gefragt, aber sie sagte, er sei verloren gegangen. Ich male mir gerne aus, dass mein Vater, wenn er noch gelebt hätte, alles getan hätte, um mich zu befreien. Er war ein gut aussehender, lockerer Typ und in meiner Vorstellung ist er immer 40 Jahre alt und trägt seine flauschigen Pullover und Kaki Hosen. Ich habe ihn eigentlich nur aufgeregt erlebt, wenn er mir erzählte, für die Bücherei, in der er arbeitete, sei eine neue Ladung Bücher gekommen. Da oben auf dem Berg habe ich mich manchmal gefragt, ob er wohl auf mich aufpasst. Dann wurde ich geredet hatte, warum zum Teufel sorgte er nicht dafür, dass es aufhörte. Am zweiten Abend wusch der Psycho zärtlich meinen Rücken in der Badewanne. Du bist so still? Er schnüffelte an dem nassen Haar in meinem Nacken. Dann nahm er eine Strähne in den Mund und saugte daran. Am liebsten hätte ich ihm die Schulter ins Gesicht gerammt. Doch stattdessen auf dem Weg nach unten brauchte. Wusstest du, dass bei jeder Frau das Haar einen einzigartigen Geschmack hat? Ich brauche eine Frau nur anzusehen und weiß, wie sie schmeckt. Manche Männer fallen auf die Farbe herein. Man könnte gut auf die Idee kommen, dass deine Mutter mit ihrem jungen Gesicht und den blonden Haaren sauber und frisch schmeckt. Aber ich verborgen liegt. Er stellte sich vor mich und begann zärtlich mein Bein zu waschen. Ich konzentrierte mich weiterhin auf die Wand. Siebzehn Sekunden, achtzehn, dieser Tropfen war echt langsam. Und deine Freundin, Christina, die ihr langes, blondes Haar hochsteckt und immer so nüchtern wirkt, in ihr steckt mehr, als es den Anschein hat. Ja, ich kenne Christina. Sie ist ebenfalls Maklerin, stimmt's? Ziemlich erfolgreich sogar. Ich frage mich, warum du dich mit Leuten umgibst, die du beneidest. Ich wollte ihm sagen, dass ich nicht neidisch auf Christina war, sondern stolz. Seit der Highschool ist sie meine beste Freundin. Sie hat mir alles über das Immobiliengeschäft beigebracht, was ich weiß. Aber ich hielt den Mund. Dieser Typ würde alles, was ich sagte, nur dazu benutzen, Daisy war wie Zuckerwatte. Aber Christina, Christina, ich wette, sie schmeckt nach Birne. Unsere Blicke trafen sich. Ich war es leid, dass sie sein Spiel mit mir trieb. Wie schmeckt ihre Mutter? sagte ich. Meine Mutter. Glaubst du, das steckt im Grunde dahinter? Er lachte. Dann holte er das Rasiermesser aus dem Schrank. Als er mein Bein packte, begann ich die Fugen an der gefließten Wand zu zählen. Als die kühle Klinge über meine Wade glitt, kam ich durcheinander und begann von Neuem. Als ich aufstehen musste, damit er mich überall rasieren konnte, teilte ich die Fliesen durch die Anzahl der Risse im Fugen Kit und während er mich mit der Lotion ein cremte, zählte ich die Wachstropfen an den Kerzen. Ich machte Inventur von allem, was ich sah. Ich multiplizierte und dividierte die Zahlen. Sobald sich ein anderer Gedanke in mein Bewusstsein schlich, kickte ich ihn raus und begann wieder von vorn. Als er zum zweiten Mal versuchte, mich zu vergewaltigen, bewegte ich mich nicht, weinte nicht, sondern starrte nur an die Wand neben dem Bett. Solange ich nicht reagierte, bekam er keinen hoch. Hilfe musste unterwegs sein, ich musste nur durchhalten, bis sie mich fanden. Also zählte ich, oder dachte an Flugzeuge, während ich wie eine Stoffpuppe dalag, egal, was er mit mir anstellte. Er packte mein Gesicht, sah mir direkt in die Augen und versuchte weiterhin seinen schlaffen Penis in mich hinein zu zwingen. Er schrie mich an, ich solle seinen Namen sagen. blöder Schlampe! Die Schläge hörten auf, sein Atem wurde ruhiger. Leider entmutigten die Misserfolge ihn nicht. Es war jedes Mal der gleiche Ablauf, erst das Bad, dann die Rasur, das Eincremen und anschließend das Kleid. Das Einzige, was sich änderte, war seine wachsende Frustration und wie er damit umging. Nach dem dritten missratenen Versuch schlug er mir zweimal ins Am vierten Abend schlug er mir zweimal in den Bauch und einmal gegen das Kinn. Es tat unerträglich weh. Der Raum verschwand. Ich betete darum, dass mir vollkommen schwarz vor Augen würde, doch das geschah nicht. Am fünften Abend drehte er mich um, kniete sich auf meine Hände und drückte mein Gesicht in die Matratze, sodass ich keine Luft mehr bekam. Das machte er dreimal, jedes Mal hörte er auf, kurz bevor ich ohnmächtig wurde. Die meisten Abende endeten damit, dass er mit ausdrucksloser Miene aufstand, und dann hörte ich eine Weile die Dusche. Wenn er wieder ins Bett kam, legte er die Arme um mich und redete über Belanglosigkeiten. Wie die Ureinwohner Fleisch haltbar gemacht hatten, welche Früchte ihm schmeckten und welche nicht. Doch eines Abends legte er sich neben mich und sagte, ich frage mich, wie es Christina geht. Sie ist immer so ruhig und kontrolliert. Was wäre wohl nötig, damit eine Frau wie sie die Beherrschung verliert? Ich bekam nur mühsam Luft, als er seine Finger durch meine steifen Hände schlang und mich sanft mit dem Daumen streichelte. Als er neben mir schnarchte, quälte mich die Vorstellung seiner Hände auf Christinas Körper oder dass sie auch nur eine Sekunde lang das Entsetzen erlebte, das ich empfand. Das durfte ich nicht zulassen. Mein Plan funktionierte nicht, solange es nicht mein Ziel war, dass er mich und möglicherweise auch Christina umbrachte. Mit meinem eigenen Leben hätte ich vielleicht noch länger spielen können, aber nicht mit Christinas. Ich würde ihm dabei helfen müssen, mich war von entscheidender Bedeutung. Ich kratzte alles zusammen, was ich je über Vergewaltiger gelesen, jede Fernsehsendung, die ich über sie gesehen hatte. Ich erinnerte mich, dass manche Vergewaltiger das Gefühl brauchen, die Opfer würden genießen, was sie ihnen antun. Am nächsten Abend beim Baden sagte ich, du bist sehr einfühlsam. Er starrte mich eindringlich an und ich grob, aber deine Berührungen sind ganz sanft. Auf seinem Gesicht tauchte sein Oscar reifes Lächeln auf. Bingo. Als er mich einkremte, sagte ich, ich mag den Duft. Sein Lächeln wurde noch breiter. Nachdem ich das Kleid angezogen hatte, drehte ich mich für ihn und sagte, genau dasselbe hätte ich mir auch ausgesucht. Im Bett stöhnte ich für ihn und erwiderte aber zaghaft, als würde ich erst durch seine Berührung erwachen. Sein keuchender Atem beschleunigte sich und ich zählte die Sekunden zwischen zwei Japs an. Innerlich starb ich. Mit schwerem Atem und rotem Gesicht lag er auf mir. Aus Sorge, dass seine Erektion nicht anhalten könnte und er dann die Beherrschung verliere, griff ich nach unten und massierte ihn, bevor irgendetwas schief gehen konnte. Tief in meinem Inneren rollte ich mich zu einer Kugel zusammen und versteckte mich vor meinen eigenen Worten, als ich flüsterte, auf diesen Moment habe ich gewartet. Seine Arme verkrampften sich und sein Gesicht wurde dunkel vor Wut. Er umklammerte meine Kehle. Ich könnte dich jeden Moment umbringen und du redest wie eine Hure. Du solltest entsetzt sein. Du solltest betteln. Du solltest um dein Leben kämpfen. Hast du es denn immer noch nicht kapiert? Endlich ließ er meinen Hals los. Aber meine Erleichterung fand ein abruptes Ende, als er mich in den Bauch boxte. Er traktierte meinen Körper mit Schlägen. Ich wehrte mich, aber seine Fäuste schienen überall zu sein. Die Schläge prasselten auf mich herab, bis ich ohnmächtig wurde. Es ist merkwürdig, Doc. Als der Psycho mich eine Hure nannte und mich schlug, spürte ich Schmerz, aber keinerlei Wut. Ich wollte, dass er mir wehtut. Ich hatte den Schmerz verdient. Wie hatte ich nur sagen können, was ich gesagt hatte? Wie hatte ich ihn auf diese Weise berühren können? Dieser Moment damals, wenn ich mich frage, wie ich zu dem Zombie geworden bin, der ich jetzt bin, wie ich mich selbst so sehr verlieren konnte, dann komme ich immer wieder darauf zurück. Der Augenblick, in dem ich meine Seele zur Seite geschubst habe, um Platz für den Teufel zu schaffen. Sechste Sitzung Gestern saß ich eine Weile in der Kirche. Nicht um zu beten, sondern einfach nur ein wenig in der Stille da zu sitzen. Vor der Entführung bin ich wahrscheinlich tausendmal an der Kirche vorbeigekommen, ohne Notiz von ihr zu nehmen. Mit der Familie sind wir früher nie zur Kirche gegangen. Meine Mom und mein Stiefvater waren sonntagmorgens gewöhnlich damit beschäftigt, ihre Religion auszuschlafen. Aber in den letzten paar Monaten bin ich ein paar Mal hingegangen. Es ist eine alte Kirche und es riecht darin wie in einem Museum auf angenehme Weise, als wollte sie sagen, ich habe eine Menge durchgemacht und stehe immer noch. Als ich wieder zu mir kam, nachdem der Psycho mich bewusstlos geschlagen hatte, tat mein ganzer Körper weh. Ein Auge war so gut wie zugeschwollen und mit dem anderen konnte ich nur noch verschwommen sehen und die Umrisse erkennen. Er war nirgendwo zu sehen. Das Badezimmer rief, aber ich wusste nicht, ob ich es bis dorthin schaffen würde. Außerdem fürchtete ich, dass er mich dabei erwischen könnte, wie ich außerplan mäßig pinkelte. Ich musste wieder ohnmächtig geworden sein, denn ich konnte mich an nichts mehr erinnern, bis ich aus einem Traum erwachte, in dem ich mit Luke und unseren Hunden am Strand entlang lief. Als mir einfiel, wo ich wirklich war, weinte ich. Meine Blase brannte. Wenn ich noch sehr viel länger wartete, würde ich ins Bett machen. Gott allein wusste, welches Vergehen ihn mehr aufregen würde, also kroch ich nackt zum Badezimmer. Ich war wie gelähmt bei dem Gedanken, er könnte hereinkommen, während ich auf der Toilette saß, also hockte ich mich gerade so viel zu atmen, dass es nicht wehtat und betete, dass ich nicht hier und jetzt starb. Schließlich kroch ich zurück ins Bett. Ich wusste immer noch nicht, wo der Psycho war und fürchterliche Bilder davon, wie er Christina entführte, schossen mir durch den Kopf. Ich betete, dass mein Versuch, ihn zu manipulieren, ihn nicht geradewegs zu ihr geschickt hatte. Ich war mir nicht sicher, wie lange ich immer wieder das Bewusstsein verlor, aber ich glaube, es muss mindestens einen Tag so gegangen sein. Als ich mich schließlich bewegen konnte, ohne dass mir schwindelig wurde, durchsuchte ich die Hütte erneut. Ich war schwer verletzt und konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt etwas gegessen hatte, aber ich wäre das Risiko eingegangen, mich in den Bergen durchzuschlagen. Allerdings gab es keine Möglichkeit, aus dieser verdammten Hütte rauszukommen. Um den Überblick nicht zu verlieren, seit wie vielen Tagen ich schon gefangen war, rückte ich das Bett von der Wand fort und drückte einen Fingernagel in das Holz, bis eine leichte Kerbe entstanden war. Wenn durch das kleine Loch in der Badezimmerwand Licht eindrang, beschloss ich, dass es morgen war, und wenn es dunkel war, wartete ich, bis es wieder hell wurde und machte eine weitere Kerbe. Zwei Markierungen, seit er mich allein gelassen hatte. Um mich an irgendeinen Zeitplan zu halten, der dem des Psychos ähnelte, pinkelte ich nur, wenn ich es absolut nicht länger aushielt, und dann auch nur in die Badewanne, mit gespitzten Ohren auf jedes Geräusch achtend. Zu verängstigt, richtete ich auf beides, und wenn der Hunger mich zu sehr quälte, trank ich Wasser. Ich malte mir aus, wie zu Hause alle bei Kerzenschein Nachtwache hielten, und stellte mir vor, wie meine Freunde Flugblätter verteilten, mit meinem lächelnden Gesicht darauf. Meine Mom musste inzwischen verrückt geworden sein. Ich sah sie förmlich vor mir, wie sie weinend zu Hause saß. Die Nachbarn würden etwas zu Essen vorbeibringen, und mein Stiefvater würde meiner Mom die Hand halten und ihr sagen, dass alles wieder in Ordnung kommen würde. Vielleicht flehte Luke im Fernsehen darum, dass ich zurückkam. Oder würden die Cops ihn befragen? Ich machte mir Sorgen um Emma. Wer sich wohl um sie kümmerte? Bekam sie auch das richtige Futter? Gingen sie regelmäßig mit Stich gelassen, und das brachte mich immer zum Weinen. Als ein weiterer Tag vergangen war und ich eine neue Kerbe in die Wand gepresst hatte, verspürte ich keinerlei Hunger mehr. Aber das Gefühl, dass der Psycho zurückkommen würde, hielt an. Wenn ich überleben wollte, musste ich vorbereitet sein. Mein Versuch, ihn zu verführen, hatte mich beinahe umgebracht. Ich musste herausfinden, warum er ein Sadist? Nein, es erregte ihn nicht sexuell, mich zu schlagen. Er spielte etwas nach. Der Typ hatte eine Art Vorlage. Es begann mit dem Bart und später wurde es härter. Worum zum Teufel ging es ihm? Als ich zu offen versucht hatte, ihn zu verführen, geriet er außer sich vor Wut, nannte mich eine Hure und sagte, ich sollte mich gegen ihn einen aggressiven Mann wollte, der sie grob behandelte und sie überwältigte. Aber in seiner Vorstellung zeigte nur eine Hure, dass es ihr tatsächlich gefiel. Eine gute Frau würde sich zur Wehr setzen. Also fühlte er sich vermutlich nicht als Mann, solange ich mich nicht vor ihm fürchtete. Zumindest wusste ich jetzt, was er wollte. Ich sollte mich wehren und ihm meinen Schmerz und meine Angst zeigen. Am vierten Tag, den ich allein verbrachte, fiel es mir schwerer, Traum und Realität auseinander zu halten, weil ich immer mehr schlief und immer weniger wach war. Am fünften Tag begann ich mir Sorgen zu machen, dass ich verhungern würde, ehe er zurückkam. Den größten Teil des Tages verbrachte ich im Bett oder mit dem Rücken an der Wand in Ich war tatsächlich froh, ihn zu sehen. Ich würde nicht verhungern. Besonders froh war ich darüber, dass er allein war. Doch dann fragte ich mich, ob Christina womöglich bewusstlos und gefesselt im Van lag. Er schloss die Tür und stachte mich an. Am ganzen Körper zitternd sagte ich, Gott sei Dank, ich hatte solche Angst, ich dachte, ich müsste hier ganz allein sterben. Er hob die Augenbrauen. Würdest du lieber mit jemandem zusammen hier sterben? Nein, ich will nicht, dass überhaupt jemand stirbt. Ist mit Christina alles in Ordnung? Er schlenderte zu einem der Barhocker, setzte sich und stützte das Kinn auf eine Hand. Und wie es mir geht, ist dir egal? Nein, natürlich nicht, ich wollte nur wissen, ich hab's vermasselt, total vermasselt letztes Mal. In seinem Gesicht regte sich immer noch nichts, aber er sah mir aufmerksam in die Augen. Die besten Lügner halten sich so eng wie möglich an die Wahrheit. Ich machte einen tiefen Atemzug. Ich hatte wirklich Angst vor dir und vor den Gefühlen, die du bei mir auslöst. Aber jetzt habe ich es verstanden. Ich muss nur ehrlich zu dir sein und ich bin bereit dazu. Es war lange still und als er aufstand und auf mich zukam, versuchte ich, mich für das Schlimmste zu wappnen. Er stellte sich vor mich, die Arme ausgebreitet. Wie wäre es mit einer Umarmung? Sein Lächeln reichte nicht bis zu den Augen. Er wollte mich testen. Ich ließ mich von ihm umarmen und legte meine Arme um ihn. Christina geht es gut, sagte er. Wir haben einen wunderschönen Nachmittag zusammen verbracht und uns Häuser angesehen. Sie kennt sich wirklich aus. Endlich atmete ich aus. Ich spüre dein Herz klopfen. Er drückte mich enger an sich. Dann ließ er mich los. Jetzt brauchst du erst einmal etwas zu essen. Er verließ die Hütte, kam jedoch kurz darauf mit einer braunen Papiertüte zurück. Linsensuppe und Bio-Orangensaft. Das Protein und der Zucker werden dir guttun. Nachdem der Psycho die Suppe aufgewärmt hatte, setzte er sich neben mich und stellte die Schüssel vor sich auf den Tisch. Er führte einen Löffel Suppe an seinen Mund und blies darauf. Gequält sah ich zu, wie er davon kostete und anschließend den Löffel wieder in die Suppe tauchte. Er pustete erneut, doch dieses Mal hob er den Löffel an meinen Mund. Langsam fütterte der Psycho mich mit der Suppe, blies jedes Mal zuerst auf den Löffel und machte ab und zu eine Pause, um mir einen Schluck Orangensaft zu geben. Als ich die Hälfte der Suppe gegessen hatte, sagte er, fühlst du dich besser? Er warf einen Blick auf seine Uhr. Zeit für dein Bad. Als er mich dieses Mal aus dem Badezimmer zum Bett führte und begann den Reißverschluss meines Kleides aufzuziehen, wusste ich, was ich zu tun hatte. Bitte fass mich nicht an. Ich will das nicht. Sein Kinn grub sich in meine Schulter und er schnüffelte an meinem Ohrläppchen. Du zitterst ja. Wovor hast stark. Du wirst mir wehtun. Das Kleid fiel zu Boden und er stellte sich vor mich. Er stand vor mir und fuhr mit seinem Mittelfinger um meinen Hals. Beschreibe deine Angst vor mir. Meine Knie sind ganz weich. Mir ist schlecht. Ich bekomme keine Luft. Mein Herz fühlt sich an, fühlt sich, fühlt sich an, als würde es gleich zerspringen. Seine Hände auf schob er mich rückwärts, bis ich mit den Kniekehlen gegen den Rand der Matratze stieß. Dann stieß er mich hart, sodass ich aufs Bett fiel. Ich sah zu, wie er sich die Kleider vom Leib riss. Ich kroch über das Bett, doch er riss mich am Fußknöchel zurück. Dann war er über mir, zerrte BH und Slip weg. Alles passierte so schnell. Er war hart und dann war er in mir. Ich schrie. Er lächelte. Ich biss die Zähne zusammen, kniff die Augen zu, zählte seine Stöße und betete, lass es vorbei sein, lass es vorbei sein, lass es vorbei sein. Als er endlich kam, hätte ich mich am liebsten unter kochendem Wasser sauber geschrubbt, aber ich durfte noch nicht einmal aufstehen, um mich zu waschen. In seinem postcoitalen Nachglühen lag er neben mir, streichelte mein Haar und sagte, morgen nehme ich etwas Hühnchenbrust aus dem Gefrierschrank. Wir können zusammen Showmaine kochen, was hältst du davon. Ich spürte immer noch seine Nässe zwischen meinen Beinen, aber ich weinte nicht. Als ich an Luke dachte, musste ich beinahe aufschluchzen, aber ich biss kräftig auf die Innenseite meiner Wange. Es tut mir leid, flüsterte ich in die Dunkelheit. Siebte Sitzung Kaum zu glauben, dass wir schon die dritte Januarwoche haben, was, Doc? Ich bin nur froh, dass der Weihnachts- und Silvesterrummel endgültig vorbei ist. Dabei fällt mir ein, habe ich Ihnen schon von dem Weihnachten mit dem Psycho erzählt? Eines Tages sagte er mir, dass wir Dezember hätten, wir aber kein Weihnachten feiern würden. Ich musste mir eine endlose Tirade anhören über das Übel des Weihnachtsfestes und wie die Gesellschaft etwas Mythisches in eine Geldmaschine verwandelt hatte. Das letzte, was ich wollte, war, irgendetwas mit dem Psycho zu feiern. Eigentlich hat dieser Mistkerl mir Weihnachten gestohlen. Zusammen mit einem Haufen anderer Dinge natürlich. Sie wissen schon, sowas wie Stolz, Selbstachtung, Freude, Sicherheit oder die Fähigkeit, im Bett zu schlafen. Was zählt da schon eine Weihnachtsphobie? Sie sagten ja schon, ich solle auf die kleinsten Anzeichen von Fortschritt achten, so unbedeutend sie auch scheinen mögen. Als ich heute auf meine vordere Veranda getreten bin, habe ich den Geruch von Schnee in der Luft wahrgenommen und ein paar Sekunden lang war ich ganz aufgeregt. In diesem Jahr hatten wir noch keinen Schnee und sobald er einen Zentimeter hoch lag, sind Emma und ich darin herum getobt. Es ist so witzig, ihr dabei zuzusehen. Sie rennt, schlittert, springt rum, buddelt drin und frisst ihn. Alle Erinnerungen an den Schnee kehrten zurück und ich fühlte mich gut. Doch das gute Gefühl verschwand, als ich mich an das letzte Weihnachten erinnerte. Glauben Sie mir, den ganzen Winter in einem Raum ohne Fenster und der Begriff Hüttenkoller bekommt eine ganz neue Bedeutung. Und dann, etwa Mitte Januar letzten Jahres, war ich im vierten Monat schwanger. Auf dem Berg lebte ich für die Momente, in denen ich lesen konnte. Der Psycho hatte einen guten Geschmack und es machte mir noch nicht einmal etwas aus, ihm laut vorzulesen. Während ich eine Seite nach der anderen umblätterte, war ich irgendwo anders und er ebenso. Mit den Büchern ging der Psycho vorsichtig um. Ich durfte sie niemals aufgeschlagen, umgedreht ablegen oder ein Eselsohr in eine Seite machen. Wenn die Lesezeit vorbei war, waren natürlich auch die einzigen Momente vorüber, die ich nicht fürchtete, die einzige Aktivität, die ich genoss, das Einzige, bei dem ich das Gefühl hatte, ein menschliches Wesen zu sein, ich selbst zu sein. Jeden Abend lag ich im Bett, stellte mir vor, wie das Sperma des Psychos in mir hinauf kroch und bemühte mich, meine Eizellen zu verstecken. Da ich die Pille genommen hatte, bis er mich entführt hatte, hoffte ich, dass mein Körper genügend durcheinander war und ich befreit würde, ehe ich schwanger wurde. Aber ich hatte auch gedacht, dass ich meine Periode bekäme, sobald ich die Pille absetzte, doch das geschah erst eine Woche, nachdem er es endlich geschafft hatte, mich zu vergewaltigen. Eines Morgens standen wir unter der Dusche. Ich schaute zur Wand, während er hinter mir stand und mir die Beine wusch, von oben bis unten und dazwischen. Unvermittelt hielt er inne. Als ich mich umdrehte, stand er einfach nur da und starrte auf den Waschlappen. Darauf war Blut. Und als ich an mir herunterschaute, sah ich Blut an der Innenseite meiner Schenkel. Sein Gesicht lief rot an. Er warf den Waschlappen nach mir, stieg aus der Dusche und stand schweigend auf der Badematte, während er auf meinen Schritt starrte. Ich war felsenfest überzeugt, dass er jetzt ausrasten würde. Aber er griff nur in die Dusche, verdrehte den Duschkopf so, dass das Wasser mich traf und drehte den Wasserhahn auf kalt. Wasch dich selber! Ich versuchte trotz des eisigen Wassers nicht zu schreien, erhob den Waschlappen vom Boden der Duschwanne auf und warf ihn mir zu. Ich sagte, wasch dich selber! Als ich glaubte, fertig zu sein, sagte ich, mit dem Waschlappen in der Hand, was soll ich hiermit machen? Ausspülen. Als der Waschlappen sauber und ich selbst praktisch blau gefroren war, ließ er mich raus. Beweg dich nicht. Der Psycho verließ kurz den Raum und kam mit einem Stofffetzen zurück. Benutz das hier! Er warf ihn mir zu. Ich fragte, hast du vielleicht Tampons oder so etwas? Er schob sein Gesicht dicht an meins und sagte, eine anständige Frau wäre mittlerweile schwanger. Wenn du deinen Job nicht erledigst, werde ich eine andere finden, die ihn übernimmt. Während er zusah, zog ich mich an und stopfte den albernen Lumpen in meinen Slip. Meine Periode dauerte sechs Tage und jeden Morgen wartete er vor der kalten Dusche, bis ich ihm den Waschlappen aushändigte, auf dem sich kein Blut mehr befand. Die gesamte Duschwanne musste mit Scheuermilch gesäubert werden, ehe er selbst duschen konnte. Die benutzten Stofffetzen musste ich in eine Tüte tun, die er hinausbrachte und, wie er mir erzählte, verbrannte. Auch das Bad am Abend ließen wir ausfallen, wogegen ich nichts einzuwenden hatte. Sechs Tage, an denen er mich nicht anfasste. Sobald ich aufhörte zu bluten, versuchte er von Neuem mich zu schwängern. Ich hoffte, dass mein Körper merken würde, dass er ein Sperma verdorben war und es zurückweisen würde, oder dass durch den ganzen Stress eine Empfängnis verhindert wurde. Doch so viel Glück hatte ich nicht. Nach etwa drei Wochen war meine Periode fällig und bei jedem Zwicken in meinem Bauch hoffte ich, dass es die typischen Bauchkrämpfe waren. Jedes Mal, wenn ich ins Badezimmer ging, betete ich darum, Blut in meiner Unterhose zu sehen. Nach vier Wochen wusste ich Bescheid. Aus meinem kleinen Wandkalender schloss ich, dass ich ungefähr Mitte September schwanger geworden war, etwa zwei Wochen nach dem Ende der letzten Periode. Ich hoffte, ich könnte es vor dem Psycho verbergen, aber eines Morgens wachte ich davon auf, dass er meinen Bauch liebkoste. Guten Morgen, sagte er lächelnd, dann blickte er zu seiner Hand auf meinem Bauch. Meine Mutter, Juliet, die Frau, die mich aufgezogen hat, war nicht meine leibliche Mutter. Sie hat mich adoptiert, als ich fünf war. Die Hure, die mich zur Welt gebracht hat, war vermutlich zu jung, um ein Kind groß zu ziehen, aber sie war nicht zu jung, um die Beine für irgendeinen Kerl breit zu machen, der mein Vater wurde. Er schüttelte den Kopf. Aber dann hat Juliet mein Leben verändert. Sie hatte ihren eigenen Sohn verloren, als dieser erst ein Jahr alt war und noch gestillt wurde. Sie hatte so viel Liebe zu geben. Sie war es, die mir beibrachte, dass die Familie alles ist. Und du, Annie, hast deine halbe Familie so früh verloren. Ich weiß, dass du immer eine eigene haben wolltest. Ich bin froh, dass ich der Mann bin, den du ausgesucht hast. Ausgesucht? So hätte ich es nicht gerade formuliert. Und bevor der Psycho mich entführt hatte, war ich mir nicht sicher gewesen, ob ich überhaupt Kinder haben wollte. Aber jetzt war ich dämonenhaftes Kind wuchs in mir heran. Währenddessen redete er über seine Mutter und gab mir die Chance, einen Blick in seinen Kopf zu werfen und mehr über ihn zu erfahren. Du hast in der Vergangenheitsform von Juliet gesprochen. Ist deine Mom tot? Das Lächeln verschwand von seinem Gesicht. Er drehte sich um und starrte an die Decke. Sie wurde mir genommen, als ich gerade 18 geworden war. Ich wartete, dass er das genauer erklärte, aber er starrte nur gedankenverloren vor sich hin. Sie scheint ein ganz besonderer Mensch gewesen zu sein. Es ist schön, dass ihr euch so nahe wart. Meine Mom hat mich nie verlassen, aber nach dem Unfall haben die Ärzte ihr Medikamente gegeben, so dass sie ziemlich durcheinander war. Ich musste eine Weile bei meinem Onkel und meiner Tante leben. Ich weiß, wie es sich anfühlt, allein zu sein. Sein Blick flog zu mir herüber. Wie war es, bei diesen Verwandten zu wohnen? Waren sie freundlich zu dir? Meine Tante ist die Schwester meiner Mutter, und sie versuchen ständig sich gegenseitig zu übertrumpfen, aber zu mir war sie ganz nett. Meine Cousine und mein Cousin sind älter als ich, und sie haben mich völlig ignoriert. Es war schwer, aber jetzt, wo ich älter bin, versuche ich zu verstehen, was meine Mutter durchgemacht haben muss. Damals haben die Leute nicht einfach eine Therapie gemacht, stattdessen hat der Arzt Pillen verteilt. Sie hat dich fortgeschickt. Es war nicht so schlimm. Aber ich erinnerte mich an das Geflüster meiner Cousine und das plötzliche Verstummen meines Onkels und meiner Tante, sobald ich den Raum betrat. Wenn meine Mutter eine verwischte Version ihrer selbst war, dann stellte meine Tante auf derselben Leinwand die harten Kanten und scharfen Linien dar. Beide sind blond und zierlich, aber Tante Vells Lippen waren einen Hauch dünner, die Nase einen Tick länger und die Augen standen enger zusammen. Und während Mom sehr emotional war, war Tante Vell ruhig, kühl und gefasst. Tröstende Umarmungen waren bei ihr selten. Und dann hat deine Mom euer Haus verkauft, oder? Die halbe Familie war tot und dann war auch noch das Haus weg. Woher weißt du, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann gibt es viele Wege. Genauso wie es für deine Mom viele Wege gegeben hätte, mit der Situation umzugehen. Sie musste es verkaufen. Dad hatte keine Lebensversicherung. Sechs Monate nach dem Unfall hatte Mom mich endlich wieder zu sich geholt. Und erst da stellte ich fest, dass mein Zuhause nicht mehr existierte. Es kann nicht leicht für dich gewesen sein, nachdem sich bereits so vieles verändert hatte. Und dann in so ein kleines Haus. Wir waren nur zu zweit. Wir brauchten nicht viel Platz. Wir bezogen ein winziges Haus mit zwei Schlafzimmern im schlimmsten Viertel von Clayton Falls. Wodkaflaschen hatten die Pillendosen ersetzt. Moms rosafarbene Morgenmäntel waren jetzt aus Nylon statt aus Seide und ihr Estee Lauder Parfum wurde durch eine billige Kopie ersetzt. Mom hatte nicht nur das Haus, sondern auch Dads sämtliche Sachen verkauft. Daisys Pokale und Kostüme hatte sie natürlich aufbewahrt. Sie hingen jetzt in Moms Schrank. Aber ihr zwei seid nicht lange allein geblieben, oder? Sie hatte eine Menge durchgemacht. Eine alleinerziehende Mutter hat es schwer. Also dachte sie, dass sie dieses Mal einen richtigen Mann finden musste, der sich um sie kümmerte. Er lächelte. Einen Augenblick stachte ich ihn an. Sie hat gearbeitet. Nach dem Unfall. Als Sekretärin in einer kleinen Baufirma. Vor allem aber hatte sie hart daran gearbeitet, gut auszusehen. Nie verließ sie das Haus, ohne vollständig geschminkt zu sein, und da sie normalerweise noch verkatert war, wenn sie das Zeug auftrug, waren ihre Augen oft verschmiert oder die Wangen zu hell. Doch seltsamerweise half ihr das. Sie wirkte dann wie eine zerbrochene Puppe, und die Männer sahen sie an, neuen Steve-Dad. Mr. Möchtegern. Er arbeitete als Verkäufer für die Firma, fuhr einen Caddy, rauchte Zigarren und trug sogar Cowboy- Stiefel. Auf eine Art war er ganz attraktiv, ein Kerl mit Ecken und Kanten, wie ein alternder Tom Selleck. Kurz nach der Hochzeit schmiss Mom ihren Job. Vermutlich dachte sie, er wäre eine gute Partie. Was hast du von deinem neuen Vater gehalten? Er ist in Ordnung. Ich wollte ihm gegenüber zumindest ein wenig von der Nähe empfinden, die zwischen meinem Vater und mir geherrscht hatte. Aber Wayne und ich hatten einander nichts zu sagen. Das Einzige, was er las, waren alberne Broschüren mit Tipps zum Thema Wie werde ich schnell reich? Der Psycho starrte mich aufmerksam an und ich stellte fest, dass mein Versuch mehr über ihn zu erfahren nur dazu geführt hatte, sein Wissen über mich zu erweitern. Es war Zeit, den Faden wieder aufzunehmen. Was ist mit deinem Vater? fragte ich. Vater. Der Mann war nie ein Vater für mich. Und für sie war er auch nicht gut genug. Aber sie wollte das nicht sehen. Er war Handelsvertreter. Ein fetter, beharrter Vertreter, der... Er schluckte ein paar Mal. Ich musste sie befreien. Es waren nicht nur die Worte, bei denen ich eine Gänsehaut bekam. Es war die Tonlosigkeit seiner Stimme, mit der er sie aussprach. Lächeln sprang er aus dem Bett. Genug geredet. Wir sollten lieber den Beginn unserer eigenen Familie feiern. Er starrte mich eindringlich an, dann nickte er. Bleib liegen. Er zog sich an, nahm seine Jacke und verschwand nach draußen. Als er wieder kam, hielt er eine Hand hinter dem Rücken. Er setzte sich neben mich, dann zog er die Hand hervor. Die Faust war geschlossen. Seine Augen suchten meine. Mach die Hand auf, Annie. Ohne den Blick abzuwenden, drückte er mir etwas Kleines Kühles in die Handfläche. Vor langer Zeit habe ich das jemandem geschenkt, aber sie hatte es nicht verdient. Langsam senkte ich den Blick auf die feine Goldkette, die in meiner Hand glitzerte. Mit dem Finger deutete er auf das winzige goldene Herz in der Mitte. Ist es nicht wunderschön? Am liebsten hätte ich die Kette so weit von mir geschleudert, wie ich konnte. Ich sagte, ja, das ist sie. Er nahm sie mir aus der Hand. Setz dich hin, damit ich sie dir umlegen kann. Meine Haut kribbelte, als die Kette mich berührte. Ich wollte ihn fragen, was mit dem Mädchen passiert war, dem die Kette gehört hatte, aber ich fürchtete mich vor der Antwort. Achte Sitzung Ich fange an, meine innere Einstellung ernsthaft zu hinterfragen, Doc. Es war mir schon klar, dass ich irgendeine Einstellung hatte, aber langsam wird sie mir lästig. Sie wissen schon, sie stört beim Leben und so. Klar, auch bevor das alles passierte, lief es nicht gerade blendend für mich. Schwester tot, Dad tot, Mom ewig betrunken, der Stiefvater ein Volltrottel. Aber zumindest habe ich nicht versucht, meinen Mist der ganzen Welt über zu stülpen. Und jetzt? Es scheint nichts zu geben, das mich nicht ankotzt. Sie, die Reporter, die Cops, der Postbote, ein Stein auf der Straße. Dabei habe ich gar nichts gegen Steine. Und Menschen mochte ich früher auch. Aber heute? Nehmen sie meine Freunde. Sie rufen an oder versuchen mich zu besuchen. Sie laden mich ein. Aber sofort denke ich, dass sie nur einen Exklusiv Bericht über die Ermittlungen haben wollen. Oder dass die Einladungen so ein Mitleidsding sind. Und wenn ich dann Nein sage, sitzen sie wahrscheinlich rum und reden über mich. Die Sache ist die, es gibt nicht viel in meinem Leben, das ich los los über ihren Stress im Job oder den neuen Freund oder eine Reise, die sie vorhaben. In solchen Momenten finde ich es fast tröstlich zu hören, dass andere Menschen jeden Morgen aufstehen und ihr Leben leben, obwohl meins total im Eimer ist. Aber sobald wir uns verabschiedet haben, bin ich schon wieder sauer. Ich hasse sie dafür, dass es ihnen nicht so dreckig geht wie mir, hasse sie dafür, dass sie sich amüsieren können und ich hasse mich selbst für diesen Hass. Ich habe es sogar geschafft, Christina zu verprellen, auch wenn sie nicht kampflos aufgegeben hat. Als ich wieder in mein Haus gezogen bin, hat sie alles dafür getan, um es wohnlich zu machen, hat Möbel zusammengesammelt und den Strom wieder angemeldet. Sie hat sogar den Kühlschrank gefüllt. In der Vergangenheit war ich mehr als glücklich damit, Christina mein Leben organisieren zu lassen. Aber als sie anfing mit ihrem Feng Shui Buch in meinem Haus herum zu laufen und nach Dingen Ausschau zu halten, die sie umstellen müsste, damit die heilende Energie umgeleitet wird und mir eine Liste mit Telefonnummern von Therapiehanseln mitbrachte und Broschüren über Zufluchtsorte für Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, es ist schon Monate her, haben wir ausgemacht, dass sie ein paar von ihren alten Klamotten vorbeibringen würde. Ich versuchte, ihr das auszureden, aber sie bestand darauf, dass mir das guttun würde. Eine Stunde bevor sie kommen sollte, fühlten sich meine Eingeweide vor Ärger und Verbitterung wie verknotet an. Ich sagte ab und anschließend fuhr ich drei Stunden lang in der Gegend rum. Als sie mich am nächsten Tag anrief, ging ich nicht ran, aber sie hinterließ eine Nachricht. Sie fragte, ob ich die Sachen bekommen hätte und sagte, dass sie es nicht erwarten könne, mich darin zu sehen. Ich rief zurück und bedankte mich auf ihrer Mailbox, aber seitdem habe ich nicht mehr auf ihre Nachrichten geantwortet. Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? Warum bin ich war ich sicher, der Psycho hätte irgendeinen Namen gesagt. Er sprach nicht laut genug, dass ich ihn verstanden hätte, aber ich wusste, dass es nicht meiner war. Ich war nicht so dumm, ihn danach zu fragen, aber ich machte mir so meine Gedanken. Was den Sex anging, hatte ich mit meinem Irren noch ziemliches Glück gehabt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will ihn nicht loben oder so, aber er hat mich nie in den Arsch gefickt oder mich dazu gezwungen, ihm einen zu blasen. Inzwischen hatte ich meine Rolle im Griff. Ich wusste, wo ich ihn berühren, was ich sagen und wie ich es sagen musste. Ich tat, was immer nötig war, damit es schnell vorbeiging. Körperlich machte es die Sache leichter, wenn ich ihm half. Aber emotional gab ein weiterer Teil von mir auf und entglitt mir. Sobald der Psycho wusste, dass ich schwanger war, schien es ihm nicht mehr so wichtig zu sein, es jeden Abend zu tun. Aber die Badezeremonie behielt er bei. Manchmal legte er nur den Kopf auf meine Brust und sprach zu mir, ehe er einschlief. Meistens ging es ihm um Liebe und die Gesellschaft. Zum Beispiel sagte er oft, in unserer Gesellschaft ginge es nur ums Aneignen und Besitzen. Nicht, dass ihn das davon abgehalten hatte, sich mich anzueignen und zu besitzen. Die Vorstellung, dass sich meine Gene mit seinen vermischten und daraus etwas Neues entstand, machte mich krank. In irgendeiner Weise mit ihm verbunden zu sein, das Letzte, was ich wollte. Und wenn wir nachts im Bett lagen, das in mir heranwuchs und stellte mir vor, wie mein Körper es abstieß. Den ganzen Winter über plagte mich die Vorstellung, da oben mit dem Psycho an meiner Seite ein Kind zur Welt zu bringen. Als ich ihm laut aus einem Buch über Hausgeburten vorlesen sollte, musste ich jedes Wort aus mir heraus zwingen. Die gute Laune des Psychos wegen meiner Schwangerschaft hielt nicht lange an. An Ordnung, um zwei Uhr zu pinkeln, beim nächsten Mal zerrte er mich von der Toilette und sagte, ich müsse bis drei warten. Für eine schwangere Frau, die ohnehin schon eine kleinere Blase hat, war es unerträglich. Morgens zog ich das an, was er für mich ausgesucht hatte, doch nach der Hälfte des Tages musste ich mich umziehen. Wenn er bei seiner Inspektion auch nur einen winzigen Fleck auf dem Geschirr fand, musste ich alles noch einmal abwaschen. Ich lernte das perfekte Maß an unterwürfiger Scham zu zeigen, zwang mich zu Boden zu blicken und zog den Kopf ein wie ein geprügelter Hund. Gegen Ende Januar sagte der Psycho eines Morgens ich verreise. Für wie lange? Wohin? Du kannst mich hier oben nicht allein lassen. Ich mache die Regeln, Annie. Du kannst mich mitnehmen. Kannst du mich nicht hinten im Van fesseln oder so? Er schüttelte den Kopf. Hier bist du sicherer. Der Psycho holte etwas zu essen aus dem Schrank, größtenteils Vitamindrinks und Proteinpulver, das man mit Wasser mischen musste, und ließ die Sachen auf der Arbeitsplatte stehen. Kein Besteck. Normalerweise durfte ich nicht in und nahm den Schirm fort. Anschließend stapelte er bergeweise Holz in der Hütte auf und zündete ein Feuer für mich an. Ich hatte keine Axt, kein Zeitungspapier oder irgendetwas, um ein neues Feuer zu entzünden, also würde ich aufpassen müssen, dass es nicht ausging. Man hätte meinen können, ich sei froh gewesen, dass der Psycho weg war. Doch stattdessen wurde ich mit jedem Tag ängstlicher. ihn, aber ich konnte es kaum erwarten, ihn wiederzusehen, ich war vollkommen von ihm abhängig. Da ich nicht wusste, wie lange er fort sein würde, rationierte ich das Essen, das er mir dagelassen hatte. Er war nicht da, um mir zu sagen, ob es Zeit zum Essen war, also versuchte ich, dem Rhythmus meines Körpers zu folgen, aber ich hatte die ganze Zeit Hunger. Mein Leben lang Aber jetzt hockte ich da und starrte die vier Wände an. Unaufhörlich wanderte ich in der Hütte auf und ab. Wenn ich nicht auf und ab lief, lehnte ich mich an die Wand und überlegte, was ich auf der anderen Seite befinden könnte, oder ich saß im Badezimmer und presste ein Auge gegen mein Loch in der Wand. Wenn die Sonne schien, warf das Loch einen kleinen Lichtpunkt auf die Badezimmertür und ich verbrachte Stunden damit zuzusehen, wie er zentimeterweise weiter kroch, bis er schließlich verschwand. Ich malte mir aus, wie meine Mom im Fernsehen um meine Rückkehr flehte. Ich sah Christina und Luke vor mir, wie sie jedes Wochenende die Wälder nach mir durchkämmten, zusammen mit Emma, die versuchte, meine Fährte aufzunehmen. Ich stellte mir vor, dass Mom sogar mit dem Trinken aufgehört und eine Selbsthilfe Gruppe gegründet hatte, um mich zu suchen. Ich träumte davon, dass sie eine Eingebung hätte, dass sie begriff, wie sie mich mein Leben lang behandelt hatte und alles wieder gut machen wollte. Sobald ich gerettet war, würden wir uns durch diese Geschichte näher stehen als seinen schwachsinnigen Geschäftsideen anhören würde, wenn ich einfach nur nach Hause gehen könnte. Ich verbrachte viel Zeit damit, meinen Bauch zu berühren und mich zu fragen, wie das Baby wohl aussehen würde. Ich war ziemlich sicher, dass mein Baby gut aussehen würde. Aber was für ein Kind würde es wohl sein? Mit dem Psycho als Vater? Nach fünf endlosen Tagen kehrte der Psycho zurück. Setz dich aufs Anny, sagte er, als er hereinkam. Wir müssen uns unterhalten. Ich setzte mich mit dem Rücken zur Wand, er setzte sich neben mich und ergriff meine Hand. Ich war in Clayton Falls und ich wünschte wirklich, ich müsste dir das nicht sagen. Aber die Suche nach dir wurde eingestellt. Sein Daumen beschrieb sanfte Kreise auf meiner Hand. Alles in Ordnung, Annie? Ich bin sicher, dass es ein ziemlicher Schlag für dich ist. Ich nickte. Ich muss zugeben, dass ich überrascht war, dass dein Haus so schnell zum Verkauf angeboten wurde, aber vermutlich hatten sie das Gefühl, dass das Leben weitergehen muss. Wut verdrängte den Schock bei dem Gedanken, dass mein Haus verkauft werden sollte. Ein dreistöckiges viktorianisches Gebäude, in das ich mich verliebt hatte, kaum, dass ich die großartigen bleiverglasten Fenster, drei Meter hohen Decken und die Original- Hartholzböden gesehen hatte. Würde Mom so etwas fertig bringen? Hatte Wayne ihr geholfen, das Zuverkaufen Schild im Vorgarten aufzustellen? Wie hast du es herausgefunden? Das spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass ich mir die Mühe mache, dir davon zu erzählen. Ich habe noch etwas erfahren, als ich dort war. Was denn? Etwas sehr Interessantes über Luke. Es sieht fast so aus, als sei er es leid, auf dich zu warten. Ich glaube dir nicht. Nun, ich habe ihn gesehen. Wie er mit einer hübschen blonden Frau im Arm spazieren ging. In meinem Kopf drehte sich alles und ich starrte auf die gegenüberliegende Wand. War es möglich, dass Luke bereits eine andere hatte? Da war diese eine blonde Kellnerin. Ich hatte ihren Namen vergessen, aber ich glaubte, dass sie total in ihn verknallt war. Er hatte gesagt, ich würde Unsinn reden. Am Tag, bevor ich entführt wurde, hatte Luke nicht besonders begeistert geklungen, als ich ihn für den nächsten Abend zum Dinner einlud. Er war im Restaurant und ich hatte angenommen, dass er beschäftigt sei. Hatte es damals schon eine andere Frau gegeben? Der Psycho drehte mein Kinn, so dass ich gezwungen war, ihm in die Augen zu blicken. Ich bin der Einzige, den du noch hast, Annie. Er log. Das alles war nur sein neuerster, bester Zug in diesem Krankenspiel. Nichts liebte er so sehr, wie mich fertig zu machen. Andere Menschen machten sich Sorgen um mich, viele Menschen. Ich war vielleicht nicht die perfekte Freundin, aber Luke würde mich niemals so einfach ersetzen. Und Christina war schon immer meine beste Freundin gewesen. Ich wusste, dass sie mich nicht vergessen würde. Mom und ich waren vielleicht nicht gerade auf einer Welle, aber sie würde am Boden zerstört sein, weil ich vermisst wurde. Dass sie mein Haus verkaufte, bedeutete gar nichts, wenn es denn überhaupt stimmte. Vermutlich brauchte sie das Geld für die ausgesetzte Belohnung. Aber was, wenn der Psycho nicht log? Was, wenn sie tatsächlich nicht mehr nach mir suchten? Was, wenn einfach alle wie gewohnt weitermachten? Luke hatte vielleicht eine neue Freundin, eine, die nicht die ganze Zeit arbeitete. Mom unterzeichnete womöglich in diesem Moment den Kaufvertrag und Emma konnte mich inzwischen vergessen haben. Jeder lebte sein Leben weiter und ich war für immer mit einem verrückten, sadistischen Vergewaltiger eingesperrt. Neunte Sitzung Auf dem Heimweg nach der letzten Sitzung habe ich angehalten, um zu tanken und an der Kasse standen Regale voller Süßigkeiten. Auf dem Berg durfte ich so etwas nie essen. Ich habe lange so viele Dinge vermisst, alberne kleine Alltäglichkeiten, aber im Laufe der Zeit habe ich aufgehört, sie zu vermissen, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, was mir gefiel. Ich stand da, sah auf den Süßkram und ich erinnerte mich, dass ich ihn mochte. Das Mädchen hinter der Kasse fragte, darf sonst noch was sein? Und ich hörte mich selbst sagen, ja. Und dann schaufelte ich die Süßigkeiten tütenweise aus den Regalen, saure Drops, Weingummis, Gelee-Bananen, einfach alles. Im Auto riss ich die kleinen Tüten auf und begann mir den Mund mit Süßigkeiten voll zu stopfen. Ich weinte und aß so viel davon, dass ich zu Hause erst einmal kotzen musste und meine Zunge ganz wund war. Könnte. Ich wollte das Mädchen sein, das Süßigkeiten so sehr geliebt hat, Doc. So sehr. Ich saß an meinem Küchentisch und konnte nicht aufhören zu weinen. Ich weinte, weil die Süßigkeiten nicht so schmeckten, wie ich sie in Erinnerung hatte. Nichts schmeckt mehr so, wie ich es in Erinnerung habe. Der Psycho hat mir nie erzählt, warum er zurück nach Clayton Falls gefahren ist oder was er dort sonst noch gemacht hat, außer meinen sogenannten Liebsten hinterher zu spionieren. Aber am ersten Abend nach seiner Rückkehr war er ausnehmend gut gelaunt. Nichts verleiht einem Irren einen größeren Kick als einer Frau zu erzählen, dass niemand sich einen Dreck um sie schert. Wenn ich spürte ich nur eine gewaltige Müdigkeit, die mich wie ein riesiges Betttuch einzuhüllen schien. Schlafen. Einfach alles verschlafen. Ich hätte ewig so empfinden können, aber zwei Wochen nachdem der Psycho nach Hause gekommen war, etwa Mitte Februar, als ich ungefähr im fünften Monat sein musste, spürte ich, wie das Baby sich bewegte. Das war ein merkwürdiges Gefühl, als ein Schmetterling verschluckt. Und in diesem Augenblick hörte das Baby auf, ein Dämon zu sein, hörte auf, seins zu sein. Es gehörte mir, und ich musste es nicht teilen. Danach gefiel es mir, schwanger zu sein. Jede Woche, während ich in die Breite ging und immer runder wurde, staunte ich darüber, dass ein neues Leben in meinem Körper heranwuchs. Ich fühlte mich innerlich nicht länger tot. Ich war lebendig. In diesem Winter führte der Psycho ein Belohnungssystem für mich ein. Wenn er mit mir zufrieden war, gab er mir etwas, ein extra Stück Fleisch zum Abendessen oder eine zusätzliche Pinkelpause. Wenn ich die Wäsche perfekt zusammengelegt hatte, durfte ich ein wenig Zucker in meinen Tee nehmen. Sobald ich etwas falsch machte, bestrafte er mich nach wie vor, aber er hatte mich schon lange nicht mehr geschlagen und manchmal wünschte ich mir, er täte es. Wenn ich geschlagen wurde, hatte ich das Gefühl, aufsässig zu sein, aber diese Psychospiele, damit trickste er mich echt aus und während die Monate verstrichen, verblassten die Stimmen meiner Lieben zu einem Flüstern und ihre Gesichter verschwammen. Auch als ich schon sichtbar schwanger war, fuhr er fort, mich zu vergewaltigen. Doch irgendwie war es jetzt anders, eher so, als würde er eine Rolle spielen. Ab und zu wurde er zärtlich und liebevoll, bis er sich selbst dabei ertappte und rot wurde, als sei die Freundlichkeit verkehrt und ungehörig. Ein paar Mal hörte er einfach auf und legte sich neben mich, die Hand auf meinem Bauch und dann stellte er mir Fragen. Wie fühlte es sich an, schwanger zu sein? Spürte ich, wie das Baby sich bewegte? Wenn er nicht in der Stimmung für Sex war, musste ich trotzdem das Kleid anziehen und normalerweise lagen wir dann im Kopfes ein Gefühl aus, als würde ich stillen und ich verlor mich in einem Tagtraum von dem Baby. Ohne nachzudenken sang ich leise So hush little baby don't you cry Ich verstummte, sobald ich begriff, was ich getan hatte. Er hob den Kopf und sah mir in die Augen. Meine Mutter hat mir das Lied immer vorgesungen. Hat deine Mutter es dir auch vorgesungen, Annie? Nicht, dass ich wüsste. Fieberhaft überlegte ich, wie ich die Unterhaltung am Laufen halten konnte. Ich wollte mehr über ihn erfahren. Deine Mom muss ein interessanter Mensch gewesen sein, sagte ich und hoffte nicht, auf eine Miene getreten zu sein, aber er sagte nichts. Möchtest du, dass ich etwas Bestimmtes für dich singe? Ich kenne nicht viele Lieder, aber ich könnte es versuchen. Als Kind habe ich Gesangsunterricht bekommen. Jetzt nicht. Ich will mehr über deine Kindheit hören. Mist, konnte ich ihn nicht dazu bringen, mir aufschlussreiche Details zu erzählen, indem ich über mich redete? Mom war nicht der Typ, der einem Schlaflieder vorsang, sagte ich. Und dieser Unterricht? War das deine Idee? Nein, Moms. Meine gesamte Kindheit über habe ich ständig etwas Neues ausprobiert. Ich hatte Unterricht in Gesang, am Klavier und dem Eiskunst Laufen. Daisy hatte von klein auf Eiskunst Lauf gemacht, aber ich hielt nicht lange durch. Mom schickte mich zum Ballett, aber damit war Schluss, als Was für Unterricht hättest du gerne genommen? Kunst hatte ich ganz gerne, malen und zeichnen, aber das mochte Mom nicht. Und weil es ihr nicht gefiel, durfte es dir auch nicht gefallen. Er hob die Augenbrauen. Klingt als sei sie weder besonders fair noch fröhlich gewesen. Als wir jünger waren, bevor Daisy starb, konnte sie fröhlich sein. Manchmal hat sie mit Daisy und mir mitten im Wohnzimmer Hüllen gebaut. Und dann sind wir lange aufgeblieben und haben Gruselfilme angeschaut. Mochtest du die Gruselfilme? Ich fand es toll, mit Daisy und ihr zusammen zu sein. Sie hatten einfach nur eine andere Art von Humor. Mom stand total auf dumme Streiche. Einmal hat sie zu Halloween überall auf dem Boden vor meinem Bett Ketchup ausgekippt. Und als Acht, aber du fandest es nicht witzig, oder? Ich zuckte die Achse in. Der Psycho sah aus, als würde er sich langweilen. Mist, wenn ich an ihn herankommen wollte, musste ich ihm ein paar echte Gefühle zeigen. Ich habe geweint. Mom erzählt immer noch gern allen Leuten, wie sie mich damals auf den Arm genommen hat. So etwas verschafft ihr und warum glaubst du gefällt es deiner Mutter Leute hereinzulegen? Keine Ahnung, aber sie ist verdammt gut darin. So kommt sie auch meistens zu ihren Kosmetika. Sie kann jede Verkäuferin der Stadt um den Finger wickeln. Nur wenige Wochen mit einem billigen Parfum hatten ausgereicht, damit Mom sich auf die Jagd nach einer dummen Nuss in der Kosmetik Abteilung eines Kaufhauses machte. Die Verkäuferinnen verpassten der hübschen trauernden Witwe nicht nur eine Verschönerungskur, sondern drückten ihr auch noch massenweise kostenlose Proben in die Hand. Moms Hände sind vielleicht klein, aber sie hat scharfe Augen und ihre Finger sind flink. Oben auf ihrem Schrank standen massenweise halbvolle Flaschen mit Duftwässern, Schönheits Tinkturen und Lotionen. Nachdem Mom erst einmal herausgefunden hatte, wie einfach es war, Parfum zu stiehlen, probierte sie es auch mit Kleidung und Wäsche. Als ich älter wurde, weigerte ich mich mitzukommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie immer noch stiehlt. Manchmal denke ich, dass sie mich als Kind lieber mochte, sagte ich. Der Psycho sah mich mit brennendem Blick an. Ich hatte einen wunden Punkt berührt. Er drehte sich auf den Rücken und stachte zur Decke hinauf. Meine Mutter wollte nicht, dass ich erwachsen werde. Vielleicht sind alle Mütter traurig, wenn ihre Kinder groß werden. Nein, das war es nicht. Du hast gesagt, ihr erstes Kind sei gestorben. Glaubst du, es hat etwas damit zu tun? Hattest du das Gefühl, du müsstest sein Leben leben? Du weißt schon, als Ersatz Kind. Seine Augen wurden dunkler, als er sich leicht abwandte. Ich musste verhindern, dass er dicht machte. Du hast mich früher einmal nach Daisy gefragt und ich wollte nicht darüber reden, weil es mir immer noch ziemlich schwer fällt. Sie war großartig. Ich meine, sie war meine große Schwester und ich bin sicher, dass sie sich manchmal über mich geärgert hat, aber ich fand sie perfekt. Unfall ertappte ich sie manchmal dabei, wie sie mich anstarrte und allein an der Art, wie sie es tat, wusste ich, dass sie an Daisy dachte. Er wandte mir erneut das Gesicht zu. Hat sie jemals irgendetwas gesagt? Sie hat es nie zugegeben, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie wünschte, ich und nicht Daisy wäre durch die Windschutzscheibe geflogen. Das kann ich ihr noch nicht einmal zum Vorwurf machen, Daisy war die bessere von uns beiden und als Kind glaubte ich, deswegen habe Gott sie gewollt. Ich wusste nicht, was zum Teufel mit mir los war, wahrscheinlich waren es nur die blöden Hormone, aber ich begann zu weinen. Es war das erste Mal, dass sich irgendjemandem gegenüber diese Gefühle eingestand. Er öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen, doch er schwieg, schloss den Mund und starrte Gott. Wie sollte ich ihn dazu bringen, mir zu vertrauen und sich zu öffnen? Ich hatte gehört, dass manche Kinder Loyalität gegenüber denen empfinden, die sie missbrauchen. War es das, was ihn zurückhielt? Wahrscheinlich sollte ich dir das alles gar nicht erzählen, sagte ich. Meine Mom hat im Laufe der Jahre so viel für mich getan, dass ich das Gefühl habe, sie zu verraten, wenn ich schlecht über sie spreche. Aber ich schätze, Eltern sind auch nur Menschen, die eben auch Fehler machen. Ich kann meine Mutter lieben und muss trotzdem nicht alles gut finden, was sie tut. Meine Mutter war eine wundervolle Frau. Er machte eine Pause. Ich wartete. Wir haben uns auch manchmal verkleidet. Ich war erst fünf, aber ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem sie mich zum ersten Mal bei meiner Pflegefamilie besuchte. Der Idiot, mit dem sie verheiratet war, aber auch dabei, aber er hat mich kaum angesehen. Sie trug ein weißes Sommerkleid und als sie mich umarmte, roch sie sauber, nicht wie diese fette Sau, meine Pflegemutter. Sie sagte mir, ich solle ein braver Junge sein und dass sie zurückkommen und mich holen würde und das tat sie. Ihr Mann war irgendwo unterwegs, sodass wir beide allein waren und als wir nach Hause kamen, steckte sie mich in die Badewanne. Ich hatte noch nie so gebadet. Es gab Kerzen und es roch gut. Als sie mir das Haar und den Rücken wusch, war sie ganz sanft. Sie stieg zu mir in die Wanne, damit sie mich besser waschen konnte. Bis sie meine blauen Flecken küsste, fühlten sich ihre Lippen ganz weich an, wie samt, und sie sagte, dass sie den Schmerz durch meine Haut von mir zu ihr wandern lassen würde. Sie erzählte mir, dass ich in ihrem Bett schlafen dürfte, weil sie nicht wollte, dass ich mich fürchtete. Ich hatte noch nie die Haut eines anderen Menschen an meiner gespürt. Niemand hatte mich je zuvor festgehalten und ich konnte ihr Herz schlagen hören. Sie konnte keine Kinder mehr bekommen und sagte, dass sie lange habe warten müssen, bis sie einen Jungen wie mich gefunden habe. In der ersten Nacht hat sie geweint. Ich versprach ihr, ein guter Junge zu sein. Er wurde wieder still. Du hast erwähnt, dass ihr zusammen Verkleiden gespielt habt, so wie Cowboy und Indianer? Es dauerte lange, ehe er antwortete. Nach unserem Bad jeden Abend schlief ich in ihrem Bett. Sie fühlte sich dann sicherer. Aber wenn er von einer Reise zurück kam, mussten wir früher baden und dann half ich ihr sich anzuziehen. Für ihn. Sie musste das tun. Er war ihr Mann. Er wand mir sein Gesicht zu. Aber ich war etwas ganz Besonderes für sie. Sie sagte, ich sei ihr kleiner Mann. Ich begriff. Natürlich dachte sie, du seist etwas Besonderes. Schließlich hatte sie dich ausgewählt. Er lächelte. So wie ich dich ausgewählt habe. Später als er neben mir im Bett lag und sein Kopf auf meiner Brust ruhte, stellte ich fest, dass er mir leid tat. Es war das erste Mal, dass ich etwas anderes außer Abscheu, Angst oder Hass für ihn empfand und es erschreckte mich mehr als alles andere. Der Kerl hat mich entführt, Doc. Hat mich vergewaltigt und geschlagen. Ich hätte einen Scheiß auf seinen Schmerz geben sollen, aber als er mir das mit seiner Mutter erzählte und ich wusste, dass da noch mehr sein musste, tat er mir so leid, weil er eine beschissene Mutter hatte, die ihn total verkorkst hat. Ich hatte Mitleid, weil er bei der Pflegefamilie misshandelt worden war und weil sein neuer Dad sich anscheinend einen Dreck um ihn gekümmert hatte. Lag es daran, dass meine Familie zerstört war? Konnte ich seinen Schmerz spüren, weil ich ihn ebenfalls erlebt hatte? Ich weiß nur, dass ich es hasse, Doc. Ich hasse es, wenn ich auch nur ein Fünkchen Mitgefühl für diesen Psychopathen empfinde. Ich hasse es, dass ich ihnen das alles überhaupt erzähle. Zehnte Sitzung. Letzte Nacht ist mir vielleicht ein Ding passiert, Doc. Ich hatte geschlafen. In meinem Bett, was jedoch bestimmt glücklich macht. Aber dann musste ich pinkeln, also stolperte ich ins Badezimmer. Auf dem Rückweg begriff ich, was ich getan hatte, und da wurde ich richtig wach. Ich war so aufgeregt, dass ich den Rest der Nacht nicht mehr schlafen konnte. Es war nur eine alte Gewohnheit, mitten in der Nacht und vielleicht bedeutet das, dass ich wieder ich selbst werde. Keine Angst, ich habe nicht vergessen, dass sie sagten, ich müsse lernen, zu akzeptieren, dass ich nie wieder genau die gleiche Person sein würde, wie vor der Entführung. Aber trotzdem, irgendetwas ist da noch. Jeden Tag auf dem Berg wurde ich aufs Neue geprüft. Wenn er zufrieden war, bekam ich Privilegien. Wenn ich während der Psycho eifrig damit beschäftigt war, mein Benehmen zu beurteilen, wollte ich seines analysieren. Seine Bedürfnisse und Wünsche zu interpretieren wurde ein Fulltime Job für mich. Ich studierte jede Nuance seines Gesichtsausdrucks, jede Veränderung in seinem Tonfall. Die Jahre des Zusammenlebens mit meiner Mutter, in denen ich lernte, den Grad ihrer Vertrunkenheit daran abzuschätzen, wie tief ihre Augenlider herunterhingen, hatten meine Sinne geschärft. Andererseits hatte ich während dieser Lehrzeit auch die Erfahrung gemacht, dass ich genauso gut versuchen konnte, die Reaktionen eines Tigers vorherzusagen. Es war nie sicher, ob ich gerade als Spielkamerad oder als Mahlzeit herhalten sollte. Etwa im März, als ich im sechsten Monat schwanger war, kam er nach einem seiner Jagdausflüge herein und sagte, ich brauche deine Hilfe draußen. Draußen? Ich starrte ihn an, hielt nach einem Anzeichen Ausschau, dass er einen Witz machte oder plante, mich da draußen umzubringen, aber sein Gesicht zeigte keinerlei Emotion. Er warf mir eine seiner Jacken und ein paar Gummistiefel zu. Ehe ich auch nur den Reißverschluss der Jacke hochgezogen hatte, packte er mich etwa zwanzig Schritte von der Hütte entfernt führte, versuchte ich meine Umgebung zu erfassen, doch es war ein sonniger Tag und von dem hellen Schnee begannen meine Augen zu tränen. Ich konnte nur erkennen, dass wir uns auf einer Lichtung befanden. Mein ganzer Körper brannte von der Kälte. Der Schnee bedeckte nur den unteren Teil meiner Stiefel, aber ich war es nicht gewohnt draußen zu sein und meine Beine waren nackt. Meine Augen gewöhnten sich an das helle Licht, aber ehe ich noch mehr erkennen konnte, stieß er mich neben den Kopf des Hirsches auf die Knie. Aus einem Loch hinter seinem Ohr und einem Schnitt in der Kehle sickerte Blut. Hör zu, ich möchte, dass du dich am Hinterteil des Hirsches hinkniest und seine Beine Hauerte mich hinter dem Tier in den Schnee und packte seine steifen Hinterläufe. Der Psycho kniete sich lächelnd am Kopf in den Schnee und wir drehten das Tier auf den Rücken. Ich sah zu, wie der Psycho mit der Messerspitze in die Leiste des Hirsches schnitt und mir drehte sich fast der Magen um. Meine Nase fing den metallischen Geruch von Blut ein, als er in den Innereien des Tieres herumwühlte und dann den Bauch der Länge nach aufschlitzte. Die Vorstellung, dass er mich ebenso aufschneiden könnte, mit dem selben heiteren Gesichtsausdruck überwältigte mich. Ich zuckte zusammen und er warf mir einen Blick zu. Ich flüsterte Entschuldigung, bis die Zähne gegen die Kälte zusammen und zwang meine Muskeln stillzuhalten. Er begann von Neuem zu summen und zu schneiden. Während er abgelenkt war, schaute ich mich auf der Lichtung um. Dicht gewachsene Tannenbäume umgaben uns, deren Zweige vom Schnee nach unten gedrückt wurden. Die Luft roch sauber und feucht und der Schnee knirschte unter meinen Füßen. Als er den Hirsch aufgeschnitten hatte und die Eingeweide herausquollen, blickte der Psycho von dem als ob ein Messer in seiner Hand nicht schon bedrohlich genug gewesen wäre. Musste er auch noch anfangen vom Töten zu sprechen? Über den Hirsch hinweg starrten wir einander an. Nein, ich habe niemals getötet. Er hielt das Messer an der äußersten Spitze der Klinge fest und schwang es wie ein Pendel hin und her. Lügnerin. Er warf das Messer in die Luft, packte es, als es wieder herunterfiel und versenkte es bis zum Griff im Hals des Tieres. Entsetzt ließ ich den Hirsch los und fiel rücklings in den Schnee. Solange ich mich wieder hochrabbelte, sagte er kein Wort. Als ich wieder in der alten Position hockte, sah er auf den Schnitt im Bauch des Tieres, ließ den Blick zu meinem Bauch wandern und schaute mir anschließend wieder in die Augen. Ich begann zu stammeln. Als Teenager habe ich einmal eine Katze mit dem Auto erwischt. Ich habe es nicht absichtlich getan, aber ich kam spät nach Hause und ich war echt müde und dann hörte ich dieses dumpfe Geräusch und sie flog durch die Luft. Ich sah, dass sie irgendwo im Unterholz landete und hielt an. Ich bin nach Hause und erzählte meinem Stiefvater davon und er ist mit mir zurückgefahren um mit Taschenlampen weiterzusuchen aber wir konnten sie nicht finden. Er sagte mir, dass sie wahrscheinlich unverletzt nach Hause gelaufen sei. Aber am Morgen habe ich unter meinem Auto nachgesehen und da klebten jede Menge Blut und Fellstückchen an der Achse. Ich bin beeindruckt, sagte er mit einem breiten Lächeln. Ich hätte nie gedacht, dass du so drauf bist. Bin ich auch nicht. Es war ein Unfall. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast ihre Augen im Scheinwerferlicht reflektieren sehen und dich einen Moment gefragt, wie es sich wohl anfühlen würde. Und dann hast du das Gaspedal durchgedrückt. Der dumpfe Stoß beim Zusammenprall, als du wusstest, dass du sie erwischt hast, hat dir ein Gefühl der Macht gegeben. Nein, ich habe mich entsetzlich gefühlt. Würde es sich auch entsetzlich anfühlen, wenn die Katze ein Killer gewesen wäre. Wahrscheinlich war sie tatsächlich gerade auf der Jagd gewesen. Hast du schon einmal gesehen, wie eine Katze ihre Beute quält? Was, wenn die Katze krank war und kein Zuhause und niemanden hatte, der sie liebte? Würde das die Sache besser machen, Annie? Was, wenn du auf den ersten Blick erkannt hättest, dass die Besitzer sie misshandeln, ihr nicht genug zu fressen geben, sie treten? Vielleicht hast du ihr einen gottverdammten Gefallen getan, hast du jemals daran gedacht? Es hatte fast den Anschein, als sollte ich etwas billigen, das er getan hatte. Wollte er etwas zugeben oder mich nur wieder verrückt machen? Letzteres schien mir wahrscheinlicher, also bin ich mir nicht sicher, wer von uns überraschter war, als ich schließlich sprach. Hast du jemals einen Menschen getötet? Er streckte die Hand aus und liebkoste den Griff des Messers. Eine mutige Frage. Es tut mir leid, aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der so, du weißt schon, ich habe eine Menge Bücher gelesen und Filme angeschaut, aber es ist etwas ganz anderes, mit einem Menschen zu sprechen, der es tatsächlich getan hat. Und wenn du, wie du es nennst, mit einem Menschen, der es tatsächlich getan hat, reden würdest, was würdest du ihn fragen? Ich würde wissen wollen, wie fühlt es sich an, jemanden zu töten? Er legte den Kopf schräg und hob die Augenbrauen. Wir haben doch nicht vor, jemanden umzubringen. Bevor ich es abstreiten konnte, fuhr er fort, aber nicht so, wie ich es erwartet hatte. Meine Mutter starb an Krebs, Eierstockkrebs. Sie ist von innen her verfault, und am Ende konnte ich ihr sterben riechen. Er hielt eine Sekunde inne. Ich versuchte zu überlegen, was ich als nächstes fragen sollte, als er sagte, ich war erst 18, als sie krank wurde. Ihr Mann war ein paar Jahre zuvor gestorben, aber es machte mir nichts aus, für sie zu sorgen. Ich konnte mich besser als jeder andere um sie kümmern. Aber sie hat nicht aufgehört, ihm nachzuweinen, obwohl ich ihr sagte, dass er sie verlassen und sich nicht um sie gekümmert hatte, nicht so wie ich, wollte sie von mir nur, dass ich ihn finde, nach all dem, was ich für sie getan habe. Ich habe gesehen, was er ihr angetan hat, aber sie heulte ihm nach. Ich verstehe nicht, du sagtest, er sei gestorben. Was meinst du damit, dass du ihr gesagt hast, er habe sie verlassen? Er war monatelang weg und uns ging es gut. Dann ist er nach Hause gekommen und ich wusste immer, wann er kam, weil ich ihr dann half, das Kleid für ihn anzuziehen und sie schminkte sich. Ich sagte ihr, dass ich es nicht mochte, aber sie sagte ihm gefiele es. Er ließ mich noch nicht einmal mit ihnen zusammen essen. Ich wusste, dass sie mir zu essen geben wollte, aber er zwang sie zu warten, bis er fertig war. Später, nach dem Abendessen, gingen sie ins Schlafzimmer und schlossen die Tür. Aber eines Nachts, als ich etwa sieben war, machten sie sie nicht richtig zu und ich sah, dass sie weinte. Seine Hände. Seine Stimme erstarb und sein Blick ging ins Leere. Hat er sie geschlagen? Ich war immer vorsichtig, wenn ich sie berührte. Ich habe sie nie zum Weinen gebracht. Es war nicht richtig. Hat er ihr weh getan? Mit leerem Blick starrte er unbewegt auf meine Brust. Sie sah mich im Spiegel. Dann lächelte sie. Die Mundwinkel des Psychos hoben sich zu einem verzückten Lächeln. Der Mund wurde breiter, bis das Gesicht fast einer Grimasse glich. Er verharrte so lange mit dieser Miene, dass es wehtun musste. Mein Herzschlag geriet ins Stocken. Endlich sah er mir in die Augen und sagte, danach hat sie die Tür immer offen gelassen. Jahrelang hat sie die Tür offen gelassen. Als ich fünfzehn war, begann sie mich zu rasieren, sodass ich überall so weich war wie sie und wenn ich sie nachts zu sehr festhielt, wurde sie wahnsinnig. Manchmal, wenn ich geträumt hatte, musste ich das Laken verbrennen. Sie veränderte sich. Eines Tages kam ich früher aus der Schule nach Hause, aus dem Schlafzimmer kamen Geräusche. Ich dachte, er sei unterwegs, also ging ich zur Tür. Jetzt rieb er sich die Brust, als bekäme er nur Schwerluft. Er war hinter ihr und ein anderer Mann, ein Fremder. Ich ging, ehe sie mich sah, wartete draußen, unter der Veranda. Unvermittelt verstummte er und nach ein paar Herzschlägen sagte ich, unter der Veranda? Bei meinen Büchern. Da hatte ich sie versteckt. Ich durfte im Haus nur lesen, wenn er da war. Sobald er weg war, sagte sie, sie wirkten sich störend auf unsere gemeinsame Zeit aus. Wenn sie mich mit einem erwischte, riss sie die Seiten raus. Jetzt wusste ich, warum er so sorgsam mit seinen Büchern umging. Eine Stunde später, als die Männer über mir die Veranda überquerten, konnte ich immer noch ihren Duft an ihnen riechen. Er schüttelte den Kopf. Sie hätte nicht zulassen sollen, dass sie solche Dinge mit ihr taten. Sie war krank. Sie konnte nicht erkennen, dass es falsch war. Sie brauchte meine Hilfe. Und was hast du getan? Ihr geholfen? Ich musste sie retten. Uns retten, ehe sie sich so veränderte, dass ich ihr nicht mehr helfen konnte. Verstehst du? Ich nickte. Eine Woche später war sie einkaufen und ich bat ihnen, einen Ausflug mit mir zu machen, damit ich ihm eine alte Miene oben im Wald zeigen konnte. Er starrte hinunter auf das Messer im Hals des Hirsches. Als sie nach Hause kam, sagte ich, dass er seine sieben Sachen gegangen sei, er habe jemand anderes gefunden. Sie weinte, aber ich kümmerte mich um sie, genau wie am Anfang, aber jetzt war es besser, weil ich sie nicht mehr teilen musste. Dann wurde sie krank und ich tat alles, was sie wollte, alles, worum sie mich bat, alles. Als sie immer kränker wurde und mich bat, sie zu töten, glaubte sie, ich würde es ohne Umstände tun, aber ich wollte nicht, ich konnte nicht. Sie bettelte und sagte, ich sei kein richtiger Mann, dass ein richtiger Mann es schaffen würde, sie sagte, er hätte es getan, aber ich konnte einfach nicht. Während er erzählt hatte, war die Sonne verschwunden und es begann zu schneien, ein feiner weißer Staub bedeckte den Hirsch und uns, er schüttelte den Kopf und blickte vom Messer auf. Um deine Frage zu beantworten, Annie, es kann sich großartig anfühlen. Ein Moment lang wusste ich nicht, von welcher Frage er sprach, dann fiel es mir wieder ein. Ich hatte ihn gefragt, wie es sich anfühlte, jemanden zu töten. Der Psycho zog das Messer aus dem Hals. Dann schnitt er die inneren Organe heraus. Beim Geruch des rohen Fleischs kam mir die Galle hoch, aber ich wirkte sie wieder herunter. Er sagte, bleib hier, und verschwand in einem großen Schuppen an der Seitenwand der Hütte. Innerhalb weniger Sekunden kehrte er mit einer kleinen Kettensäge und einem Stück Seil zurück. Mir stockte der Atem, als er sich neben den Kopf des Hirsches kniete. Die unberührte Stille der winterlichen Wildnis wurde vom Geräusch der Säge zerrissen, die sich durch den Hals des Tieres fraß. Ich wollte wegsehen, aber ich konnte es nicht. Er legte die Säge ab, hob das Messer auf und kam zur Rückseite des Hirsches. Als er nach mir griff, zuckte ich zusammen, was ernahm mir nur die Beine aus der Hand. Dann schnitt er bei beiden Beinen mit dem Messer ein Loch durch die Ferse und stopfte das Seil hindurch. Wir zerrten den Kadaver zum Schuppen. Jeder von uns zog an einem der Vorderbeine. Ich warf einen Blick zurück. Der Hirschkadaver hatte eine Blutspur im Schnee hinterlassen. Ich werde nie den traurigen Anblick vergessen, den der Kopf des Hirsches, sein Herz und die Eingeweide boten, die dort in der Kälte lagen. Der Schuppen bestand aus solidem Metall, damit keine wilden Tiere eindrangen, und an einer Wand stand eine große Gefriertruhe. Eine Maschine, die ich für einen Generator hielt, summte laut an der Rückwand, daneben war eine Pumpe, das musste der Brunnen sein. Sechs große Fässer mit der Aufschrift Diesel standen aufgereiht an der gegenüberliegenden Wand, daneben stand ein Propangastank. Ich sah nirgends Feuerholz, woraus ich schloss, dass es woanders gelagert wurde. Er warf das Seil, das er durch die Hinterläufe des Tieres gezogen hatte, über einen Querbalken an der Decke, dann zogen wir beide so lange daran, bis der Hirsch in der Luft hin und her schwang. Ich dachte, wir hätten es geschafft, doch als er anfing, das Messer an einem Stein zu schärfen, begann ich heftig zu zittern. Er begegnete meinem Blick, bewegte das Messer mit rhythmischen Bewegungen vor und zurück, während ein Lächeln seine Lippen umspielte. Er kam auf mich zu. Ich hielt mir die Hände vor den Bauch. Unbeholfen stolperte ich in den Gummistiefeln zurück. Er blieb stehen. Was ist los mit dir? Wir müssen ihn noch häuten. Er schnitt um jeden Knöchel herum, dann nahm er ein Bein. Steh nicht so dumm rum, nimm das andere Bein. Als das Fell abgelöst war, rollte er es zusammen und steckte es in die Gefriertruhe. Dann musste ich mich draußen hinstellen, damit er mich sehen konnte, während er die Säge holte, sie zurück in den Schuppen brachte und abschloss. Ich fragte ihn, was wir mit den Innereien und dem Kopf machen würden und er antwortete, er würde sich später darum kümmern. Zurück in der Hütte stellte er fest, dass ich zitterte und befahl mir, mich neben den Ofen zu setzen, um mich aufzuwärmen. Unsere Unterhaltung schien ihn nicht weiter aufgeregt zu haben. Ich überlegte, ob ich ihn fragen sollte, ob er noch jemanden umgebracht hatte, aber allein bei der Vorstellung, was er antworten könnte, zog sich mein Magen zusammen. Stattdessen bat ich, bitte, darf ich mich waschen? Ist es denn schon Zeit für dein Bad? Nein, aber ich, dann kennst du die Antwort. Den Rest des Tages klebte das Hirschblut an mir. Es brachte meine Haut zum Kribbeln, aber ich versuchte nicht daran zu denken, an Blut, tote Hirsche oder ermordete Väter. Elfte Sitzung Wissen Sie was, Doc? Ich habe das Gefühl, dass ich meine Sache in letzter Zeit ziemlich gut mache. Gestern Nachmittag hätte ich mich am liebsten im Bett verkrochen, aber ich habe mir Emmas Leine geschnappt und bin mit ihr runter zum Strand, anstatt mit ihr wie üblich einen Ausflug nach oben in den Wald zu machen, wo wir so gut wie nie einer Menschenseele begegnen. Stattdessen waren wir regelrecht gesellig. Naja, Emma war es. Sie hat eine Schwäche für kleinere Hunde und muss jedes Mal anhalten und sie beschnüffeln. Als sie darauf bestand, mit einem Kockerspaniel Freundschaft zu schließen, Hundebesitzern. Aber verdammt, vor ein paar Wochen hätte ich die beiden eher ins Meer geschubst, als mit ihnen auch nur irgendwie zu kommunizieren. Als ich zurückkam, musste ich zuerst noch bei meiner Mom wohnen, weil mein Haus vermietet war. Ich war vielleicht erleichtert, dass sie es nicht verkauft hatten. Das war nur eine weitere Lüge gewesen, die der Psycho mir aufgetischt hatte. Zum Glück war ich so paranoid gewesen, ich könnte das Haus verlieren, dass ich die gesamte Provision vom Verkauf eines Hauses auf ein Extrakonto gepackt hatte, sodass ich ein Jahr lang die Kreditraten davon bezahlen konnte. Die Hypothekenbank hat einfach ihr Geld immer weiter abgebucht, Monat für Monat, und ich schätze, wenn irgendwann kein Geld mehr auf dem Konto gewesen wäre, hätten sie das Haus einfach zwangsversteigern lassen. Ich fragte Mom, wo meine Sachen seien, und sie sagte, »Wir mussten alles verkaufen, Annie. Was glaubst du, wo wir das Geld für die Suche nach dir hergenommen haben?« Sie machte keine Witze. Sie hatten tatsächlich alles verkauft. Ich warte immer noch darauf, dass ich irgendeine Tussi in meiner Lederjacke herumlaufen sehe. Mein Auto war nur geleast gewesen, und nachdem die Cops damit fertig waren, wanderte es sofort zurück zum Händler. Jetzt fahre ich diese Schrottkarre da draußen. Ein schickes Auto kommt mir nicht mehr so wichtig vor. Vor ein paar Tagen habe ich mit Emma auf dem Sofa geschmust, als das Telefon klingelte. Ich war nicht in der Stimmung, um mit irgendjemandem zu reden, aber ich sah Mams Nummer auf dem Display und wusste, dass sie es immer wieder probieren würde, wenn ich jetzt nicht ran ginge. Wie hatte, woraufhin ich den Rest der Nacht in meinem Schrank gekauert und mich gefragt hatte, ob ich mich jemals wieder sicher fühlen würde. Hör zu, ich habe großartige Neuigkeiten. Wayne hat eine fantastische Geschäftsidee. Ich kann dir noch keine Einzelheiten verraten, ehe alles abgeschlossen ist, aber er ist an einer richtig großen Sache dran. Man sollte meinen, dass sie endlich kapiert hätten, dass man aus Dreck kein Gold machen kann. Manchmal tat Wayne mir fast leid. Er ist kein schlechter Kerl, er ist einfach nur einer von diesen Typen, die unbedingt etwas sein wollen, aber anstatt Gas zu geben und voranzukommen, ist er so beschäftigt damit zu versuchen, die schnellste Route dorthin herauszufinden, dass er am Ende nur im Kreis fährt. Als ich ein Kind war, hat er mich ein die Ablehnung den Leuten bereits ins Gesicht geschrieben und wenn sie versuchten sich abzuwenden, sprach er eben lauter. Keine seiner Ideen wurde jemals umgesetzt. Hin und wieder tat er etwas, das mich auf den Gedanken brachte, dass er vielleicht doch kein totaler Loser war. Zum Beispiel als ich 15 war, da gab es ein Konzert, auf das ich unbedingt gehen wollte und ich sammelte ein ganzes Wochenende überall in der Stadt Altglas. Am Montag, dem einzigen Tag, an dem sie die Karten verkauften, brachte ich es fort, aber ich bekam längst nicht so viel zusammen, wie ich gebraucht hätte. Ich schloss mich in meinem Zimmer ein und weinte. Als ich schließlich wieder auftauchte, fand ich einen Briefumschlag unter meiner Tür mit Waynes Handschrift darauf und der Karte drin. Als ich versuchte, ihm zu danken, wurde er rot und sagte, mach dir keine Gedanken darüber. Sobald ich anfing, als Maklerin richtig gut zu verdienen, versuchte ich, ihnen unter die Arme zu greifen. Neue Reifen, neuer Computer, neuer Kühlschrank, selbst Bargeld für die Einkäufe im Supermarkt bekam sie von mir. Zuerst fühlte es sich gut an, ihnen helfen zu können, aber dann merkte ich, dass ich mein Geld genauso gut in ein tiefes Loch hätte werfen können. Ein Loch, das geradewegs in der nächsten schwachsinnigen Geschäftsidee mündete. Mom riss mich aus meinen Gedanken. Du sagst ja gar nichts. Tut mir leid, ich wünsche ihm, dass es klappt. Dieses Mal habe ich ein gutes Gefühl. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Deine negative Einstellung ist mir gar nicht recht, Annie. Nach allem, was der Mann für dich getan hat, nachdem du verschwunden warst, nach allem, was wir beide getan haben, könntest du ruhig ein bisschen mehr Interesse zeigen. Tut mir leid, aber ich bin gerade nicht sonderlich gut aufgelegt. Wenn du dein Haus hin und wieder mal verlassen würdest, anstatt den ganzen Tag nur Trübsal zu blasen, wärst du vielleicht auch am Telefon freundlicher. Unwahrscheinlich. Wann immer ich versuche rauszugehen, stürzt sich ein schwachsinniger Reporter auf mich, ganz zu schweigen von den Hollywood-Agenten mit ihren bescheuerten Angeboten. Sie versuchen nur, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, Annie. Und wenn diese Reporter nicht für die Interviews zahlen würden, hättest du selbst nichts zum Leben, oder? Mom schafft es immer, dass ich mir richtig mies vorkomme, besonders weil sie Recht hat. Diese Geier finanzieren tatsächlich meinen Lebensunterhalt, jetzt, wo meine Ersparnisse beinahe aufgebraucht sind. Deine 15 Minuten Ruhm sind fast vorbei, Annie. Was willst du dann machen, um an Geld zu kommen? Wovon willst du das Haus bezahlen? Vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, mal mit einem Agenten zu reden. Womöglich können sie begreifen. Mein Gott, Annie, ich habe nur eine simple Frage gestellt, deswegen brauchst du mir auch nicht gleich den Kopf abzureißen. Tut mir leid. Ich holte Tiefluft. Wir reden besser über etwas anderes, ehe ich völlig durchdrehe. Was macht ein Garten? Es gibt zwei Dinge, über die Mom liebend gern spricht. Gärtnern und kochen. Beides beansprucht viel liebevolle Aufmerksamkeit, die meine Mutter schon immer leichter und verschwenderischer den Pflanzen und dem Essen entgegen bringen konnte als mir. Ich erinnere mich, dass ich als Kind tatsächlich auf ihre Rosen eifersüchtig war, auf die Art, wie sie mit ihnen sprach, ständig nach ihnen sah und wie stolz sie war, wenn eine von ihnen bei einem lokalen Wettbewerb ausgezeichnet wurde. Es war schon schlimm genug, dass ich eine Schwester hatte, die Preise gewann, ganz zu schweigen von einer Cousine, aber wie zum Teufel sollte ich mich mit Rosen messen? Sie hat versucht, mir kochen beizubringen und ich wollte es lernen, aber mein Mangel an Talent wurde nur noch übertrumpft durch das absolute Fehlen eines grünen Daumens. Vor der Zeit auf dem Berg hatte nicht einmal eine verdammte Blumenampel eine ernsthafte Überlebenschance bei mir. und der Psycho mich nach draußen ließ, damit ich einen Garten anlegte. Beim ersten Mal war ich etwa im siebten Monat schwanger und meine Augen fühlten sich an, als würden sie vom Licht und der Schönheit des Frühlings explodieren. Ich durfte mich nicht weit von der Hütte entfernen, aber er konnte mich nicht davon abhalten, alles mit meinen Blicken aufzusaugen. Die Bäume, die uns umgaben, standen so dicht, dass ich nicht erkennen konnte, ob es um uns herum noch weitere Berge gab. Ein paar Stellen der Lichtung waren mit Gras bewachsen, aber zum größten Teil war der Boden mit Moos und Steinen bedeckt. Es musste schwer gewesen sein, hier oben eine Klärgrube anzulegen. Am Waldrand entdeckte ich ein paar Baumstümpfe, also hatte man hier in der Vergangenheit Holz Der Fluss verlief rechts von der Hütte, dort wo auch die erhöhten Beete waren, ein Stück den Abhang hinunter. An manchen Stellen wurde die Strömung langsamer, sodass sich natürliche, tiefe Badestellen bildeten. Von außen sah die Hütte richtig niedlich aus, mit den geschlossenen Fensterläden und Blumenkästen davor. Zwei Schaukelstühle standen nebeneinander auf der überdachten Veranda. Vielleicht hatten ich dachte an diese Frau, der Blumenkästen vor den Fenstern gefielen und die Erde für den Garten herbeigeschafft hatte. Ich fragte mich, was sie wohl empfinden würde, wenn sie wüsste, wer jetzt in ihrer Hütte lebte. Die Wehen setzten bei der Gartenarbeit ein. Er ließ mich nach draußen, natürlich nur unter seiner Aufsicht, um das Gemüse zu wässern und Unkraut zu jäten. Das Gemüse gedieb prächtig und ich hätte den ganzen Tag damit zubringen können, im Garten zu arbeiten. Ich war fasziniert davon, dass die kleinen Samen, die ich pflanzte, zu Karotten, Tomaten und Bohnen heranwuchsen, während ich in meinem Bauch meine eigene Frucht heranzog. Genau genommen war es auch seine, aber diesen Gedanken ließ ich nicht zu. Ich wurde ziemlich gut darin, über bestimmte Dinge nicht nachzudenken. Das Einzige, das ich anscheinend niemals aufgeben konnte, war meine Sehnsucht nach einfachen, liebevollen Berührungen. Ich hatte nicht gewusst, wie wesentlich es für mein Wohlbefinden war, bis ich keine Emma mehr zum Kuscheln, keinen Luke zum Schmusen hatte und selbst auf die seltenen Umarmungen meiner Mom verzichten musste. Wann immer der Psycho an mir vorbeikam, nahm er mich in die Arme, tätschelte meinen Bauch oder streichelte meinen Rücken und er legte immer noch jeden Abend die Arme um mich. Am Anfang ekelten diese Berührungen mich an, aber als die Monate verstrichen, konnte ich meine Gefühle so weit ausschalten, dass ich seine Umarmung erwidern konnte, ohne etwas dabei zu empfinden. Zu anderen Zeiten war die Sehnsucht nach Berührung so groß, dass ich mich an ihn lehnte, wenn er mich umklammerte und mir mit fest geschlossenen Augen einredete, er sei jemand, den ich liebte. Ich hasste mich selbst dafür. Jeden Tag musste das Wasser für den Garten mit dem Eimer vom Fluss herauf gebracht werden, aber es machte mir nichts aus, weil ich dann meine Hände in das kühle Nass tauchen und mir das Gesicht abspülen konnte. Es war beinahe Mitte Juni und ich nahm an, dass ich fast im neunten Monat sein musste, aber ich war so kugelrund, dass ich mich manchmal fragte, ob ich nicht vielleicht schon über den Termin hinaus war. An diesem bestimmten Tag schleppte ich einen großen Eimer den Hügel hinauf und wollte ihn gerade hochheben, um das Wasser über die zu schöpfen. Während ich mir mit einer Hand den Rücken massierte, spürte ich einen krampfartigen Schmerz in meinem Bauch. Ich ignorierte ihn zunächst und versuchte, den Eimer hochzuheben. Der Schmerz traf mich erneut, dieses Mal heftiger. Ich wusste, dass er sauer werden würde, wenn ich meine Pflichten nicht erledigte, also doch zuvor überprüfte er, ob alle Pflanzen genug Wasser bekommen hatten. Kaum hatten wir die Hütte betreten, hatte ich das Gefühl zu zerfließen und dann ran warme Flüssigkeit an meinen Beinen herunter auf den Boden. Der Psycho hatte alle Bücher mit mir zusammen gelesen, also wusste er, was geschehen würde, aber er verzog entsetzt das Gesicht und blieb wie angewurzelt an der und wartete darauf, dass er mich deswegen anschnauzen würde. Doch als die Farbe aus seinem Gesicht wich, begriff ich, dass ich darauf wohl lange warten konnte. Obwohl ich selbst zu Tode erschrocken war, musste ich ihn beruhigen. Ich brauchte seine Hilfe. Das ist vollkommen normal. Alles wird gut gehen. Er begann sich zu bewegen. Ein Schritt in die Hütte hinein, dann raus, dann wieder hinein. Ich musste ihn dazu bringen, sich zu konzentrieren. Kann ich ein Bad nehmen? Ich glaube, es würde helfen. Noch immer sprachlos rannte er ins Badezimmer und ließ ein Bad für mich einlaufen. Ich hatte das Gefühl, in diesem Moment hätte er zu allem Ja gesagt. Als die Wanne voll war, ließ ich meinen gewaltigen Körper in das warme Wasser gleiten. Der Psycho lehnte sich gegen das Waschbecken. Sein Blick huschte überall herum. Er fasste alles außer mir. Er ballte die Hände zu Fäusten und lockerte sie wieder, als würden sie nach Luft schnappen. Mit ruhiger Stimme sagte ich, du musst für mich das Bettzeug vom Bett ziehen und ein paar Handtücher drauf legen. Okay? Er stürzte aus dem Raum. Dann hörte ich, wie er im Wiesen hatte und konzentrierte mich auf meine Atmung anstatt auf den Gedanken, dass ich in einer Berghütte niederkommen würde, mit keinem anderen Beistand als einem ausgeflippten Irren. Als das Wasser beinahe kalt war und die Wehen schneller aufeinander folgten, rief ich nach ihm. Er hatte sich draußen im Schlafbereich versteckt. Mit seiner Hilfe stieg ich aus der Badewanne und trocknete mich ab. Die Wehen waren inzwischen heftig und häufig und ich musste mich auf ihn stützen, um nicht zu fallen. In der Hütte war es kalt und ich bekam eine Gänsehaut. Hast du Lust, den Ofen anzumachen, während ich mich hinlege? Nachdem ich mich vorsichtig hingelegt und ein Kissen hinter meine Schultern gestopft hatte, erinnere ich mich an nicht sehr viel anderes als an die heftigen Schmerzen. Der Psycho benahm sich wie der Ehemann in einer Fernsehkomödie, lief hin und her und hielt sich jedes Mal, wenn ich schrie, die Ohren zu. Während ich mich im Bett krümmte und in das verdammte Kissen biss, hockte er in der Ecke, den Kopf zwischen die Knie geklemmt. In allen Büchern hieß es, dass ich erst beginnen sollte zu pressen, sobald ich spürte, dass ich kurz davor war, aber zum Teufel, jede Faser meines Körpers drängte mich ständig zu pressen. An große Teile der eigentlichen Geburt kann ich mich nur noch vage erinnern, aber ich glaube, ich lag ein paar Stunden in den Wehen, eine glückliche Erstlingsgeburt und eines der wenigen Dinge auf dem Berg, für die ich dankbar bin. Ich erinnere mich, dass ich ihn dazu gebracht habe, sich zwischen meine Beine zu kauern und dem Baby heraus zu helfen. Er war blass und sein Gesicht schweißbedeckt und ich fragte mich, warum zum Teufel er eigentlich so schwitzte, schließlich erledigte ich die ganze Arbeit. Als das Baby schließlich kam, tat es höllenmäßig weh. Aber gleichzeitig fühlte es sich unglaublich gut an. Mit verschwommenem Blick sah ich flüchtig, wie der Psycho das Baby weit von sich weg in die Luft hielt. Mist, er wusste nicht, was er als nächstes tun sollte, und das Baby hatte noch nicht geschrien. Du musst ihm das Gesicht sauber wischen und es auf meinen Bauch legen. Ich schloss die Augen und ließ meinen Kopf zur Seite rollen. Das winzige Wimmern wurde zu einem richtig lauten Geschrei und ich riss die Augen auf. Gott, was für ein unglaubliches Geräusch. Es war das erste lebende Wesen, das ich außer ihm seit mehr als neun Monaten hörte. Und ich begann zu weinen. Als ich die Arme hob, reichte er mir rasch das Baby, als sei er froh, sich der Verantwortung entledigen zu können. Ein Mädchen. Ein schleimiges, blutiges, nasses, verschrumpeltes Mädchen. Nie zuvor hatte ich etwas Schöneres gesehen. Hallo Kleines, willkommen in der Welt, sagte ich. Ich liebe dich, flüsterte ich ihr zu und küsste sie sanft auf die Stirn. Ich blickte auf und er starrte zu uns herunter. Er sah nicht länger entsetzt aus, sondern stocksauer. Dann drehte er sich um und verließ die Hütte. Sobald er verschwunden war, kam die Nachgeburt. Ich lag erschöpft mit dem Baby auf dem Bauch in der klebrigen Masse. Die Nabelschnur musste durchgeschnitten werden. Wenn er nicht bald zurückkäme, musste ich versuchen, sie durchzubeißen. Während ich wartete, untersuchte ich sie und zählte ihre Finger und Zehen. Sie war so klein und zart und obwohl ihr dunkles Haar fast lächerlich weich und seidig war, hatte es genau dieselbe Farbe wie meins. Nach etwa fünf Minuten kam er zurück und als er auf mich zukam, war ich froh, dass er nicht länger wütend aussah, sondern nur desinteressiert. Dann sah ich das Jagdmesser in seiner Hand. Das Desinteresse wurde zu entsetzen, als er die Nachgeburt zwischen meinen Beinen sah. Ich muss die Nabelschnur durchschneiden, sagte ich, aber er blieb stocksteif stehen. Langsam streckte ich meine freie Hand aus und genauso langsam reichte er mir das Messer. Ich hob das Baby hoch, um die Nabelschnur zu durchtrennen. Kaum war ich damit fertig, da begann sie zu quäken und dieses Geräusch riss dem Psycho aus seiner Trance. Seine Hand schoss nach vorn und riss mein Handgelenk zurück, bis das Messer auf das Bett fiel. Ich wollte es zurückgeben. Er griff danach und beugte sich zu mir. Ich packte das Baby und versuchte mich im Bett zusammen zu krümmen. Er hielt inne. Ich rührte mich nicht. Ohne den Blickkontakt abzubrechen, wischte er das Messer mit einem Handtuchzipfel ab. Er hielt das Messer ins Licht, nickte und ging dann in die Küche. Er half mir, mich zur Seite zu drehen und bezog das Bett neu. Während er die Utensilien wegräumte, versuchte ich, ihr einen Nippel in den Mund zu schieben, aber sie nahm ihn nicht. In den Büchern hatte ich gelesen, dass sie manchmal eine Weile brauchen, also versuchte ich es nach einiger Zeit noch einmal. Als ich ihr dieses Mal den Nippel in den Mund schob, kam eine wasserähnliche gelbe Flüssigkeit heraus. Ihr kleiner rosenförmiger Mund öffnete sich und endlich begann sie zu saugen. Mit einem Seufzer der Erleichterung blickte ich auf, gerade als der Psycho mit einer Baby Decke zum Bett kam. Sein Blick fiel geradewegs auf das Baby, das an meiner nackten Brust trank. Er errötete und wandte hastig den Blick ab. Die Augen starr auf die Wand gerichtet warf er mir die Decke zu und sagte bedeck dich damit. Ich legte die Decke über meine Schultern und das Baby, gerade als es ein lautes schmatzendes Geräusch machte. Er trat ein paar Schritte zurück, dann drehte er sich abrupt um und ging ins Badezimmer. Bald darauf hörte ich, wie die Dusche angestellt wurde. Das Wasser rauschte sehr lange. Als er zurückkam, war er still. Er stand am Fußende des Bettes und starrte mich an. Ich hatte gelernt, ihm nicht in die Augen zu schauen, wenn er in solch einer Stimmung war. Also tat ich, als würde ich dösen. Ich konnte ihn immer noch durch die Wimpern erkennen. und ich hatte erlebt, wie er vollkommen dicht machte. Aber das hier war anders. Er sah nachdenklich aus. Ich schloss meine Tochter fest in die Arme. Zwölfte Sitzung. Heute bin ich total merkwürdig drauf, Doc. Bin nervös, mache mir über alles mögliche Gedanken und suche nach Antworten, nach Gründen, nach irgendetwas, an das ich zertreut und zertrümmert bin. Aber wahrscheinlich ist Ihnen das auch schon aufgefallen. Gleich nachdem das Baby geboren worden war, warf mir der Psycho ein paar Stoffwindeln zu, außerdem Strampelanzüge und Decken. Fast eine Woche lang sprach er kaum mit mir. Er ließ mich nur zwei Tage im Bett ausruhen. Am ersten Tag, als ich weinen war, wurde mir beim Abwaschen schwindelig und er erlaubte mir, mich einige Minuten hinzusetzen. Aber danach musste ich alles noch einmal abwaschen, weil das Wasser kalt geworden war. Nie fasste er das Baby an. Doch wenn ich sie wickelte oder badete, passte er genau den Moment ab, um mir etwas anderes zu tun zu geben. Wenn ich ihre Wäsche zusammen legte, musste ich hinzulegen und ihn zu bedienen. Nur wenn ich sie stillte, ließ er uns in Ruhe. Ohne genau zu wissen, was ihn so wütend machte, nahm ich sie auf den Arm und beruhigte sie, sobald sie auch nur den leisesten Pieps von sich gab. Doch sein Blick wurde finster. Er erinnerte mich an eine Viper, die darauf wartete, zuschnappen zu können. Und hatte er noch immer kein Wort darüber verloren, wie sie heißen sollte. Also fragte ich ihn, ob ich ihr einen Namen geben dürfte. Er warf ihr einen Blick zu und sagte Nein. Doch später flüsterte ich ihr einen geheimen Namen in das winzige Ohr. Das war alles, was ich ihr geben konnte. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie er mit seiner Eifersucht gegenüber seinem Adoptivvater umgegangen war. Wenn er in der Hütte war, achtete ich darauf, dass ich so tat, als wäre mir das Baby gleichgültig und als würde ich mich nur um das Nötigste kümmern. Glücklicherweise war sie ein zufriedenes Baby, das nicht viel jammerte. Doch sobald er zur Arbeit nach draußen ging, nahm ich sie von der Decke und betrachtete jedes Fitzelchen von hatte, war ich überrascht, zu wie viel Liebe meiner Tochter gegenüber ich fähig war. Manchmal hielt ich meine Nase an ihren Hals und sog ihren frischen und süßen Duft ein, das reinste, was ich je gerochen habe. Jedes zarte Stückchen von ihr ließ mein Herz zittern und ich empfand den überwältigenden Drang, sie zu beschützen. Die Intensität meiner Gefühle erschreckte Der Psycho badete mich immer noch jeden Abend, doch er berührte nie meine Brüste. Nach dem Bad stillte ich sie auf dem Bett, während er das Badezimmer putzte. Wenn sie satt war, legte ich sie in das Bettchen, das er für sie an das Fußende unseres Bettes gestellt hatte. Es war nur ein Weidenkorb mit ein paar Decken darin, wie ein Hundekorb, aber Anfang keinen Schlaf bekommen hätten und mir erging es nicht anders. Aber nicht wegen des Babys. Sie wachte nachts nur einmal auf, sondern weil ich solche Angst hatte, was er tun würde, wenn sie ihn aufweckte. Ich wurde geschickt darin, beim ersten Anzeichen, dass sie aufwachte, vorsichtig zum Fußende zu rutschen. Wie eine Hündin, die ihre Welpen säugt, hängte ich meine Brust mit pochendem Herzen vollkommen still. Sobald sein Atem wieder gleichmäßig ging, glitt ich wieder nach oben. Nachdem ich sie hingelegt hatte und wir ins Bett gingen, untersuchte er mich und cremte mich vorsichtig an den intimsten Stellen ein. Wenn ich zusammen zuckte, hielt er inne und machte ein mitfühlendes Gesicht. Er sagte, wir müssten sechs Wochen warten, ehe wir wieder Liebe machen könnten. Das Eincremen war weniger schmerzhaft als Geschlechtsverkehr mit ihm, aber beunruhigender. Manchmal konnte ich mich tatsächlich dazu zwingen, keine Reaktion zu zeigen, obwohl es wehtat, wenn er mich eincremte, sodass er weitermachte. Schmerzen waren für mich normal geworden. Als sie etwa mehr als eine Woche alt war, war ich gerade am kochen und brauchte dazu beide Hände, also sagte, ich nehme sie. Nachdem ich sie ihm vorsichtig in den Arm gelegt hatte, spazierte er mit ihr umher und mein Herz hämmerte mir in der Kehle. Er setzte sich ans Ende des Bettes. Sie begann zu wimmern und ich ließ fallen, was ich in der Hand hatte und stellte mich vor ihn. Tut mir leid, dass sie dich gestört hat. Ich lege sie in ihr Bettchen. Havismädchen für mich sein, nicht wahr? Sie wurde ruhig und er lächelte. Ich kehrte zum Herd zurück, aber meine Hände zitterten so heftig, dass ich kaum im Topf rühren konnte. Zuerst starrte er nur auf sie herunter, doch dann wickelte er sie aus der Decke und zog ihr den Strampelanzug aus, sodass sie nur in ihrer Windel auf seinem Schoß lag. Ich hatte Angst, dass sie womöglich anfangen könnte zu brüllen, aber sie wackelte in der kühlen Luft nur mit den Armen und Beinen. Er inspizierte sie, packte einen Arm und bog ihn langsam nach hinten. Obwohl er dabei nicht brutal vorging, verkrampfte ich mich am ganzen Körper, weil ich darauf wartete, dass ihr Weinen den Raum füllte, aber sie blieb ruhig. als hätte er nie zuvor ein Baby gesehen. Sein Gesicht war ruhig, die Miene eher neugierig und er war vorsichtig, als er ihr etwas sabber vom Kinn wischte. Er lächelte sogar, aber der Drang, zu ihm zu gehen und sie ihm aus den Armen zu reißen, war gewaltig. Nur die Angst vor den Konsequenzen hielt mich zurück. Endlich war das Abendessen fertig und mit weichen Knien ging ich zu ihnen, streckte die Arme nach ihr aus und sagte, dein Essen ist fertig. Das ließ er sich nicht zweimal sagen. Und als er sie mir zuwarf, tauchte ein Ausdruck in seinem Gesicht auf, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Er ließ sie los. Den Bruchteil einer Sekunde schien sie in der Luft zu schweben, dann fiel sie. Ich stürzte nach vorn und fing sie auf, kurz bevor sie auf dem Boden aufschlug. Mein Herz hämmerte so heftig, dass es wehtate, als ich sie an mich drückte. Er lächelte und stand auf, um zu essen. Zwischen zwei Bissen hielt er inne und sagte, ihr Name ist Juliet. Ich nickte, aber auf keinen Fall würde ich sie so nennen wie seine verrückte Mom. Insgeheim sprach ich sie mit ihrem geheimen Namen an und außer ihnen habe ich keinem Menschen erzählt, wie er sie genannt hat. Wenn ich im Garten arbeitete, erlaubte er mir, sie mit nach draußen zu nehmen. Dann hüllte ich sie in eine Decke, die ich um den Hals trug. Ich liebte es, mit ihrem Freien zu sein, das Gemüse, das ich ausgesät hatte, wachsen zu sehen, oder einfach nur mit den Händen über den weichen Pflaumen auf dem Kopf meines Babys zu streichen. Der Psycho wollte, dass ich die Schaukelstühle auf der Veranda frisch anstrich, und ich nahm sie mit hinunter zum Fluss, wo ich an ihnen arbeitete, während ich mit meiner Tochter zusammen die Sonne Tage, an denen ich wünschte, ich hätte einen Skizzenblock gehabt, um den Kontrast zwischen der milchig-weißen Haut meiner Tochter und ihren Smaragd grünen Augen festzuhalten. Doch als ich dem Psycho um einen Skizzenblock bat, sagte er Nein. Weil es warm war, musste ich alle paar Tage die Wäsche am Fluss waschen. Er legte großen Wert darauf, Wasser zu sparen. Das dämliche Bad, das ich jeden Abend nehmen musste, verbrauchte literweise Wasser, aber ich sagte nie ein Wort. Es gefiel mir, dass die Kleidung hinterher nach Flusswasser und Sonne roch. Das erste Mal bemerkte ich die Wildente, als das Baby ein paar Tage alt war. Sie schwamm am Rand des Flusses herum, wo das Wasser langsamer floss. Die ersten paar Male, wenn ich zum Fluss hinunterging, um Wäsche zu waschen oder einfach nur am Ufer zu sitzen, flog die Ente davon, sobald sie mich erblickte. Aber eines Tages, als mein Baby etwas älter war, saß ich auf einem Stein, um ein paar Laken auszuwaschen. Ich genoss das Gefühl des kalten Wassers an den Händen und die Ente paddelte herum und pickte im Wasser nach Futter. Der Psycho kam herunter und gab mir etwas Brot. Die Geste überraschte mich, aber ich war glücklich, dass er mir erlaubte, die Ente zu füttern. Im Laufe der nächsten Tage lockte ich die Ente mit dem Brot immer dichter heran und bald fraß sie mir aus der Hand. Ob sie wohl irgendwann einmal über mein Haus geflogen war? Sie erinnerte mich an das Leben jenseits meiner begrenzten Existenz und jeden Tag konnte ich es kaum Routinierte Gleichgültigkeit wurde mir zur zweiten Natur. Ich hatte auf die harte Tour gelernt, dass ich dem Psycho nur wissen lassen brauchte, dass mir etwas gefiel und schon war es vorbei damit. Er ließ uns niemals aus den Augen oder ließ zu, dass wir uns zu weit von ihm entfernten. Aber am Fluss ließ er uns gewöhnlich allein. Manchmal gelang es mir sogar, seine Gegenwart genügend auszublenden, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich mich an einem typischen Sommertag einfach nur am Fluss entspannte und über meine Tochter lächelte, die immer mehr von der Welt um sich herum wahrnahm. Als sie zwei Wochen alt war, kam der Psycho zum Fluss herunter und hockte sich neben mich. Sobald die Ente ihn sah, wich sie zurück und schwamm zur Mitte des natürlichen Beckens. Der Psycho versuchte sie mit Brot zu sich zu locken, aber die Ente ignorierte ihn und der Hals des Psychos rötete sich. Schließlich ließ er das Brot fallen und ging zurück zur Hütte mit der Bemerkung, er müsse etwas fürs Abendessen vorbereiten. Die Ente kam auf der Stelle zurück. Ich hörte eine ohrenbetäubende Explosion und ihr wunderschöner Kopf wurde vor meinen Augen weggerissen. Federn flatterten durch die Luft und landeten auf mir, auf dem Baby, auf dem Fluss. Ich sprang auf und fuhr herum. Der Psycho stand mit einem Gewehr in der Hand auf der Veranda. Bring sie rein! Das Wimmern des Babys drückte meine eigenen Gefühle aus, als ich in den Fluss wartete und das packte, was von der Ente übrig geblieben war. An jenem Tag lernte ich, wie man eine Ente rupfte. Tränen stiegen mir in die Augen. Mit jeder Feder, die ich aus dem Leib der Ente rupfte, wuchs mein Schuldgefühl. Wenn ich sie nicht gezähmt hätte, wäre sie noch am Leben. Als wir uns hinsetzten, um gegrillte Ente zum Abendessen zu verspeisen, saß ich stocksteif da. Der Psycho hatte mir gegenüber Platz genommen und zwischen uns, auf einem großen Teller, lag meine Ente. Als ich ihm dabei zusah, wie er mein Symbol der Freiheit zerstückelte, hasste ich ihn wie nie zuvor. Meine Hand schaffte es nicht, die Gabel zum Mund zu führen. Es dauerte nicht lange, bis es ihm auffiel. Isst dein Abendessen, Annie. Das Einzige, was ich bewegte, waren die Tränen auf meinem Gesicht. Der Psycho packte eine Handvoll Fleisch, kam zu mir herüber, zwang meinen Mund auf und schob es hinein. Mit der anderen Hand hielt er meinen Hinterkopf fest, sodass ich mich nicht wegdrehen konnte. Und sobald er mir den Mund vollgestopft hatte, presste er die Hand über meine Lippen. Ich aß meine Ente. Ich musste es tun. Letzte Nacht ist es mir verdammt schwer gefallen, nicht in den Schrank zu kriechen, Doc. Mein Zimmer war so dunkel und ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nach mir griff. Die gute Nachricht ist, dass ich letzte Nacht nicht im Schrank geschlafen habe. Die schlechte ist, dass es ziemlich viele beschissene Nachtsendungen im Fernsehen gibt. Allerdings hatte ich so genügend Zeit, um über Angst und all das nachzudenken, was sie mir über posttraumatische Belastungsstörungen erzählt haben und dass sie sich auf verschiedene Arten zeigen können. Aber ich kann ihnen immer noch nicht sagen, warum ich mich sicherer fühle, wenn ich im Schrank schlafe. Ich weiß nur, dass ich mich im Bett irgendwie ungeschützt fühle. Ich scheine einfach das überwältigende Gefühl nicht abschütteln zu können, dass ich immer noch nicht in Sicherheit bin. Ich weiß, dass das bescheuert ist, weil die Cops mich ständig auf dem Laufenden halten, was die Ermittlungen angeht. Besonders der eine, Gary. Mann, der arme Kerl wünscht sich vermutlich, er hätte mir nie seine Handynummer gegeben. Und sie haben mir gesagt, dass ich nicht länger in Gefahr bin. Was sollen sie auch sonst sagen? Das ist ihr verdammter Job, Menschen zu beschützen und so Mist. Also warum zum Teufel? Bitte verschonen sie mich mit ihrem das ist ganz normal bei ihrer Geschichte Kram. Sehen sie, ich habe begriffen, dass ich mit riesigen Blockaden und Ängsten nach Hause gekommen bin. Wie gesagt, ich habe über alles nachgedacht, was sie mir erzählt haben und sogar selber im Internet recherchiert. Verdammt, ich hatte gehofft, dass zu werden, ich sei immer noch nicht sicher, dass irgendjemand oder irgendetwas da draußen ist, um mich zu holen. Keine Sorge, ich erwarte jetzt keinen Therapeutengeschwafel als Antwort. Denken sie darüber nach. Vielleicht habe ich es schon selbst herausgefunden, wenn sie in ein paar Wochen aus ihren Ferien zurück sind. Wäre doch nett, wenn es so einfach wäre. 13. Sitzung Schön, dass Sie wieder da sind, Doc. Zumindest eine von uns ist erholt. Ganz bestimmt brauchten sie dringend eine Pause nach den ganzen Horror Geschichten. Sie sind gut darin, es zu verbergen, aber ich weiß, dass es ihnen nahe geht. Wie gesagt, ich freue mich, dass sie eine schöne Zeit hatten, aber noch wesentlich mehr freue ich mich, dass sie wieder da sind. Letzte Woche hätte ich sie echt gebraucht. Ich habe meinen Ex gesehen, im Supermarkt, als er gerade mit irgendeiner Frau Äpfel aussuchte. Verdammt, die Art, wie er sie angelächelt hat, hat mich umgebracht. Und wie sie dann den Kopf zurückgeworfen hat, in diesem eng anliegenden weißen Rollkragen Pullover und den Designer Jeans und über irgendeine Bemerkung von ihm gelacht hat. Ehe sie mich entdecken konnten und Lukes schönes Lächeln lassen, bin mit gesenktem Kopf raus und in meinen Wagen gesprungen. Trotz meiner Verzweiflung, so schnell wie möglich von da weg zu kommen, versuchte ich, die Reifen nicht quietschen zu lassen, hielt hinter dem Laden an, weit weg von den anderen Autos, legte den Kopf auf das Lenkrad und heulte mir Ich weiß, dass ich mir für ihn wünschen sollte, dass es ihm gut geht, aber muss es ausgerechnet jemand wie sie sein? Miss Perfekte Blondine mit ihrem weißen Rollkragen. Früher habe ich auch solche Klamotten getragen wie sie. Früher wollte ich solche Sachen tragen. Ich frage mich, ob diese Frau alles über mich weiß. Vielleicht tue ich ihr leid? Oh Gott, ich hoffe nicht. Das kriege ich allein schon wunderbar hin. Nachdem der Psycho die Ente umgebracht hatte, war es, als wäre ein Teil von mir herausgerissen worden und hätte ein schwarzes Loch hinterlassen. Entsetzen überkam mich und schien wie eine riesige Faust mein Herz und meine Eingeweide zu umklammern. Wann immer ich beobachtete, wie er meine Tochter hochnahm, sie untersuchte oder auch nur an ihrem Korb vorbeiging, drückte die Faust fest dazu. Eines Morgens greinte sie in ihrem Bett und ich wollte sie gerade auf den Arm nehmen, als er mir zuvor kam. Sie war immer noch in ihre Decke gewickelt, als er sie hoch riss. Er hielt sein Gesicht ganz nah an Iris und sagte Hör auf. Ich hielt den Atem an, aber sie war ruhig und er lächelte voller Stolz. Sie gehorcht gut, sagte er, aber in diesem Alter sind ihre Gehirne die reinsten Schwämme, die nur zu leicht von der Gesellschaft vergiftet werden können. Es ist gut, dass sie hier ist. Hier wird sie wahre Werte lernen, Werte, die ich ihr beibringen werde. Aber vor allem wird sie Respekt lernen. Wie zum Teufel sollte ich darauf reagieren? Manchmal versuchen Kinder, die Grenzen auszutesten und vielleicht bringen willst. Aber das bedeutet nicht, dass sie dich nicht respektiert. So etwas machen Kinder eben. Nein, das machen Kinder eben nicht. Die Eltern lassen es ihnen durchgehen. Das Gespräch schien ihnen nicht aufzuregen, also sagte ich, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ein Kind neugierig ist und die Autorität der Erwachsenen auf die Probe stellt. Du hast mir erzählt, dass die Frauen, die du vorher kanntest, immer schlechte Entscheidungen in Bezug auf Männer und ihre Berufe getroffen haben, aber vielleicht haben sie nur rebelliert, weil sie nicht selbst entscheiden durften, als sie jünger waren. Immer noch ruhig, sagte er, hat das deine Mutter getan? Dich zum eigenständigen Denken erzogen? Nein, aber darum möchte ich, dass meine Tochter ein besseres Leben hat. Möchtest du nicht, dass dein Kind es besser hat als du? Er hörte auf, sie zu wiegen. Was willst du damit sagen? Nichts! Ich mache mir nur Sorgen, dass du womöglich Erwartungen hast, die... Oh ja, ich habe Erwartungen, Annie. Ich erwarte von meiner Tochter, dass sie ihren Vater respektiert. Ich erwarte von meiner Tochter, dass sie eines Tages zu einer Dame heranwächst. Keine Hure, die die Beine für jeden Mann breit macht, der vorbeikommt. Weißt du, was mit Mädchen geschieht, die mit der Vorstellung aufwachsen, sie könnten tun, was immer ihnen gefällt? Ich habe eine Weile in einem Holzfällerlager gearbeitet, und da gab es eine Hubschrauberpilotin. Sie sagte, ihr Vater habe ihr erklärt, dass sie werden könnte, was immer sie wollte. Er war ein Dummkopf. Als ich sie kennenlernte, hatte ihr Freund, einer der dämlichen Holzfäller im Camp, sie gerade sitzen gelassen. Sechs Monate lang ließ ich sie ihre jämmerlichen Tränen an meiner Schulter ausweinen. Irgendwann sagte sie, sie wünschte, sie könnte einen netten Mann finden, also lud ich sie ein, aber sie sagte, sie sei noch nicht so weit. Ich wartete. Eines Tages erzählte sie mir, sie würde einen Spaziergang machen, allein, aber ein paar Minuten später sah ich ihn das Camp verlassen und ich folgte ihm. Es schaukelte das Baby immer schneller und es begann zu wimmern. Sie lagen im Wald auf einer Decke und sie ließ zu, dass dieser Mann, der sie wie Müll weggeworfen hatte, Dinge mit ihr machte. Ich wartete, bis er gegangen war und versuchte würde, aber sie sagte, ich solle mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern und ließ mich stehen. Sie ließ mich einfach stehen. Nach allem, was ich getan hatte, um sie zu beschützen, wollte sie zurück zu diesem Mann. Ich musste sie retten. Sie ließ mir keine andere Wahl. Er hielt das Baby fest umklammert und ich trat auf ihn zu und streckte die Arme aus. wüsste er nicht, wie sie dort hingekommen war. Er schob sie in meine Arme, ließ sie dabei fast fallen und ging zur Tür. Mit der Hand am Türrahmen sagte er über die Schulter gewandt, wenn sie eine von denen wird. Er schüttelte den Kopf. Das kann ich nicht zulassen. Dann knallte er die Tür hinter sich zu und überließ es mir, das Baby zu beruhigen, während und ohne ein Wort darüber zu verlieren, wohin er ging. Meine Erleichterung wich schnell dem Entsetzen, er würde nie wieder zurückkommen. Mit bebenden Fingern durchsuchte ich die Hütte von oben bis unten, aber es gab keinen Weg hinaus. Am nächsten Tag war er wieder da, und ich hatte immer noch keine Ahnung, wie ich mein Kind aus dieser Hölle herausbringen sollte. Wo immer er gewesen Lungenentzündung bekäme und sterben würde. Am zweiten Tag wurden die Hustenanfälle des Psychos immer schlimmer und ich fragte, hast du irgendwelche Medikamente? Als hätte ich gedroht, ihm auf der Stelle irgendetwas einzuflößen, packte er meinen Arm. Medikamente sind Gift. Die Hand an meinem Arm glühte vor Fieber. Vielleicht solltest du in die Stadt fahren und einen Arzt. Ärzte sind umgebracht. Die haben sie mit Gift voll gepumpt und sie wurde immer kränker. Sie haben sie umgebracht. Nach ein paar Tagen hörte er auf zu husten, aber jetzt begann das Baby nachts zu schreien. Wenn ich sie anfasste, fühlte sie sich warm an. Einmal ließ er mich nicht zu ihr, sondern sagte, lies weiter, sie will nur Aufmerksamkeit. Ich wollte mich um meine Tochter kümmern und ich wollte uns beide am Leben erhalten. Ich las weiter. Ihr Wimmern wurde lauter. Er riss mir das Buch aus der Hand. Bring sie zum Schweigen oder ich werde es tun. Meine Stimme war so ruhig, wie ich nur konnte, als ich sie aus dem Bett hob und sagte, ich glaube, sie wird auch krank. Ihr geht es gut. Du musst nur lernen, sie zu bändigen. Er vergrub den Kopf unter dem Kissen. Ich hatte das irrsinnige Verlangen, zu ihm zu gehen und mit meinem ganzen Gewicht das Kissen nach unten zu drücken. Am nächsten Morgen wurde ich früher als üblich von ihrem Weinen wach. Ich nahm sie hoch und lief mit ihr auf Zehenspitzen umher. Aber es war zu spät. Der Psycho sprang aus dem Bett und warf seine Klamotten über, während er mich anstarrte. Es tut mir leid, aber ich glaube, sie ist wirklich krank. Er stürmte nach draußen. Ich legte mich wieder ins Bett und wollte sie stillen, aber jedes Mal, wenn ich versuchte, sie zu füttern, wandte sie den Mund von meinem Nippel ab. Ihre Haut fühlte sich heiß an und die Wangen schlach und sich in den Schlaf weinte. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich mich so hilflos gefühlt. Ich hatte Angst, was der Psycho tun würde, wenn ich es ihm erzählte, aber ich musste ihr irgendwie helfen. Das Baby ist wirklich krank. Es braucht einen Arzt, sagte ich, sobald er wieder hereinkam. Er warf mir einen kurzen Blick zu. Mach das Frühstück. Während des Frühstücks begann sie in ihrem Korb zu weinen und ich wollte schon zu ihr gehen, doch er hielt seine Hand hoch und sagte, Stopp, wenn du jetzt zu ihr gehst, bestärkst du sie nur in ihrem schlechten Benehmen. Iss auf. Ihr Gebrüll zerriss die Luft und wenn sie nach jedem kräftigen Schrei einatmete, meinte ich, ein feuchtes Rasseln in ihrer Brust zu hören. Es geht ihr nicht gut, können wir bitte mit ihr zum Arzt fahren, du kannst mich im Van fesseln und mit ihr hineingehen. Er kaute langsam, wischte sich den Mund mit der Serviette ab, nahm einen Schluck Wasser und sagte, Ärzte stellen Fragen. Ich weiß, aber du bist klüger als jeder Arzt, du wirst wissen, was du sagen musst, damit niemand Verdacht schöpft. Genau, ich bin klüger als jeder Arzt und deshalb weiß ich, dass sie keinen braucht. Er stapfte auf ihr Bett zu und ich folgte ihm auf den Fersen. Er hob die Stimme, damit er gegen ihr Gebrüll ankam und sagte, man muss ihr nur etwas Respekt beibringen. Als er sie aus dem Bett hochhob, betete ich, dass sie sich für ihn beruhigen würde, aber als er sie wiegte, wurde ihr Geschrei nur noch verzweifelter. Bitte gib sie mir, ich streckte meine zitternden Hände aus, bitte, sie hat Angst. Einen Augenblick starrte er mich an, das Gesicht puterrot vor Zorn, und dann waren seine Hände in der Luft und sie fiel. Ich schaffte es, sie aufzufangen, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Knie. Entweder vor Überraschung oder weil endlich die Müdigkeit gesiegt hatte, gab das Baby nur noch ein paar erschöpfte Hixer von sich und wurde in meinen Armen still. Er ging in die Knie, bis sein Gesicht dicht vor meinem war. Du hast meine Tochter gegen mich aufgehetzt. Das ist nicht gut, Annie. Für eine lange quälende Minute bohrte er seinen Blick Komm schon, dein Frühstück wird kalt. Ich legte sie in den Korb und folgte ihm. Angespannt lauschte ich auf ihre Schreie. Zum Glück war sie eingeschlafen. Nach dem Frühstück musste ich stimmte nicht. In den nächsten Tagen litt sie unter heftigem Fieber. Sie hustete so heftig, bis sie nach Luft rang und ich legte ihr warme Waschlappen auf die Brust in dem Versuch, ihre Verstopfung zu lösen, doch davon schrie sie nur umso mehr und bei kalten Waschlappen wurden die Schreie noch lauter. Nichts half. In der Nacht wachte sie jede Stunde auf und still, bis ich sie wieder Luft holen hörte. Der Psycho entschied, dass wir sie ignorierten, wenn sie tagsüber schrie, damit sie lernte, sich zu beherrschen. Aber für gewöhnlich hielt er es vielleicht für zehn Minuten aus, ehe er hinaus stürmte und schrie, erledige du das. Wenn sie nachts weinte, nahm ich sie rasch hoch, doch wenn er aufwachte, warf er mit dem Kissen auf sie, auf mich oder er legte es sich über den Kopf. Manchmal boxte er auf das Bett. Nach wenigen Nächten glich ich einem Zombie. Ich hatte immer größere Mühe, wach zu bleiben. Ich erinnere mich, dass meine Lieder so schwer waren, dass ich mich nur für eine Sekunde ausruhen wollte. Doch dann musste ich eingeschlafen sein, denn ich wachte mit einem Ruck auf. Mein erster Gedanke war, wie still es in der Hütte war, und froh, dass sie endlich zur Ruhe gekommen war, ließ sich die Lieder wieder sinken. Dann stellte ich fest, dass ich den Psycho nicht neben mir spürte und schreckte hoch. In der Hütte war es dunkel. Obwohl es Sommer war, war es in der Nacht zuvor kalt gewesen und er hatte ein kleines Feuer entfacht. Im Schimmer der glühenden Asche konnte ich seine Umrisse am Fußende des Bettes ausmachen. Er hatte sich leicht vorgebeugt, sodass ich dachte, er würde sie hochnehmen. Doch als er sich umdrehte, sah ich, dass er sie bereits im Arm hielt. Erschöpft streckte ich die Arme aus. Tut mir leid, ich habe sie nicht schreien gehört. Er reichte sie mir, schaltete das Licht an und begann sich anzuziehen. Ich begriff nicht warum. War es schon Zeit aufzustehen? Das Baby lag ruhig in meinen Armen und ich zog die Decke von ihrem Gesicht. Zum ersten Mal seit Tagen war es nicht vor Unwohlsein verzogen und ihre Wangen waren nicht mehr rot oder verschwitzt. Doch ihre Blässe schien auch nicht richtig zu sein. Ich hielt mein Ohr an ihren Mund. Ich hörte nichts, spürte nichts. Dann legte ich mein Ohr auf ihre Brust. Ich war mir der wimmernden Geräusche im Raum bewusst. Mein Herz wurde von Freude überflutet, bis mir klar wurde, dass es mein eigenes Wimmern war. Zwischen den Versuchen, sie wieder zu beleben, presste ich mein Ohr an ihren Mund. Bitte, bitte, atme. Es war zu spät. Sie war schon Leif saß ich auf dem Bett und versuchte verzweifelt, die Tatsache zu leugnen, dass ich meine tote Tochter in den Armen hielt. Der Psycho starrte mit unbewegter Miene auf uns herunter. Ich habe dir gesagt, dass sie einen Arzt braucht. Ich habe es dir gesagt. Ich schrie ihn an, während ich mit einer Hand auf seine Beine einhämmerte und mit der anderen mein Kind an mich drückte. Er schlug mich ins Gesicht und sagte mit tonloser Stimme Gib mir das Baby Annie. Ich schüttelte den Kopf. Mit einer Hand packte er mich an der Kehle, die andere griff nach ihrem Leichnam. Wir starrten uns an. Die Hand an meiner Kehle begann zuzudrücken. Ich ließ los. Er nahm sie mir aus dem Arm. Dann stand er auf und ging zur Tür. Ich begann zu schreien. Er war zur Tür raus. Ich sprang vom Bett, aber es war zu spät. Meine Fingernägel kratzten verzweifelt und vergeblich an der Tür. Ich trat und warf mich dagegen, bis ich so mit blauen Flecken übersät war, dass ich nicht mehr vom Boden aufstehen konnte. Schließlich hockte ich, die Wange an die Tür gepresst auf dem Boden und schrie ihren geheimen Namen, bis meine Kehle wund war. Er blieb mehr als zwei Tage fort. Ich weiß nicht, wie lange ich an die Tür gepresst dort gekauert habe, schreiend und ihn bettelnd er möge sie zurück bringen. Schließlich schleppte ich In diesem Moment wäre es mir egal gewesen, wenn er mich auf der Stelle umgebracht hätte. Aber als er auf mich zuschlenderte, sah ich, dass er etwas in der Hand hielt und mir wurde ganz leicht ums Herz. Sie war noch am Leben. Er reichte mir das Bündel. Es war nur ihre Decke. Ich warf mich auf den Psycho und hämmerte auf seine Brust ein. Bei jedem Schlag wiederholte ich Du krankes zog mich hoch und hielt mich von sich fort. Wie ein rasender Straßenkater zerkratzte ich die Luft. Wo ist sie? Sag es mir auf der Stelle, du Bastard! Was hast du mit ihr gemacht? Er sah tatsächlich irritiert aus, als er sagte, aber ich habe dir doch gerade... Du hast mir ihre Decke gebracht! Eine Decke! Glaubst du das wird mir meine Tochter ersetzen, du Idiot! im Boden und ich stolperte nach vorn. Ehe ich das Gleichgewicht wiederfand, holte er aus und knallte mir die Faust ans Kinn. Als der Boden auf mich zuraste, wurde der Raum schwarz. Bis heute kennt niemand den Namen meines Babys, nicht einmal die Cops. Ich habe versucht, ihn laut auszusprechen, nur für mich selbst. Aber er bleibt mir in der Kehle stecken und in meinem Herzen. Als der Psycho mit ihrem Leichnam zur Tür hinaus ging, nahm er alles mit sich, was von mir übrig geblieben war. Sie war erst vier Wochen alt gewesen, als sie starb oder umgebracht wurde. Vier Wochen? Das ist nicht lange genug für ein Leben. Sie hat neunmal länger in meinem Bauch gelebt als in der Welt. Meine deutlichste Erinnerung an jene Nacht ist das Bild, wie er mit ihr auf dem Arm am Fußende vom Bett sitzt und ich denke, hat er es getan? Dann denke ich, selbst wenn er es nicht vorsätzlich getan hat, so hat er sie zumindest getötet, weil er sich geweigert hat, Hilfe für sie zu holen. Es ist leichter, ihn zu hassen und ihm die Schuld zu geben. Sonst gehe ich diese Nacht immer wieder in Gedanken durch. Ich habe gehört, dass eine Frau es fühlt, wenn ihr Kind in Schwierigkeiten steckt. Aber ich habe nichts gespürt. Warum habe ich es nicht gemerkt, Doc? Vierzehnte Sitzung Sorry, dass ich die letzten Sitzungen verpasst habe, aber ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie so verständnisvoll waren, als ich abgesagt habe. Nach unserer letzten Sitzung musste ich sehen. Sieht so aus, als sei ich inzwischen bei einer ausgewachsenen Depression angelangt. Ich habe nie zuvor über meine Gefühle nach dem Tod meines Babys geredet. Die Cops wollen nur Fakten und ich weigere mich darüber mit Reportern zu reden. Die meisten Menschen wissen, dass sie mich nicht nach ihr fragen dürfen. Ich schätze, die Leute haben vielleicht doch ein gewisses Einfühlungsvermögen. Manchmal frage ich mich, ob die Leute nur deswegen keine Fragen über sie stellen, weil es ihnen gar nicht in den Sinn kommt, dass ich sie geliebt haben könnte. Als ich gerade wieder zu Hause war und noch bei Mom wohnte, hörte ich sie und Tante Val in der Küche flüstern. Tante Val sagte irgendetwas über das Baby und dann sagte Mom, ja, es ist traurig, dass sie tot ist, aber wahrscheinlich ist es das Beste so. Es ist das Beste? Ich wollte ihr sagen, wie sehr sie sich irrte, aber ich wusste nicht einmal, wo ich hätte anfangen sollen. In den ersten Tagen nach unserer letzten Sitzung habe ich außer Weinen nicht viel anderes gemacht. Es brauchte gar keinen besonderen Anlass für mich, um wieder anzufangen. Emma und ich konnten im Wald spazieren gehen und der Schmerz traf mich so heftig, dass ich mich unter der schieren Wucht zusammenkrümmte. Als könnte ich meinem Schmerz davonlaufen, sprintete ich nach Hause und es fühlte sich gut an, als meine Füße dumpf auf die Erde trommelten. Emma lief vor mir und das Klimpern ihres Halsbands brachte die Erinnerung daran zurück, wie wir früher zusammen gejoggt sind. Jetzt laufe ich jeden Tag. Ich laufe, bis ich schweißüberströmt bin und nur noch an den nächsten Atemzug denken kann. Luke hat eine Woche, nachdem ich hier war, angerufen. Er hatte vorher schon Nachrichten hinterlassen. Ich möge ihn doch bitte zurückrufen, wenn mir danach sei, aber ich hatte nicht darauf reagiert. Er hörte auf, Nachrichten zu hinterlassen, aber er rief immer noch alle paar Wochen an, obwohl ich nie ans Telefon ging. Seit dem letzten Anruf ist ein Monat vergangen, kurz bevor ich ihn mit dieser Frau gesehen habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass er es noch einmal versuchen würde. Als das Telefon klingelte und ich seine Nummer sah, hätte ich das Telefon beinahe wieder hingeschmissen. Aber mein Finger lag schon auf dem grünen Knopf und er sagte, Hallo? Ehe ich recht begriff, was ich getan hatte. Ich merkte gar nicht, dass ich nicht geantwortet hatte, bis er sagte, Annie. Hallo. Du bist rangegangen. Ich wusste nicht, ob du abnehmen würdest. Störe ich? Nein. Ich habe dich vor ein paar Wochen gesehen und wollte dich gleich anrufen, aber ich wusste nicht, ob es dir recht wäre. Du hast mich gesehen? Als du gerade aus dem Supermarkt gegangen bist. Ich habe noch versucht, dich einzuholen, aber du warst zu schnell. Ich wartete darauf, dass er etwas über die Frau sagte, doch als er es nicht tat, erwiderte ich, Wirklich? Ich habe dich gar nicht bemerkt. Wir schwiegen beide ein paar Takte. Dann sagte er, Und? Was treibst du so? Ich hatte erwartet, deine Schilder in irgendwelchen Vorgärten zu sehen. Ich unterdrückte den Drang, schäbig zu sein und zu erklären, die letzten Schilder, die ich in meinem Leben aufgestellt hätte, wären die bei der Open-House-Besichtigung gewesen, auf der ich verschleppt worden war. Da kannst du lange warten. Ich vermisse es, an ihnen vorbeizufahren. Wenn ich dein vierblättriges Kleeblatt gesehen habe, musste ich immer lächeln. Ich hatte mich für clever gehalten, vierblättrige Kleeblätter auf meine Schilder und Visitenkarten drucken zu lassen. Mein Werbespruch lautete, Annie O'Sullivan mit dem Glück der Iren. Wenn das keine Ironie ist. Eines Tages vielleicht. Aber womöglich mache ich auch was ganz anderes. Du wirst in allem Erfolg haben, egal was du anfängst. Aber wenn du wieder als Maklerin arbeitest, wirst du sofort wieder drin sein. Du warst so gut in dem Job. Nicht so gut, wie meine Mom fand, dass ich hätte sein sollen. Die ganze Zeit, in der ich als Maklerin gearbeitet habe, hat sie mir die Anzeigen der anderen Makler der Stadt gezeigt und mich gefragt, warum ich diese oder jene Immobilie nicht vermittle. Ich mache jetzt eine Therapie. Das ist großartig. Und dann sagte er seufzend, Mist, es tut mir leid, Annie. Ich sage immer genau das Falsche, stimmt's? Nein, nein, es liegt nicht an dir. Es ist nur, ja, du weißt schon. Aber wie läuft es bei euch im Restaurant? Wir haben eine neue Speisekarte. Du solltest bei Gelegenheit mal vorbeikommen. Wir redeten noch eine Weile über das Restaurant, aber es fühlte sich an, als würden wir eine unserer alten Unterhaltungen durch einen Zerspiegel wiederholen. Alles war wie entstellt und keiner von uns wusste, welche Tür sicher war. Ich öffnete eine unsichere. Luke, ich habe es dir nie gesagt, aber es tut mir wirklich leid, wie ich dich behandelt habe, als du zum ersten Mal ins Krankenhaus gekommen bist. Es ist nur so, dass... Annie, der Typ, der mich gefangen gehalten hat, hat mir Dinge erzählt und... Annie, ich habe die Wahrheit erst später herausgefunden. Als ich mich weigerte, Luke zu sehen, wollte Mom den Grund dafür wissen. Dann sagte sie mir, dass Luke nicht nur keine Freundin hatte, sondern dass er in seinem Restaurant bis eine Woche vor meiner Wiederkehr mit Christina zusammen Spenden gesammelt hatte, um die Suche nach mir zu finanzieren. Mom erzählte mir außerdem, dass die Polizei ihn ein paar Tage lang verhört hätte, aber er konnte beweisen, dass er im Restaurant gewesen war, als ich entführt wurde. Sie sagte, dass eine Menge Leute ihn behandelt hätten, als sei er in die Sache verstrickt, selbst nachdem die Cops ihn laufen gelassen hatten. Ich dachte an meine Reaktion, als der Psycho mir erzählt hatte, Luke habe eine neue Freundin, während er in Wirklichkeit nicht aufgehört hatte, nach mir zu suchen. Da hätte ich doch zumindest einwilligen müssen, ihn zu sehen. Ich sagte, und dann habe ich auch noch den Besuch vermasselt. Annie, es ist okay, du musst nicht darüber reden. Doch. Als du mich bei Mom besucht hast, ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte, zu erklären, was damals geschehen war. Ich war seit zwei Wochen aus dem Krankenhaus raus und schlief in meinem alten Zimmer, als ich in der Küche Stimmen hörte und nach draußen schwankte, um sie und Wayne zu bitten, leise zu sein. Mom stand mit dem Rücken zu mir am Herd, vor sich einen großen Topf mit irgendetwas Essbarem und einen Mann neben sich. Der Mann, der mir ebenfalls den Rücken zukehrte, beugte sich vor, als sie ihn von einem Löffel probieren ließ. Ich wollte rückwärts aus dem Zimmer raus, aber der Boden quietschte. Luke drehte sich um. Wie aus weiter Ferne hörte ich Mom sagen, gut, du bist gerade rechtzeitig aufgewacht. Luke hat gerade meine Spaghetti Surprise probiert. Er will das Rezept für sein Restaurant. Lukes ehrliches Gesicht war eines der Dinge gewesen, die ich an ihm geliebt hatte. Und jetzt war es blass vor Entsetzen. Er hatte mich im Krankenhaus gesehen und ich bin sicher, dass er mein Foto in der Zeitung gesehen hatte. Aber ich hatte noch mehr abgenommen und in Waynes altem Trainingsanzug sah ich wahrscheinlich noch dünner aus, als ich ohnehin schon war. Ein paar Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten, war das einzige Geräusch in der Küche das Blubbern der Soße auf dem Herd. Dann stapfte Wayne herein und klopfte Luke auf die Schulter. Luke, schön dich zu sehen, Junge. Bleibst du zum Abendessen? Luke schaute mich an. Wenn Annie... Natürlich möchte Annie, dass du bleibst, sagte Wayne. Glaub mir, es tut dem Mädchen gut, ein paar Freunde um sich zu haben. Ehe ich auch nur irgendetwas sagen konnte, hatte Wayne schon den Arm um Lukes Schulter gelegt und führte ihn aus der Küche. Ich wollte dich sowieso fragen, was du davon hältst. Mom und ich blieben zurück und starrten einander an. Du hättest mir sagen können, dass er hier ist, Mom. Und wann hätte ich das tun sollen? Sie schwankte leicht und stützte sich mit der Hand an der Arbeitsplatte ab. Jetzt sah ich es. Moms Lieder hingen leicht nach unten. Das rechte war etwas tiefer gesackt. Mein Blick fand, wonach ich gesucht hatte. Hinter dem Behälter mit der Pasta, aber in Griffweite, ein Glas, von dem ich wusste, dass es Wodka enthielt. Mir war aufgefallen, dass Moms Vorliebe für einen benebelten Zustand in meiner Abwesenheit neue Höhen erreicht zu haben schien. Als ich erst ein paar Tage wieder zu Hause war, tauchte ich einmal aus meinem Zimmer auf, weil es verbrannt roch. Im Backofen entdeckte ich etwas, das sich für Erdnussplätzchen hielt und Mom wie ohnmächtig vor dem Fernseher. Ihr rosa Morgenmantel klaffte weit offen und entblößte ihren Hals und ihre kleinen Brüste. Ihre Hand umschloss eine Wodkaflasche. Das erste Anzeichen für mich, dass die Dinge sich geändert hatten. Früher hatte sie das Zeug zumindest immer verdünnt. Sie musste gerade erst eingeschlafen sein, denn die Zigarette zwischen ihren vollen Lippen brannte noch. Die Aschesäule war mehr als zwei Zentimeter lang. Während ich dastand, fiel sie und landete auf Moms entblößter Brust. Wie gelähmt beobachtete ich, wie die orange-rote Glut immer näher an ihre Lippen kroch. Doch dann nahm ich die Zigarette vorsichtig fort. Ohne Mom zu berühren, beugte ich mich vor und blies die Asche von ihrer Brust. Dann nahm ich die Kekse aus dem Ofen und ging wieder ins Bett. Jetzt, als wir in ihrer Küche standen, bemerkte sie, dass ich den Drink entdeckt hatte und stellte sich so hin, dass ich ihn nicht mehr sehen konnte. Ich half ihr, das Essen aufzutragen, wobei ich versuchte, Lukes Blick auszuweichen. Mom war inzwischen richtig in Fahrt. Sie ließ sich über die Feinheiten der Zubereitung einer perfekten Spaghetti-Soße aus, was es erforderlich zu machen schien, dass sie alle 20 Sekunden Luke am Arm berührte und ihm ermutigend zulächelte, wenn er eine Frage stellte. Nachdem alle ihren Teller leer gegessen hatten, entstand eine Gesprächspause, als den anderen auffiel, dass mein Teller immer noch voll war. Dann sagte Wayne, Annie geht es schon viel besser. Wir starrten ihn an und ich dachte, verglichen womit? Luke sagte, Lorraine, das war fantastisch. Und du hast recht, unsere Spaghetti im Restaurant sind nicht halb so gut. Mom tätschelte seinen Arm. Wenn du nett zu mir bist, zeige ich dir vielleicht ein paar von meinen Tricks. Sie lachte. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mir dein Rezept verraten würdest, aber im Moment wäre ich gern ein paar Minuten mit Annie allein. Ich war nicht die Einzige, die es unvorbereitet getroffen hatte. Moms Hand ruhte immer noch auf Luke's Arm. Sie zog sie zurück, als hätte sie sich verbrannt. Dann sollte ich wohl besser die Küche aufräumen. Sie schob ihren Stuhl so schnell zurück, dass er über das Linoleum schrammte und schnappte sich ein paar Teller. Wayne stand auf, um ihr zu helfen und als sie in der Küche waren, hörte ich ihnen etwas darüber sagen, dass sie draußen eine rauchen könnten. Kurz darauf hörte ich, wie die Küchentür geöffnet und wieder geschlossen wurde und dann die Schritte der beiden draußen auf der Veranda. Ich fuhr fort, meine Spaghetti mit der Gabel aufzudrehen. Dann stieß Luke mich unterm Tisch mit dem Fuß an. Meine Gabel fiel auf den Teller und bespritzte mich mit Tomatensauce und, was noch schlimmer war, sein weißes Hemd wie mit Blutstropfen. Ich sprang auf und griff nach dem Küchenpapier, aber Luke beugte sich vor und ergriff meine Arme. Ich starrte auf seine Hände, die meine Handgelenke umklammerten und versuchte, sie wegzuziehen. Er ließ mich los. Bitte entschuldige, Annie. Darf ich dich überhaupt nicht anfassen? Ich blinzelte verzweifelt, um die Tränen zurückzuhalten, aber eine entwischte. Ich ließ mich auf den Stuhl sacken. Ich will dir nur helfen, Annie. Gibt es denn gar nichts, was ich für dich tun kann? Nein! Das Wort klang wütend. Es klang gemein und sein Gesicht zuckte, als hätte ich ihn geschlagen. Seine Lippen verzogen sich zu einem wehmütigen Lächeln. Ich bin echt ein totaler Idiot, was? Ich hätte gedacht, wir könnten einfach reden. Ich würde alles verstehen. In meinem Schmerz legte ich es darauf an, auch ihn zu verletzen. Du kannst es nicht verstehen. Du wirst es niemals verstehen. Nein, du hast recht, wahrscheinlich nicht, aber ich möchte es versuchen. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Er nickte und stand auf. Innerlich schrie ich, es tut mir leid, ich nehme es zurück, ich habe es nicht so gemeint. Bitte bleib. Aber er hatte bereits die Schiebetür geöffnet. Er dankte Mom für das Abendessen und sagte, dass er zurück ins Restaurant müsse. Dann drehte er sich noch einmal um und sagte, es tut mir so leid, Annie. Die Aufrichtigkeit in seiner Stimme tat mir tief drinnen weh. An Stellen, von denen ich geglaubt hatte, sie seien so voller Schmerz, dass ich unmöglich noch mehr spüren könnte. Jetzt, Monate später, unterbrach er mich am Telefon und sagte, bitte hör auf, Annie. Du schuldest mir keine Entschuldigung, ich hätte nicht einfach so aufkreuzen dürfen. Ich war ein unsensibler Trottel. Darum habe ich versucht, auf Distanz zu bleiben, aber vielleicht bist du immer noch nicht bereit, mit mir zu reden. Ich wäre dir nicht böse, wenn du Nein sagst. Ich möchte mit dir reden, aber ich kann nicht über das sprechen, was geschehen ist. Das musst du auch nicht. Wie wäre es, wenn ich einfach ab und zu mal anrufe und wenn dir danach ist, gehst du ran und wir quatschen über was immer du willst. Meinst du, das geht? Das geht. Ich werde es versuchen. Langsam wird es langweilig, immer nur mit Emma und meiner Therapeutin zu reden. Sein leises Lachen löste die Spannung. Danach quasselten wir eine Weile über Emma und Diesel, seinen schwarzen Labrador. In der nächsten Woche rief er wieder an. Und diese Woche auch, Doc. Und wir haben uns kurz unterhalten, meistens über das Restaurant oder unsere Hunde. Aber ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Am schlimmsten ist, dass ich mir durch seine Freundlichkeit noch bescheuerter vorkomme, denn meine größte Angst ist, dass er mich anfassen könnte, wenn wir uns wiedersehen. Allein beim Gedanken daran breche ich in Schweiß aus. Das ist mehr als lächerlich. Wenn ich es nicht einmal schaffe, mich in Gegenwart eines Menschen wie Luke wohlzufühlen, dann kann ich genauso gut meinen Kram einpacken und in die Penthouse-Suite im Hotel Wahnsinn ziehen. Fünfzehnte Sitzung Noch einmal danke, dass Sie akzeptiert haben, dass ich beim letzten Mal nicht über den Berg reden wollte. Die letzte Woche war die Hölle. Und ich weiß nicht, ob ich heute darüber reden kann. Ich muss sehen, wie ich mich fühle. Meine Trauer gleicht einem Sturm. Manchmal kann ich darin aufrecht stehen und wenn ich wütend bin, kann ich mich ihm sogar entgegenstemmen und ihn herausfordern, mich umzuwehen. Zu anderen Zeiten muss ich mich hinkauern und klein machen. In letzter Zeit bin ich meistens im Hinkauermodus. Zum Teufel vermutlich brauchen Sie selbst eine Pause. Verdammt deprimierend, der ganze Mist war's. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil Sie sich meinen ganzen Scheiß anhören müssen. Ich fühle mich so egoistisch. Aber dieser Scheiß macht mich egoistisch. Meine Traurigkeit ist berechtigt. Als ich zu Ihnen kam, sagte ich, dass ich ein paar Gründe hatte, um es noch einmal mit einer Therapie zu versuchen. Aber ich habe Ihnen nie erzählt, was diese Danke-ich-komme-sehr-gut-allein-zurecht-Blase hat platzen lassen, in der ich schwebte. Es passierte in einem Supermarkt. Eine Frau bückte sich und holte etwas aus dem untersten Regal. Nicht weiter merkwürdig, außer dass ihr Kinderwagen ein paar Meter von ihr entfernt stand, unbeaufsichtigt und mit einem Baby darin. Ich versuchte einfach vorbeizugehen, versuchte nicht, auf die kleinen weißen Zähne des Mädchens oder auf ihre rosigen Wangen zu starren. Doch als ich vorbeiging, streckte sie ihren winzigen Arm nach mir aus und ich blieb stehen. Wie von einem Magneten angezogen, streckte ich meine Hand aus. Ich wollte diese winzige Hand berühren, nur für eine Sekunde. Das war alles. Aber die Hand des Kinds umklammerte meinen ausgestreckten Finger und es gluckste, als es zudrückte. Als sie das Giggeln hörte, sagte ihre Mutter, Samantha, Mami ist gleich wieder da. Samantha. Ihr Name hallte in meinem Kopf wieder und ich wollte dieser Frau erzählen, dass ich auch ein Baby hatte. Aber dann würde sie mich fragen, wie alt mein Baby sei und ich wollte nicht sagen, dass es tot ist und mitkriegen, wie die Frau ihre Tochter erleichtert ansah, weil es nicht ihr Kind war. Als ich versuchte, meinen Finger wegzuziehen, drückte Samantha noch fester zu. Meine Nase nahm ihren Geruch auf. Babypuder, Windeln und das leicht süßliche Aroma von Milch. Ich wollte sie. Meine Hände brannten darauf, sie aus dem Sitz zu heben, auf den Arm zu nehmen und in mein Leben zu holen. Verstohlen sah ich mich nach beiden Seiten im Gang um. Leer. Ein Kinderspiel. Ich trat näher an den Wagen heran, das Herz pochte mir bis in die Ohren und im flimmernden Licht der Leuchtstoffröhren registrierte ich jedes einzelne der feinen, blonden Haare des Kindes. Mein Baby hatte dunkles Haar. Das war nicht mein Baby. Mein Baby war tot. Ich trat zurück, gerade als die Mutter sich erhob, mich sah und auf den Wagen zukam. Hallo? sagte sie mit einem zögernden Lächeln. Was für ein fröhliches Kind, sagte ich. Im Moment sieht sie ganz zufrieden aus, aber sie hätten sie vor einer Stunde erleben sollen. Es hat ewig gedauert, bis ich sie endlich beruhigt hatte. Während sie sich über ihren Stress als Mutter ausließ, Stress, für den ich meine Seele verkaufen würde, wollte ich sagen, weißt du eigentlich, wie viel Glück du hast? Stattdessen blieb ich wie gelähmt stehen, lächelte gelegentlich oder nickte der Frau zu, bis sie schließlich an Schwung verlor und abschließend fragte, haben sie Kinder? Ich fühlte, wie meine Lippen sich nach einem Lächeln wieder zusammenzogen, spürte meine Kehle vibrieren, als ich sagte, nein, keine Kinder. Meine Augen mussten etwas verraten haben, denn sie lächelte freundlich und sagte, das kommt schon noch. Ich nickte und wünschte ihr einen angenehmen Abend. In diesem Moment habe ich begriffen, dass ich vielleicht doch nicht so gut allein zurechtkam. Wayne und ich würden uns freuen, wenn du heute Abend zum Essen vorbeikämst, sagte Mom, als sie letzten Dienstag anrief. Die, äh, ich habe einen Braten gemacht. Ach, Mensch, ich habe schon gegessen. Hätte ich das los früher gewusst. Ich hatte noch nichts gegessen, aber lieber würde ich meinen Körper auf glühenden Kohlen wälzen. Zum Teufel, ich würde lieber heiße Kohlen essen, als rüber zu gehen und mir anzuhören, was ich jetzt schon wieder vermurkst hatte. Nur Mom schaffte es, dass ich mich mies fühlte, weil ich mich mies fühlte. Ich hatte bereits schlechte Laune wegen dieses einen bescheuerten Filmproduzenten, der nicht aufhörte, mir Angebote an meine Tür zu kleben. Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren den Film Titanic gesehen habe. Die Leute haben sich mit Popcorn vollgestopft und unterhielten sich auf dem Weg nach draußen über die super Spezialeffekte und wie realistisch alles gewirkt habe, vor allem die auf dem Meer treibenden Leichen. Und ich? Ich ging auf die Toilette und übergab mich, weil die Menschen tatsächlich so gestorben waren und es mir falsch vorkam, da zu sitzen, Süßigkeiten zu essen und die authentische Darstellung der Erfrorenen im Wasser zu bewundern. Ich will auf gar keinen Fall, dass die Leute sich mit Popcorn vollstopfen, während sie mein Leben nach seinem Unterhaltungswert beurteilen. Ich habe versucht, dich früher anzurufen, aber du bist nicht rangegangen. Mom sagte nie, du warst nicht zu Hause. Es hieß immer, du bist nicht rangegangen in einem anklagenden Ton. Emma und ich haben meinen Spaziergang gemacht. Und warum hast du eine Mailbox, wenn du sie nie abhörst? Du hast recht, tut mir leid. Aber ich bin froh, dass du anrufst, ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ich habe gestern Abend meine Sachen durchgesehen, auf der Suche nach meinen Bildern von Dad und Daisy, aber ich konnte sie nicht finden. Nicht, dass ich jemals viele Fotos besessen hätte. Die meisten hatte Mom in ihren Einklebebüchern und Alben in Geiselhaft gehalten, mit dem wagen Versprechen, dass ich sie eines Tages bekäme. Ich wartete ein paar Sekunden, aber sie bot keine Erklärung für die fehlenden Bilder und ich wusste, dass sie es auch nicht tun würde. Solange ich nicht genauer nachbohrte. Mom, denkst du manchmal noch an Dad und Daisy? Ein gereizter Seufzer kam aus dem Telefon. Natürlich! Was für eine dumme Frage! Also, wie viel hast du gegessen? Ich versuche, mit dir über etwas zu reden, Mom. Wir haben bereits darüber geredet. Ehrlich gesagt, nein, das haben wir nicht. Ich wollte es immer tun, weil ich die ganze Zeit an sie denke, besonders als ich da oben war. Aber wann immer ich das Thema zur Sprache bringe, lenkst du ab. Warum tust du das? Willst du mir wehtun? Nein, ich will nur... Naja, ich dachte, weil ich eine Tochter verloren habe und du auch, dachte ich, dass wir darüber reden könnten. Ich glaube nicht, dass ich dir helfen kann, Annie. Das Kind, das du hattest, es ist einfach nicht dasselbe. Meine Stimme verwandelte sich in Stahl. Und warum nicht? Du würdest es nicht verstehen. Nicht? Nun, wie wäre es, wenn du mir erklärst, warum der Tod meiner Tochter nicht mit dem deiner Tochter zu vergleichen ist? Das ist so typisch für dich, Annie. Ich rufe an, um dich zum Abend erst einzuladen und irgendwie schaffst du es, den Anruf hinein in deine Angriffe zu verwandeln. Ehrlich, manchmal glaube ich, du legst es darauf an, dir das Leben schwer zu machen. Wenn ich das vorhätte, müsste ich nur mehr Zeit mit dir verbringen, Mom! Auf ihr schockiertes Schnaufen folgte das laute Klicken, als sie den Hörer auflegte. Die Wut trieb mich wie eine Rakete mit Emma vor die Tür. Aber nachdem ich eine halbe Stunde gerannt war, war mein kurzes Hochgefühl, weil ich mich Mom widersetzt hatte, schon wieder verflogen. Ich dachte an das nächste Telefongespräch. Wenn Wayne mir erklären würde, wie sehr ich sie verletzt hatte, dass ich mich wirklich bei ihr entschuldigen und versuchen sollte, mehr Verständnis für sie aufzubringen. Die arme Frau habe bereits so viel durchgemacht. Unterdessen fragte ich mich, warum zum Teufel versucht sie nicht, mir Verständnis entgegenzubringen? Was ist mit dem, was ich durchgemacht habe? Nachdem mein Baby auf dem Berg gestorben war, wachte ich auf und starrte auf ihre zusammengelegte Decke. Aus meinen Brüsten quoll Milch und durchnässte mein Kleid, als weinten sie um sie. Als der Psycho merkte, dass ich wach war, kam er herüber und setzte sich aufs Bett. Ich habe etwas Eis für dein Gesicht. Er legte eine Eispackung neben meinen Kopf. Ich ignorierte sie und setzte mich auf, damit ich ihm ins Gesicht sehen konnte. Wo ist mein Baby? Wenn du auch nur ein Funken mit Gefühl im Leib hast, musst du mir sagen, wenn ich ein Funken mit Gefühl im Leib habe! Er sprang auf. Habe ich dir nicht immer wieder bewiesen, wie mitfühlend ich bin? Ich bringe dir ihre Decke, damit du ein wenig Trost hast und alles, was du willst, ist sie! Sie hat dich verlassen, Annie! begreifte das nicht. Sie hat dich verlassen, aber ich bin geblieben. Verzweifelt hielt ich mir die Ohren zu, um seine scheußlichen Worte nicht zu hören, aber er riss meine Hände weg und sagte, sie ist fort und zu wissen, wo sie hin ist, wird dir kein bisschen helfen. Er beugte sich näher zu mir. Du hast immer noch mich und das ist das Einzige, was zählen sollte. Und jetzt ist es Zeit für dich, das Abendessen zu kochen. Entgeistert starrte ich ihn an. Er schnippte mit den Fingern und deutete auf die Küche. Ich hatte erst ein paar Schritte gemacht, als er sagte, du darfst heute ein extra Stück Schokolade zum Nachttisch haben. Der Psycho hat mir nie erzählt, wo die Leiche meines Babys ist, Doc. Und ich weiß es immer noch nicht. Die Cops haben sogar Leichenspürhunde eingesetzt, aber sie konnten sie nicht finden. Ich habe keinen Ort, an dem ich um mein Baby trauern kann. Kein Grab, kein Gedenkstein. Die örtliche Kirche wollte einen Stein für sie aufstellen. Aber ich lehnte ab, weil ich wusste, dass Journalisten und Leute, die von so morbidem Scheiß ganz besessen sind, nur Fotos davon machen würden. Ich habe mich selbst zu ihrem Friedhof gemacht. Darum hat es mich auch so getroffen, als Mom sagte, ich wolle mir unbedingt das Leben schwer machen. Da ist eine Menge Wahres dran. Ich sollte feiern, dass ich in der letzten Woche kein einziges Mal im Schrank geschlafen habe. Vielleicht hat es etwas mit unserer Unterhaltung darüber zu tun, dass ich wahrnehmen kann, wann ich paranoid werde, ohne darauf reagieren zu müssen. Obwohl ich letzte Nacht nicht wieder stehen konnte, die Vorder- und Hintertür zu überprüfen, um sicher zu gehen, dass sie abgeschlossen sind, schaffte ich es, nicht alle Fenster zu kontrollieren, indem ich mir sagte, dass sie nicht geöffnet worden waren, seit ich am Tag zum letzten Mal nachgesehen hatte. Es war die erste Nacht, seit ich wieder zu Hause bin, dass ich einen Teil meines Zu-Bett-Geh-Rituals habe ausfallen lassen. Das mit dem Pinkeln klappt immer besser. Die Yoga-CD, die sie mir gegeben haben, hilft mir riesig. An den meisten Tagen kann ich gehen, wenn ich muss, auch ohne die Atemübungen zu machen. Wie gesagt, ich sollte stolz auf meine Fortschritte sein und das bin ich auch. Aber das fügt meinen Schuldgefühlen nur noch eine weitere Schicht hinzu. Wenn es mir besser geht, fühlt sich das an, als würde ich meine Tochter zurücklassen. Und das habe ich schon einmal getan. Sechzehnter Sitzung Ich habe über ihren Vorschlag nachgedacht, Doc, und ich bin nicht angetan davon. Ich kenne niemanden, der tatsächlich versucht, mir zu schaden. Das findet alles in meinem Kopf statt. Eine Liste zu machen mit allen, die mir etwas Übles wollen könnten, kommt mir albern vor. Aber ich sage ihnen, was ich tun werde. Wenn ich das nächste Mal paranoid werde, mache ich im Geiste eine Liste. Und wenn mir kein einziger Name einfällt, den ich draufsetzen könnte, werde ich mir wie ein Volltrottel vorkommen. Was angenehmer ist, als paranoid zu sein. Sonntag hat Luke angerufen und gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm und den Hunden einen Spaziergang zu machen. Das erste Wort, das mir über die Lippen kam, war nein. Der Gedanke, ihn zu sehen, erschreckte mich. Was, wenn er versuchen würde, mich zu berühren und ich mich erneut zurückzog? Ich könnte den verletzten Ausdruck in seinem Blick kein drittes Mal ertragen. Was, wenn er nicht versuchte, mich zu berühren? Würde das bedeuten, dass er sich nichts mehr aus mir machte? Jetzt, nachdem ich Nein gesagt hatte, fragte ich mich, ob er noch einmal vorschlagen würde, spazieren zu gehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich beim nächsten Mal mutiger sein würde. Als ich schließlich meinen Hintern hochbekam und mit Emma rausging, dachte ich immer noch an Luke und überlegte, wie es wohl wäre, wenn er bei mir wäre. Anstatt mich am nächsten Morgen erneut in einem formlosen Jogginganzug zu verstecken, schleppte ich den Karton mit den Klamotten aus dem Keller nach oben, den Christina mir Monate zuvor auf die Veranda gestellt hatte. Erst als ich probierte, wie mir eine ausgeblichene Jeans und ein grau-grüner Pullover standen, fiel mir auf, wie lange ich nicht mehr in den Spiegel geschaut hatte. Einen Moment lang, als ich die Fremde im Spiegel anstarrte, die Christinas Kleidung trug, sah ich fast den Schatten der Frau, die ich früher einmal war. Und das machte mich so wahnsinnig, dass ich mir die Sachen sofort runterreißen wollte. Aber Emma, begierig auf ihren Morgenspaziergang, winzelte herum und so behielt ich sie an. Mir ist es egal, wie Emma aussieht und ihr ist es egal, wie ich aussehe. Emma war bei meiner Mom, als ich vermisst wurde. Definitiv nicht meine erste Wahl und ganz bestimmt auch nicht Emmas. Später fand ich heraus, dass Luke und ein paar von meinen Freunden angeboten hatten, sie zu nehmen, aber meine Mom hatte Nein gesagt. Als ich sie fragte, warum sie Emma genommen habe, erwiderte sie, Kannst du dir vorstellen, was die Leute gesagt hätten, wenn ich sie fortgegeben hätte? Der arme Hund hat sich so gefreut, als er mich wiedergesehen hat, dass er vor Aufregung heftig zitterte. Als ich in die Hocke ging, um Emma zu umarmen, schob sie ihre Schnauze an meine Brust und winselte ewig, als wollte sie mir ihren ganzen Kummer erzählen. Und sie hatte das Recht, sich zu beschweren. Sie war an dem japanischen Mandelbaum im Mams Garten angebunden. Dabei war Emma noch nie in ihrem Leben irgendwo festgebunden gewesen. Ihr Fell war matt und die wunderschönen, glänzenden Augen stumpf. Auf der Veranda entdeckte ich einen Sack mit Hundefutter, das schon schimmelig roch. Ich glaube nicht, dass Mom meinen Hund absichtlich schlecht behandelt hat. Und wenn ich ihr Grausamkeit vorwerfen würde, wäre sie entsetzt. Aber sie hat Emma ein Jahr lang keine Liebe geschenkt und meiner Meinung nach hinterlässt das eben solche Wunden wie körperliche Schläge. Mom würde nie begreifen, dass der Mangel an Zuneigung eine Form von Misshandlung ist. Nachdem mein Baby gestorben war, verdrängte ich meine Trauer, indem ich mich auf meinen Hass auf dem Psycho konzentrierte, während er mich zwang, mit der täglichen Routine fortzufahren, als hätte meine Tochter nie existiert. Eines Tages, nachdem es etwa eine Woche so gegangen war, ging er am späten Vormittag hinaus, um Holz für den Wintervorrat zu hacken. Ich glaubte, es sei etwa Ende Juli, aber ich war mir nicht sicher. Zeit bedeutet nur etwas, wenn man ein Ziel hat. Manchmal vergaß ich, die Markierungen an der Wand anzubringen, aber das machte nichts. Ich wusste, dass ich seit fast einem Jahr dort war, denn als er die Tür öffnete, nahm ich den Duft heißer Erde und warmer Tannen wahr, derselbe Geruch, der an jenem Tag in der Luft gelegen hatte, als er mich entführt hatte. Während er Holz hackte, war ich in der Hütte und nähte Knöpfe an seinem Hemd an. Nach vielleicht 20 Minuten kam er zurück und sagte, ich brauche dich draußen. Während ich ihm nach draußen zu einem Stapel riesiger Tannenholzscheite folgte, sagte er über die Schulter gewandt, deine Aufgabe ist es, die Stücke aufzusammeln, sobald ich sie geschlagen habe, und sie dort drüben aufzustapeln. Er deutete auf einen ordentlichen Holzstapel, der die Hälfte der Hüttenwand verdeckte. Ab und zu, wenn ich in der Hütte war und er draußen, hatte ich das Geräusch der Kettensäge gehört, aber ich konnte keine frischen Stümpfe am Rand unserer Lichtung entdecken. Eine Schubkarre lehnte an dem Haufen, den er gerade hackte, und daraus schloss ich, dass er einen Baum im Wald gefällt und die größeren Blöcke hierher gekarrt haben musste. Seit das Baby gestorben war, war ich nicht viel draußen gewesen, und als ich das Holz zur Hüttenwand trug, suchte ich mit den Blicken die Erde nach Anzeichen ab, dass irgendwo vor kurzem etwas vergraben worden war. Ich fand nichts, aber ich konnte nicht lange zum Fluss schauen, ehe die Erinnerungen an mein Baby auf seiner Decke in der Sonne mich überwältigten. Nachdem wir etwa eine Stunde gearbeitet hatten, stapelte ich eine Armladung voll auf und blieb hinter ihm stehen, bis er die Axt geschwungen hatte und es ungefährlich für mich war, den Stapel aufzuheben. Er hatte das Hemd ausgezogen und sein Rücken glänzte vor Schweiß. Er machte eine Pause, um Luft zu holen, mit dem Rücken zu mir, die Axt auf der Schulter. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns das von unserem Ziel ablenkt, sagte er. Die Natur hat einen Plan. Es ist besser, dass wir so früh herausgefunden haben, wie schwach sie war. Dann begann er weiter zu hacken. Jedes Mal, wenn die Axt nach unten sauste, ließ er ein leises Grunzen hören und zwischen den Hieben sprach er weiter. Das nächste wird stärker sein. Es ist noch keine sechs Wochen her, aber du bist bereits abgeheilt und ich will, dass du so schnell wie möglich wieder schwanger wirst. Heute Abend fangen wir an. Absolut reglos stand ich da. Es würde noch mehr Babys geben. Es würde nie aufhören. Das Metall der Axt blitzte silbrig im hellen Sonnenlicht auf, als er sie für den nächsten Schlag erneut über die Schulter hob. Du sagst nichts, Annie? Mir blieb eine Antwort erspart, als die Axt in dem Holzklotz stecken blieb. Er stemmte seinen Fuß dagegen, um die Klinge herauszuziehen, dann lehnte er sie gegen den Holzstapel zu seiner Rechten. Er stützte einen Fuß auf die eine Seite des Klotzes, wobei er sich leicht von der Axt abwandte, beugte sich vor und versuchte, das halb abgehackte Stück von Hand abzubrechen. Mit leisem Schritt stellte ich mich rechts hinter ihn. Ich hätte nur die Hand ausstrecken müssen und hätte eine der Schweißperlen auf seinem Rücken anschnipsen können. Er grunzte, während er sich mit dem Holzklotz abmühte. Ich konzentrierte mich ganz auf seinen Rücken und hielt nach dem kleinsten Anzeichen Ausschau, dass er sich umdrehen könnte. Dann griff ich nach der Axt. Meine Hände liebkosten den warmen, glatten Holzgriff, der noch glitschig von seinem Schweiß war, und umklammerten ihn mit festem Griff. Das Gewicht fühlte sich gut und massiv an, als ich sie hochhob und auf meine Schulter legte. Seine Stimme klang angespannt vor Anstrengung, als er sagte, im Frühling werden wir ein neues haben. Ich hob die Axt in die Höhe und schrie, HALTZ MAUL! während ich die Axt mit Wucht auf seinen Hinterkopf niedersausen ließ. Es gab einen nassen, dumpfen Laut. Ein paar Sekunden lang blieb sein Körper vorn übergebeugt stehen. Dann kippte er mit dem Gesicht nach unten um und begrub die Arme und den Holzklotz unter sich. Er zuckte ein paar Mal. Dann lag er still. Das Blut lief seitlich am Kopf herunter, hinterließ eine rote Spur in den blonden Locken und traf mit einem plopp, plopp, plopp auf den trockenen Boden, bis sich eine Pfütze gebildet hatte. Ich wartete darauf, dass er sich umdrehte und mich schlug. Aber als aus den Sekunden Minuten wurden, beruhigte sich mein Herzschlag langsam, und ich schaffte es, ein paar Mal tief Luft zu holen. Der Hieb hatte keinen tiefen Spalt in seinem Kopf hinterlassen, aber das blonde Haar um den Axtkopf, der bis zur Hälfte im Schädel steckte, war eine glitzernde, scharlachrote Masse. Auf wackeligen Beinen ging ich rückwärts zur Hütte und umschlang meinen bebenden Körper mit den Armen. Wie hypnotisiert starte ich auf den in den Himmel ragenden Axtgriff und den roten Glorienschein um seinen Kopf. Im sicheren Inneren der Hütte riss ich mir das verschwitzte Kleid vom Leib und stellte die Dusche an, bis das Wasser so heiß war, dass ich mich fast verbrühte. Heftig zitternd kauerte ich mich in die Duschwanne, die Knie unter mein Kinn gezogen und die Arme eng darum geschlungen, um die Muskelkrämpfe unter Kontrolle zu bekommen. Das Wasser prasselte auf meinen gesenkten Kopf, während ich zu begreifen versuchte, was ich getan hatte. Ich konnte es nicht fassen, dass er wirklich tot sein sollte. Was, wenn er nicht tot war? Ich hätte noch den Puls tasten sollen. Was, wenn er in diesem Moment auf dem Weg in die Hütte war? In der Erwartung, dass er sich auf mich stürzen würde, öffnete ich langsam die Badezimmertür. Dampf waberte hinaus in den leeren Raum. Langsam hob ich das Kleid vom Boden auf und zog es über meinen Kopf. Langsam schlich ich zur Hüttentür. Langsam legte ich das Ohr an die kühle Metalltür. Stille. Ich öffnete die Tür eine Spalt breit und spähte hinaus. Sein Körper lag noch in genau derselben Position in der Mitte der Lichtung, aber die Sonne war weiter gewandert und der Stiel der Axt warf einen Schatten wie eine Sonnenuhr. Mit angespannten Muskeln schlich ich mich an ihn heran. Als ich schließlich vor ihm stand, sah er merkwürdig linkisch aus, mit den Armen unter sich. Ich hielt den Atem an und tastete nach seinem Puls. Er war tot. Langsam wich ich zurück, setzte mich auf der Veranda auf einen der Schaukelstühle und versuchte, meine nächsten Schritte zu planen. Im Takt mit dem Knarren des Stuhls wiederholte ich in Gedanken den Satz »Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot.« An diesem heißen Sommernachmittag war die Lichtung die reinste Idylle. Der Fluss, der ohne die heftigen Frühjahrsregenfälle ruhig dahinfloss, murmelte leise und gelegentlich trällerten Rotkehlchen, Schwalben und Blauheer. Ich war frei, aber ich fühlte mich nicht frei. Solange ich ihn noch sehen konnte, existierte er noch. Ich musste etwas mit seiner Leiche machen. Aber was? In der trockenen, festen Erde ein Loch zu graben, um ihn zu verscharren, war nahezu unmöglich, aber ich konnte ihn in den Schuppen sperren. Zurück bei seiner Leiche drehte ich ihn leicht auf die Seite und durchsuchte die Taschen nach den Schlüsseln. Den Schlüsselbund zwischen den Zähnen packte ich seine beiden Knöchel und versuchte ihn rückwärts zu ziehen. Aber ich konnte ihn gerade mal so weit bewegen, dass sein Leichnam vom Hackklotz glitt und als er auf dem Boden aufschlug, wackelte der Axtgriff in seinem Kopf. Ich würgte die Galle, die in meiner Kehle aufstieg, herunter, kehrte ihm den Rücken zu und versuchte ihn auf diese Weise weiterzuziehen. Ich schaffte es, ihn vielleicht einen halben Meter vorwärts zu zerren, ehe ich anhalten und Luft holen musste. Bis zum Schuppen war es nicht weit, aber genauso gut hätte er am anderen Ende der Lichtung stehen können. Ich schaute mich um und mein Blick fiel auf die Schubkarre. Ich schob sie zu seiner Leiche. Den Blick von der Axt abgewandt, packte ich ihn an den Oberarmen, griff unter die Achselhüllen und obwohl ich mein gesamtes Gewicht nach hinten lehnte, um ihn hoch zu zerren, konnte ich ihn nur wenige Zentimeter vom Boden anheben. Ich stellte mich breitbeinig über seinen Rücken und versuchte ihn an der Taille hochzuheben, aber ich schaffte vielleicht 30 Zentimeter, ehe meine Arme vor Anstrengung zu zittern begannen. Wenn ich etwas hätte, auf das ich seine Leiche rollen könnte, etwas, das über den Boden glitte, wäre ich vielleicht in der Lage, ihn zu bewegen. Ich hatte keine Plane in der Nähe des Brennholzes gesehen, aber irgendwo musste er eine haben, vielleicht im Schuppen. Nachdem ich fünf Schlüssel an seinem riesen Schlüsselbund ausprobiert hatte, gelang es mir, das Vorhängeschloss zu öffnen. Halb erwartete ich, den Hirsch immer noch an der Decke hängen zu sehen, aber es gab keine Spur von ihm, und auf einem Regal über der Gefriertruhe fand ich eine orangene Plane. Ich faltete sie neben seiner Leiche auseinander und überlegte, wie ich sie mit der Axt im Kopf auf die Plane rollen sollte. Verdammt, die Axt musste erst raus. Ich schlang die Hände um den Griff, schloss die Augen und riss die Axt heraus. Ich ließ sie fallen und übergab mich. Sobald sich mein Magen wieder beruhigt hatte, kniete ich mich neben die Leiche und rollte sie auf die Plane. Er fiel auf den Rücken. Glasige blaue Augen starrten in den Himmel. Sein Gesicht war bereits fahl und der Mund erschlafft. Hastig schloss ich seine Augen, nicht aus Respekt vor dem Toten, sondern weil ich daran dachte, wie oft ich mich hatte zwingen müssen, sie anzusehen. Mit dem Rücken zu ihm packte ich den Rand der Plane und zog ihn hinüber in den Schuppen. Ihn über die Türschwelle zu bekommen, war knifflig, weil er auf der Plane immer weiter nach unten rutschte. Schließlich musste ich sie wieder herausziehen, ihn darauf nach oben zerren und die Enden über ihm zusammenschlagen wie eine Serviette. Mit beiden Enden in den Händen ruckelte, zerrte, schob und zog ich ihn hinein. Ich fand ein paar Gummischnüre, die ich fest um seine Beine und seinen Oberkörper schlang. Während ich ihn wie eine Mumie einwickelte, sagte ich mir unablässig, dass er mir nie wieder wehtun würde. Ich glaubte es keine Sekunde. Ausgedörrt, Schweiß überströmt und am ganzen Körper zitternd schloss ich den Schuppen ab und ging in die Hütte, um etwas Wasser zu trinken. Sobald ich meinen Durst gestillt hatte, legte ich mich aufs Bett, umklammerte die Schlüssel und starrte auf die Taschenuhr am Schlüsselring. Zum ersten Mal seit fast einem Jahr konnte ich die Zeit selbst ablesen. Zuerst dachte ich gar nichts. Ich lauschte nur dem Ticken des Sekundenzeigers. Dann dachte ich, ich bin frei. Ich bin verdammt nochmal endlich frei. Aber warum fühlte ich mich nicht frei? Ich bin eine Mörderin. Ich bin genau wie er. Ich war nur seinen Körper losgeworden. Während einer der ersten Pressekonferenzen, die ich nach meiner Heimkehr gegeben habe, hielt ein Typ im Publikum eine Bibel hoch und psalmodierte »Du sollst nicht töten! Du wirst in die Hölle kommen!« Die Menge schnappte kollektiv nach Luft, während die Umstehenden ihn fortzerrten. Blitze zuckten und jemand hielt mir ein Mikrofon unter die Nase. »Wie antworten Sie darauf, Annie?« Als ich über die Menge blickte, dachte ich, ich bin bereits in der Hölle. Manchmal wünschte ich, ich könnte mit meiner Mom über diese Dinge sprechen, Doc. über Schuld und Bedauern und Scham. Aber so wie ich ein Talent dafür habe, mir die ganze Schuld zu geben, ist Mom äußerst begabt darin, sich davor zu drücken. Das ist einer der Gründe, warum ich seit unserem Streit immer noch nicht mit ihr geredet habe. Und sie hat es auch nicht versucht. Das überrascht mich nicht. Aber ich hätte gedacht, dass Wayne sich inzwischen gemeldet hätte. Verdammt, ich bin zur Zeit so einsam, dass ich es vielleicht sogar einmal ernsthaft mit ihrem »sie deinen Ängsten in die Augen Experiment versuchen sollte. Es ist einfach nur dumm, dass ich immer noch das Gefühl habe, in Gefahr zu schweben. Der Psycho ist tot. Ich bin so sicher, wie ich nur sein kann. Aber kann das vielleicht mal jemand meiner Psyche erklären? Siebzehnte Sitzung »Wissen Sie doch, die ganze Zeit, selbst wenn Sie mir irgendwelche Techniken erläutern, damit ich mit meinen Ängsten umzugehen lerne, sage ich mir, dass Sie irgendwann schon von alleine verschwinden werden. Besonders nachdem ich das ganze Zeug über Trauerarbeit gelesen habe. Doch dann ist letzte Woche irgendein Arschloch in mein Haus eingebrochen. Ich kam von meinem Morgenlauf zurück, nur um festzustellen, dass der Alarm plärrte, die Kopse in meiner Auffahrt standen, meine Hintertür aufgebrochen war und mein Schlafzimmerfenster offen stand. Den abgebrochenen Zweigen in der Hecke nach zu urteilen, ist der Bastard auf diesem Weg getürmt. Es schien nichts zu fehlen und die Kops sagten, es hätte in letzter Zeit ein paar Einbrüche in der Nachbarschaft gegeben, als würde ich mich dadurch besser fühlen. Nachdem alle weg waren und ich nicht mehr am ganzen Körper zitterte, ging ich in mein Schlafzimmer, um mich umzuziehen. Ein Gedanke ließ mich mitten in der Diele stehen bleiben. Warum sollte jemand das Risiko eingehen und irgendwo einbrechen, ohne etwas mitzunehmen? Irgendetwas stimmte hier nicht. Nachdem ich die Hintertür und das Fenster zugenagelt hatte, packte ich das schnurlose Telefon und versteckte mich für den Rest des Tages im Dielen-Schrank. Gary, der Kopf, von dem ich ihnen erzählt habe, hat mich später angerufen, um sich zu vergewissern, dass es mir gut ging, was ziemlich nett von ihm war, da er mit Einbrüchen eigentlich nichts zu tun hat. Er bestätigte, was die anderen Cops gesagt hatten, dass es höchst wahrscheinlich ein Zufall war und dass der Kerl reingestürmt ist, um sich zu schnappen, was er konnte und dann in Panik geraten ist und das Haus auf dem schnellsten Weg wieder verlassen hat. Außerdem schlug er vor, ich solle jemanden anrufen, damit er oder sie bei mir bliebe oder zu einer Freundin fahren, bis die Hintertür repariert sei. Ich mochte vielleicht zu Tode erschrocken sein, aber auf gar keinen Fall würde ich zu meiner Mutter gehen. Und Freunde? Als ich zurückgekommen bin, haben alle Freunde, alte Arbeitskollegen, Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, so einen Riesenwirbel veranstaltet, dass ich damit überhaupt nicht umgehen konnte. Aber wissen Sie, die Leute versuchen es eine Zeit lang. Doch wenn man ihnen immer wieder die Tür vor der Nase zuschlägt, ziehen sie sich schließlich zurück. Christina ist die Einzige, die ich eventuell fragen könnte. Aber sie wissen ja, was da passiert ist. Oder zumindest wissen sie darüber genauso viel wie ich, weil ich immer noch nicht kapiere, warum ich so böse auf sie reagiert habe. Natürlich habe ich auch daran gedacht, umzuziehen, aber verdammt, ich liebe dieses Haus. Und wenn ich es jemals verkaufen sollte, dann bestimmt nicht wegen eines beschissenen Einbrechers. Nicht, dass ich es überhaupt könnte. Wie soll ich denn einen neuen Kredit bekommen? Ich habe schon daran gedacht, mir eine Arbeit zu suchen. Ich habe eine ganze Reihe neuer Fertigkeiten, aber ich hasse die Vorstellung, was für einen Job mir die bescheren würden. All das führt mich zu Lukes Anruf, als ich nach der letzten Sitzung nach Hause kam. Mein Buchhalter hat gekündigt, Annie. Könntest du den Job vielleicht übernehmen, bis ich jemand anders gefunden habe? Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe nicht, Luke. Wer redet davon, dass du Hilfe brauchst? Ich brauche deine Hilfe. Buchführung ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der gut mit Zahlen umgehen kann. Ich kann dir die Unterlagen nach Hause bringen. Du müsstest nicht einmal ins Restaurant kommen. Ich glaube, ich habe schließlich aus lauter Verlegenheit ja gesagt. Ich könnte es ja mal versuchen, ehe ich begriff, auf was ich mich da eingelassen hatte. Gestern Abend hat Luke eine Nachricht hinterlassen, dass er an diesem Wochenende vorbeikommen würde, um ein Buchführungsprogramm auf meinem Computer zu installieren. Er klang so verdammt dankbar, dass ich nicht wusste, wie ich da wieder rauskommen sollte. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt wollte. Letzten Montag hatte ich eine Erkältung, die immer schlimmer zu werden drohte, und saß angeschlagen in einem blauen Flanell-Pyjama und meinen Igel-Hausschuhen auf dem Sofa, eine Schachtel Taschentücher auf dem Schoß. Am Ende meiner Auffahrt fiel eine Autotür ins Schloss. Eine Sekunde lang hielt ich den Atem an und lauschte. Waren da Schritte auf dem Kies? Ich spähte aus dem Fenster, konnte aber in der Dunkelheit nichts erkennen. Ich packte den Schürhaken vom Kamin. Leise Schritte auf den Stufen. Dann Stille. Den Schürhaken fest umklammert, lugte ich durch den Spion, konnte jedoch nichts sehen. Scharrende Geräusche am unteren Ende der Tür. Emma bellte. Ich schrie, ich weiß, dass Sie da draußen sind. Sie sagen mir besser, wer Sie sind. Um Himmels Willen, Annie, ich habe doch nur deine Zeitung aufgesammelt. Mom. Ich entriegelte das Bolzenschloss. Emma beschnüffelte Mom und verschwand schnurstracks in meinem Zimmer, wo sie sich vermutlich unterm Bett verkroch. Am liebsten hätte ich es genauso gemacht. Mom, warum hast du nicht vorher angerufen? Mit einer schwungvollen Kopfbewegung, die ihren Pony aufschimmern ließ, drückte sie mir die Zeitung in die Hand und ging wieder raus. Ich packte sie an den Schultern. Warte, ich meinte nicht, dass du gehen sollst, aber du hast mich zu Tode erschreckt. Ich war gerade eingedöst. Sie drehte sich um und sagte, tut mir leid. Das haute mich echt um. Ich kann mich nicht erinnern, wann meine Mom sich das letzte Mal bei mir für irgendetwas entschuldigt hätte. Ihr Blick wanderte nach unten auf meine Igelhausschuhe und ehe sie einen Kommentar über meine Schuhe abgeben konnte, sagte ich, möchtest du hereinkommen? Als sie im Flur stand, stellte ich fest, dass sie mit einer Hand eine braune Papiertüte an ihre Brust gepresst hielt. In der anderen Hand hielt sie eine Tupperdose, die sie mir jetzt entgegenstreckte. Wayne hat mich auf dem Weg in die Stadt mitgenommen. Ich habe ein paar Annie-Bär-Kekse für dich gebacken. Erdnussbutterkekse in Form einer Bärentatze. Als ich Kind war, hat sie die Kekse für mich gebacken, wenn ich traurig war oder sie sich wegen irgendetwas schuldig fühlte, was nicht häufig der Fall war. Sie musste ein schlechtes Gewissen wegen unseres Streits haben. Das ist wirklich lieb von ihr, Mom. Sie erwiderte nichts, stand nur da und ließ den Blick durch mein Haus schweifen. Dann ging sie zu dem Fahren auf dem Kamin und strich mit den Fingern über seine trockenen Blätter. Ehe sie meine Fähigkeiten als Zimmergärtnerin kritisieren konnte, sagte ich, ich weiß nicht, ob du länger bleiben willst. Ich bin erkältet. Aber wenn ja, dann könnte ich uns Tee machen. Du bist krank? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Sie wurde munter, als hätte sie das Große losgezogen. Warum legst du dich nicht hin, während ich dir einen heißen Zitronentee mit Honig mache? Ihr zu sagen, dass ich durchaus in der Lage sei, mir selbst Wasser heiß zu machen, hätte mir nur einen tadelnden Blick eingebracht. Also ließ ich mich auf das Sofa sinken. Gerne. Der Tee ist über dem Herd. Sobald sie mir einen Becher mit dampfender Flüssigkeit und einen Teller mit Annie-Bär- Keksen gebracht und sich selbst ein großzügiges Glas von dem Rotwein eingeschenkt hatte, der noch in der Küche stand, setzte sie sich ans andere Ende der Couch und breitete meine Decke über uns beide aus. Sie nahm einen tiefen Schluck Wein, reichte mir das Paket und sagte, ich habe das Fotoalbum gefunden, von dem du geredet hast. Es muss irgendwie zwischen meine Sachen geraten sein. Natürlich. Aber ich sagte nichts dazu. Sie hatte die Bilder zurückgebracht und der heiße Tee verbreitete eine angenehme Wärme in meinem Körper. Als ich das Album durchzublättern begann, nahm Mom einen Umschlag aus ihrer Handtasche und reichte ihn mir. Diese hier hattest du nicht, also habe ich Abzüge für dich machen lassen. Überrascht von der unerwarteten Geste betrachtete ich das erste Bild. Es zeigte Daisy und sie in einer der Eissporthallen der Stadt. Sie trugen das gleiche Outfit, die gleichen Pferdeschwänze und die gleichen Schlittschuhe. Daisy muss etwa 15 gewesen sein, also war das Foto kurz vor dem Unfall aufgenommen worden und in dem rosafarbenen Glitzeroutfit sah am Arm genauso alt aus wie Daisy. Die Leute haben mir ständig erzählt, dass wir gut Schwestern hätten sein können, sagte sie. Ich wollte sagen, wirklich, das sehe ich überhaupt nicht. Du warst hübscher. Annie, deine Schwester war großartig. Ich sah ihr ins Gesicht. Ihre Augen glänzten und ich wusste, dass sie sich freute. Sie war meiner Meinung. Während sie sich noch mehr Wein holte, sah ich mir die übrigen Fotos an. Und als sie mit einem vollen Glas in der Hand wieder Platz nahm, dieses Mal hatte sie die halbvolle Flasche gleich mitgebracht, hielt ich gerade das letzte Bild in der Hand, von Dad und ihr an ihrem Hochzeitstag. Dein Kleid war wunderschön. Ich betrachtete den gefälligen Ausschnitt und den langen, perlenbesetzten Schleier über ihrem blonden Haar. Sie beugte sich zu mir und sagte, ich habe es nach einem Muster genäht, das Val eines Tages für ihr eigenes Hochzeitskleid benutzen wollte. Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht den richtigen Busen dafür hat. Mom lachte. Kannst du dir vorstellen, dass sie mir das nie verziehen hat? Das oder dass ich mit deinem Vater ausgegangen bin. Es sei es mein Fehler gewesen, dass er mich lieber mochte. Tante Val war mal mit Dad zusammen? Sie sind nur ein paar Mal miteinander ausgegangen, aber vermutlich glaubte sie, sie seien schon mehr als Freunde. Auf der Hochzeit war sie einfach schrecklich und hat kaum mit mir gesprochen. Habe ich dir schon einmal von unserer Hochzeitstorte erzählt? Sie war dreistöckig. Während Mom Schritt für Schritt ihre Hochzeitsfeier durchging, mit allen Details, die ich schon Millionen Mal gehört hatte, dachte ich über Tante Val nach. Kein Wunder, dass sie ständig versuchte, es Mom heimzuzahlen. Vielleicht erklärte das auch ihre Haltung Daisy und mir gegenüber. Als wir klein waren, haben sie und Mom am Wochenende oft abwechselnd auf die Kinder aufgepasst. Daisy und mir graute davor. Mich hatte Tante Val meistens ignoriert, aber ich könnte schwören, dass sie Daisy hasste. Jeder Grund war ihr Recht, um sich über sie lustig zu machen, während Tamara und ihr Bruder Jason kicherten. Nach dem Unfall haben unsere Familien nicht mehr viel miteinander unternommen. Wayne und Onkel Mark mochten sich nicht. Und so blieb es meistens an Tante Val und Mom hängen. Wenn sie uns Kinder mitnahmen, ärgerte mich mein Cousin bis zur Weißglut. Aber Tamara ging auf Distanz. Ich hielt sie für hochnäsig. Jetzt kapierte ich, dass ihre Mutter mich vermutlich genauso schlecht gemacht hat, wie meine Mom sie. Eines Nachmittags, nachdem ich mein Haus gerade frisch bezogen hatte, schauten Mom und Tante Val nach einem Shoppingausflug herein. Tante Val schaute sich um, dann fragte sie mich, wie mir der Job als Maklerin gefiele. Gut. Ich mag die Herausforderung. Tamara blüht dabei auch regelrecht auf. Sie hat in diesem Quartal eine Auszeichnung für den höchsten Umsatz in ihrer Firma erhalten, eine Flasche Dom Perignon und einen Wochenendausflug nach Whistler. Bietet dein Büro auch so etwas an, Annie? Netter Versuch, wenn auch alles andere als subtil. Für Clayton Falls war mein Büro groß, aber es reichte nicht annähernd an Tamara's Firma in der City von Vancouver heran. Ehe ich antworten konnte, sagte Mom, ach, macht sie immer noch Verkauf? Annie übernimmt jetzt die Leitung für ein riesiges Projekt. Ein Apartmentkomplex, direkt am Wasser. Ich bin sicher, dass Tamara eines Tages auch ein eigenes Projekt bekommt, Val. Vielleicht kann Annie ihr ein paar Tipps geben. Mom lächelte Tante Val zu, die aussah, als hätte sich der Tee in ihrem Mund gerade in Gift verwandelt. Doch natürlich fing sich Tante Val rasch wieder. Das ist lieb von dir, aber Tamara ist der Meinung, dass sich mit dem Verkauf von Häusern mehr Geld verdienen lässt und will nicht Jahre damit zubringen, ein Projekt zu vermarkten, das sich womöglich noch nicht einmal verkauft. Aber ich bin sicher, dass Annie ihre Sache fantastisch machen wird. Moms Gesicht wurde rot, aber dann schaffte sie es, ein Lächeln hervorzuzwingen und wechselte das Thema. Weiß der Teufel, wie die beiden es als Kinder zusammen ausgehalten hatten. Mom sprach nie viel von ihrer Kindheit, aber ich weiß, dass ihr Dad sich von ihrer Mutter trennte, als sie noch ziemlich klein war und ihre Mom einen anderen Versager heiratete. Sie hatte einen älteren Stiefbruder, Dwight, der im Gefängnis sitzt. Mit 19 hatte er eine Bank überfallen, kurz vor Moms Hochzeit, saß seine Strafe ab und wurde einen Monat nach dem Unfall entlassen. Er schaffte es jedoch, eine Woche später erneut verhaftet zu werden. Beim letzten Mal hat der Idiot sogar einem Wachmann ins Bein geschossen. Ich habe ihn nie kennengelernt und Mom weigert sich, über ihn zu sprechen. Einmal habe ich den Fehler begangen und sie gefragt, ob wir ihn nicht mal besuchen könnten. Sie ist ausgeflippt. Denkt nicht einmal daran, in die Nähe dieses Mannes zu kommen. Als ich einwandte, aber Tamara hat gesagt, dass Tante Val mit ihnen hingegangen ist, bescherte mir das eine zugeknallte Tür. Nachdem wir in das beschissene kleine Haus gezogen waren, kam ich eines Tages aus der Schule und fand Mom auf dem Sofa, einen Brief in der Hand und eine halbleere Flasche Wodka neben sich. Sie sah aus, als hätte sie geweint. Was ist los, Mom? Ihre Stimme klang erbittert. Ich werde nicht zulassen, dass das noch einmal vorkommt. Sie hielt ein Feuerzeug an den Brief und warf ihn in den Aschenbecher. Als das Papier verbrannt war, nahm sie die Flasche und torkelte in ihr Zimmer. Auf dem Küchentisch fand ich einen Briefumschlag mit einem Gefängnis als Absender. Am nächsten Morgen war der Briefumschlag verschwunden. Ich landete wieder in der Gegenwart, als Mom sagte, weißt du, Luke ist seinem Vater sehr ähnlich. Findest du? Er ist genauso geduldig wie Dad, das auf jeden Fall. Wir haben in der letzten Zeit öfter telefoniert. Ich werde ihm bei seiner Buchführung helfen. Buchführung? Du hast Buchführung. Ich zuckte die Achseln. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Du hast also noch nicht mit einem Produzenten gesprochen? Ich habe beschlossen, dass ich kein Geld mehr aus dem herausschlagen will, was mir zugestoßen ist. Annie, du solltest wirklich noch einmal darüber nachdenken. Du kannst dir den Luxus nicht leisten, dir noch mehr Zeit zu lassen. Mom machte ein besorgtes Gesicht. Buchführung für Luke. Wie lange soll das gehen? Ich erinnerte mich an den Anruf einer Filmproduzentin vor ein paar Tagen. Ehe ich auflegen konnte, sagte sie, ich weiß, dass Sie es leid sein müssen, ständig belästigt zu werden. Aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie mir nur ein paar Minuten schenken und mir zuhören und Sie dann immer noch Nein sagen, werde ich Sie nie wieder anrufen. Etwas an ihrem Ton rührte mich, also sagte ich ihr, sie solle fortfahren. Ihre Idee war, dass ich die Sache aus meiner Sicht richtig stellen könnte. Und sie sagte, dass meine Geschichte Frauen überall auf der Welt Mut machen würde. Dann fragte sie, was hält Sie davon ab? Wenn Sie mir erzählen, wovor Sie sich fürchten, kann ich vielleicht sehen, was ich für Sie machen kann. Sorry, Sie können gerne reden, aber Ihnen meine Gründe offen zu legen, war kein Teil der Vereinbarung. Also redete sie. Und es war, es wüsste sie genau, wovor ich Angst hatte und was ich hören wollte. Sie sagte sogar, ich bekäme das letzte Wort beim Drehbuch und hätte ein Vetorecht bei den Schauspielern. Und sie sagte, dass das Geld für den Rest meines Lebens reichen würde. Ich sagte, ich bleibe bei meinem Nein. Aber wenn sich daran irgendetwas ändert, werde ich Sie als Erste anrufen. Ich hoffe, Sie werden es tun. Aber hoffentlich verstehen Sie auch, dass dieses Angebot nicht unbegrenzt gültig ist. Sie hatte Recht. Und Mom hatte ebenfalls Recht. Wenn ich noch länger wartete, würde ich richtig pleite sein. Mom wandte den Blick vom Fernseher ab, nahm einen weiteren Schluck Wein. Ich sagte, hast du einer Filmproduzentin meine Nummer gegeben? Sie hielt inne. Das Glas schwebte in der Luft. Hatte ich jemand angerufen? Ja, deshalb frage ich ja. Meine Nummer steht nicht im Telefonbuch. Doch. Sie zuckte die Achseln. Och, solche Leute finden immer einen Weg. Red nicht mit denen, Mom, bitte. Einen Moment sahen wir einander in die Augen. Dann ließ sie den Kopf auf die Rückenlehne meines Sofas sinken. Ich weiß, dass ich Haarzeugmädchen war. Aber ich wollte doch bloß, dass ihr es einmal besser habt als ich. Ich wartete darauf, dass sie noch mehr sagte, aber sie deutete nur mit dem Weinglas in der Hand auf den Fernseher. Erinnerst du dich noch, wie ich Daisy und dich aufbleiben ließ, damit ihr euch das da ansehen könnt? Jetzt erst sah ich, dass sie auf die Ankündigung von vom Winde verweht starrte. Klar. Du bist mit uns zusammen aufgeblieben und wir haben alle im Wohnzimmer geschlafen. Bei der Erinnerung daran lächelte sie, aber ihre Miene war traurig. Als sie sich zu mir umwandte, sah sie nachdenklich aus. Er fängt in einer Stunde an. Wenn du krank bist, kann ich über Nacht hierbleiben. Ich weiß nicht, ich wollte um sieben aufstehen und laufen und... Sie wandte sich wieder dem Fernseher zu. Ihr plötzliches Desinteresse schmerzte mehr, als ich zugeben wollte. Okay, klar, vielleicht ist es ganz nett, mal etwas Gesellschaft zu haben. Sie schenkte mir ein Lächeln. Dann bleibe ich hier, Annie Bär. Sie zerrte die Kissen vom Sofa und begann mitten auf dem Wohnzimmerboden ein Bett zu bauen. Später am Abend, während wir vom Winde verweht schauten, presste Mom ihren schmalen Körper gegen meinen Rücken. Als ihr Atem mich kitzelte und ihr Arm auf mir lag, starrte ich auf ihre zierliche Hand, die meine Haut berührte, und begriff, dass es das erste Mal war, dass ich jemanden so nah körperlich an mich heranließ, seit ich vom Berg zurückgekommen war. Ich drehte meinen Kopf weg, damit sie meine Tränen nicht auf ihrem Arm spürte. Achtzehnte Sitzung. Auf dem Weg zu ihrer Praxis bin ich an einer Anschlagtafel vorbeigekommen und einer Konzertankündigung ist mir ins Auge gefallen. Ich habe das Plakat genauer betrachtet und dabei einen Teil eines anderen Flyers entdeckt, der darunter klebte. Verdammt, Doc. Es war ein Flyer mit meinem Gesicht darauf. Meinem Gesicht und darüber die Worte Maklerin vermisst. Ich habe auf den Zettel gestarrt und bis ein Tropfen auf meiner Hand landete, merkte ich nicht einmal, dass ich weinte. Vielleicht sollte ich einen eigenen Flyer entwerfen. Immer noch vermisst. Jetzt, wo der Schock, den der Anblick meines Bildes ausgelöst hat, sich langsam legt, möchte ich darüber reden, was dabei herausgekommen ist, als ich mich endlich doch hingesetzt und eine Liste mit allen Menschen in meinem Leben gemacht habe, wie sie es vorgeschlagen haben. Jawohl, ich habe tatsächlich einen ihrer Vorschläge ausprobiert. Irgendetwas musste ich schließlich tun. Ich konnte nicht immer nur herumsitzen und mich wegen dieses Einbruchs selbst verrückt machen. Ich begann mit denen, die mir am nächsten stehen. Luke, Christina, Mom, Wayne, alle Familienangehörigen wie Tamara, Jason, Tante Val und ihr Mann Mark und ließ hinter den Namen Platz, um alle Gründe aufzulisten, die der Betreffende haben könnte, mir zu schaden. Als nächstes erweiterte ich die Liste um alle Leute, die ich vielleicht irgendwann einmal vergrätzt habe. Frühere Klienten, Kollegen, Ex-Freunde. Ich bin nie verklagt worden. Und der einzige Makler, der vielleicht ein Problem mit mir haben könnte, ist der geheimnisvolle Konkurrent bei der Bewerbung um das Apartmenthausprojekt, an dem ich vor meiner Entführung dran war. Ich saß an meinem Tisch und starrte auf diese lächerliche Liste von Gründen wie habe das Grundstück bekommen, das sie wollte, habe nicht zurückgerufen, habe ihr Haus nicht schnell genug verkauft, habe eine seiner CDs behalten. Als ich versuchte, mir vorzustellen, dass irgendjemand von diesen Leuten bei mir einbricht, schüttelte ich den Kopf. Natürlich war es nur ein Einbrecher gewesen, wahrscheinlich irgendein Junkie, der sich seinen nächsten Schuss beschaffen musste. Und er wird nicht noch einmal wiederkommen, jetzt wo er weiß, dass ich eine Alarmanlage habe. Obwohl ich mir total blöd vorgekommen bin, als ich diese Liste gemacht habe, bin ich froh, dass ich es getan habe. Ich habe danach sogar gut in meinem Bett geschlafen. Als Luke am Samstagnachmittag vorbeikam, um die Buchführungssoftware zu installieren, war ich so bereit, wie ich nur sein konnte. Luke sah umwerfend aus, als ich auf sein Klopfen hin die Tür öffnete. Emma tobte wie eine Wilde herum und rannte ihm ständig um die Füße. Auf sein »Hi« antwortete ich mit einem kaum hörbaren »Hallo«. Dann trat ich zurück, damit er hereinkommen konnte. Verlegen standen wir in meiner Diele. Er hob einen Arm, als wollte er mich berühren. Dann ließ er ihn wieder sinken. Angesichts meiner Reaktion bei den letzten beiden Malen, als er versucht hatte, mich zu berühren, überraschte mich das nicht. Er hockte sich hin, um Emma zu streicheln. Sie sieht klasse aus, was? Ich hatte überlegt, ob ich Diesel mitbringen soll, aber ich wusste nicht, ob das nicht so viel Chaos wäre. Immer noch am Boden hockend, blickte er auf und sah mir lächelnd in die Augen. Also, sollen wir uns dieses Programm einmal ansehen? Übrigens, du siehst ebenfalls klasse aus. Die nächste Stunde ging ihm nur vorbei, während er mir zeigte, wie ich das Programm einrichten musste und wie es uns gemeinsam anschauten. Er war gerade dabei, mir einen Menüpunkt zu erklären, als ich herausplatzte »Als du damals gesehen hast, wie ich aus dem Supermarkt gegangen bin, hatte ich dich mit einer Frau gesehen. Darum hatte ich es so eilig.« »Annie, ich...« »Und als du mich im Krankenhaus besucht hast, warst du so verdammt lieb. Aber ich konnte damit einfach nicht umgehen, mit dir nicht, mit gar nichts. Danach habe ich die Schwester gebeten, dir zu sagen, dass ich nur Besuch von der Familie und der Polizei bekommen darf. Ich habe mich dafür gehasst. Es war so lieb von dir, du bist immer so lieb und ich bin so eine...« »Annie, an dem Tag, an dem du entführt wurdest, bin ich zu spät zum Abendessen gekommen. Das hatte ich nicht gewusst. Im Restaurant war viel los gewesen und ich hatte nicht auf die Zeit geachtet. Ich hatte nicht einmal angerufen, als die Open-House-Besichtigung vorbei war, wie ich es sonst immer getan habe. Und als ich schließlich bei dir anrief, während ich mit einer halben Stunde Verspätung unterwegs zu dir war und du nicht rangegangen bist, dachte ich, du wärst einfach nur sauer. Und als dein Auto nicht da war, nahm ich an, ein Klient hätte dich aufgehalten. Also bin ich nach Hause gefahren, um zu warten. Erst als du nach einer Stunde immer noch nicht ans Telefon gegangen bist, bin ich zu der Adresse gefahren, wo die Open-House-Besichtigung stattgefunden hatte. Er holte Tiefluft. »Als ich deinen Wagen in der Auffahrt sah und deine Sachen auf dem Tresen, habe ich auf der Stelle deine Mom angerufen.« Mom traf sich mit Luke auf der Polizeistation, überzeugte den wachhabenden Officer davon, dass ich meinen Freund niemals sitzen lassen würde und war mit im Haus, als die Cops meine Handtasche in einem Schrank fanden, wo ich sie wie immer sicherheitshalber versteckt hatte. Da es keine Anzeichen eines Kampfes gab, war Luke am Anfang ihr Hauptverdächtiger. Nach ein paar Wochen habe ich fast jeden Abend nach der Arbeit im Restaurant getrunken. Ich habe eine Menge dummer Sachen gemacht, Dinge, die ich nie getan hätte. Ich fragte mich, von welchen dummen Sachen er sprach. Aber er sah so verlegen aus, dass ich sagte, mach dich nicht selbstfertig. Du hast besser reagiert, als ich es wahrscheinlich hingekriegt hätte. Emma schob ihren Kopf zwischen uns. Wir streichelten sie ein paar Mal und sie zog wieder ab. Ich bin ein paar Mal mit der Frau ausgegangen, die du gesehen hast. Aber am Ende habe ich nur über dich und den Fall geredet. Da wusste ich, dass ich noch nicht so weit bin. Was ich versuche zu sagen, Annie, ist, dass ich immer noch genauso durcheinander bin wie du. Und dass wir uns beide verändert haben. Ich wünschte, ich könnte dir mehr helfen. Früher hast du mir immer gesagt, wie sicher du dich bei mir fühlst. Er lächelte mich traurig an. Ich habe mich bei dir sicher gefühlt. Aber jetzt fühle ich mich bei niemandem mehr sicher. Da muss ich ganz alleine durch. Er nickte. Das kann ich verstehen. Gut. Kannst du mir dann bitte helfen, dein blödes Programm zu verstehen? Er lachte. Etwa 20 Minuten später waren wir fertig. Und gerade als ich noch überlegte, ob ich ihn zum Abendessen einladen sollte, sagte er, dass er zurück zum Restaurant müsste. An der Tür trat er auf mich zu und zögerte eine Sekunde. Ich ging zu ihm und er schloss mich in die Arme. Gegen mein Haar gepresst, murmelte er. Es war wirklich schön, dich zu sehen, Annie. Ich nickte. Und als wir uns langsam wieder voneinander lösten, hielt ich den Blick gesenkt, bis ich die Tränen weggeblinzelt hatte. Ich schlief auf dem Bett ein, auf dem ich zusammengebrochen war, nachdem ich den Psycho umgebracht hatte. Das Pochen meiner Brüste weckte mich auf. Meine Milch war immer noch nicht ganz versiegt. Als erstes wurde mir bewusst, dass sich die Schlüssel umklammert hielt. Meine Blase trieb mich ins Badezimmer, aber ich überprüfte die Uhrzeit und stellte fest, dass ich noch zehn Minuten warten musste. Als ich versuchte, trotzdem zu pinkeln, war meine Blase wie gelähmt. Zehn Minuten später, kein Problem. Auf meinem Weg zurück ins Bett streifte ich mit dem Bein die Babydecke im Korb. Ich hob sie auf und drückte sie ans Gesicht, atmete die letzten Spuren ihres Dufts ein. Meine Tochter war immer noch da draußen. Allein. Ich musste sie finden. Ich ging hinunter zum Fluss und suchte das Ufer in beide Richtungen ab. Als ich dort keine Spur von ihr fand, überprüfte ich jeden Zentimeter der Lichtung nach Anzeichen von frisch umgegrabener Erde, aber ich konnte nichts finden. Ich grub sogar mit bloßen Fingern in der weichen Gartenerde rund um die Hütte und kroch unter die Veranda. Der einzige Ort, den ich am Ende nicht durchsucht hatte, war der Schuppen. Die Sommersonne hatte den ganzen Morgen über den Metallschuppen gestanden und als ich die Tür öffnete, wehte mir der Gestank seines bereits verwesenden Leichnams entgegen. Ich konzentrierte mich darauf, durch den Mund zu atmen und schlich auf Zehenspitzen um seine Leiche herum. Mit zitternden Händen räumte ich die Gefriertruhe aus. Sie war nicht darin. Ich entdeckte eine Falltür und darunter Stufen, die in einen Rübenkeller führten. Dort gab es lediglich einige Kartons und in einer alten Kaffeekanne eine Geldrolle, die mit einem rosa Haargummi zusammengehalten wurde. Ich hoffte, das Haargummi gehörte nicht einer anderen Frau, der etwas angetan hatte. Es war nicht viel Geld, also nahm ich an, dass er irgendwo anders noch mehr gebunkert hatte. Jedes Mal, wenn ich einen Karton öffnete, hatte ich Angst, ich könnte die Leiche meines Babys darin entdecken. Aber der letzte Karton enthielt nur mein gelbes Kostüm und all meine Bilder und Zeitungsannoncen. Ich ließ das Kostüm im Karton, nahm nur das Foto mit, das aus meinem Büro stammen musste und ging zurück nach oben. Das einzige Gebiet, das ich nicht durchsucht hatte, war der Wald, der uns umgab. Also packte ich Proteinriegel und eine Thermoskanne mit Wasser in einen alten Rucksack, den ich im Keller gefunden hatte. Ich wollte gerade gehen, als ich auf dem Küchentresen das Foto von mir neben der Decke meines Babys und einem der Strampelanzüge sah. Ich tat alles zu den anderen Schätzen in meinen Rucksack. Kurz nachdem ich den Wald rechts von der Hütte betreten hatte, verklang das stetige Rauschen des Flusses, das die Lichtung für gewöhnlich erfüllte. Den Rest des Nachmittags verbrachte ich damit, über- und untertote Baumstämme zu kriechen, in jeder kleinsten Erhebung zu graben und in der Luft nach irgendwelchen Anzeichen von Verwesung zu schnüffeln. Ich war nie mehr als 15 Minuten von der Hütte entfernt und arbeitete mich in einem weiten Radius bis zum höchsten Punkt der Lichtung vor. Als ich die Kuppe schließlich erreicht hatte, entdeckte ich am Beginn der Baumreihe einen schmalen Pfad. Der Freak musste den Van nahe bei der Hütte versteckt haben und so beschloss ich, dem Pfad zu folgen. Nicht viel breiter als ein Truck war er völlig mit Gras überwachsen. Der Weg beschrieb eine Kurve und endete vor einer Wand aus toten Brombeeren und Zweigen. Am Boden glänzte ein Stück Metall in der Sonne. Fieberhaft riss ich die Zweige weg und starrte auf die Rückseite des Vans. Ein schneller Blick ins Handschuhfach förderte keine Brieftasche oder Fahrzeugpapiere zutage, nicht einmal eine Karte gab es. Ich spähte durch die Sitze auf die kümmerige Ladefläche des Vans, entdeckte etwas Stoff, der zu einem Ball zusammengeknüllt war und griff danach. Es war die graue Decke. Das Gefühl des rauen Stoffes in meiner Hand, zusammen mit dem Geruch im Van, war mir nur zu vertraut. Ich versuchte nicht an das zu denken, was dort auf der Ladefläche geschehen war und konzentrierte mich darauf, den Schlüssel im Zündschloss umzudrehen. Sofort plärrte Countrymusik aus dem Radio. Es war so lange her, seit ich das letzte Mal Musik gehört hatte, dass ich lachte. Als der Moderator sprach, fing ich die Worte auf, zurück zu einer werbefreien Stunde. Aber es folgte kein Hinweis darauf, wo ich war. Ich legte den Rückwärtsgang ein und setzte auf dem engen Weg zurück. Nach vielleicht einer halben Stunde hatte ich Asphalt unter den Reifen und etwa 20 Minuten später wurde die Straße gerade. Endlich erfasste meine Nase den vertrauten Geruch des Meeres, vermischt mit dem Schwefelgestank eines Stahlwerks, und ich erreichte eine kleine Stadt. Als ich an einer roten Ampel stoppte, entdeckte ich rechts von mir einen Coffeeshop. Der Duft von gebratenem Speck zog durch mein geöffnetes Fenster und sehnsüchtig sog ich das Aroma auf. Der Psycho hatte mich nie Speck essen lassen. Er sagte, davon würde ich fett werden. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich einen alten Mann beobachtete, der sich ein Stück Speck in den Mund schob. Ich wollte Speck. Einen Teller voll, nichts sonst, nur einen Streifen Speck nach dem anderen. In meinem Kopf flüsterte der Psycho, Du willst doch kein Schwein sein, oder Annie? Ich wandte den Blick ab. Auf der anderen Straßenseite war ein Polizeirevier. 19. Sitzung Ich hoffe, Sie fühlen sich diese Woche wieder besser, Doc. Ich kann es Ihnen wohl schlecht übel nehmen, dass Sie letzte Woche abgesagt haben. Immerhin war ja ich vermutlich diejenige, von der Sie die Erkältung bekommen haben. Ich selbst fühle mich besser, wegen einer Menge Dinge. Begonnen hat es damit, dass die Cops Anfang der Woche angerufen und mir erzählt haben, sie hätten den Kerl geschnappt, der all diese Einbrüche auf dem Kerbholz hatte, es sei nur ein Teenager gewesen. Es wird Sie freuen zu hören, dass ich nicht mehr im Schrank geschlafen habe, seit ich das letzte Mal bei Ihnen war. Und ich habe aufgehört, jeden Abend zu baden. Mehr als die Hälfte der Zeit kann ich ohne irgendeine Atemübung pinkeln, und ich kann essen, wenn ich es brauche. Das Einzige, was weiter an mir nagt, ist dieses blöde Foto, das der Psycho von mir hatte. Dieses ältere. Ich hatte nicht weiter darüber nachgedacht, als ich nach Hause kam. Zu viele andere Dinge waren wichtiger gewesen. Aber dann, nachdem ich es neulich Ihnen gegenüber erwähnt hatte, bin ich in der kleinen Schachtel darauf gestoßen, in der ich das Zeug aufbewahre, das ich vom Berg mitgebracht habe. An meinem Arbeitsplatz bei der Immobilienfirma hatte ich an der Pinnwand über meinem Schreibtisch eine Menge Fotos, und daraus hatte ich geschlossen, dass der Psycho es sich möglicherweise dort unter den Nagel gerissen hatte. Aber warum hätte ich an meinem Arbeitsplatz ein altes Foto von mir aufhängen sollen? Und warum mache ich mich verrückt, indem ich versuche, das herauszufinden? In dieser Woche habe ich darüber nachgedacht, wie Christina und ich früher jede Minute von Lukes Besuch durchgegangen wären, dass wir ihn Szene für Szene analysiert hätten. Und plötzlich vermisste ich sie. Ich dachte daran, wie erleichtert ich gewesen war, nachdem ich meine Liste gemacht hatte, und wie stolz ich gewesen war, als ich Luke endlich gegenüberstand und wählte ihre Handynummer, ehe ich wieder kneifen konnte. Sie sprechen mit Christina. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin's. Annie. Warte eine Sekunde. Ich hörte ihre gedämpfte Stimme, als sie mit jemandem sprach. Dann war sie wieder dran. Tut mir leid, Annie, ist ein hektischer Morgen, aber ich bin so froh, dass du anrufst. Mist, heute ist dein Besichtigungstag. Soll ich später nochmal anrufen? Nein, auf keinen Fall, Lady. Ich habe zu lange darauf gewartet, dass du endlich zum Hörer greifst. Wir schwiegen beide. Ich wusste nicht, wie ich erklären sollte, warum ich ihr und jedem anderen aus dem Weg gegangen war. Also sagte ich, und? Wie geht's so? Mir? Wie immer. Und Drew? Dem geht's gut. Du kennst uns, bei uns ändert sich nie was. Aber wie geht es dir? Ich mache jetzt ein bisschen Buchführung für Luke. Es ist rein geschäftlich, sagte ich, schneller als beabsichtigt. Sie lachte ihr, ich weiß, dass du es faustdick hinter den Ohren hast lachen. Dann sagte sie, hey, wie geht's deiner Mom? Ich habe sie und Wayne neulich in der Stadt gesehen und sie sah etwas, ähm, stockbesoffen aus, scheint in letzter Zeit öfter vorzukommen. Aber vor ein paar Wochen war sie hier und hat mir mein Fotoalbum und ein paar Bilder von Dad und Daisy gebracht, die ich noch nie gesehen hatte. Das hat mich ziemlich umgehauen. Sie dachte, sie hätte dich verloren. Wahrscheinlich versucht sie immer noch, mit der ganzen Geschichte klarzukommen. Ja. Mir war nicht danach, darauf einzugehen, also sagte ich, ich frage mich, was mein Haus wohl im Moment wert ist. Warum? Du denkst doch nicht daran, es zu verkaufen, oder? Es ist nicht mehr dasselbe, seit Mom es vermietet hat. Es riecht nicht einmal mehr nach mir. Ich finde, du solltest dir etwas mehr Zeit lassen, ehe du... Eine Stimme im Hintergrund sagte etwas zu Christina. Verflixt, mein Klient ist gerade aufgekreuzt. Ruf mich heute Abend noch einmal an, okay? Ich möchte wirklich mit dir sprechen. Nach dem Telefongespräch vermisste ich Christina mehr denn je und ich dachte daran, sie an diesem Abend anzurufen, aber beim Abschied hatte sie so geklungen, als wollte sie mir nur wieder erzählen, was ich alles tun und lassen sollte und damit kam ich einfach nicht klar. Als ich also am Samstagnachmittag das Klopfen an meiner Tür hörte und durchs Fenster Christina erspähte, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Ich machte die Tür auf und sah, dass sie ein paar Pinsel in der einen und einen riesigen Farbeimer in der anderen Hand hielt. Mal sehen, was sich wegen deines Hauses machen lässt. Wir strichen ein paar Stunden lang. Dann machten wir eine Pause und setzten uns mit einem Glas Rotwein draußen auf die Veranda. Ein paar Minuten saßen wir schweigend da, dann sah Christina mir direkt in die Augen. Also, was ist zwischen uns passiert? Ich spielte mit dem Stil meines Glases und zuckte die Achseln. Ich weiß nicht, es ist nur... Nur was? Ich finde, wenn Menschen befreundet sind, sollten sie ehrlich zueinander sein. Hast du irgendeinen meiner Vorschläge umgesetzt? Es gibt ein neues Buch von einer Überlebenden, das du unbedingt lesen solltest. Es geht darum, dass die Opfer Mauern bauen müssen. Genau das ist es. Dieses endlose, ständige, du musst. Ich will nicht darüber reden, aber du kannst einfach nicht damit aufhören. Als ich versucht habe, dir zu sagen, dass ich die Kleider nicht will, bist du wie eine Dampfwalze über mich rübergerollt. Eine Minute lang schwiegen wir beide. Dann sagte Christina, wenn du wenigstens gesagt hättest, warum du die Kleider nicht wolltest. Ich kann es nicht erklären. Das ist das Problem. Und wenn du helfen willst, dann musst du mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Hör auf, zu versuchen, mich dazu zu bringen, darüber zu reden. Und hör mit den Versuchen auf, mich zu heilen. Ich stellte mich auf ein Riesentheater ein, aber Christina nickte. Okay, ich werde es versuchen. Aber eine Sache gibt es, die ich dir erzählen muss. Eine Menge Dinge sind geschehen, während du fort warst. Alle waren aufgewühlt. Ich hob die Hand. Stopp. Ich will keine Probleme wälzen. Aber Annie. Nein, kein Aber. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir erzählen würde, dass sie jetzt den Apartmentkomplex am Wasser betreute. Ich habe vor kurzem ihr Logo gesehen, als ich daran vorbeifuhr. Aber der Immobilienmarkt war das Letzte, worüber ich reden wollte. Sie starrte mich zwei Sekunden lang eindringlich an und schüttelte dann den Kopf. In Ordnung. Du hast gewonnen. Aber wenn du mich nicht reden lässt, dann musst du noch ein bisschen streichen. Am nächsten Nachmittag beschloss ich, ein paar Kartons mit meinem Zeug durchzusehen, die ich in Mams Garage gefunden hatte, als ich mir Gartengeräte ausleihen wollte. Der erste war voll mit Preisen und Auszeichnungen, die ich als Maklerin bekommen hatte. Der zweite Karton mit meinen alten Mal- und Zeichensachen, Skizzen und Bildern interessierte mich wesentlich mehr. Zwischen den Blättern eines Skizzenblocks fand ich die Broschüre einer Kunstschule. Ich hatte ganz vergessen, dass ich einmal dorthin gewollt hatte. Ich zog die Broschüre heraus und setzte mich auf die Veranda. Als ich darin blätterte, lächelte ich über die Notizen, die ich am Rand gemacht hatte. Doch das Lächeln verblasste, als ich feststellte, dass ich das Schulgeld eingekringelt und ein großes Fragezeichen dahinter gesetzt hatte. Ich hatte daran gedacht, einen Teilzeitjob anzunehmen, um mir die Kunstschule finanzieren zu können, aber Mom erzählte mir immer wieder, dass Künstler überhaupt kein Geld verdienten. Ich war unsicher, was ich tun sollte und fing einfach an zu arbeiten. Ich stellte mir vor, dass ich mir eines Tages, wenn ich genug angespart hätte, die Sache mit der Schule ja noch einmal überlegen könnte. Doch dazu war es nie gekommen. Christina ist ein paar Mal vorbeigekommen, um mir dabei zu helfen, den Rest des Hauses zu streichen. Sie hat nicht über Probleme geredet, wie ich sie gebeten hatte, aber irgendwie fühlte es sich verkrampft an. Beim letzten Mal hat sie mir von diesem vertrottelten Kopp erzählt, der ihren Selbstverteidigungskurs unterrichtet. Das erinnerte mich direkt an den Kopp, an den ich geriet, als ich vom Berg kam. Ich war froh, eine Frau hinter dem Tresen der Polizeiwache zu sehen. Aber sie schaute nicht einmal von ihrem Kreuzworträtsel auf. Was wollen Sie? Einen Polizisten, glaube ich. Glauben Sie? Nein, ich meine, ja, ich möchte einen Polizisten sprechen. Eigentlich wollte ich am liebsten wieder gehen, aber da winkte sie schon einen Typen heran. Constable Pepper wird Ihnen weiterhelfen, sagte sie. Der Typ sah mich an, schnappte sich ein paar Akten vom Tresen und bedeutete mir, ihm zu folgen. Wir gingen an einem durch eine Glaswand abgetrennten Büro und an drei Cops vorbei, die in einem kleinen, tragbaren Fernseher ein Spiel anschauten. Er schob einen Stapel Akten auf seinem Schreibtisch zur Seite und zeigte auf den Stuhl ihm gegenüber. Er wühlte zwei Minuten lang in seiner Schublade herum, ehe er einen Stift gefunden hatte, der schrieb, und ein paar weitere Minuten gingen dafür drauf, dass er diverse Formulare hervorzog und wieder zurückschob. Endlich war er soweit. Ihr Name, bitte? Annie O'Sullivan. Er sah mich an und suchte jeden Winkel meines Gesichts ab. Dann stand er hastig auf. Einen Moment, ich muss jemanden holen. Er verschwand in dem Glasbüro und begann mit einem Typen mit kurzen, grauen Haaren zu reden, den ich für wichtig hielt, da er der Einzige war, der ein eigenes Büro hatte. Seinen herumwedelnden Händen nach zu urteilen, war Pepper ziemlich aufgeregt. Die Cops beim Fernseher hatten das Gerät leiser gestellt und schauten zwischen mir und dem Büro hin und her. Als ich zum Empfangstresen blickte, stellte ich fest, dass die Frau mich ebenfalls beobachtete. Schließlich verließen der ältere Cop und Pepper, der die Akte trug, das Büro. Der Alte beugte sich tief zu mir runter, stützte eine Hand auf das Knie und streckte mir die andere entgegen. Hallo, mein Name ist Sergeant Jablonski. Annie O'Sullivan. Ich gab ihm die Hand. Schön, Sie kennenzulernen, Annie. Wir würden gerne in Ruhe mit Ihnen reden, wenn das in Ordnung ist. Ich denke schon. Pepper schnappte sich ein paar Notizblöcke und Stifte von seinem Schreibtisch und sagte, wir würden Sie gerne in eines unserer Vernehmungszimmer bringen. Als wir uns von dem Schreibtisch entfernten, standen alle Cops im Raum still. Es war eindeutig ein Kleinstadtrevier. Der kalte Raum mit Betonfußboden, in den sie mich führten, hatte die Größe eines durchschnittlichen Badezimmers. Eine der Wände war mit einem riesigen Spiegel bedeckt. Ich hasste die Vorstellung, dass jemand, den ich nicht sehen konnte, jede meiner Bewegungen beobachtete. Ich zeigte auf den Spiegel. Sitzt jemand dahinter? Im Moment nicht, sagte Jablonski. Ich deutete mit einem Kopfnicken in die linke obere Ecke. Wofür ist die Kamera da? Wir werden Video- und Tonbandaufzeichnungen von der Befragung machen. Das ist die Standardprozedur. Ich schüttelte den Kopf. Sie müssen sie ausschalten. Sie werden vergessen, dass sie überhaupt da ist. Sind Sie Annie O'Sullivan aus Clayton Falls? Ich starrte auf die Kamera. Pepper räusperte sich. Die Stille hielt vielleicht eine Minute an, dann machte Jablonski eine rasche, schneidende Bewegung an seinem Hals. Pepper verließ kurz den Raum und als er wieder da war, war das kleine rote Licht an der Kamera aus. Jablonski sagte, das Tonband müssen wir laufen lassen. Wir dürfen keine Befragung ohne Aufzeichnung durchführen. Versuchen wir es also noch einmal. Sind Sie Annie O'Sullivan aus Clayton Falls? Ja. Bin ich auf Vancouver Island? Wissen Sie das nicht? Sonst würde ich wohl kaum fragen. Ja, Sie sind auf der Insel. Warum erzählen Sie uns nicht einfach, wo Sie gewesen sind? Ich weiß es nicht. Außer, dass es eine Hütte war. Ich weiß nicht, wie ich dort hingekommen bin, weil ich diese Open-House-Besichtigung hatte und ein Typ... Was für ein Typ, fragte Pepper. Es war ein Fremder. Die Besichtigung war fast vorbei und ich ging nach draußen. Was für einen Wagen fuhr er? Einen Van. Welche Farbe? Erinnern Sie sich an die Marke und das Modell? Es ist ein Dodge Caravan, hellbraun. Der Typ hatte eine Immobilienanzeige dabei. Er war kein ehemaliger Kunde. Oder vielleicht jemand, den Sie einmal in einer Bar abgewiesen? Oder mit dem Sie im Internet gechattet haben? Fragte Jablonski. Nein, nein und nein! Er hob die Augenbrauen. Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen uns also erzählen, dass dieser Mann Sie einfach so aus dem Nichts ausgesucht hat? Ich weiß nicht, warum er mich ausgewählt hat. Wir wollen Ihnen helfen, Annie. Aber zuerst müssen wir die Wahrheit wissen. Nein. Ich stand auf, stützte beide Hände auf die Tischplatte, beugte mich vor und brüllte in ihre schockierten Gesichter. Ich sage die Wahrheit! Pepper hielt beide Hände in die Höhe. Ganz ruhig. Regen Sie sich nicht auf! Als sie versuchten, mir aus dem Weg zu gehen und in Richtung Tür hasteten, schrie ich ihnen hinterher. Ich werde kein verdammtes Wort mehr sagen, ehe Sie nicht ein paar richtige Kops rangeschafft haben! Danach ließen sie mich in dem Raum allein. Ich lachte ein paar Sekunden. Dann legte ich den Kopf auf den Tisch und weinte. Zwanzigste Sitzung Ich weiß nicht, ob Sie am Wochenende den Artikel in der Zeitung gelesen haben, Doc, aber man hat in einem Schuppen auf dem Grundstück des Teenagers ein paar der gestohlenen Sachen entdeckt. Naja, eigentlich war es das Grundstück seiner Eltern. Egal, ich habe den Kopf angerufen, der für meinen Einbruch zuständig ist, weil ich wissen wollte, ob irgendetwas davon vielleicht mir gehört, aber er sagte, dass alles zugeordnet werden konnte. Später erinnerte ich mich an etwas anderes, das in dem Artikel stand, dass nämlich alle Einbrüche nachts verübt worden seien. Warum sollte ein Einbrecher sein Muster ändern, nur um in mein Haus einzubrechen? Er musste es perfekt geplant haben, weil er genau wusste, wann ich laufen gehe, und dann hat er nichts mitgenommen? Ich begann darüber nachzudenken, wie der Psycho meine Entführung geplant hatte. Er hatte gesagt, dass es nicht einfach gewesen sei, die Hütte einzurichten. Möglicherweise hat ihm jemand dabei geholfen. Er könnte einen Freund gehabt haben, der jetzt sauer ist, weil ich ihn umgebracht habe. Ich hatte einfach angenommen, dass die Person, die bei mir eingebrochen ist, mich hatte weggehen sehen, aber was, wenn er geglaubt hatte, ich sei zu Hause? Am Montag war ich so besessen von der Vorstellung, dass ich beschloss, Gary anzurufen und ihn zu fragen, ob der Psycho eventuell einen Helfer gehabt haben könnte. Aber Garys Handy war ausgeschaltet, und als ich auf dem Revier anrief, sagte man mir, er sei bis einschließlich dieses Wochenende fort. Ich war überrascht, dass er mir nichts davon gesagt hatte, dass er wegfahren würde, da wir normalerweise ein paar Mal pro Woche telefonieren. Wahrscheinlich hat es etwas mit seinem Privatleben zu tun. Vermutlich haben auch Cops eins. Die Cops, die ich zum Teufel gejagt hatte, ließen mich ein paar Stunden allein in dem Raum. Lange genug, damit ich jeden Mauerstein mehrmals zählen konnte, und ich fragte mich, ob sie meine Familie angerufen hatten, und wer kommen würde, um mit mir zu reden. Endlich öffnete sich die Tür, und ein Mann und eine Frau kamen herein. Beide machten ernste Gesichter und steckten in dunklem Anzug und Kostüm. Im Fall des Mannes war es ein sehr guter Anzug. Wegen seines kurzen, grauen Haares schätzte ich ihn auf Anfang 50. Aber sein Gesicht sah eher nach Mitte 40 aus. Er war mindestens 1,80 Meter groß. Er sah mir in die Augen, kam auf mich zu und streckte mir die Hand entgegen. Hallo Annie, ich bin Staff Sergeant Kincaid vom Dezernat für Kapitalverbrechen bei der Polizei in Clayton Falls. Die Frau hatte bis jetzt an der Tür gewartet und schritt jetzt forsch auf mich zu. Ich schätzte sie auf Ende 50. Sie gab mir die Hand und lächelte. Ich bin Corporal Brouchard. Es ist schön, Sie endlich kennenzulernen, Annie. Sie nahmen mir gegenüber Platz. Sie hatten mich mit meinem Vornamen angesprochen, hatten mir ihre aber nicht genannt. Kann ich bitte Ihre Visitenkarten haben? sagte ich. Die beiden sahen sich an. Der Typ schob seine Karte über den Tisch. Ihre Karte folgte prompt. Sein Vorname war Gary und ihrer Diane. Gary sprach zuerst. Also Annie, wie ich schon sagte, wir beide gehören zum Dezernat für Kapitalverbrechen in Clayton Falls und ich habe die Ermittlungen in Ihrem Fall geleitet. Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir den Videorekorder wieder einschalten, Annie? Ja, Gary. Die Art, wie er mich weiterhin mit meinem Vornamen ansprach, erinnerte mich an den Psycho. Und ich möchte auch nicht, dass irgendjemand hinter dem Spiegel sitzt. Ich wollte sie nicht aufregen. Den Kopf zur Seite geneigt, schaute er aus blaugrauen Augen zu mir auf. Aber es würde mir die Arbeit erheblich erleichtern, Annie. Netter Versuch. Aber ich hatte gerade erst seinen Job erledigt, indem ich allein zurückgekommen war und verspürte keinerlei Neigung, ihm noch einmal zu helfen. Die beiden warteten schweigend auf meine Zustimmung, aber ich sagte nichts. Annie, was haben Sie am 4. August vor einem Jahr gemacht? Ich weiß es nicht, Gary. Wenn Sie von dem Tag sprechen, an dem ich verschwunden bin, dann habe ich eine Open-House-Besichtigung gemacht. Es war ein Sonntag und es war das erste Wochenende des Monats. Ich schätze, den Rest müssen Sie sich selbst zusammenreimen. Ist es Ihnen lieber, wenn ich Sie nicht mit Ihrem Vornamen anspreche? Überrascht von seinem respektvollen Tonfall suchte ich in seinem Gesicht nach Anzeichen, dass er sich mit mir anlegen wollte. Alles, was ich sah, war Aufrichtigkeit. Es ist schon in Ordnung, sagte ich. Endlich begann er mich gerade herauszufragen, was passiert sei. Ich erklärte, der Psycho habe mich bei der Besichtigung geschnappt. Ich benutzte seinen richtigen Namen oder zumindest den, den er mir genannt hatte. Ich wollte noch mehr erklären, aber Gary unterbrach mich. Wo ist er jetzt? Er ist tot. Die beiden starrten mich eindringlich an, aber ich würde nichts mehr sagen, ehe sie nicht ein paar von meinen Fragen beantwortet hatten. Wo ist meine Familie? Wir haben ihre Mutter angerufen. Sie wird morgen hier sein, sagte Gary. Bei dem Gedanken, meine Mutter wiederzusehen, schien etwas in mir zu zerreißen. Warum war sie jetzt nicht hier? Es war Stunden her, dass ich in diesem Laden hier aufgelaufen war. Wie lange brauchte man bis hierher? Die beiden Nasen vor mir hatten auch nicht ewig gebraucht. Ich möchte wissen, wo ich bin. Tut mir leid, ich dachte, sie wüssten, dass sie in Port Northfield sind. Gary nickte Diane zu, die daraufhin den Raum verließ. Als sie mit einer Karte zurückkehrte, zeigte er auf einen Ort nordwestlich von Clayton Falls, direkt an der Westküste. Ich schätzte, dass man für die Fahrt von Clayton Falls hierher mindestens vier Stunden bräuchte. Wie sind Sie so schnell hierher gekommen? Hubschrauber. Ich starrte auf Garys Finger, der immer noch auf dem Punkt für Port Northfield ruhte und blinzelte meine Tränen weg. Wie sind Sie hierher gekommen? Hubschrauber, fragte Gary. Ich bin gefahren. Woher sind Sie gekommen? Von einer Hütte auf einem Berg. Können Sie uns dorthin bringen? Auf keinen Fall werde ich jemals dorthin zurückkehren. Ich hielt immer noch die Schlüssel für den Van umklammert und jetzt schob ich sie über den Tisch Gary entgegen. Irgendetwas nagte am Rand meines Bewusstseins an mir. Wenn ich nur vier Stunden entfernt war, hätte Mom auf der Stelle aufbrechen und noch heute Abend in Port Northfield ankommen können. Warum dauert es so lange, meine Mutter herzubringen? Ihr Stiefvater arbeitet heute Abend und sie können nicht vor morgen aufbrechen. Gary verkündete das wie eine Tatsache, also nahm ich es auch so. Aber ich fragte mich, warum sie nicht allein losgefahren war. Ganz abgesehen davon, seit wann arbeitete Wayne abends? Es war ungewöhnlich genug, dass er überhaupt einen Job hatte. Gary entschuldigte sich und ließ mich ein paar Minuten mit Diane allein. Ich starrte die Wand über ihrem Kopf an. Ihre Mutter wird bald hier sein. Sie war so glücklich, als sie hörte, dass man sie gefunden hat. Sie hat sie sehr vermisst. Ich war nicht gefunden worden. Ich hatte sie gefunden. Als Gary zurückkam, sagte er, er hätte ein paar Leute losgeschickt, um nach der Hütte zu suchen. Einer der Cops hatte früher in dem Gebiet gejagt und glaubte zu wissen, wo sie lag. Ich hatte ihnen immer noch nicht gesagt, dass ich den Psycho umgebracht hatte oder irgendetwas von meinem Baby erzählt. Und bei dem Gedanken an die Fragen, die sie stellen könnten, verkrampfte sich mein Herz. Ich musste allein sein. Ich möchte keine Fragen mehr beantworten. Gary sah aus, als wollte er mich drängen. Aber Diane sagte, wie wäre es, wenn wir uns jetzt alle erst einmal eine Nacht lang ausruhen und dann können wir morgen früh weitermachen. Ist das in Ordnung für Sie, Annie? Klar. Meinetwegen. In einem Motel buchten sie ein Zimmer für mich und nahmen die Zimmer links und rechts von meinem. Diane fragte mich, was ich gerne essen würde, aber mein Magen fühlte sich an wie verknotet, und es gelang mir, höflich abzulehnen. Mir war nicht danach, den Fernseher anzuschalten, und in dem Zimmer gab es kein Telefon. Also lag ich auf dem Bett und starrte an die Decke, bis es dunkel wurde und ich das Licht ausschaltete. Ich spürte das Gewicht der Dunkelheit, die sich auf mich legte, und dann hörte ich etwas. Eine Tür quietschte. Ich sprang aus dem Bett, aber als ich das Licht anmachte, war da nichts. Ich packte ein flaches Kissen, eine Decke und kroch in den Kleiderschrank, in dem ich unruhig schlief, bis sich am Morgen das Zimmermädchen mit seinem Wagen auf dem Flur hörte. Ein paar Minuten später klopfte Diane an meine Tür, hellwach und mit Kaffee und einem Muffin in der Hand. Sie brachte mich zurück in das kleine Vernehmungszimmer auf der Polizeistation, wo Gary bereits wartete. Er begann damit, dass er mich bat, so detailliert wie möglich zu beschreiben, wie der Psycho mich entführt hatte. Ich erzählte, was geschehen war, und beschrieb dem Psycho, wovon ich einen trockenen Mund bekam und mein Herz wie wild in meiner Brust hämmerte. Ich bekam es ganz gut hin, bis Gary mir sagte, dass die Cops, die den Tatort untersucht hätten, die Leiche des Psychos gefunden hätten. Es sieht aus, als sei ihm mit irgendetwas der Kopf eingeschlagen worden. Ich habe ihn umgebracht. Gary sagte, ich muss Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass alles, was Sie sagen, später vor Gericht gegen Sie verwendet werden kann. Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen. Haben Sie das verstanden? Die Worte klangen nach Routine, und ich glaubte nicht, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Ich habe verstanden. Gary machte sich eine Notiz. Wie haben Sie es gemacht? Ich habe ihn mit einer Axt in den Hinterkopf geschlagen. Hat er Sie zu diesem Zeitpunkt angegriffen? Nein. Warum haben Sie ihn umgebracht, Annie? Ich blickte auf und sah ihm in die Augen. Vielleicht, weil er mich entführt hat, mich geschlagen hat, mich so ziemlich jeden Abend vergewaltigt hat und... Ich bremste mich, ehe ich irgendetwas über das Baby sagte. Wann haben Sie ihn getötet? Vor ein paar Tagen. Warum sind Sie nicht sofort gegangen? Ich habe nach etwas gesucht. Nach was? Mein Körper wurde kälter, und Garys Bild verschwamm vor meinen Augen. Wir haben einen Korb gefunden, sagte er, und Babysachen. Gibt es ein Baby, Annie? Mein Kopf dröhnte. Ich werde nicht weinen. Gibt es ein Baby, Annie? Nein. Gab es ein Baby, Annie? Ja. Wo ist das Baby jetzt? Sie? Mein Baby? Ist tot. Das tut mir sehr leid, Annie. Er war der erste Mensch, der mir kondolierte. Der erste, der sagte, dass es etwas ausmachte, dass sie tot war. Wo ist Ihre Leiche, Annie? Als ich aufwachte, hatte er sie. Sie war tot. Ich weiß nicht, wo er sie hingebracht hat. Er hat es mir nicht gesagt. Ich habe überall gesucht. Sie müssen nach ihr suchen. Bitte, bitte. Können Sie sie finden? Können Sie sie? Ich war am ganzen Körper schweißgebadet, und Schluchzer versuchten, aus meiner Kehle aufzusteigen, aber ich bekam keine Luft, und so häuften sie sich auf und erstickten mich. Als ich versuchte aufzustehen, kippte der Raum zur Seite, also packte ich die Stuhllehne, aber sie begann wegzurutschen. Diane sprang an meine Seite und ließ mich langsam runter, bis ich auf dem Boden lag. Je heftiger ich versuchte, Luft in meine Lungen zu bekommen, desto enger wurde meine Kehle. Ich hörte jemanden schreien, begriff, dass ich das war. Ich konnte nicht aufhören zu schreien, und die Schreie wurden von den Wänden zurückgeworfen und halten in meinem Kopf wieder. Dann erinnere ich mich an nichts mehr. 21. Sitzung Endlich habe ich wieder etwas von Gary gehört, Doc. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir jetzt besser geht. Er hat mir nicht gesagt, wo er gewesen ist, worüber ich mich etwas geärgert habe. Als ich ihm das mit der Uhrzeit der Einbrüche und von meiner neuen Theorie über den Freund des Psychos erzählte, sagte er, der Junge könnte sein Muster geändert haben, um die Cops zu verwirren. Vielleicht ist er gerade vorbeigekommen und hat mich mit Emma weggehen sehen. Ich dachte darüber nach, als er sagte, solche Leute arbeiten normalerweise allein. Normalerweise? Ich fragte ihn, was er damit meinte, und er sagte, er wisse von ein paar Fällen, bei denen zwei Männer zusammengearbeitet hätten. Einer sei in der Regel der Planer und der andere der Macher. Aber er bezweifle, dass das beim Psycho der Fall sei, da es nicht zu dessen Profil passe. Und bis auf diesen einen Kommentar, dass es nicht leicht war, die Hütte einzurichten, hat er niemals etwas gesagt, das auf einen Partner schließen ließe, oder? Vermutlich nicht, aber er hatte ein älteres Foto von mir und das kommt mir reichlich merkwürdig vor. Was für ein Foto. Sie haben nie von einem Foto gesprochen. Dann begann er, mich mit Fragen zu bombardieren, die ich mir selbst schon gestellt hatte. Woher konnte der Psycho es bekommen haben? Warum wollte er genau das haben? Seine letzte Frage lautete, weiß irgendjemand, dass sie das Bild mit zurückgebracht haben? Als ich verneinte, bat er mich es auch weiterhin, niemandem zu sagen. Es war das erste Mal, dass ich mich schlechter fühlte, nachdem ich mit ihm geredet hatte. Ich hatte so schlechte Laune, dass ich sie an Luke ausließ. Ich weiß sowieso nicht, was da gerade zwischen uns läuft. Ich hatte angenommen, der Besuch und die aufrichtige Aussprache würden uns einander näher bringen, aber als wir neulich telefoniert haben, gab es eine Menge unangenehme Pausen. Es geht mir einfach nicht aus dem Kopf, dass Luke an jenem Tag zu spät gekommen ist. War er gerade besonders freundlich zu einem Gast, während ich entführt wurde? Warum ist er nicht zu der Open-House-Besichtigung gefahren, sobald er merkte, dass ich nicht zu Hause war? Und warum zum Teufel hat er nicht auf der Stelle die Cops angerufen, als ihm klar wurde, dass irgendetwas nicht stimmte? Mom zu informieren, hätte warten können. Ich bin schrecklich voreingenommen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich reagiert hätte, wenn ich in seiner Haut gesteckt hätte. Aber ich muss einfach ständig daran denken, dass sein Zögern die Chance, dass ich gefunden wurde, verringert hat. Das Erste, was ich sah, als ich nach meinem Zusammenbruch auf dem Polizeirevier die Augen aufschlug, waren Mom und Gary, die am Fußende des Krankenhausbettes standen. Mom riss fast den Infusionsschlauch aus meinem Arm, als sie, arme Annie Bear, schluchzend halb auf mich draufkroch. Was immer das für ein Mist war, den sie mir gegeben hatten, mir wurde langsam schlecht davon. Also sagte ich, ich muss kotzen und brach in Tränen aus. Ein Arzt griff nach meinem Arm und ich stieß ihn fort. Dann waren da noch mehr Hände, die mich festhielten und ich kämpfte gegen alle. Ich spürte einen Stich in meinem Arm. Am ersten Tag hatte ich mindestens zwei Panikattacken. Sie gaben mir irgendwas gegen meine Angstzustände, dann etwas für die Nacht, von dem ich nach dem Aufwachen total verkatert war und etwas gegen die Übelkeit. An meinem zweiten Tag im Krankenhaus, als ich ein wenig ruhiger war, erzählte Gary mir, dass die Staatsanwaltschaft alle Informationen überprüfe, die ich ihnen auf dem Revier gegeben hatte und dass demnächst entschieden werde, ob man Anklage gegen mich erheben würde. Werden Sie mich verhaften? Ich glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft das vorhat, aber es ist meine Pflicht, sie über die Situation zu informieren. Zuerst bekam ich Angst, doch als ich Garys gerötetes Gesicht sah, wurde mir klar, dass es ihm total peinlich war. Naja, falls die Staatsanwaltschaft beschließt, mich anzuklagen, werden Sie wie ein Haufen Idioten dastehen. Gary grinste. Das sehen Sie ganz richtig. Er fing an, mir ein paar Fragen über den Psycho zu stellen und während der nächsten Tage versuchte ich, ihm alles zu erzählen, was ich über die Geschichte des Psychos wusste, einschließlich seiner Mom, seines Stiefvaters und der Pilotin. Gary ließ mich die Geschichte in meinem Tempo erzählen. Wenn wir über die Vergewaltigungen sprachen oder über das System aus Strafen, verkrampften sich seine Finger um den Stift, während er sich Notizen machte. Aber er war gut darin, einen neutralen Gesichtsausdruck beizubehalten. Die Hälfte der Zeit konnte ich ihn nicht anschauen. Ich starrte an die Wand und trug meine Misshandlungen vor, als würde ich die Zutaten für ein Rezept aus der Hölle auflisten. Mom bestand darauf, bei mir zu bleiben. Wenn ich auch nur eine Sekunde zögerte, nachdem Gary mich etwas gefragt hatte, ging Mom dazwischen und schlug vor, den Arzt zu rufen. Und sie machte es sich zur Gewohnheit, das Laken um mich herum festzuklemmen. Je heftiger die Worte, desto enger steckte sie das Laken fest. So viel Fürsorglichkeit gefiel mir gar nicht. Aber ich wusste, dass sie sich ziemlich hilflos fühlen musste, weil sie sich anhören musste, was ich durchgemacht hatte, und zum Teufel, wenn sie sich dadurch besser fühlte. Außerdem hatte ich gar nicht die Kraft, mich ihr zu widersetzen. An meinem dritten Tag im Krankenhaus informierte Gary mich, dass die Einrichtung der Hütte sie davon überzeugt habe, dass ich ihnen die Wahrheit erzählt hätte, und er sei ziemlich sicher, dass die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben würde. Ich versuchte geduldig zu sein, wenn Gary mich bat, dieselben Dinge wieder und wieder zu beschreiben, weil ich wusste, dass sie Schwierigkeiten damit hatten, den Psycho zu identifizieren. Es half nicht gerade, dass er keine Fingerkuppen mehr und somit auch keine Abdrücke hinterlassen hatte. Sie hatten eine DNA-Probe genommen, aber Gary sagte, das würde nur weiterhelfen, wenn sie etwas hätten, womit sie die Probe vergleichen könnten, und in ihrem System gab es keine Treffer. Selbst der Van half ihnen nicht weiter. Er war zusammen mit den Nummernschildern eines anderen Vans vom Parkplatz eines kleinen Einkaufszentrums gestohlen worden, der nicht Video überwacht wurde. Glauben Sie, wir werden jemals herausfinden, wer er war? fragte ich eines Tages. Oder wer die anderen Frauen waren, denen er etwas angetan hat? Ehrlich, ich weiß es nicht, Annie. Aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um ihnen eine Antwort darauf zu geben. Das haben sie verdient. In Garys Blick lag eine inbrünstige Entschlossenheit, die ich nie zuvor gesehen hatte. Zwischen den Befragungen durch Gary und den tyrannischen Ärzten verschwammen die nächsten Tage. Schlimm genug, dass ich nicht einfach gehen durfte, weil ich dehydriert war. Nach meinem Zusammenbruch auf dem Revier und meinen Reaktionen im Krankenhaus fürchteten die Ärzte, ich könnte eine Gefahr für mich selbst darstellen und wollten mich unter Beobachtung halten. Aber nach ein paar wilden Albträumen und einer weiteren Panikattacke begannen sie, an den Medikamentendosierungen herumzuspielen. Und es fiel mir immer schwerer, meine Träume von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Ich hörte ein Baby weinen und dachte, sie hätten meins gefunden. Oder ich wachte auf, wenn sich ein Arzt über mich beugte und stieß ihn voller Panik fort, weil ich dachte, es sei der Psycho. Ich erlebte das Entsetzen noch einmal ganz von vorn, als die Medikamente mich des letzten Rests Kontrolle beraubten. In diesem heillosen Durcheinander aus Fragen, einer überfürsorglichen Mutter und mit Medikamenten um sich werfenden Ärzten kam es zu diesem scheußlichen Wiedersehen zwischen Luke und mir. Christina blieb diese Behandlung erspart, da sie zu dieser Zeit eine Kreuzfahrt im Mittelmeer machte. Tante Val war ebenfalls gekommen und hatte mir einen riesigen Blumenstrauß mitgebracht. Aber Mom gestand ihr nur 15 Minuten Smalltalk mit mir zu, ehe sie ihr erklärte, ich müsse mich ausruhen. Ich war etwa acht Tage im Krankenhaus, als Mom und Wayne nach Clayton Falls zurückfuhren. Das Hotel war zu teuer für sie. Als sie fort waren, wurde mir klar, dass ich Mom, die Cops und die Ärzte darüber hatte entscheiden lassen, was das Beste für mich sei. Es war Zeit, dass ich ein paar eigene Entscheidungen fällte. Am nächsten Morgen bremste ich die Schwester, als sie mir meine Medikamente geben wollte. Der Doktor, den sie rief, stellte mich vor die Wahl, entweder die Tabletten zu nehmen oder einzuwilligen, einen Psychiater zu sehen. Es war ein so kleines Krankenhaus, dass sie nicht einmal einen festangestellten Psychiater hatten, also holten sie so ein halbes Kind, das frisch von der Uni gekommen sein musste. Obwohl seine Fragen einfach lächerlich waren, schaffte ich es, ganz normal zu klingen, während ich gleichzeitig genug Tränen vergoss, damit er nicht auf die Idee käme, ich hätte die Dinge zu gut im Griff. Ich wäre lieber über heiße Kohlen gelaufen, als diesem Typen zu erzählen, wie ich mich wirklich fühlte. Nach zwei Wochen Ärzten, Krankenhausfraß und stundenlangen Wanderungen in meinem Zimmer kam der Psychiater endlich zu einem Urteil und sagte, er sehe keinen Grund, warum ich nicht nach Hause gehen sollte, aber die Ärzte müssten sein Gutachten noch bestätigen, ehe ich entlassen werden konnte. Ich war genauso wenig frei, wie ich es auf dem Berg gewesen war. Sie müssen mich hier rausbringen, sagte ich, als Gary eines Morgens mit zwei Kaffees hereinspaziert kam. Der Seelenklempner hat gesagt, es gehe mir gut genug, um nach Hause gehen zu können. Die Ärzte verplempern nur ihre Zeit und ich werde verrückt. Ich werde wie eine verdammte Gefangene behandelt. Dabei sollte ich doch eigentlich das Opfer sein. Scheiße ist das. Er stellte die Kaffees auf den Nachttisch und machte mit einem entschlossenen Nicken kehrt. Eine halbe Stunde später stand er am Fußende des Bettes. Eine Nacht müssen Sie noch durchhalten. Morgen früh werden Sie entlassen. Ich setzte mich aufrecht hin. Sie haben nicht zufällig irgendjemanden erschossen oder so? So dramatisch war es nun nicht. Ich habe Ihnen nur ein wenig Feuer unterm Hintern gemacht. Im Krankenhaus hatte Ma mir erzählt, dass mein Haus vermietet war und ich war so froh zu hören, dass sie es nicht verkauft hatte, dass ich gar nicht daran dachte, dass ich keinen Platz zum Wohnen hatte, bis Gary sagte, ich würde entlassen werden. Ich dachte daran, Christina zu fragen, ob ich bei ihr wohnen könnte, aber sie war noch nicht wieder zurück und dann rief Mom an und sagte, sie würden kommen und mich abholen. Ich wusste, dass es ein Riesentheater geben würde, wenn ich ihr sagte, ich wollte nicht bei ihnen im Trailer wohnen. Also beschloss ich, mich darum zu kümmern, sobald ich nach Hause käme. 22. Sitzung Gut, dass Sie heute Zeit für mich haben, Doc. Wenn ich mit dem ganzen Scheiß, der gerade auf mich einstürmt, allein hätte klarkommen müssen, hätten Sie mich in der Klapse besuchen können. Aber andererseits ist es da drin vermutlich wesentlich sicherer. Wahrscheinlich haben Sie mich wieder einmal in den Nachrichten gesehen. Wer hätte das nicht? Vor ein paar Abenden habe ich das Foto hervorgekramt, das der Psycho von mir hatte. Es hatte keine Spuren von Heftzwecken und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum ich ausgerechnet dieses Bild in meinem Büro hätte aufhängen sollen. Aber wie sehr ich auch versuchte, mich darauf zu konzentrieren, wo es sonst herkommen könnte, das Einzige, was mir in den Sinn kam, war der Psycho, der das Foto wie eine Trophäe in die Höhe hielt. Am nächsten Morgen ging ich raus, um eine Runde zu laufen. Am Ende meiner Auffahrt bog ich rechts auf die Straße ab und als ich an einem weißen Van vorbeilief, der an der Seite parkte, rief ich Emma, damit sie auf mich wartete, ehe sie die nächste Straße überquerte. Ich war so mit dem Gedanken bei Emma, dass ich kaum mitbekam, wie die Seitentür des Vans aufging. Als ich daran vorbeilief, nahm ich aus den Augenwinkeln wahr, wie sich jemand Großes in schwarzen Klamotten und mit einer Skimaske auf mich stürzte. Ich sprang zur Seite und trat dabei auf losen Kies, sodass ich mir den Knöchel verknackste. Ich stürzte hart auf den Gehweg und schrammte mir die Hand auf. Als ich versuchte aufzustehen, packte eine Hand meinen Knöchel und begann mich zurück zu zerren. Ich krallte mich an die Gehwegsteine und versuchte, mein Bein freizustrampeln. Ein Moment lang war ich frei und kam auf die Knie, bereit loszurennen. Da legte sich eine riesige Hand über meinen Mund und ein Arm schlang sich um meinen Brustkorb. Ich wurde hochgehoben und gegen einen kräftigen Oberkörper gedrückt. Die Hand auf meinem Mund drückte meinen Kopf an eine Schulter, während der Arm die Luft aus mir rauspresste. Der andere begann, mich rückwärts zu zerren. Meine Absätze schleiften über den Gehweg. Emma rannte bellend die Straße herauf. Ich wollte schreien, ich wollte kämpfen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Wir waren am Van. Der Mann verlagerte das Gewicht auf ein Bein und packte mich fester, als wollte er in den Van hineinsteigen. Ich erinnerte mich, wie der Psycho die Tür geöffnet hatte. Konzentrier dich, verdammt! Lass nicht zu, dass er dich in den Van bekommt! Ich biss in die Hand über meinen Mund und trat mit den Beinen nach hinten, hörte einen Grunzen. Ich drosch mit dem Ellbogen drauf los, wo immer ich konnte, schlug zu und traf etwas, das sich für ein Kinn hielt. Ich wurde so heftig geschubst, dass ich der Länge nach hinknallte und mit der Schläfe auf der harten Bordsteinkante landete. Es tat höllisch weh, aber ich rollte mich auf den Rücken. Als der Kerl nach mir griff, begann ich so laut zu schreien, wie ich konnte und schaffte es, ihm einen Tritt in den Magen zu verpassen. Ich hörte Geknurre und Gebell. Der Mann wich zurück, Emma hatte sich sein Bein geschnappt und er trat nach ihr. Rühr meinen Hund nicht an, du verdammtes Arschloch! Immer noch auf dem Boden liegend, stützte ich mich auf den Ellenbogen auf und trat ihn mit aller Kraft zwischen die Beine. Er krümmte sich zusammen, taumelte zurück und schnappte nach Luft, dann fiel er auf die Knie. Von irgendwoher schrie eine Frau, lass sie in Ruhe! Der Mann kam schwankend auf die Beine und versuchte an mir vorbei, zum Van zu kommen, aber Emma hatte sich immer noch in seiner Hose verbissen. Ich schnappte mir das andere Bein. Er schüttelte uns beide ab und kletterte hinein. Emma konnte gerade noch zur Seite springen, als der Van mit quietschenden Reifen die Straße entlang raste. Ich versuchte, das Nummernschild zu erkennen, aber ich konnte nicht scharf sehen und der Wagen war zu schnell. Ich sah gerade noch, wie meine Nachbarin von gegenüber auf uns zugerannt kam. Mein Blick verwischte und ich brach auf dem Gehweg zusammen. Ist sie verletzt? Die Polizei ist unterwegs! Mein Gott, was ist passiert? Ich wollte den Stimmen antworten, aber ich zitterte am ganzen Körper. Ich atmete in schnellen, harten Zügen und konnte nicht klar sehen. Emmas Fell strich über meine Wange und mit ihrer warmen Zunge leckte sie mir das Gesicht ab. Jemand zog sie weg, dann sagte eine Frauenstimme, sie ist meine Nichte, lassen Sie mich zu ihr! Dann blickte das besorgte Gesicht meiner Tante auf mich herunter. Ich packte ihren Arm und brach in Tränen aus. Tante Val fuhr mit mir ins Krankenhaus. Annie, es wird alles wieder gut. Mark ruft deine Mom an, damit sie ins Krankenhaus kommt. Er nimmt Emma mit zu uns nach Hause. Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel, nur an das Gefühl, schnell zu fahren und an das ihrer Hand in meiner. Als ich die Augen aufschlug, standen Mom und Tante Val am Fenster. Sie hatten mir den Rücken zugekehrt und unterhielten sich leise. Mark hat mich gefahren, um die Laborergebnisse abzuholen und wir haben den Menschenauflauf gesehen. Sie lag einfach nur da. Meine Tante schüttelte den Kopf. Ich musste mich zu ihr durchkämpfen. Die Presse war innerhalb weniger Minuten da. Sie müssen dem Krankenwagen gefolgt sein. Mom sagte, was hast du ihnen erzählt? Der Presse? Gar nichts. Aber Mark hat ihnen vielleicht ein paar Fragen beantwortet. Mom seufzte. Val, ihr müsst vorsichtig sein, was ihr diesen Leuten erzählt. Ich räusperte mich und sie drehten sich um und sahen mich an. Ich begann zu weinen. Mom stürzte zu mir und nahm mich in die Arme. Ich schluchzte an ihrer Schulter. Ich hatte solche Angst, Mom. Als der Arzt kam, hatte ich mich wieder beruhigt. Es stellte sich heraus, dass ich mir nichts gebrochen hatte. Allerdings hatte ich ein paar Prellungen, Kratzer und Schürfwunden davongetragen. Die Hauptsorge der Ärzte galt einer möglichen Kopfverletzung vom Sturz auf die Schläfe. Deshalb wollten sie mich über Nacht da behalten. Das Krisenteam wollte mich ebenfalls am Morgen noch einmal begutachten. Mein letzter Aufenthalt im Krankenhaus hatte mich gelehrt, dass ich umso länger bleiben musste, je mehr ich mich querstellte. Also spielte ich mit, als das Krisenteam am nächsten Morgen vorbeikam, um meine emotionale Stabilität zu begutachten. Sie entschieden, dass ich stabil genug sei, um mit den Cops zu reden, also beantwortete ich ihre Fragen so gut ich konnte. Nein, ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Nein, ich habe das Nummernschild nicht erkannt. Ich dachte, sie würden mein Haus jetzt rund um die Uhr überwachen. Aber das Einzige, was sie mir versprechen konnten, waren vermehrte Patrouillenfahrten und die Installation einer speziellen Anlage, die direkt auf der Polizeiwache Alarm auslösen würde. Die Ärzte sagten, ich könne das Krankenhaus verlassen, aber während der nächsten 24 Stunden solle jemand ein Auge auf mich haben. Mom bestand darauf, dass ich mit zu ihr kam, und ich war immer noch so aufgewühlt, dass ich die Idee ganz gut fand. Mom verbrachte den Tag damit, mit mir auf dem Sofa zu sitzen und fernzusehen, mir Eisbeutel für die Prellungen und unzählige Tassen Tee zu bringen. Später brachte Onkel Mark Emma vorbei und Mom ließ sie sogar ins Haus. In dieser Nacht schlief Mom bei mir im Bett, als wäre ich ein Kind. Aber sie war die Einzige, die etwas Ruhe fand. Stunden später, als ich immer noch nicht schlafen konnte, schlich ich mich mit dem Handy in der Hand und Emma auf den Fersen in den Schrank in der Diele. Gary, der einzige Cop, mit dem ich wirklich reden wollte, hatte sich an dem Morgen, an dem der Kerl mich überfallen hatte, nicht blicken lassen. Ich hatte im Krankenhaus nach ihm gefragt, aber sie sagten, er sei nicht in der Stadt. Vom Schrank aus versuchte ich ihn anzurufen, aber ich landete direkt bei seiner Mailbox. Mit schmerzenden Gliedern kauerte ich mich in dem Schrank zusammen. Alles, woran ich denken konnte, war, werde ich mich jemals wieder sicher fühlen? Schließlich schlief ich ein und das Bild des weißen Vans verfolgte mich bis in meine Albträume. Als ich letztes Jahr nach Hause kam, bin ich oft zum Polizeirevier in Clayton Falls gegangen, um mir Verbrecherfotos anzusehen. Aber nachdem ich mir monatelang Bilder von Übeltätern angeschaut hatte, ohne den Psycho zu entdecken, war ich vollkommen entmutigt. Die Cops hatten herausgefunden, dass die Hütte und das Land drumherum ein paar Monate vor meiner Entführung gekauft und bar bezahlt worden waren, aber es gab keinen Beweis, dass der Typ, der es gekauft hatte, überhaupt existierte. Sie hatten keine Kreditkarte, keinen Führerschein, nichts. Der Psycho musste eine falsche Identität gehabt haben. Er hatte sogar ein Konto unter falschem Namen eröffnet, damit er die Grundstückssteuern bezahlen konnte. Der Vorbesitzer hatte den Käufer nie getroffen, da der Verkauf von Anwälten in Clayton Falls abgewickelt worden war. Eine einzige Unterschrift war nötig gewesen und der Rechtsanwalt konnte den Käufer nicht beschreiben. Gary hat mich ein paar Tage nach dem Überfall auf der Straße angerufen. Ich war immer noch bei Mom und mir gesagt, dass die Alarmanlage installiert sei. Außerdem entschuldigte er sich, dass er sich nicht früher gemeldet hatte. Er hatte in einem Fall in einem Anglercamp im Norden ermittelt, wo er nur Radio empfangen konnte. Wir gingen alles noch einmal zusammen durch. Dann fragte er mich wieder wegen dieses verdammten Fotos und als ich sagte, dass es mir immer noch nicht eingefallen sei, wo ich es aufbewahrt hatte, grummelte er nur. Er sagte, sie hätten zuerst gedacht, der Psycho sei aus der Gegend, weil er mir hinterher spioniert hätte, aber jetzt nahm er an, dass er in einem Hotel gewohnt haben und nach Clayton Falls gefahren sein könnte. Im letzten Monat habe ich jedes Wochenende damit zugebracht, alle Hotels und Motels im Umkreis von einer Stunde abzuklappern und das Bild von seiner Leiche herum zu zeigen, sagte Gary. Warum haben sie das Bild nicht einfach an die Hotels gefaxt? Und warum müssen sie sich selbst darum kümmern? Erstens, wenn ich das Foto per Fax schicken würde, würde es vermutlich sofort im Müll landen. Zweitens, ich schicke niemand anders, weil die meisten an aktuellen Fällen arbeiten. Ich mache diese Arbeit meistens in meiner Freizeit, Annie. Ich fühlte mich verlegen, weil ich jeden Abend vor dem Fernseher gehockt hatte, während er sich da draußen die Hacken ablief. Ich schätze, Ihre Freundin ist nicht besonders gut auf mich zu sprechen, sagte ich. Einen Augenblick war es still und ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Ich weiß, dass Sie von den bisherigen Ermittlungen enttäuscht sind, aber jetzt, nach dem zweiten Entführungsversuch, sollten Sie noch einmal aufs Revier kommen und sich ein paar Fotos anschauen. Wegen meiner unerwiderten Bemerkung über seine Freundin kam ich mir wie ein Trottel vor und sagte, Sie glauben also, dass wer immer mich überfallen hat, in Verbindung mit dem Psychostand? Ich denke, wir dürfen keine Möglichkeit ausschließen. Ein paar Dinge in diesem Fall passen nicht zum typischen Profil, wie die Sache mit dem Foto zum Beispiel. Wir müssen herausfinden, woher er es hatte und warum er es brauchte, obwohl er so viele hatte, die er selbst gemacht hatte. Wenn sie ein Verdächtigen für uns identifizieren könnten, wird sich der Rest hoffentlich von allein klären. Letzte Nacht war ich noch bei Mom und nachdem ich sie und Wayne die ganze Zeit über habe streiten hören, Mom säuft seit dem Überfall wie ein Loch, hatte ich einen weiteren Albtraum über den weißen Van. Aber diesmal endete er gut. Ein Mann hielt mich beschützend in den Armen. Als ich aufwachte, stellte ich fest, dass es Garys Arme gewesen waren. Ich fühlte mich entsetzlich schuldig. Ich meine, da ist der arme Luke, der so geduldig ist und ich träume von dem Cop, der ihn durch die Hölle geschickt hat. Nachdem ich heute Morgen nach Hause zurückgekehrt bin, kontrollierte ich mit Emma, die vor jedem Schatten zurückschreckte, die nähere Umgebung und überprüfte x-mal die Alarmanlage. Um mich abzulenken, blätterte ich wieder in der Broschüre der Kunstschule, von der ich Ihnen erzählt habe. Sie liegt in den Rocky Mountains, ein wunderschöner Campus. Ich habe mir sogar ein paar Formulare von der Website runtergeladen. Weiß der Teufel warum. Das Einzige, das mir geblieben ist und das mir wirklich wichtig ist, ist mein Haus. Ich bin vielleicht durchgeknallt, aber ich wäre ja völlig unzurechnungsfähig, wenn ich es verkaufen würde, um mir einen Jugendtraum zu erfüllen. Was, wenn ich es versuche und als Künstlerin nie irgendetwas erreiche. In diesem Sinne, Doc, sollten wir besser mit dieser Sitzung Schluss machen. Auf dem Rückweg muss ich zur Polizei und noch mehr Fotos durchsehen. Zumindest habe ich dann eine gute Entschuldigung, um Gary heute Abend anzurufen. 23. Sitzung Tut mir leid, dass ich Sie so kurzfristig um einen Termin gebeten habe, Doc, aber in den letzten paar Tagen ist so viel passiert, dass ich nicht bis zu unserem regulären Termin warten konnte. Nach der letzten Sitzung bin ich direkt aufs Polizeirevier in Clayton Falls gefahren und habe mir eine Stunde lang Bilder angesehen. Ich wollte gerade gehen, weil die ganzen Kerle langsam alle gleich aussahen. Nur ein Typ kam mir bekannt vor, aber ich erinnerte mich, dass ich ihn vor kurzem in der Zeitung gesehen hatte. Dann dachte ich an Gary, wie er das Bild da draußen herumzeigte und zwang mich weiterzumachen. Beinahe hätte ich das Bild von einem Typ mit rasiertem Kopf und Vollbart überblättert, aber irgendwas an den unschuldigen blauen Augen, die so gar nicht zum Rest des Gesichts zu passen schienen, ließ mich genauer hinsehen. Er war es. Ich brach in kalten Schweiß aus. Um nicht ohnmächtig zu werden, riss ich mich von dem Anblick los, holte ein paar Mal tief Luft und murmelte, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Als mein Blick wieder klarer wurde und der Puls ruhiger, betrachtete ich das Bild erneut. Ich winkte einem der Cops und als ich ihm sagte, ich hätte ihn gefunden, rief er Gary auf dem Handy an. Unter keinem der Bilder stand ein Name und der Cop antwortete mir nicht auf meine Fragen, also bestand ich darauf, mit Gary zu sprechen. Ich verstehe nicht, warum niemand mir sagt, wer er ist. Ich habe mir stundenlang diese verdammten Bilder angesehen. Da ist es ja wohl das Mindeste, dass sie mir seinen Namen sagen. Es ist großartig, dass sie das Bild identifiziert haben, Annie, aber wir müssen die Information zuerst überprüfen. Ich möchte, dass sie eine Liste von allen Personen erstellen, die ihnen vielleicht schaden wollen. Da gibt es niemanden. Ich habe so eine Liste bereits für meine Therapeutin gemacht. Der Psycho muss einen Freund haben. Genau das muss ich herausfinden. Gehen Sie jetzt nach Hause, schicken Sie mir die Liste, die Sie gemacht haben und dann sehen wir weiter. Am nächsten Tag, gestern, lief ich unruhig durchs Haus und wartete darauf, dass Gary anrufen würde, doch das tat er nicht. Ich schlug ein paar Stunden mit Putzen tot. Dann war ich neugierig wegen des Typen, der mir bekannt vorgekommen war und ging alle alten Zeitungen durch. Auf der allerletzten Seite entdeckte ich eine Schlagzeile über einen kürzlich entlassenen Kriminellen, der in Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelladen gesucht wurde und nahm den Artikel genauer unter die Lupe. Kaum hatte ich seinen Namen gelesen, wusste ich, wer es war. Moms Stiefbruder. Aus dem Datum des Artikels schloss ich, dass er vor ein paar Wochen entlassen worden war und ich fragte mich, ob Mom davon wusste oder ob ich es ihr erzählen sollte. Den ganzen Nachmittag überlegte ich hin und her. Gegen fünf fühlte ich mich wie ein Eichhörnchen auf Speed, sodass ich als meine Mom anrief und mich zum Pastaessen einlud, Ja sagte. Das Abendessen lief gar nicht mal so übel, aber als wir fertig waren und ich immer noch mit mir rang, ob ich ihr von ihrem Stiefbruder erzählen sollte, begann Mom von einem kleinen Mädchen zu erzählen, das gerade in Calgary verschwunden war. Mom, können wir bitte über etwas anderes reden? Sie öffnete den Mund, doch ehe sie weitermachen konnte, platzte ich heraus, ich habe Dwights Foto in der Zeitung gesehen. Sie klappte den Mund wieder zu und starrte mich an. Dein Stiefbruder? Er ist entlassen worden, Mom, aber er wird in Zusammenhang mit einem Raubüberfall Möchtest du noch etwas essen? Ihr Gesicht verriet keinerlei Emotionen, aber die Hand, mit der sie die Serviette umklammerte, riet mir, es gut sein zu lassen. Nein, ich bin satt. Mir ist ohnehin schon schlecht, weil ich heute endlich ein Foto auf der Polizeiwache identifiziert habe. Gary hat mir seinen Namen noch nicht genannt, aber er schaut sich den Lebenslauf von dem Typen an. Er sagte, er hätte bald mehr Informationen für mich. Mom hielt einen Moment inne, nickte dann und sagte, gut, vielleicht kannst du es dann hinter dir lassen, Annie Bear. Sie tätschelte meine Hand. Naja, noch nicht. Gary glaubt, dass der Kerl einen Partner gehabt haben könnte, den Mann, der neulich versucht hat, mich zu entführen. Mom runzelte die Stirn. Warum um alles in der Welt versucht Gary, dir solche Angst einzujagen? Er versucht nicht, mir Angst einzujagen. Es ist wegen dieses Fotos, das der Psycho von mir hatte. Ich hatte angenommen, dass er es aus meinem Büro hatte, aber Gary fragt sich, warum er genau das genommen hat. Verstehst du? Ich sollte ihm sogar diese Liste faxen. Mist. In meinem Eifer, Gary zu verteidigen, habe ich nicht nur Mom von dem Foto erzählt, sondern war auch noch kurz davor, die höchst private Liste meiner mutmaßlichen Feinde zu verraten. Was für eine Liste? Ach, nur so ein dummer Vorschlag von meiner Therapeutin. Nichts Besonderes. Wenn es nichts Besonderes ist, warum will Gary sie dann haben? Was steht auf dieser Liste? Verdammt, sie würde nicht lockerlassen. Nur ein paar Leute, die mir möglicherweise noch irgendetwas nachtragen. Wer zum Beispiel? Auf gar keinen Fall wollte ich ihr erzählen, dass ich jeden aufgelistet habe, der mir nahe steht. Also sagte ich, ein paar Ex-Freunde und alte Kunden. Ach ja, und dieser mysteriöse Makler, mein Konkurrent. Du meinst Christina. Nein, den Makler, der sich mit mir um den Apartmentkomplex am Wasser beworben hat. Ihre Augen wurden schmal. Hat sie es dir nicht erzählt? Wer hat mir was nicht erzählt? Mom holte Tiefluft. Erinnerst du dich an meine Freundin Carol? Ihre Tochter Andrea arbeitet in deinem Büro und sie ist mit Christinas Assistentin befreundet. Und weiter? Christina war die ganze Zeit deine Mitbewerberin bei dem Projekt. Das kann nicht sein. Christina hätte es mir erzählt. Der Bauunternehmer hat sie nur deshalb genommen, weil ich weg war. Sie zuckte die Achseln. Das dachte ich auch. Aber dann erzählte Andrea, dass Christinas Assistentin sich schon vorher die Wochenenden um die Ohren geschlagen hatte, um die Entwürfe fertig zu bekommen. Ich schüttelte den Kopf. Christina würde mich nie derart hintergehen. Freunde sind ihr tausendmal wichtiger als Geld. Apropos Geld. Ich habe gehört, dass ihr Mann in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das Haus, das er ihr gekauft hat, war nicht gerade billig. Und sie scheint ihre Ausgaben kein Stück reduziert zu haben. Er muss übrigens ein sehr verständnisvoller Gatte sein. Luke und sie hatten einen sehr vertrauten Umgang miteinander, während du fort warst. Sie haben versucht, mich zu finden. Und natürlich waren sie da oft zusammen. Und Drew hat das Haus nicht für sie gekauft, sie haben es zusammen gekauft. Und sie gönnt sich gerne mal ein bisschen Luxus. Was ist denn falsch daran? Ach, warum gehst du denn gleich in die Defensive? Du hast angedeutet, dass Luke und Christina etwas miteinander hätten. Das habe ich nie behauptet. Ich habe dir nur erzählt, was ich gehört habe. Sie war jeden Abend im Restaurant. Noch lange, nachdem sie schlossen. Da fällt mir ein, wusstest du, dass das Restaurant nicht so gut lief, bevor du verschwunden bist? Aber nachdem du weg warst, wurde in den Nachrichten dauernd über den Laden berichtet. Und alles kam wieder ins Lot. Gut, also hatte die Geschichte doch noch was Positives. Die Pasta, die ich gerade gegessen hatte, lag mir wie ein riesiger Klumpen im Magen. Ich muss mal ins Badezimmer. Einen Augenblick lang dachte ich, ich müsste mich übergeben. Ich ließ etwas kaltes Wasser über meine Hände laufen, bespritzte mein Gesicht damit und stützte meine Stirn gegen den Spiegel, bis das Gefühl vorübergegangen war. Meine Nackenhaare waren heiß und nass, also wühlte ich in einer Schublade herum und nahm mir ein rosa Gummiband, um es zurückzubinden. Als ich aus dem Badezimmer kam, schenkte Mom sich gerade einen neuen Drink ein. Ich muss los, Mom. Danke fürs Abendessen. Ruf mich an, wenn du irgendwas herausfindest. Sie strich mir mit der Hand über den Rücken. Ich bin sicher, dass sich alles aufklären wird. Als ich zu Hause ankam, hatte sich das Gefühl von Übelkeit in ruhelose Energie verwandelt, deshalb beschloss ich, eine Runde zu laufen. Während meine Füße auf den Gehweg trommelten, überschlugen sich meine Gedanken. Lief da was zwischen Luke und Christina? Ich konnte mich nicht erinnern, dass sie übermäßig vertraulich miteinander gewesen wären, wenn wir in der Vergangenheit zusammen gewesen waren. Andererseits hatte ich auch nicht mitbekommen, dass sie sich ebenfalls für dieses Projekt beworben hatte und somit meine Konkurrentin gewesen war. Hatte sie es von Anfang an gewusst? Wollte sie mir das sagen, als ich sie neulich unterbrochen hatte? Oder hatte sie versucht, mit mir über sich und Luke zu reden? Warum hatte Luke mir nie erzählt, dass das Restaurant in Schwierigkeiten steckte? Die Fragen jagten einander in meinem Kopf, krachten aufeinander und setzten noch mehr Fragen frei. Nach einer halben Stunde Laufen war ich ein ganzes Stück ruhiger geworden, aber ein Gefühl des Unbehagens verfolgte mich bis nach Hause und unter die Dusche. Und dann, auf dem Weg ins Schlafzimmer, fiel mir endlich ein, woher das Bild stammte. Es dauerte eine Weile, bis Gary ans Telefon ging. Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, sie anzurufen, sagte ich. Tut mir leid, aber der Akku von meinem Handy hatte seinen Geist aufgegeben. Ich muss mit ihnen reden. Ich höre. Mir ist dieses kleine Regal eingefallen, das vor meinem Schlafzimmer stand und mit Bilderrahmen vollgestellt war. Da gab es auch einen Zinnrahmen, den ich hinter die anderen gestellt hatte, weil nur ein älteres Bild von mir drin war. Das, was der Psycho... Das Foto stammte also aus ihrem Haus? Das Gefühl, mich gleich übergeben zu müssen, war wieder da. Der Psycho wäre nie an Emma vorbeigekommen, also muss es passiert sein, während wir spazieren waren. Aber warum hätte er riskieren sollen, nur wegen eines Fotos bei mir einzubrechen? Das ist eine gute Frage. Hat irgendjemand einen Schlüssel zu ihrem Haus? Ein paar Monate vor der Entführung hatte ich meine auf einem Ausflug verloren und musste die Schlösser austauschen lassen. Niemand hatte einen Ersatzschlüssel. Also war es wahrscheinlich jemand, den Sie hereingelassen haben, Annie. Dieser jemand hat ihm das Foto gegeben. Vermutlich, damit er Sie identifizieren kann. Mein Herz begann zu pochen. Und derjenige, der versucht hat, mich zu schnappen, könnte dieselbe Person sein, die das Foto mitgenommen hat oder jemand, den Sie angeheuert hat, um den Job zu Ende zu bringen. Das ergibt doch keinen Sinn. Welches Interesse sollte irgendwer an meiner Entführung haben? Es gab niemals irgendwelche Lösegeldforderungen. Wir wissen nicht mit Sicherheit, ob sie entführt werden sollten. Es ist auch möglich, dass der Mann aus anderen Gründen angeheuert worden ist und dann beschlossen hat, sie für seine eigenen Pläne zu behalten. Sie meinen, er sollte mich eigentlich umbringen? Um ihm ist Willen, Gary? Mein Blick wanderte zur Alarmanlage. Sie werden es nicht so schnell wieder versuchen. Im Moment ziehen Sie zu viel Aufmerksamkeit auf sich, aber ich werde sicherstellen, dass die Streifenwagen regelmäßig bei Ihnen vorbeifahren und ich brauche die Namen sämtlicher Personen, die Zugang zu diesem Foto hatten. Jede Menge Leute waren in meinem Haus. Das war kein Gelegenheitsverbrechen. Dazu war es zu aufwendig. Es muss jemand mit einem persönlichen Motiv sein. Ich habe Ihnen bereits diese blöde Liste geschickt. Überlegen Sie nicht nur, wer Ihnen vielleicht schaden wollte, sondern auch, wer am meisten von Ihrem Verschwinden profitiert hat. In meinem Kopf drehte sich alles. Ich, ich muss nachdenken. Gary sagte, schlafen Sie eine Nacht darüber, okay? Ich gebe Ihnen die Nummer meines Motels in Eagle Glen. Wenn Ihnen irgendetwas einfällt, rufen Sie mich an. Und Annie, behalten Sie das vorerst für sich. Mit zitternden Händen zog ich mich an und Gary's Worte kreisten in meinem Kopf. Wer hat am meisten von meinem Verschwinden profitiert? Ich dachte an Christina, die das Neubauprojekt bekommen hatte. Dann fiel mir ein, dass der Psycho einmal erwähnt hatte, er habe mich ausgewählt, weil sich die Gelegenheit dazu ergeben hätte. Und wie seltsam es war, dass mein normalerweise so pünktlicher Freund an jenem Abend zu spät zum Abendessen gekommen war. Der Psycho hatte auch gesagt, er habe Luke mit einer Frau zusammen gesehen, aber er hat mich gerne gequält. Er hätte es mir doch gesagt, gefragt, wenn es Christina gewesen wäre, oder hatte er sich dieses Detail für Notzeiten aufgespart? Aber wenn da etwas zwischen Luke und Christina gewesen war, warum waren sie da nicht zusammengekommen, nachdem ich von der Bildfläche verschwunden war? Und warum hätten sie ihm dieses Foto geben sollen? Beide hatten Bilder von mir. Nein, das war einfach lächerlich. Ich starrte die Stelle in der Diele an, an der das Regal gestanden hatte. Jemand hatte ein Foto von mir gestohlen. Jemand, den ich in mein Haus gelassen hatte. Erneut überprüfte ich den Alarm. Emma bellte jedes Auto an, das draußen vorbeifuhr, und mir blieb fast jedes Mal das Herz stehen. Ich musste hier raus. Auf der einstündigen Fahrt nach Eagle Glen, der Name von Gary's Motel, fiel mir ein, dass ich ihn nicht gefragt hatte, warum er dort war, aber ich nahm an, dass es mit dem Fall zu tun hatte. An die Fahrt kann ich mich so gut wie nicht mehr erinnern, aber ich war vollkommen durchgefroren. In meiner Hast hatte ich keine Jacke mitgenommen und trug nur einen Tanktop und eine Yoga-Hose, was nicht viel nützte gegen die Kälte. Ich musste ein paar Minuten warten, ehe Gary auf mein Klopfen hin die Tür öffnete. Tut mir leid, ich stand gerade unter der Dusche. Alles in Ordnung mit Ihnen? In der Luft hing noch der Wasserdampf und er machte gerade die letzten Knöpfe seines weißen Hemdes zu. Hallo, sagte ich, ich muss reden. Er winkte mich hinein. Das Zimmer war nicht besonders groß, nur ein Bett, ein Telefontisch, Fernseher und Badezimmer. Eine halbleere Flasche Rotwein stand auf dem Nachttisch. Ohne ein Wort zu sagen, hob er die Flasche und zog die Augenbrauen hoch. Ich nickte. Er füllte eines der Zahnputzgläser und reichte es mir. Ich war froh, etwas in den Händen zu halten und nahm einen großen Schluck. Gary zog den Stuhl vom Telefontisch heran und setzte sich mir gegenüber. Also, was ist los? Diese ganze Scheiße macht mich noch wahnsinnig. Sie müssen den Kerl finden, der mich überfallen hat, Gary. Es raubt mir den letzten Verstand, dass ich nicht weiß, wer dahinter steckt. Ehrlich, ich misstraue jedem. Ich habe sogar überlegt, ob Luke und Christina dahinter stecken könnten, nur weil meine Mom dieses Projekt, das ich vielleicht bekommen hätte und dass sie eine Menge Zeit miteinander verbracht haben, nachdem ich verschwunden war. Außerdem steckten sie anscheinend in finanziellen Schwierigkeiten. Aber das ist mir völlig egal. Mein Problem ist, dass ich echt bald völlig durchdrehe. Gary stand auf und lief im Zimmer auf und ab, wobei er sich über das Kinn strich. Was hatte es noch mal mit diesem Projekt auf sich. Ich gab ihm die wichtigsten Infos, schloss jedoch mit den Worten, Christina hätte mir das nie angetan, Gary. Wenn sie wollen, dass ich den Schuldigen ausfindig mache, muss ich jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Gary schritt weiterhin auf und ab. Übrigens, warum sind Sie eigentlich in Eagle Glen? fragte ich. Zeigen Sie immer noch das Bild herum? Ich bin erst heute von der Nachtschicht gesprochen. Morgen rede ich mit der Tagschicht. Wissen Sie inzwischen mehr über den Kerl? War David sein richtiger Name? Sie sagten, sie würden mich informieren, sobald sie seine Akte hätten, aber sie haben nicht angerufen. Morgen faxt mir ein anderes Dezernat Information zu. Mehr kann ich ihnen im Moment nicht sagen. Ich hasse es, wenn sie reden wie ein Cop. Enttäuschung und Wein gaben dem, was von meiner Selbstbeherrschung noch übrig war, den Rest und ich brach in Tränen aus. Mit gesenktem Kopf, um mein Gesicht zu verbergen, stand ich auf und ging zur Tür, aber Gary packte mich am Arm und drehte mich herum. Mit der freien Hand gab ich seiner Brust einen Stoß, aber er rührte sich nicht. Lassen sie mich los Gary. Nicht ehe sie sich wieder beruhigt haben. Verdammt Gary, dieser Dreckskerl hat mich fast jede verdammte Nacht vergewaltigt und ihr könnt mir noch nicht einmal seinen Namen sagen. Das ist doch absurd. Es ist nicht nur so, dass mein ganzes Leben zerstört ist, sondern jetzt muss ich mich auch noch fragen, ob jemand, den ich kenne, es darauf anlegt, mich fertig zu machen. Und sie stehen da und sagen mir, ich hätte kein Recht, irgendwas über den Kerl zu erfahren, der mir das angetan hat. Ich schlug ihn noch einmal. Er packte mich am Handgelenk. Ich erzähle dir alles, was ich kann, ohne die Ermittlungen zu gefährden. Das ist alles, was es für dich ist, nicht wahr? Ein Fall, in dem du ermittelst. Jetzt sah er wütend aus. Weißt du, wie viele Menschen jedes Jahr vermisst werden? Wie viele Kinder? Und die meisten von ihnen kommen nicht zurück. Meine ältere Schwester verschwand, als ich noch ein Kind war, und wir haben sie nie gefunden. Darum bin ich zur Polizei gegangen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand das durchmachen muss, was meine Familie durchgemacht hat. Er ließ meine Arme los. Meine Ehe ist an diesem Fall zerbrochen. Ich wusste nicht, dass du... Wir hatten einige Probleme, bevor du vermisst wurdest, aber wir hatten versucht, sie zu lösen. Darum hatte ich mich vom Festland hierher versetzen lassen. Aber nicht lange, nachdem ich hierher kam, wurdest du entführt und ich habe so viele Stunden mit dem Fall verbracht. Einen Monat bevor du zurück kamst, hat sie mich verlassen. Sie sagte, ich sei so damit beschäftigt, nach anderen Menschen zu suchen, dass ich diejenigen nicht sehe, die direkt vor mir stünden. Es tut mir leid, Gary. Alles. Ich weiß, dass ich zickig und anstrengend bin, aber jemand will, dass ich tot bin und ... Ich begann zu weinen. Gary machte einen Schritt nach vorn und schloss mich in die Arme. Mein Gesicht war auf gleicher Höhe mit seiner Brust und sein Kinn ruhte auf meinem Kopf. Niemand wird dir wehtun, Annie. Ich werde es nicht zulassen. Ich löste mein Gesicht von seiner Brust und blickte zu ihm auf. Seine Augen waren dunkel und die Hand auf meinem Rücken schien sich durch mein T-Shirt zu brennen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, streckte mich aber niemals intensiv. Gary und ich küßten uns voll stummer Verzweiflung. Er schob beide Hände unter meinen Po, hob mich hoch und setzte mich auf dem Bett wieder ab. Als er sich über mich beugte, während er mich mit beiden Armen umschlang, tauchte das Bild des Psychos vor meinen Augen auf und ich erstarrte. Gary sah mich fragend an und begann sich zurückzuziehen, aber ich zog ihn neben mich aufs Bett, drückte ihn auf den Rücken und kroch auf ihn drauf. Ich presste meine Wange an seine und flüsterte ihm ins Ohr, ich muss die Kontrolle haben, nur so kann ich. Er umfasste mein Gesicht mit einer Hand und drehte es zu sich, bis ich gezwungen war, ihm in die Augen zu blicken. Bist du sicher, dass du das willst, Annie. Ich zitterte vor Angst. Trotzdem beugte ich mich vor und presste meine Lippen auf seinen Mund. Sobald seine Küsse heftiger wurden, er meinen Hintern festhielt und sich mein Schritt an seinem rieb, erstarrte ich erneut. Er spürte die Veränderung und wollte etwas sagen, aber ich hielt seine Hände über seinem Kopf fest und murmelte, du darfst mich nicht berühren, du darfst dich nicht bewegen. Ich war mir nicht sicher, ob er mich verstand, aber seine Lippen entspannten sich und als ich mit meinem Mund über seinen strich, erwiderte er den Kuss nicht. Ich schob meine Zunge in seinen Mund, leckte und saugte, bis er begann zu stöhnen. Ich zog uns beide aus, bis wir nur noch unsere Unterwäsche trugen und küsste seine Brust, bis seine Brustwarzen hart wurden und er eine Gänsehaut bekam. Ich setzte mich rittlings auf ihn und sah ihm in die Augen, während ich seine Hand an meine Brust führte und damit meine Nippel streichelte, über den Brustkorb strich und dann, als ich immer sicherer wurde, sie zwischen meine Beine schob. Ich liebkoste mich selbst mit seiner Hand, die erste Hand, die mich seit dem Psycho dort berührte, einschließlich meiner eigenen. Als mein Körper zu reagieren begann und sich eine Woge der Lust aufbaute, zog ich seine Hand zurück. Ich küsste ihn wieder, verhakte meine Zähne in seinen Boxershorts und zog sie nach unten. Ohne aufzuhören, ihn zu küssen, zog ich meinen Slip aus. Er hielt immer noch die Arme über dem Kopf. Stirn an Stirn lag ich ruhig auf ihm und meine Lippen schwebten dicht über seinem Mund. Ich stützte mich kurz auf die Zehenspitzen, spreizte die Beine, ließ mich wieder sinken und glitt über ihn. Er drang nicht in mich ein, sondern ich nahm ihn. Ihm stockte der Atem und ich hielt mit flatterndem Herzen inne und wartete darauf, dass er Luft holte, mich auf den Rücken warf und sich in mich drängte, dass er irgendetwas tat. Aber er unternahm nichts. Ich hätte weinen können über sein Geschenk. Während ich auf ihm auf und nieder glitt, rührte er sich kein einziges Mal. Stoß folgte auf Stoß. Sein Atem war der einzige Hinweis auf den erbitterten Kampf in seinem Inneren und das unter mir lag, ließ meine Bewegungen heftiger werden. Ich forderte ihn heraus, mich zu berühren und ließ meine Wut an seinem Körper aus, benutzte meine Sexualität als Waffe. Als er kam, bewegte er nicht einmal die Hüften, stieß nicht zu, nur seine Finger krümmten sich in meinen, während er sich am ganzen Körper anspannte und ich fühlte mich beschwingt, mächtig. Ich ritt weiter auf ihm, bis es schmerzhaft für ihn sein musste, aber noch immer berührte er mich nicht. Schließlich hörte ich auf, wandte das Gesicht ab und ließ seine Handgelenke los. Anschließend lagen wir Seite an Seite auf dem Rücken und starrten an die Decke, während wir versuchten wieder zu Atem zu kommen. Es war das genaue Gegenteil von meinen Erfahrungen mit dem Psycho gewesen. Totale Kontrolle gegenüber völliger Ohnmacht. Ich hatte es tatsächlich geschafft, die Erinnerung an den Psycho von dem Bett und von meinem Körper fernzuhalten. Gary wollte etwas sagen, aber ich unterbrach ihn. Das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, was wir gemacht haben, seit ich nach Hause gekommen bin. Ich möchte, dass du weißt, dass ich froh bin, dass du es warst, erwandte mir das Gesicht zu und öffnete den Mund, doch ich unterbrach ihn erneut. Versteh mich nicht falsch, ich bedauere es absolut nicht, aber ich will nicht großartig darüber reden, okay? Lass uns einfach weitermachen. Was ist der nächste Schritt bei den Ermittlungen? Ich spürte seinen Blick auf meinem Gesicht, doch ich hielt starr die Augen an die Decke gerichtet. Mit leiser Stimme sagte er, nachdem ich morgen die Leute vom Motel befragt habe und ihnen das Bild der Leiche und das Foto aus der Verbrecherdatei gezeigt habe, fahre ich in die nächste Stadt, Kinzol. Ich hatte vergessen, wie nah Kinzol war. Es ist keine große Stadt, wahrscheinlich gibt es dort nur ein oder zwei Motels und der größte Teil der Einwohner arbeitet im dortigen Gefängnis. Ich sagte, da hättest du fast meinem Onkel Hallo sagen können, aber er wurde vor kurzem entlassen. Gary stützte sich auf den Ellenbogen. Welcher Onkel? Ich war davon ausgegangen, dass er Bescheid wusste, aber Mom und mein Onkel hatten unterschiedliche Nachnamen, also hatte er vielleicht keine Ahnung. Der Stiefbruder meiner Mutter, Dwight, er hat ein paar Banken ausgeraubt. Er war gerade in der Zeitung, ihr Cops wollte ihn zu einem Raubüberfall befragen, aber wir haben nichts mit ihm zu tun, ich kann dir also nicht weiterhelfen. Gary drehte sich wieder auf den Rücken und starrte an die Decke. Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um bei den Ermittlungen zu helfen? sagte ich. Versuche dich im Moment von allen fernzuhalten. Ich muss noch ein paar Nachforschungen anstellen, aber morgen müsste ich alle Infos haben und ich werde dich wissen lassen, wie wir weiter vorgehen. Wenn du irgendetwas herausfindest oder dich an etwas erinnerst, das uns weiterhelfen könnte, ruf mich sofort an. Seine Stimme klang bereits leicht verwaschen und ich wusste, dass er bald einschlafen würde, also sagte ich, ich muss gehen, Emma ist zu Hause. Ich finde es schön, wenn du bleiben würdest. Ich kann sie nicht die ganze Nacht allein lassen. Die Vorstellung, dass du so spät noch allein übers Land fährst, gefällt mir gar nicht. Ich habe es schließlich auch hierher geschafft. Ich dusche noch schnell, okay? Nachdem ich geduscht hatte, ging ich auf zehn Spitzen an seiner schlafenden Gestalt vorbei und schlüpfte aus dem Zimmer. Auf der Fahrt nach Hause waren die hätte ich ewig weiterfahren können. Es wurde eine lange Nacht. Ich schlief im Schrank, aber ich wälzte mich herum und wachte früh am Morgen auf. Ich hatte vergessen, dass Luke vorbeikommen wollte, deshalb war ich überrascht, als ich seinen Chuck hörte. Als ich hinausschaute und ihn erkannte, verwandelten sich meine Beine in Gummi. Ich riss mich zusammen und öffnete die Tür. Er versuchte mich zu umarmen, aber ich erwiderte die Umarmung kaum. Alles in Ordnung? fragte er. Sorry, ich bin nur müde. Ich wollte unbekümmert klingen, aber die Anspannung in meiner Stimme war nicht zu überhören. Ich wich seinen Blick aus und bot ihm rasch eine Tasse Tee an. Noch nie habe ich mich so heuchlerisch gefühlt wie in diesem Moment. Wir sprachen über unsere Hunde und seine Arbeit. Unsere Unterhaltung war von Pausen durchlöchert und er rührte seinen Tee kaum an, bis er sagte, er müsse gehen. Als er mich an der Tür erneut umarmte, zwang ich mich, ihn ebenfalls zu drücken und fragte mich, ob er wohl meine Schuldgefühle durch die Haut spürte. Annie, bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Ich wollte alles bekennen. Ich konnte nichts zugeben. Ich bin einfach nur total kaputt. Dann ruhe dich mal gut aus, okay? Er lächelte. Ich zwang mich, das Lächeln zu erwidern. Yes, Sir. Nachdem er gegangen war, wusste ich, dass ich ihm niemals erzählen können, was zwischen Gary und mir geschehen war. Ich wusste auch, dass ich jetzt niemals wieder zu ihm zurückkehren geführt worden war, nicht derjenigen, die nach Hause gekommen war. Am späten Nachmittag rief Gary endlich zurück. Ich wünschte, er hätte es nicht getan. Der richtige Name des Psychos lautete Simon Rousseau und als er starb, war er 42 Jahre alt. Er wuchs in einer Kleinstadt in Ontario auf, zog mit Anfang 20 nach Vancouver und ließ sich schließlich auf der Insel nieder. Das 139 verhaftet wurde, weil er einen Mann so übel zusammengeschlagen hatte, dass dieser anschließend wochenlang im Krankenhaus lag. Der Psycho behauptete, die Ehefrau hätte ihn angeheuert, weil ihr Mann sie betrog. Ein Jahr später wurde seine Verurteilung angefochten, weil die Polizei irgendein Beweisstück verschlampt hatte. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kehrte er aufs Festland zurück und die Polizei verlor ihn aus den Augen, Jetzt, wo sie seinen Namen hatten, verfolgten sie seine Spur zurück und versuchten seine Aufenthaltsorte mit allen möglichen ungelösten Kriminalfällen in Beziehung zu bringen. Sie stellten fest, dass seine Mutter an Krebs gestorben und sein Adoptivvater tatsächlich spurlos verschwunden war. Weder seine Leiche noch sein Wagen waren bis heute irgendwo aufgetaucht. In seinen Zwanzigern lebte Rousseau in Vancouver, arbeitete jedoch in Holzfällerlagern im Norden als Koch. Und ja, eine Hubschrauberpilotin aus einem der Lager wurde tot aufgefunden, allerdings wurde nie wegen Mordes ermittelt. Ihr Freund war getrennt von ihr aus dem Wald ins Camp zurückgegangen und wunderte sich irgendwann, dass sie nicht auftauchte. Er ging zurück, um sie zu suchen. Als er sie nicht fand, wurde ein Suchtrupp losgeschickt, doch es dauerte einen Monat, ehe man ihre Leiche am Boden einer Schlucht fand. Sie war vollständig bekleidet und ihr Genick war gebrochen. Weil es neblig gewesen war, als sie an jenem Tag nicht ins Camp zurückgekehrt war, hatte man angenommen, sie habe sich verirrt und sei von einem Felsvorsprung gestürzt. Rousseaus genauer Aufenthaltsort und seine Aktivitäten, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war, waren nach wie vor unbekannt und Gary sagte, dass man vielleicht nie erfahren würde, ob er auch für weitere Verbrechen verantwortlich war. Während Gary sprach, saß ich auf meinem Sofa und zupfte an einem losen Faden in dem Überwurf herum. Ich sagte, bist du wieder in Clayton Falls? Immer noch in Eagle Glen. Hast du nicht gesagt, du wolltest heute nach Kinsel? Ich war da, aber eine Angestellte aus diesem Motel, mit der ich reden muss, kommt erst heute Abend. Über was willst du mit ihr reden? Tut mir leid, Annie, aber ich kann dir nicht mehr sagen. bevor ich die Fakten kenne. Wenn wir uns irren, kann es dir eine Menge unnötigen Kummer. Was sagst du da? Wisst ihr, wer dem Psycho angeheuert hat? Du kannst mir zumindest sagen, ob es jemand ist, den ich kenne. Im Moment kann ich dir sagen, dass wir nachdem du Rousseau identifiziert hast, sein Vorstrafenregister erhalten haben und darauf aufbauend überprüfen wir alle seine Zimmermädchen von der Tagesschicht im Motel in Eagle Glen gesprochen. Eine von ihnen meinte, das Bild des Psychos komme ihr bekannt vor, aber als er ihr das Fahndungsfoto zeigte, erkannte sie ihn nicht wieder. Aber wenn es derselbe Typ wie auf dem Computerausdruck war, dann hatte sie gesehen, wie eine Frau mit riesiger Sonnenbrille eines Morgens sein Zimmer betreten und 15 Minuten später wieder verlassen hatte. Sie hatte das Auto nicht gesehen, aber sie glaubte, dass eines der anderen Zimmermädchen zu der Zeit gerade die Zimmer im unteren Flur sauber gemacht hatte, dort, wo die Parkplätze waren. Auf diese Frau wartete Gary, um mit ihr zu reden. In meinem Kopf drehte sich alles. Welche Frau hatte sich mit dem Psycho getroffen? Ich sagte, tut mir leid, es ist ziemlich viel auf einmal. Das verstehe ich, aber es ist wirklich wichtig, dass du sorry, meine Mom ruft gerade auf der anderen Leitung an, geh nicht ran, okay, okay. Doch als das Piepen endlich aufhörte, sagte ich, sie wird es erneut versuchen. Hast du mit ihr über irgendetwas geredet, was wir letzte Nacht besprochen haben? Luke ist der Einzige, mit dem ich heute geredet habe, aber ich würde nie, du darfst überhaupt nicht mit ihr über diese Dinge reden, Annie. Carrie, sie ist meine Mom. Wenn du mir nicht auf der Stelle erzählst, was verdammt noch mal los ist, rufe ich sie an und erzähle ihr brühwarm jede Einzelheit. Um Himmels Willen. Er schwieg einen Augenblick, dann hörte ich ihn tief einatmen. Das wird nicht leicht für dich. Als du letzte Nacht hier warst, hast du erwähnt, dass dein Onkel im Kinzall Gefängnis war. Also habe ich überprüft, ob er und Simon Rousseau zur selben Zeit einsaßen. Das taten sie. Es ist ebenfalls bestätigt, dass dein Onkel dafür bekannt war, dass er Bilder von seinen Nichten in seiner Zelle an der Wand hatte. Nachdem das Zimmermädchen die Frau beschrieben hatte, haben wir einen Durchsuchungsbefehl beantragt, um das Bankkonto deiner Mutter auf irgendwelche ungewöhnlichen Transaktionen hin zu überprüfen. Ich muss noch mit einem anderen Zimmermädchen reden, aber Annie, seine Stimme wurde sanft. Es sieht so aus, als hätte deine Mutter etwas damit zu tun. Gleich nachdem Gary die Bombe hat platzen lassen, musste er einen anderen Anruf annehmen. Er hat mir das Versprechen abgenommen, mit niemandem zu reden und gesagt, er würde später noch einmal anrufen. Darum habe ich sie angerufen, Doc, und deshalb klammere ich mich ans Handy, als hinge mein Leben davon ab. Ich musste raus, musste mit irgendjemandem reden. Ich habe es nicht ausgehalten, in meinem Haus herumzulaufen und mich zu fragen, was für eine schwachsinnige Theorie, die Cops sich jetzt wieder ausgedacht haben. Irgendein durchgeknalltes Zimmermädchen hat eine Frau in dem Motel gesehen und sie beschließen, es sei meine Mom gewesen? Hört sich an, als klammern sie sich an jeden Strohhalm. 24. Sitzung Ich weiß, dass ich heute wie ausgekotzt aussehe, aber glauben Sie mir, Doc, wenn ich ihnen sage, wie meine Woche gelaufen ist, werden sie es verstehen und auch, warum ich sie um eine längere Sitzung gebeten habe. Als ich nach der letzten Sitzung nach Hause fuhr, kam ich an einer neuen Plakatwand vorbei, auf der der Apartmentkomplex am Wasser angepriesen wurde, das Projekt, das ich hätte übernehmen sollen. Das Plakat war ganz in der Nähe von der Ausfahrt zum Haus meiner Tante und ich dachte daran, wie sauer sie immer geworden war, wenn meine Mom darüber gesprochen hatte. Dann fiel mir auf, dass Tante Val schon lange nicht mehr damit angegeben hatte, wie gut Tamara sich im Immobiliengeschäft mache. Sobald ich zu Hause war, warf ich einen Blick so googelte ich ihren Namen und er tauchte auf der Seite des Maklerverbandes auf, unter der Rubrik Disziplinarstrafen. Es stellte sich heraus, dass meine perfekte Cousine letztes Jahr für 90 Tage gesperrt worden war. Sie hatte eine abgewrackte Firma vertreten und in deren Auftrag riesige Mengen Bauland gekauft, ohne jemals offen zu legen, dass sie die Eigentümerin besagter Firma war. Nicht besonders schlau. Offensichtlich wusste Mom nichts davon, sonst hätte ich längst davon gehört. Alle hätten es erfahren. Tante Val konnte sich glücklich schätzen, dass ich bereits seit einem Monat verschwunden war, als Tameras Sperre im monatlichen Mitteilungsblatt des Verbandes bekannt gegeben wurde. Und dann begriff ich. Als Gary eine halbe Stunde später anrief, fiel ich sofort mit der Tür ins Haus. Ich habe herausgefunden, dass meine Cousine kurz nach meiner Entführung ihre Maklerlizenz verloren hat. Aber sie musste eine ganze Weile vorher gewusst haben, dass das passieren würde und meine Tante hat es nie erwähnt. Meine Mom und ihre Schwestern konkurrieren ständig miteinander und ich sollte dieses große Projekt übernehmen. Du hast gesagt, die Frau habe eine große Sonnenbrille getragen, richtig? Ja, aber meine Tante Val begann diese riesen Sonnenbrillen zu tragen, kurz nachdem meine Mom damit angefangen hatte. Sie sehen sich ziemlich ähnlich. Tante Val ist ein bisschen größer, aber aus der Ferne kann man sie leicht verwechseln. Und meine Tante hat meinen Onkel immer besucht, im Gegensatz zu Mom. Sie könnte ihm die Bilder mitgebracht haben. Als dieser Kerl mich letzte Woche überfallen Mutter deinen Onkel sehr wohl besucht hat, Annie. Das kann nicht sein. Annie, wir haben eine Videoaufnahme und ihre Unterschrift in der Besucherliste. Meine Tante hätte sich wie sie anziehen und ihre Unterschrift fälschen können. Gary seufzte. Ich muss dir noch ein paar Fragen stellen. Als du in der Hütte warst, ist dir da jemals irgendetwas aufgefallen, das den Eindruck machte, nicht dorthin zu gehören. Was hat das denn damit zu tun? Es mag dir damals vielleicht nicht wichtig vorgekommen sein, aber vielleicht besaß er einen Gegenstand, von dem du dachtest, er passe nicht zu ihm. Ich habe dir alles erzählt, Gary, da war nichts. Irgendetwas im Schuppen vielleicht, oder im Keller. Wie oft sind wir das schon durchgegangen? Er hatte Kartons, er hatte meine Kleidung, er hatte eine Rolle Geld mit einem Ich atmete tief ein. Scheiße. Dir ist etwas eingefallen? fragte Gary schließlich. Der Psycho hatte dieses Bündel Geldscheine mit einem rosa Haargummi drumherum und als ich neulich bei meiner Mom war, hatte sie dieselbe Sorte Haargummi in ihrer Schublade, dieselbe Farbe rosa im Badezimmer und ich habe eines für meine Haare genommen. Hast du es noch? Ja, aber ich habe dir doch gesagt, wir brauchen es für einen Vergleich. Warum musste ich ihm auch unbedingt von diesem blöden rosa Gummiband erzählen? Am liebsten hätte ich mich übergeben. Wie aus weiter Ferne hörte ich Gary sagen, denk daran, wir wissen nicht mit Sicherheit, ob deine Mutter darin verwickelt ist. Also, zu niemandem auch nur ein Wort darüber, okay? nicht sein, aber es wird noch ein paar Tage dauern, bis wir die Kontoauszüge von der Bank bekommen. In der Zwischenzeit sammeln wir so viele Beweise wie möglich. Wenn wir deine Mutter zu früh befragen, könnte es sein, dass sie Beweise vernichtet oder untertaucht. Es gibt nichts, worüber ihr sie befragen müsstet. Sie hat nichts getan! Er senkte die Stimme. Ich weiß, wie verwirrend das für dich sein muss, aber ich verspreche dir, dass ich anrufe, sobald wir etwas Eindeutiges wissen. Bis dahin versuche, dich von allen fernzuhalten. Ich legte auf, doch es klingelte, als ich gerade gehen wollte. In der Meinung, es sei noch einmal Gary, hob ich ab, ohne auf das Display zu schauen. Gott sei Dank, ich hatte mir solche Sorgen um dich gemacht, Annie Bear. Vor Stunden schon habe ich dir eine Nachricht hinterlassen. Mom hielt inne, um Atem zu schöpfen, und ich versuchte, etwas zu sagen, aber meine Kehle war wie zugeschnürt. Bist du noch da, Annie? Tut mir leid, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Ich wollte sie warnen, dass Gary hinter ihr her sei. Aber was sollte ich sagen? Nein, Gary musste meinen Mund halten. Hat die Polizei noch mehr über diesen entsetzlichen Mann herausgefunden? fragte Mom. Keine neuen Spuren. Die Ermittlungen scheinen im Sande zu verlaufen. Wahrscheinlich ist es das Beste. Du musst dich jetzt darauf konzentrieren, dass es dir wieder besser geht. Vielleicht solltest du mal Urlaub machen. Gegen die heißen Tränen drückte ich meine Augen fest zusammen und biss mir kräftig auf die Zunge. Das ist eine gute Idee. Weißt du, vielleicht sollte ich einfach losfahren und ein paar Tage mit Emma zelten. Siehst du, deine Mutter weiß, was das Beste für dich ist, aber vergiss nicht, dich mal zu melden, damit wir wissen, dass alles in Ordnung ist. Als Gary mich am späten Nachmittag anrief, um mir zu sagen, dass er vorbeikäme, um das Haargummi und das Foto abzuholen, das ich aus der Hütte mitgenommen hatte, informierte ich ihn über mein Gespräch mit Mom, einschließlich meines angeblichen Camping-Ausflugs. Ich erklärte ihm, dass ich sie zumindest ab und zu anrufen müsste, oder sie würde anfangen, sich Gedanken zu machen, und er sagte, das sei in Ordnung, solange ich die Anrufe kurz hielte. Außerdem schlug er vor, ich sollte Luke und Christina dieselbe Geschichte erzählen, damit niemand versehentlich die Sache vermasselte, und er wollte, dass ich in ein Motel ziehe, aber ich weigerte mich. Das Ganze war auch so schon schlimm genug, auch ohne, dass ich mein Haus verlassen musste. Wir einigten uns darauf, dass ich das Auto hinten auf dem Hof verstecken und mich möglichst unauffällig verhalten sollte. Seit dem zweiten Entführungsversuch hatten Luke und Christina jeden Tag angerufen. Ich wusste, dass sie sich Sorgen machen würden, wenn ich einfach nicht mehr reagieren würde, also schickte ich ihnen beiden eine E-Mail, dass ich ein paar Tage aus der Stadt raus musste und dass sie mich bitte nicht anrufen sollten, weil ich im Moment mit niemandem reden wollte. Sorry, aber ich mache gerade echt eine harte Zeit durch. Seit ein paar Tagen versteckte ich mich also in meinem Haus und benutzte im Dunkeln nur Kerzenlicht. Ich bin nicht einmal mit Emma rausgegangen, die meiste Zeit habe ich mit ihr geschmust und in ihr Fell geweint. Einmal bin ich zu meinem Auto gegangen, habe den Motor ein paar Mal aufheulen lassen und habe meine Mom vom Handy aus angerufen. Ich habe ihr gesagt, es gehe mir gut, aber ich sei gerade im Auto und die Verbindung würde dauernd unterbrochen, sodass ich nicht reden könne. Zumindest dieser Teil entsprach der Wahrheit. Ich konnte kaum Hallo sagen, ohne fast daran zu ersticken, alles für mich zu behalten. Gary rief an, um mir zu erzählen, dass die Dinge gut vorankämen. Ich habe ihm nichts davon gesagt, dass ich heute zu meiner Therapeutin fahren würde. Er hätte mir doch nur gesagt, ich solle es bleiben lassen. Und als er heute morgen gegen acht anrief, war ich froh, dass ich den Termin nicht abgesagt hatte. Sie hatten endlich das Zimmermädchen in dem Motel ausfindig gemacht. Und ja, sie erinnerte sich, dass die Frau eine Sonnenbrille getragen hatte. Das Auto war so groß und die Frau so zierlich, sie musste sich richtig anstrengen, um die Tür aufzubekommen. Es tut mir wirklich leid, Annie. Aber alle Indizien deuten auf deine Mom. Wir warten nur noch auf die Kontoauszüge, ehe wir sie für ein Verhör hierher bringen. Aber du weißt doch gar nicht mit Sicherheit, ob sie die Frau im Motel war. Nur weil es eine zierliche Frau war, bedeutet das noch nicht? Es war eine zierliche blonde Frau, Annie. Das Zimmermädchen hat das Nummernschild nicht gesehen, aber das Auto war bronze farben, genau wie der Wagen deines Stiefvaters. Außerdem hat sie deine Mutter auf einem Foto identifiziert. Das Blut rauschte dröhnend in meinen Ohren. Aber ich habe dir doch gesagt, dass meine Tante ihr ziemlich ähnlich sieht und sie fährt ein Lincoln in derselben Farbe wie der Caddy. Vielleicht hat sie sich mit ihrem Stiefbruder zusammengetan und er war es, der versucht hat, mich zu entführen. Womöglich hat er sie auch erpresst. Verdammt, ich weiß es nicht, aber er ist immer noch da draußen. Und wenn du nur einmal mit Wayne reden würdest, würde er dir bestätigen, dass Mom nichts mit ihm zu tun hat. Wenn wir so weit sind, werden wir uns um Wayne kümmern. Wenn ihr soweit seid, worauf zum Teufel wartet ihr noch? Wenn ihr nichts unternehmt, werde ich mit Wayne reden und dich selbst in Gefahr bringen. Wayne würde mir nichts antun. Er ist ein Trottel, aber kein bisschen gewalttätig. Verkabel mich doch, wenn du dir solche Sorgen machst. Das hier ist kein Fernsehkrimi, Annie. Wir verkabeln keine sein. Ich kenne Wayne. Wenn Mom ihm irgendetwas über ihren Stiefbruder erzählt hat, kann ich es aus ihm herausholen. Sorry, aber darüber verhandle ich nicht mit dir. Du musst einfach Geduld haben. Jetzt muss ich zum Gericht. Ich rufe dich später wieder an. Okay. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Viertel nach Acht. In zwei Stunden würde Wayne allein in dem Diner sitzen, in das er jeden Morgen ging, wenn er keinen Job hatte, was an den meisten Tagen der Fall war. Mom kam nie mit, weil sie für gewöhnlich ihren Rausch ausschlief. Ja, sicher, ich würde Geduld haben. Eine Stunde und 45 Minuten lang. Der morgendliche Ansturm im Diner hatte sich gelegt, aber der Duft von frisch gebratenem Speck hing noch immer in der Luft, am Fenster schob. Eine Kellnerin kam mit einem Block und einem Stift vorbei. Was kann ich Ihnen bringen? Im Moment nur einen Kaffee. Oh, ich kenne Sie. Sie sind Waynes Tochter Annie, oder? Wie geht es Ihnen? Der Kassettenrekorder brannte in meiner Tasche. Was, wenn Gary recht hatte und ich alles vermasselte? Gut, danke. Wayne müsste gleich hier sein. Ich sage ihm, dass Sie hier sind, okay? Sie brachte den Kaffee und kaum war sie von meinem Tisch weg, hörte ich die Türglocke. Wie geht es der bestaussehenden Kellnerin der Stadt, Janie? Gut, mein Hübscher. Rate mal, wer hier auf dich wartet. Mein Stiefvater kam um die Ecke zu meinem Tisch. Heiliger Strohsack, Annie, was tust du denn hier? Deine Mom sagte, du seist verreist. Die Kellnerin kam mit einem weiteren Kaffee zurück. Wayne setzte sich mir gegenüber. Ich sagte, ich muss noch einmal mit den Cops reden, darum bin ich früher zurückgekommen. Er nickte und rührte in seinem Kaffee. Sie haben ein paar neue Infos über den Kerl, der mich entführt hat. Er hob den Löffel mitten in der Rührbewegung hoch. Ach ja? Was denn? Vielleicht sollten wir an die frische Luft gehen, sagte ich. Warum nehmen wir unseren Kaffee nicht mit und setzen uns in den Park? Ich zahlte den Kaffee, Janie machte uns zwei Becher zum Mitnehmen fertig und wir schlenderten über die Straße in den Park. Ich suchte uns einen Picknicktisch im Schatten aus abseits von den anderen. Um ehrlich zu sein, Wayne, ist es kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Ich wollte mit dir reden. Ach so? Ich verjagte Gary aus meinen Gedanken und sprang ins kalte Wasser. Die Cops glauben, dass Mom etwas mit meiner Entführung zu tun hat. Jemand hat einen Wagen wie dein Caddy vor einem Hotel gesehen, in dem der Kerl gewohnt hat. Einen Haufen Leute haben so ein Auto wie ich. Ich weiß, aber offensichtlich hat die Beschreibung des Zimmermädchens die Cops irren sich. Wayne, sie haben einen Durchsuchungsbefehl und überprüfen Moms Kontoauszüge. Er wurde bleich. Wayne, du musst mir erzählen, was los ist. Es ist alles vorbei. Verdammt, was für ein Schlamm Masse. Wayne, du musst es mir jetzt sagen oder ich rufe die Cops. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wir wussten nicht, dass es ihm Spaß bringt, Frauen wehzutun. Ich schwöre es. Er sah mich an. In seinem Blick lag Verzweiflung. Ich hätte sie aufgehalten, aber ich wusste es nicht. Was wusstest du nicht? Du weißt schon, dass deine Mom diesem Typen gesagt hat, der solle dich mitnehmen. Auf der anderen Seite des Parks stieß eine Mutter ihr kleines Kind auf der Schaukel an. Das kleine Mädchen quiekte und kicherte. Das Geräusch wurde gedämpft durch das Tröhnen in meinen Ohren. Waynes Lippen bewegten sich, aber ich erfasste nur einzelne Wortfetzen. Ich versuchte mich darauf zu konzentrieren, was er sagte, aber ich musste immerzu daran denken, dass die kleinen Räder des Kassettenrekorders sich ständig im Kreis drehten. Er starrte mich an. Mensch Annie, du siehst aus. Ich starrte zurück. Ihr wart das. Ihr beide. Er beugte sich vor. Du musst meine Seite sehen, Annie. Es ist total daneben gegangen. Aber ich wusste nichts davon. Ich schwöre dir, dass ich nichts wusste. Als du verschwunden bist, blieb deine Mutter zuerst ziemlich cool. Das passte gar nicht zu ihr. Ich hätte gedacht, sie würde ausflippen. Aber nachdem du mehr als eine Woche verschwunden warst, begann sie nachts herumzugeistern und wie ein Loch zu saufen. In der zweiten Woche hat sie dreimal deinen Onkel besucht, also habe ich sie direkt darauf angesprochen. Was ist los, Lorraine? Du hast doch irgendwelchen Ärger. Alles, was sie sagte, war, es ist nicht meine Schuld. Was war nicht ihre Schuld? Du hast mir immer noch nicht gesagt, was genau sie getan hat. Du solltest nur für eine Woche oder so verschwinden, aber es hat nicht richtig geklappt. Es hat nicht richtig geklappt. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder schreien sollte. Was du nicht sagst, warum zum Teufel sollte ich überhaupt entführt werden? Was ist verdammt noch mal passiert, Wayne? Es war so. Sie hat einen Film gesehen über ein Mädchen, das für zwei Tage entführt worden war. Und nach dem Film wurden Interviews mit der echten Familie gezeigt. Lorraine sagte, dass du viel hübscher seist. Und wenn du eine ganze Woche verschwunden wärst, du kennst sie doch. Sie setzt sich was in den Kopf und dann verbeißt sie sich darin wie ein Pitbull in ein Steak. Willst du mir allen Ernstes erzählen, dass Mom mich wegen eines Films hat entführen lassen? Es fing an, als sie hörte, dass du dieses Projekt mit Ende, du weißt, wie die beiden sind. Aber wenn du berühmt wärst, Val würde für den Rest ihres Lebens daran zu knabbern haben. Und du hattest keinen Schimmer, was sie vorhatte? Verdammt nein! Ich schwöre, dass ich nichts wusste. Sie sagte, dein Onkel würde einen Typ aus dem Knast kennen, der es tun würde. Außerdem kannte er diesen Kredithai, der ihr die 35 Riesen geliehen hat. Aber davon wusste ich auch nichts. 35 verdammte Riesen? So viel hat es also gekostet, mein Leben zu ruinieren? Was für eine beschissene Familie! Deine Mom wollte nicht, dass dir etwas passiert. Dieser Mann hat nie angerufen, wenn er sollte. Darum hat sie sich nach der ersten Woche so aufgeregt. Dein Onkel hat seine Fühler ausgestreckt, aber niemand wusste, wo der Kerl dich hingebracht hatte. Aber warum hat sie nicht die Cops gerufen, als ich nicht nach Hause kam? Warum hast du sie nicht angerufen? Sobald ich herausgefunden hatte, was los war, habe ich ihr gesagt, dass wir auf der Stelle die Cops informieren sollen. Aber der Typ, der ihr das Geld geliehen hatte, sagte, die Cops wären hinter ihm her, sobald sie den Mund aufmachte, und dann würde er ihr das Gesicht aufschlitzen und mir die Beine brechen. Er sagte, er könne dafür sorgen, dass Dwight im Knast umgebracht würde. Wir haben ihm gesagt, dass wir erzählen würden, wir hätten den Kerl aus eigener Tasche bezahlt, aber er wollte sein Geld zurück haben, und das würde er nie bekommen, wenn deine Mom und ich im Knast säßen, aber wenn wir ins Gefängnis kämen, würde er uns auch da erwischen. Hattet ihr keine Angst, dass er mir etwas antun könnte, dass er mich vielleicht umbringen könnte? Wayne zog ein jämmerliches Gesicht. Jeden verdammten Tag, aber ich konnte nichts tun. Wenn ich versucht hätte, dir zu helfen, hätten sie Lorraine wehgetan. Als du vermisst wurdest, hat sie bei dem Kredit herausgeschunden und ihm Geld gegeben, indem sie deine Sachen verkauft hat und versucht hat, jemanden zu finden, der einen Film dreht, aber daraus wurde nichts. Wir waren so gut wie pleite, als du nach Hause gekommen bist. Nachdem ich dich im Krankenhaus gesehen habe, war ich vollkommen am Boden zerstört. Aber Lorraine sagte, wir müssten weitermachen und für dich stark sein. Und wir hatten immer noch diesen Kredithai im Nacken sitzen. Lorraine sagte ihm, du würdest einen Film machen und sie würde etwas Geld bekommen für ihre Rolle darin, aber du hast sie immer wieder auflaufen lassen. Sie hat sich höllisch angestrengt, damit die Medien das Interesse nicht verlieren. Ich dachte an all die Male, bei denen die Reporter genau zu wissen schienen, wo ich war. Sie hatten von Anfang an über Insider Informationen verfügt. Jeder Groschen, den sie uns gaben, ging für unsere Schulden drauf, aber vor etwa einem Monat sagte der Typ, er wolle den ganzen Rest auf einmal haben, oder er würde uns die Hölle heiß machen. Warte, warte einen Moment, der Mann, der versucht hat, mich auf offener Straße zu entführen, war das der Kredithai? Wayne starrte auf seine Füße. Nein, das war ich. Du? Oh, Miss Willen, Wayne, du hast mir Todesangst eingejagt, du hast mich verletzt, ich weiß, ich weiß, es tut mir leid, du solltest nicht stürzen, deine Mom sagte, die Presse würde langsam das Interesse verlieren, wir hatten keine andere Wahl, wir sind völlig am Ende, Annie. Ihr seid völlig am Ende? Nein, Wayne, völlig am Ende ist man, wenn man fast jeden Abend vergewaltigt wird. Meine Tochter ist gestorben, Wayne. Ich ergriff seine Hand, ihr Kopf war nicht größer als deine Handfläche und sie ist tot und du erzählst mir, meine Familie hätte mir das angetan, ihr seid diejenigen, denen ich am meisten vertrauen sollte und ihr, ich hörte meine eigenen Worte, und es traf mich wie ein Schlag. Vorne übergebeugt umklammerte ich meine Beine, als ein ungeheurer Druck meine Brust zusammen zu quetschen schien. Ich schnappte unablässig nach Luft, während Wayne mir den Rücken tätschelte und immer wieder sagte, wie leid es ihm täte. Nach ein paar Minuten hatte ich meine Atmung wieder unter Kontrolle. Ich hob den Kopf auf und schüttelte Waynes Arme ab. Seid ihr auch in mein Haus eingebrochen? Ja, deine Mom wollte direkt nach mir kommen, um dich zu retten, aber ich bin in dein Schlafzimmer und du warst nicht da, der Alarm ging los und ich bin durchs Fenster verschwunden. Als deine Mom dann über Nacht bei dir blieb, hast du ihr erzählt, wann du morgens immer läufst. Die Nacht, in der meine Mom mir Annie Bär Kekse und meine Fotos gebracht hatte. Eine halbe Ewigkeit saßen wir einfach da, sahen einander an und sagten nichts. Schließlich brach ich das Schweigen. Du weißt, dass du dich stellen musst, oder? Das ist mir klar. Wir starten zum Spielplatz hinüber. kein Kind weit und breit. Eine leichte Brise bewegte die Schaukel hin und her. Gary war gerade vom Gericht gekommen und sah sauer aus, als er mich mit Wayne sah. Aber sobald Wayne sagte, er wolle ein Geständnis ablegen, deutete Gary auf mich, sagte, du gehst nirgendwohin und führte Wayne im Handumdrehen ab. Die nächsten Stunden verbrachte ich damit, auf dem Polizeirevier rumzulaufen, in Zeitschriften zu blättern und die Wände anzustarren. Der Verrat meiner Familie schmerzte mehr als alles, was der Psycho mir je angetan hatte, und an einer Stelle, die er niemals hätte berühren können. Endlich kam Gary heraus. Du hättest nicht mit ihm reden sollen, Annie, wenn das nach hinten losgegangen wäre. Ich reichte ihm das Tonband. Aber das ist es nicht. Wir können das nicht verwenden, dazu zwingt euch auch niemand. Er schüttelte den Kopf. Dann erzählte er mir, dass Wayne nach einem Gespräch mit einem Pflichtverteidiger beschlossen hatte, bei Zusicherung einer milderen Strafe ein volles Geständnis abzulegen und gegen meine Mom auszusagen. Er war verhaftet worden, angeklagt der Beihilfe zum Kidnapping, der räuberischen Erpressung und kriminellen Fahrlässigkeit. Man würde ihn bis zur Anhörung über die Kaution hier behalten. Gary sagte, die Kontoauszüge würden morgen früh eintreffen. Sie brauchten sie nicht mehr, um Mom zu verhaften, aber er wollte Waynes Aussagen bestätigt haben, ehe er sie verhörte. Außerdem wartete er auf die Ergebnisse aus dem Labor über die Haargummis, aber vermutlich würde er den Bericht erst morgen bekommen. Sie rechneten nicht damit, dass Mom eine Flucht riskieren würde, sodass man sie, solange nichts dazwischen käme, morgen früh holen würde. Sie hatten Wayne dazu gebracht, Mom anzurufen und ihr zu erzählen, dass er unterwegs sei, um einen heißen Tipp für ein Geschäft am anderen Ende der Insel nachzugehen. Wenn es zu spät würde, um nach Hause zu fahren, würde er bei einem Kumpel übernachten. Dann hatte er noch erwähnt, dass er mich zufällig getroffen habe, für den Fall, dass jemand das ihr erzählte und hinzugefügt, dass ich weder in der Stadt sei, aber müde von der Fahrt und dass ich nach Hause fahren würde, um mich auszuruhen. Sie kaufte ihm alles ab. Anschließend begleitete Gary mich hinaus zu meinem Wagen. Ich werde versuchen, dich anzurufen, sobald wir sie abgeholt haben. Willst du das Verhör sehen? Ich weiß nicht, ob ich dazu fähig bin. Ich weiß, sie ist deine Mom und es muss hart sein, zu begreifen, was sie getan hat. Aber ich muss mich in diesem Punkt auf dich verlassen können. Du darfst nicht mit ihr reden, ehe wir mit ihr gesprochen haben, okay? Ja, ja, ich meine es ernst, Annie. Ich möchte, dass du direkt nach Hause fährst. Ich gehorchte Gary's Anordnung zum Teil. Ich fuhr direkt irgendwo hin, aber zu ihnen, Doc, und nicht nach Hause. Es war mir sogar egal, ob mich jemand sah. Gegen alle Vernunft hoffe ich immer noch, dass das alles nur ein riesiges Missverständnis ist. 25. Sitzung Wahrscheinlich haben sie die Zeitungen gesehen. Ich sorge mal wieder für Schlagzeilen. Nach der letzten Sitzung habe ich während der Rückfahrt die ganze Zeit über Mom nachgedacht. Manchmal kann sie eine richtige Zicke sein. Sie ist im Allgemeinen ziemlich egoistisch, aber dass sie zu so etwas fähig sein sollte. Die Nacht verbrachte ich im Schrank, dachte an Mom und stellte mir vor, wie sie rauchend und trinkend zu Hause vor dem Fernseher sitzt, ohne zu ahnen, dass sie am Abgrund steht. So verletzt und verraten ich mich auch fühlte, ich hasste den Gedanken, dass sie keinen Schimmer hatte, was ihr blühte. Dann erinnerte ich mich daran, dass sie mich am Tag der Open House Besichtigung angerufen hatte. Sie hatte es geschafft, dass ich wegen einer Cappuccino-Maschine ein schlechtes Gewissen bekam, während ich mir das Verhör ansehen musste. Ich musste mit eigenen Ohren hören, warum meine Mutter mir das angetan hatte. Gegen zehn am nächsten Tag rief Gary mich an. Sie hatten die Kontoauszüge meiner Mom erhalten und die Ergebnisse deckten sich mit Waynes Aussage. Außerdem hatte sich der Verdacht bestätigt, dass die beiden Haargummis aus derselben Partie stammten. Mom war verhaftet worden und Ich brauchte nicht lange, obwohl ich den ganzen Weg überkehrt machen wollte. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich zitterte, bis ich das Revier betrat und Gary mir seine Jacke anbot. Aus einem kleinen Raum, neben dem, in den sie meine Mom gebracht hatten, starrte ich sie durch ein Fenster an. Sie hockte auf der Stuhlkante, die Hände unter die Schenkel geschoben. Ihr dann sah ich es. Ein Lied hing tiefer als das andere. Sie war nicht völlig betrunken, aber vermutlich hatte sie heute Morgen schon etwas Wodka in ihren Orangensaft gemischt. Als Gary das Verhörzimmer betrat, hältten sich Mom's Gesicht Züge auf. Er begann damit, dass er ihr erklärte, dass man Video- und Tonbandaufnahmen von dem Gespräch machen würde, woraufhin sie in die Kamera lächelte, dann bat er sie, ihren Namen, die Adresse und das Datum zu nennen. Das genaue Datum musste er ihr sagen. Sobald das erledigt war, sagte er, die Beamten, die sie heute Morgen hergebracht haben, haben ihnen bereits ihre Rechte vorgelesen, aber ich wiederhole noch einmal, dass sie das Recht haben, sich rechtlichen Beistand zu holen, bevor sie mit uns reden. Mom schüttelte den Kopf. Das ist doch albern, wen soll ich denn gekidnappt haben? Gary hob eine Augenbraue, ihre Tochter. Annie ist nicht gekidnappt worden, ein Mann hat sie mitgenommen. Offensichtlich kam Gary zu dem Schluss, dass es sinnlos war, ihr die juristische Definition von Kidnapping zu erklären. Er fuhr fort. Wir haben hier eine unterschriebene Aussage von Wayne, in der genau beschrieben wird, was passiert ist und welche Rollen sie beide dabei hatten. Wir haben außerdem ihre Kreditkartenrechnung, die belegt, dass sie außerhalb der Stadt einen Van angemietet haben, und zwar einen Tag bevor Annie erneut angegriffen wurde. Wir haben die Rechnung der Mietwagenfirma über einen weißen Van mit ihrer Unterschrift Wir haben einen Augen Zeugen, der sie und Simon Rousseau zusammen in einem Motel in Eagle Glen gesehen hat. Wir haben die Bestätigung, dass ein Haargummi, das unter Simon Rousseaus Besitztümern gefunden wurde, mit einem übereinstimmt, das sich noch vor kurzem in ihrem Besitz befunden hat. Wir wissen, dass sie es getan haben. Moms Augen wirkten riesig, als sie angespannt auf dem Stuhl hockte, aber gleich darauf entspannte sie sich und wandte ihre Aufmerksamkeit ihren Fingernägeln zu. Mit beiden Händen auf den Tisch gestützt, beugte Gary sich vor. Sehen Sie, meine Vorgesetzten glauben nicht, dass sie Annie nur für eine Woche verschwinden lassen wollten. Die glauben, umzubringen. Annie hatte eine fette Lebensversicherung und ich bin mir sicher, dass sie wussten, dass sie die Begünstigte waren. Bei jedem Satz zuckte Mom zusammen und ihre Augen wurden größer. Sie begann zu stammeln. Sie umbringen? Nein, niemals. Ich glaube, sie haben mich nicht verstanden, Lorraine. Meine Chefs glauben nicht nur, dass sie Simon Rousseau angeheuert haben, um sie zu töten. Sie haben, weil das einen gewaltigen Unterschied ausmacht, wenn es darum geht, wie lange sie hinter Gitter müssen. Ich beobachtete Mams Gesicht, als sie sich ein paar Mal mit der Zunge über die Lippen fuhr. Gary musste es so vorkommen, als sei sie nervös, doch ich kannte meine Mom, und dieses Lippenlecken war ein sicheres Zeichen dafür, dass sie versuchte, ihren vom Wodka benebelten Kopf klar zu bekommen. Die wollen, dass ich es getan habe. Eine Menge Zeit und ein Haufen Geld von Steuerzahlern ist bei diesem Fall draufgegangen. All die Freiwilligen, die ihre Wochenenden geopfert haben, um die Wälder zu durchsuchen, während sie die ganze Zeit wussten, was mit Annie geschehen war, die wollen jetzt Blut sehen. Sehen Sie Lorraine, ich bin auf ihrer Seite. Ich versuche ihnen aus dieser verfahrenen Situation herauszuhelfen. Wenn sie mir nicht irgendetwas an die Hand geben, mit dem ich etwas anfangen kann, werden sie dafür im Gefängnis landen, dass sie jemanden angeheuert haben, ihre eigene Tochter umzubringen, und ich werde nicht in der Lage sein, dem etwas entgegen zu setzen. Beide Lieder hingen nach unten, als sie ihn argwöhnisch musterte. Noch war sie nicht bereit, in die Falle zu tappen. Ich beobachtete die beiden, entsetzt, fasziniert, und doch wie aus der Ferne, als wären das die Mutter von jemand anderem und irgendein unbekannter Kopf. Ich war mit ihnen im Krankenhaus, Lorraine. Ich weiß, dass sie ihre Tochter aufrichtig lieben. Sie würden alles für sie tun. Aber Annie, die kann ziemlich dickköpfig sein. Und egal, wie gut ihre Ratschläge sind, sie hört nicht auf sie, stimmt's? Ich war mir nicht sicher, ob mir die Richtung gefiel, die Gary eingeschlagen hatte. Niemand hört ihnen zu, stimmt's? Weder ihre Tochter noch Wayne. Es ist bestimmt nicht leicht, zuzusehen, wie er eine Chance nach der anderen vermasselt und nie etwas für sie dabei herausspringt. Sie begann bestätigend zu nicken, doch dann beherrschte sie sich und rührte sich nicht mehr. Wir wissen beide, dass Wayne die Sache mit dem Kredithai hätte klären müssen, damit sie Annie hätten retten können. Aber er hat es nicht getan. Nein, er hat es ihnen überlassen, sich um alles zu kümmern. Und jetzt schiebt er alles auf sie ab. Gary beugte sich zu ihr hinüber. Wayne hat sie im Stich gelassen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber wir können ihnen helfen, Lorraine. Wir können dafür sorgen, dass sie sicher sind. Es ist nicht ihre Schuld, dass die Dinge so aus dem Ruder gelaufen sind. Und mit diesem leichten Stoß taumelte sie über die Kante. Ihr Gesicht wurde rot und die Augen glänzten fiebrig. Er sollte sie nur eine Woche behalten. Er sagte mir, die Hütte sei nett. Er hat mehr als einen Monat gebraucht, um alles für sie vorzubereiten. Aber er wollte mir nicht sagen, wo sie liegt, weil er meinte, ich würde glaubwürdiger wirken, wenn ich wirklich nicht wüsste, wo sie ist. Er hatte ein Medikament, um sie zu beruhigen, damit sie keine Angst bekäme, und es war vollkommen sicher. Am Ende der Woche wollte er sie in einem Wagen im Kofferraum auf der Straße aussetzen und dann bei mir anrufen und mir sagen, wo sie ist, damit ich anonym die Cops alarmieren konnte. Aber er hat nicht angerufen. Und die Handynummer, die er mir gegeben hatte, war nicht mehr gültig. Und ich konnte nichts tun, um sie zu schützen. Der weit aufgerissenen Augen berührte sie ihre Wangen mit beiden Händen. Ich habe Wayne losgeschickt, um mit ihm zu reden, und er hat es so vermasselt, dass wir danach sogar noch mehr Schulden hatten. Haben sie das hier Simon gegeben? Gary schob das Foto von mir, das ich in der Hütte gefunden hatte, über den Tisch. Es war das einzige anständige Foto, das ich hören. Sie glaubten also, es sei wichtig, dass er Annie attraktiv findet. Er hatte Fotos von ihr in Dwights Zelle gesehen, auf denen war sie noch klein, und er wollte wissen, wie sie als Erwachsene aussah. Gary, der gerade einen Schluck Kaffee genommen hatte, verschluckte sich und bekam einen Hustenanfall. Er holte ein paar Mal Tiefluft, doch ehe er ein Wort sagen konnte, setzte Mom zu ihrem Schlussplädoyer an. Sie sehen also, es ist nicht meine Schuld. Wenn er sich an meinen Plan gehalten hätte, wäre ihr nichts geschehen. Aber jetzt, nachdem ich ihnen das alles erzählt habe, können sie mit ihrem Boss reden und die Sache für mich wieder einrenken. Sie lächelte liebenswürdig, streckte den Arm aus und legte ihre Hand auf seine. Sie sind mir schon immer wie ein Mann vorgekommen, kümmert. Ich würde sie gerne zu einem netten Abendessen einladen. Gary zog seine Hand unter Moms fort. Lorraine, Sie sind verhaftet. Sie sah tatsächlich überrascht aus, dann verwirrt, dann verletzt. Aber ich dachte, Sie würden mich verstehen. Ich verstehe sehr gut, Lorraine. Ich sehe, dass Sie ein Verbrechen begangen haben. Sie haben das Gesetz gebrochen, sogar mehrmals. Ich sehe, dass sie einen Killer auf ihre Tochter losgelassen haben. Ich sehe, dass der Killer ihre Tochter geschwängert und anschließend das Baby umgebracht hat. Dass ihre Tochter schreckliche Angst hatte, allein war, geschlagen, vergewaltigt und brutal misshandelt wurde. Jeden Tag, ohne zu wissen, ob dieser Tag nicht vielleicht ihr letzter sein würde. Jetzt kann ich ihr endlich eine Als Gary sich anschickte, den Raum zu verlassen, sprang sie auf und packte ihn am Arm. Aber ich wusste doch nicht, dass er ein Killer war. Ich wollte nie, dass ihr jemand etwas antut. Ich bin eine gute Mutter, verstehen Sie das denn nicht? Gary schob sie behutsam von sich weg und ging zur Tür. Das ist nicht fair! An der Tür drehte er sich um und sagte, oh ja, es ist nicht fair, dass Annie so eine Mutter hat. Keiner von uns sprach ein Wort, als Gary mich zu meinem Wagen brachte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich in dieser Situation sagen sollte. Danke, dass du meine Mom festgenommen und sie so geschickt verhört hast. Du weißt echt, wie man sie reinlegen kann. Als ich in mein Auto steigen wollte, sagte er, Wayne wollte, dass du weißt, wie leid es ihm tut. Er schwieg und sah mich eindringlich an. Mir tut es auch leid, Annie. Es braucht dir nicht leid zu tun. Das ist dein Job und du bist wirklich gut darin. Ich musste mich dessen versichern, dass er mehr war als der Mann, den ich dabei beobachtet hatte, wie er meine Mutter fertig machte. Erzähl mir etwas, das niemand über dich weiß. Wie bitte? Erzähl mir etwas, irgendwas. Unsere Blicke trafen sich. In Ordnung, sagte er schließlich. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, stehe ich auf und löffle Erdnussbutter direkt aus dem Glas. Wir schauten einander noch einen Moment an, dann stieg ich in mein Auto und fuhr davon. Im Rückspiegel sah ich, dass er mir nachblickte, bis ein paar Kops hinter ihm auftauchten und ihm auf die Schultern klopften. Ich schätze, auf dem Revier hatten sie heute ordentlich was zu feiern. Die Zeitungen haben schneller von der Sache Wind bekommen, als meine Mom sich einen Drink einschenken kann und mein Telefon stand gar nicht mehr still. Gestern habe ich einen Reporter erwischt, als er vor meinem Fenster herum schlich, aber Emma hat ihn verjagt. Ich bin nicht mehr nur die Frau, die ein Jahr verschwunden war. Jetzt bin ich auch noch die Frau, deren Mutter sie hat entführen lassen. Ich weiß nicht, ob ich diesen ganzen Mist noch einmal ertrage. In den letzten Tagen ist das einzige Geräusch, das ich wahrnehme, diese permanente Totenklage in meinem Kopf und ich kann einfach nicht aufhören zu weinen. 26. Sitzung Sorry, dass ich die letzte Sitzung habe ausfallen lassen, aber ich hatte meine Mutter besucht und brauchte eine Weile, bis ich mich wieder berappelt hatte. Sie brachten Mom in denselben Raum, in dem sie auch verhört worden war. Sie sah mir kurz in die Augen, dann wandte sie den Blick ab und nahm mir gegenüber Platz. Die Farbe ihrer Haut war wie Asche. Es ist Jahre her, dass ich Mom ungeschminkt gesehen habe. Die Mundwinkel hingen nach unten und ohne ihren quietschrosa Lippenstift waren ihre Lippen blass. Mein Herz legte einen Stepptanz hin, während ich krampfhaft überlegte, was ich sagen sollte. Tja, Mom, warum hast du mich eigentlich entführen lassen? Doch bevor ich irgendetwas sagen konnte, fragte sie, was sagt Val dazu? Überrascht sagte ich, sie hat eine Nachricht hinterlassen, aber ich habe nicht, du darfst ihr nichts erzählen. Wie bitte? Nicht ehe wir uns überlegt haben, was wir machen. Wir? Du wirst diese Sache allein durchstehen müssen, Mom. Ich bin nur hier, damit du mir erklärst, warum du mir das angetan hast. Gary sagte, du wüsstest alles. Du musst mir helfen, Annie. Warum zum Teufel sollte ich dir helfen? Du hast jemanden dafür bezahlt, mich zu entführen, mir weh zu tun. Nein, ich es ist nur schief gegangen und jetzt sie stützte den Kopf in die Hände und jetzt ist mein Leben ruiniert und du sitzt im Knast. Gut gemacht, Mom. Sie hob den Kopf und sah sich mit hektischen Blicken im Raum um. Das ist nicht richtig, Annie. Ich kann nicht hier bleiben. Ich werde krippieren. Aber wenn du mit der Polizei reden würdest, könntest du ihnen sagen, dass du keine Anzeige gegen mich erstattest oder erklären, dass du verstehst, warum ich das tun musste. Ich verstehe es aber nicht, Mom. Ich hatte keine andere Wahl. Schließlich hast du den ersten Platz immer knapp verfehlt. Es war also meine Schuld? Du weißt doch, wie Val mich behandelt hat, wie sie auf uns herunter geschaut hat. und ich weiß, wie du sie behandelt hast, aber sie hat ihre Tochter nicht gleich entführen lassen. Mit Tränen in den Augen sagte sie, du hast ja keine Ahnung, Annie, keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Es hat etwas mit Dwight zu tun, oder? Schweigen. Wenn du es mir nicht erzählst, gehe ich los und frage Tante Val. Mom beugte sich über den Tisch. Das darfst du mir nicht antun. Dir ist aber klar, dass die Presse wahrscheinlich bereits mit Tante Val geredet hat. Moms Schultern verkrampften sich. Die Reporter wollen jedes Detail über dich erfahren, wie du als Kind warst und was in deiner Kindheit passiert ist, dass so eine beschissene Mutter aus dir geworden ist. Ich bin eine großartige Mutter, nicht so wie meine. Und Val wird niemals über unsere Kindheit reden. Sie will nicht, dass irgendjemand in ihrer perfekten Welt herausfindet, was sie getan hat. Sie war der Liebling unseres Vaters, weißt du. Aber unser Stiefvater hat sie noch mehr bevorzugt. Sie lächelte verbittert. Als meine Mutter begriff, dass ihr Mann mit einer ihrer Töchter schlief, erzählte Val ihr, ich sei diejenige welche. In Null Komma Nichts landete mein Zeug im Vorgarten und unser Stiefvater verließ die Stadt. Wenn Dwight nicht gewesen wäre, hätte ich ziemlich in der Klemme gesteckt. Dwight? Als sie mich rausgeschmissen hat, bin ich bei ihm eingezogen. Ich habe als Kellnerin gearbeitet und er als Maurer, bis wir diese Idee mit der Bank hatten. Ihre Augen glänzten. Nachdem er erwischt worden war, bin ich kaum zurecht gekommen, obwohl ich zwei Schichten pro Tag gearbeitet habe. Dann fing Val an, von dem Typ zu schwärmen, mit dem sie ausging und wie toll es bei ihm zu Hause bei seinen Eltern sei, wie gut ihr Juweliergeschäft lief. Dad? Wir schwiegen einen Moment. Als Dwight entlassen wurde, taten wir uns wieder zusammen. Wir brauchten einfach Geld, aber er wurde wieder erwischt und ich sagte ihm, dass ich nicht auf ihn warten könne und heiratete Wayne. Sie schüttelte den Kopf. Erst als du an diesem Apartment Komplex dran warst, dachte ich, dass die Dinge endlich besser für mich laufen würden. Aber dann hörte ich, dass Christina deine Konkurrentin ist. Sie war eine viel bessere Maklerin. Wenn du verloren hättest, hätte Val mir für den Rest meines Lebens die Hölle heiß gemacht. Also hast du beschlossen, stattdessen mein Leben zu ruinieren. Mein Plan war, dir zu helfen. Du hättest für den Rest deines Lebens ausgesorgt gehabt. Aber nichts funktionierte so, wie es sollte. Wayne war völlig nutzlos, aber zumindest Dwight hat versucht, etwas zu tun. Hat er diesen Laden für dich ausgeraubt? Sie nickte. Ich habe dieser Filmproduzentin deine Nummer gegeben, aber du hast nur wieder Zeit geschunden. Dabei brauchte ich für den Kredit High. Ich habe keine Ahnung, wo Dwight jetzt steckt. Kümmert es dich überhaupt nicht, was ich deinetwegen durchmachen musste? Ich finde es furchtbar, was dieser Mann dir angetan hat. Aber du solltest eigentlich nur eine Woche weg bleiben, Annie. Was danach geschehen ist, war ein Versehen. Wie kannst du behaupten, es sei ein Versehen gewesen? Du hast einen Mann angeheuert, der mich vergewaltigt hat und der für den Tod meines Kindes verantwortlich ist. Es ist genau so wie damals, als du Eis wolltest und dein Dad in den Laden gegangen ist. Ich brauchte einen Augenblick, bis ich verstand. Du redest von dem Unfall. Sie nickte. Du wolltest ja auch nicht, dass sie sterben. Meine Augen füllten sich mit Tränen. Du gibst mir die Schuld daran, dass sie tot sind? Natürlich nicht. Oh doch, du hast mir immer die Schuld gegeben. Du hörst mir nicht zu, Annie. Ich weiß, dass du nur Eis wolltest. Du hast nicht geplant, dass sie getötet werden. Und ich wollte nie, dass dir etwas Schlimmes passiert. Ich wollte nur, dass Val aufhört, mich herum zu kommandieren. Aber das wird sie nicht mehr lange. Morgen bekomme ich Besuch von einem Anwalt. Sie stand auf und begann vor dem Tisch auf und ab zu laufen. Ich werde ihm erzählen, wie es war, mit Val als Schwester aufzuwachsen, was sie mit unserem Stiefvater gemacht hat, wie mein Leben aussah, nachdem ich rausgeschmissen wurde, wie sie mich immer unterdrückt hat. Das ist seelische Misshandlung gewesen. Abrupt blieb sie stehen und drehte ob sie zur Gerichtsverhandlung kommen wird, dann muss sie da sitzen und zusehen wie mein Anwalt. Mom, wenn du auf einer Gerichtsverhandlung bestehst, werden alle meine Wunden ein zweites Mal aufgerissen. Ich werde darüber reden müssen, was passiert ist. Ich werde beschreiben müssen, wie er mich vergewaltigt hat. Sie ging weiter auf und ab. Das ist es. Wir müssen sie in den Zeugenstand bringen, damit sie beschreiben muss, was sie getan hat. Mom, tu mir das nicht an. Es geht hier nicht um dich, Annie. Ich öffnete den Mund, um etwas zu erwidern. Dann erstarrte ich, als ich den Sinn ihrer Worte erfasste. Sie hatte Recht. Am Ende spielte es keine Rolle, ob sie es des Geldes wegen getan hatte, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder um ihre Schwester ein für allemal zu besiegen. Nichts davon hatte etwas mit mir zu tun. Es war nie um mich gegangen, weder für sie noch für den Psycho. Ich wusste nicht einmal mehr, wer von beiden gefährlicher war. Als ich aufstand und zur Tür ging, sagte sie, wo willst du hin? Nach Hause. Annie, warte! Ich fuhr herum, gewappnet gegen die Tränen, dass es tut mir so leid und das lass mich nicht allein. Sie sagte, sprich mit niemandem darüber, ehe ich die Gelegenheit dazu hatte. Wir müssen die Sachen richtig anpacken. Verdammt noch mal, Mom, du hast es tatsächlich nicht begriffen, oder? Verdutzt starrte sie mich an. Ich schüttelte den Kopf. Und du wirst es auch nie kapieren. Wenn du wieder kommst, bring mir eine Zeitung mit. Ich komme nicht wieder, Mom. Sie riss die Augen auf. Aber ich brauche dich, Anniebär. Ich hämmerte gegen die Tür und sagte, ach, das wirst du schon schaffen, während ich darauf wartete, dass der Kopf die Tür aufmachte. Als er Mom wieder einschloss, taumelte ich auf eine Bank an der gegenüberliegenden Wand zu. Nachdem er fertig war, fragte er mich, ob mir etwas fehle. Ich sagte, ich bräuchte nur ein paar Minuten für mich, und er ließ mich allein. Ich zählte die Steine in der Wand, bis mein Puls sich beruhigt hatte, dann verließ ich das Polizeirevier. Ein paar Tage später legte ich die Broschüre von der Kunstschule auf meinen Nachttisch. Als ich sie am nächsten Morgen sah, dachte ich, verdammt, wenn ich mir meinen Traum erfüllen will, brauche ich Geld. Also sprang ich über meinen Schatten und rief die Tussi von der Filmgesellschaft an. Das Gespräch lief richtig gut. Sie schien tatsächlich recht sensibel zu sein und hörte sich an, als würde sie meine Wünsche respektieren. Ein Teil von mir wollte diesen Film immer noch nicht machen, aber ich wusste, dass es einen geben würde und wenn irgendjemand von einem Film über mein Leben profitierte, konnte das genauso gut ich selbst sein. Außerdem ging es nicht wirklich um mich, nur um die Hollywood Version von mir. Ich erklärte mich bereit, die Filmtussi und ihren Boss in einer Woche zu treffen. Sie sprach von einer ganzen Menge Kohle. Genug, dass ich den Rest meines Lebens bequem davon leben könnte. Kaum hatte ich den Hörer aufgelegt, rief ich Christina an. Ich wusste, dass sie glaubte, ich würde über Mom reden wollen. Und als ich ihr erzählte, dass ich endlich doch auf die Kunstschule gehen würde, deutete ich ihr Schweigen als Zeichen der Überraschung. Als jedoch das Schweigen anhielt, sagte ich, weißt du noch, die Schule in den Rockies, von der ich schon in der Highschool geredet habe? Ich weiß, ich weiß nur nicht, warum du jetzt dorthin willst. Ihr Ton klang locker, aber ich hörte die unterschwellige Missbilligung heraus. Weil ich es will, sagte ich. Und ich wollte dich bitten, mein Haus für mich zu verkaufen. Du willst dein Haus verkaufen? Bist du sicher, dass du es nicht erst einmal vermieten? Ich bin mir sicher. Ich werde es in den nächsten Wochen in Ordnung bringen. Aber den Papierkram hätte ich gerne so schnell wie möglich erledigt. Also wann kannst du wahrscheinlich am Wochenende mal reinschauen. Am nächsten Samstag Morgen kam sie vorbei. Während wir die Formulare ausfüllten, erzählte ich ihr von der Schule, dass ich es kaum abwarten konnte, dass ich am übernächsten Tag hinfahren würde, um mich einzuschreiben und wie gut es sein würde, diesen ganzen Scheiß hinter mir zu lassen. Sie sagte nichts Negatives, aber ihre Reaktionen waren verhalten. Als der geschäftliche Teil erledigt war, setzten wir uns auf die Treppe der vorderen Terrasse in die Morgensonne. Da gab es noch etwas, über das ich mit ihr reden wollte. Ich glaube, ich weiß, was du mir an dem Tag versucht hast zu sagen, als du mit dem Farbeimer hier aufgekreuzt bist. Ihre Augen weiteten sich und die Wangen bekamen einen rosigen Schimmer. Keine Angst. Ich bin dir nicht böse oder Luke. Shit happens. Es war nur ein einziges Mal, flüsterte sie. Wir hatten etwas getrunken und es bedeutete gar nichts. Wir haben uns beide solche Sorgen um dich gemacht und niemand verstand, was wir empfanden. Es ist schon okay, ehrlich. Wir alle bauen mal irgendwelchen Mist, der uns hinterher leid tut. Aber ich bist du sicher? Ich fühle mich, ich bin drüber hin weg, wirklich. Und jetzt quäl dich bitte nicht mehr damit, okay? Ich stupste sie mit der Schulter an und schnitt eine Grimasse. Sie verzog ebenfalls das Gesicht. Dann verfielen wir in Schweigen. Ich habe gehört, dass deine Mom überall herum erzählt, ich hätte versucht, dich aus dem Projekt zu drängen, bevor du entführt wurdest, sagte sie nach einer Weile. Ja, sie sagte, deine Assistentin hätte einer Freundin von dir erzählt, dass du die ganze Zeit meine Konkurrentin warst, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich nur eine weitere von ihren Lügen war. Eigentlich hat sie sogar teilweise recht damit. Ich habe mich ein paar Mal mit dem Auftraggeber getroffen. Ich wusste, dass sie auch mit jemandem von einer anderen Firma verhandelten, aber ich wusste nicht, dass du das warst, bis du es eines Tages erwähnt hast. Ich habe meine Bewerbung auf der Stelle zurückgezogen und die Baufirma hat sich nicht wieder bei mir gemeldet, bis du verschwunden warst. Du hast deine Bewerbung zurückgezogen? Warum? Deine Freundschaft war mir wichtiger. Ich wünschte, du hättest es mir erzählt. Ich hätte selbst zurückgezogen und dir den Vortritt gelassen. Darum habe ich dir nichts erzählt. Ich wusste, dass wir uns am Ende darüber streiten würden, wer von uns beiden verzichtet. Wir fingen beide an zu lachen. Doch dann wurde Christina wieder still, während sie meinen Garten betrachtete. Das ist so ein schöner Ort. Mist, ich wusste, wohin das führen würde. Christina, lass es. Sie schüttelte den Kopf. Nein, in den letzten Monaten habe ich deine Wünsche respektiert, habe schweigend dabei gesessen, als du dich abgestrampelt hast, um allein mit allem fertig zu werden. Aber ich werde nicht zulassen, dass du jetzt wegläufst, Annie. Wer zum Teufel redet hier von weglaufen? Ich habe endlich die Kurve gekriegt. Weil du das Haus verkaufst, das du liebst und auf eine Kunstschule in den Rockies gehst, Major wollte ich auf diese Schule und dieses Haus erinnert mich an alles aus meinem Leben, einschließlich meiner Mom. Genau, Annie, du willst vor deiner Mom davonlaufen. Meinst du, davon verschwindet der Schmerz? Du kannst nicht alles auslöschen, was dir passiert ist. Willst du mich auf den Arm nehmen? Klappst du, ich würde versuchen zu vergessen, was mit mir geschehen ist? Ja, das glaube ich, aber du kannst das nicht, du denkst jeden Tag daran, oder etwa nicht, und es bringt dich um, dass du mir nicht genug vertrauen kannst, um mir davon zu erzählen, dass du glaubst, ich könnte nicht damit umgehen. Es geht nicht um dich, ich kann nicht damit umgehen, selbst mit meiner Therapeutin kann ich schämst du dich ist es das es ist nicht deine schuld Annie doch verstehst du das denn nicht nein du kannst es gar nicht verstehen weil du niemals zulassen würdest dass dir so etwas zustößt um himmels willen Annie du hast ein Jahr mit einem verrückten überlebt du hast ihn umgebracht um zu entkommen und ich komme noch nicht einmal aus meiner Ehe raus deine Ehe was ist mit deiner Ehe Drew und ich wir überlegen ob wir uns scheiden lassen du hast nie etwas davon gesagt du wolltest keine Probleme wälzen erinnerst du dich sie zuckte die Achseln wir hatten schon ein paar Probleme bevor du verschwunden bist aber im letzten Jahr ist es schlimmer geworden meinetwegen zum Teil so viel hat sich verändert Annie nach deinem verschwinden hatte ich fast einen Monat lang jede Nacht Albträume ein ganzes Jahr lang ging es nur darum dich wieder zu finden doch dann hat Drew mich schließlich zu dieser Kreuzfahrt überredet und ich war nicht hier als du im Krankenhaus warst jetzt bist du zu Hause aber ich hab dich immer noch nicht wieder ich vermisse dich und ich kann auch nicht länger die Augen vor dem Zustand meiner Ehe verschließen Drew will zur Paarberatung aber ich weiß nicht was ich verflucht noch mal eigentlich will sie begann zu weinen ich will nur dass du weißt dass du nicht allein bist andere Menschen haben ebenfalls gelitten darum verstehe ich auch warum du weglaufen willst ich würde es ja selbst am liebsten aber du musst den Dingen ins Auge blicken du gibst auf wie er wie wer der Typ verdammte scheiße christina sag mir bitte nicht dass du mich mit diesem arschloch vergleichst aber es war alles zu viel für ihn oder nicht unter Menschen zu leben also ist er davon gelaufen ich laufe nicht davon ich entwickle mich weiter und baue mir ein neues Leben auf vergleich das niemals mit dem was er getan hat die unterhaltung ist vorbei sie starrte mich an wirklich ich denke du solltest besser gehen siehst du das ist typisch jetzt läufst du schon wieder weg ich löse irgendwelche gefühle bei dir aus denen du dich nicht stellen kannst und das einzige was dir dazu einfällt ist mich weg zu stoßen ich stand auf ging ins Haus und knallte die Tür hinter mir zu wenige Minuten später hörte ich rief gary mich an um mir zu sagen dass sie den kredit high aufgespürt hätten und anklage gegen ihn erheben würden außerdem erzählte er dass mom reihenweise besuch bekam und jedem ein interview gab der darum bat das ist keine große überraschung aber ich habe eine für dich ich sagte ihm dass ich endlich meinen traum verwirklichen würde das ist gut annie hört sich an als seist du auf dem richtigen weg ich war froh dass er es nicht so sah wie christina das gefühl habe ich langsam auch und was ist mit dir ich habe auch ein wenig nachgedacht einer meiner ausbilder hat sich mit einer berater firma selbstständig gemacht und mich gebeten sein partner zu werden ich könnte wohnen wo ich will reisen vorträge halten und mir freinehmen wann immer ich es ich dachte du würdest deinen job mögen das dachte ich auch aber nachdem wir deinen fall unter dach und fach hatten habe ich angefangen nachzudenken und dann das mit der scheidung ich weiß nicht das scheint einfach ein guter zeitpunkt für ein paar veränderungen zu sein aber was ich eigentlich erzählen wollte ist dass ich an einem der nächsten wochenenden einen Ausflug machen wollte wenn ich zufällig bei dir vorbeikomme oder vielleicht auch wenn du zur verhandlung wieder hier bist würde ich gerne einen kaffee oder einen lunch oder so vorbeibringen bringst du auch erdnussbutter mit vielleicht echt er lachte ich glaube ich habe noch ein paar Löffel übrig am montagmorgen stand ich früh auf und machte einen Ausflug zur Schule Mensch fühlte sich das gut an von dieser Stadt weg zu kommen und sah es nur für ein paar Tage die Rockies bieten zu dieser Jahreszeit einen fantastischen Anblick und als ich diese hohen Gipfel sah hatte ich meinen Streit mit Christina fast vergessen langsam fuhr ich zur Schule hoch und als ich das hübsche Gebäude im Tudor Stil direkt vor mir sah mit den Bergen im Hintergrund wurde mir fast schwindelig nachdem ich den Wagen abgestellt hatte spazierte ich mit Emma auf dem Campus herum als ich an einer Gruppe junger Frauen vorbeikam die mit ihren Skizzen Blöcken auf dem Rasen saßen schaute eine von wenn ein Fremder einen anlächelt doch dann erstarrte ihr Blick und ich wusste dass sie mich erkannt hatte ich brachte Emma wieder ins Auto und machte mich auf die Suche nach dem Immatrikulationsbüro für das Herbstsemester war ich zu spät dran also füllte ich die Bewerbungsunterlagen für Januar aus ich hatte keine Mappe aber ich hatte daran gedacht meinen Skizzenblock mitzubringen und den zeigte ich dem Studienberater hinter dem Tresen er sagte ich dürfte keine Probleme damit haben einen Platz zu bekommen ich war enttäuscht dass ich so lange würde warten müssen aber der Typ meinte ich könnte ein paar Abendkurse belegen um mich vorzubereiten auf dem Heimweg schmiedete ich bereits Pläne für den bevorstehenden Umzug doch als ich mich Clayton Falls näherte verfolgten mich Christinas Worte du läufst davon ich konnte immer noch nicht fassen dass sie die Frechheit besessen hatte mir das zu sagen was zum Teufel wusste sie schon und mir zu sagen ich sei nicht allein natürlich war ich allein meine Tochter war tot mein Dad war tot meine Schwester war tot und meine Mutter könnte genauso gut tot sein wer zum Teufel war Christina mich für irgendetwas zu verurteilen was ich tat Stunden später parkte ich in Christinas Auffahrt rannte zu ihrer Tür und hämmerte dagegen Annie was ist los Christina ich sehe ein dass du eine schwere Zeit durchmachst aber es gibt dir nicht das verdammte Recht mein Leben zu kontrollieren das ist mein Leben meins du hast keine Ahnung was ich durchgemacht habe nein das habe ich nicht weil du es mir nicht sagst wie kannst du so etwas zu mir sagen meine Mutter hat mich entführen lassen meine Mutter und jetzt wird sie ins Gefängnis kommen ich habe niemanden mehr du hast mich da brach ich endlich zusammen Christina hat mich nicht im Arm gehalten als ich geweint habe wir saßen nebeneinander auf dem Fußboden Schulter an Schulter während ich schluchzend die Kränkungen meiner Mutter aufzählte jede Ungerechtigkeit die sie mir angetan hat seit ich ein Kind war jeden zerplatzten Traum und unerfüllten Wunsch immer wenn ich eine Sache ausgespuckt hatte nickte Christina und sagte ja das hat sie dir angetan und das war falsch schließlich wurden meine Schluchzer zu einem gelegentlichen schniefen und eine merkwürdige Ruhe überkam mich Christina sagte holst du Emma aus dem Wagen während ich uns einen Tee mache wir zogen uns aus und schlüpften in zwei von ihren Pyjamas dann saßen wir am Küchentisch mit einer vollen Kanne Tee vor uns Ich holte Tiefluft meine Tochter sie hieß Hope Hoffnung Sie hörten Still Missing Kein Entkommen von Chevy Stevens Gelesen von Laura Mehr Tochter ve Hanno Hanno Bis Tochter